Rockstar Girl – Wenn Liebe zur Gefahr wird Ein Buch von Christine Ferdinand Wir gratulieren dem Highschool-Jahrgang 2011 zu ihrem Abschluss. Die Rede verging nur langsam. Angespannt rückte ich auf dem Stuhl hin und her. Meine Haarspangen drückten mir bereits in die Kopfhaut. Wieso kam ich überhaupt auf die Idee, mir meine langen Haare hochzustecken? Vorsichtig, mit dem Versuch, nicht gerade alles zu ruinieren, zupfte ich mir einzelne dunkelbraune Strähnen an den Seiten heraus, damit sich alles etwas lockerte. Bewusst ließ ich meine Gedanken schweifen. Wenn dies hier überstanden wäre, waren es nur noch acht Wochen. Acht Wochen und dann hieß es Hallo Welt. Da achtete dann keiner mehr auf meine Frisur oder mein Aussehen. Seit ich zehn Jahre alt war, wollte ich schon immer von zu Hause weg. Einfach raus. Zum einen lag dies daran, weil ich wirklich in meinem Leben viel von der Welt sehen wollte. Und zum anderen, weil ich mich mit meinen Eltern seither nicht gut verstand. Sie hatten kein Verständnis dafür, dass ich erst ein Jahr warten wollte, bis ich eine Ausbildung anfing. Ihrer Meinung nach sollte ich sofort an die Uni und studieren. Oder noch besser, unsere Nachbarn Fred heiraten und viele Kinder bekommen. Fred war zwei Jahre älter als ich, also 21. Er arbeitete als Kassierer in einem Supermarkt, wo sein Vater in der Geschäftsleitung saß. Wir hatten als Kind fast jeden Tag miteinander gespielt, doch das war mehr als 15 Jahre her. Wo wir dann älter wurden, haben wir zusammen rumgehangen. Und ja, ich muss zugeben, er war auch der erste Junge, den ich geküsst hatte. Ich war gerade mal elf und eher 13 Jahre alt. Wir wollten es einfach ausprobieren. Fazit, beide fanden es ekelhaft. Als ich dann anfing, weibliche Formen anzunehmen und mich wie eine junge Frau zu kleiden, kamen bei ihm die männlichen Hormone durch. Wir hingen weiterhin noch ab und zu miteinander rum. Nachdem er mir allerdings vor gut zwei Jahren eines Abends auf der Hängelschaukel auf unserer Veranda sagte, Isi, ich möchte mit dir zusammen sein. Ich liebe dich. Sagte ich höflich, danke, dann bis später mal. Und verschwand ins Haus. Im Nachhinein war es ziemlich feige von mir, doch ich sah keinen anderen Ausweg. Das alles kam so plötzlich und unerwartet. Ich wusste ganz genau, dass ich nie so für ihn empfinden würde. In meinen Augen war er einfach nur ein guter Freund, fast schon wie ein großer Bruder. Ich brach den Kontakt ohne Ankündigung ab. Seither sprachen wir nur miteinander, wenn wir uns zufällig über den Weg liefen. Und dann auch nur Smalltalk. Soweit mir bekannt war, hatte er bis dato auch keine andere Freundin gehabt. Und seine Liebe zu mir war auch nicht abgeklungen. Die Menschen um mich herum standen auf und klatschten wie wild. Oh, die Rede war vorbei. Ein Glück. Wir warfen unsere Absolventenkappen in die Luft, wobei keiner seine wieder aufhing. Nacheinander fielen sich die Leute in die Arme und gratulierten sich. Meine kleine 16-jährige Schwester Amy kam auf mich zugerannt. Sie trug ihre ebenfalls langen, dunklen Haare offen. Sie fiel mir um den Hals. Gratuliere zum Abschluss, Schwesterchen. Schwesterchen? Du bist doch die Jüngere von uns. Wir grinsten uns an. Dann kamen meine Mutter und mein Vater um die Ecke. Meine Mutter hatte sich ihre dunklen Haare wie fast jeden Tag zu einem strengen Dut nach hinten gebunden. Warum bekam sie wohl keine Kopfschmerzen? Schoss es mir durch den Kopf. In ihrem cremefarbenen Kleid sah sie viel jünger aus als sonst. Wachgerüttelt von ihrem strahlenden Lächeln legte sie eine Hand an meine Wange und schaute mich überglücklich an. Der Stolz war in ihren Augen zu erkennen. Mein Selbstbewusstsein stieg ein wenig an, bevor mein Vater begann etwas zu sagen. Glückwunsch, Izzy, mummelte er und drückte mich kurz. Ich sah ihn von der Seite aus an. Sein Blick schweifte in die Menge. Seine kurzen Haare und dazu das ernste Gesicht ließen ihn fast so gut aussehen wie ein Soldat im Einsatz. Immer auf der Hut nach Gefahr. Lediglich seine Brille ließ ihn etwas weicher wirken. Wollen wir dann jetzt nach Hause fahren? Deine Mutter hat extra groß gekocht. Mürich blickte mein Vater weiter in die Gegend rum. Seine Augen verengten sich zu kleinen Schlitzen. Mit den Händen in der Anzugshose nahm er so wenig Anteil an dieser Veranstaltung wie möglich. Er mochte solch einen Auflauf überhaupt nicht. Wenigstens hatten wir das gemeinsam. Stummen gingen wir nacheinander in Richtung Ausgang. In dem Wagen meines Vaters fuhren wir über den Highway nach Hause. Heute war ein stickiger Tag. Die Luft wurde mit vier Leuten schnell erdrückend. Ich öffnete das Fenster einen Spalt, schloss die Augen und ließ mir den kühlen Fahrtwind durchs Gesicht pusten. In Gedanken war ich bereits wieder in Europa. Oh, Dad, mach das bitte lauter, bitte! schrie Amy an meinem Ohr vorbei. Ich zuckte zusammen. Aber Schatz, aber Schatz, das hast du doch auch auf CD. Müssen wir das wirklich? Doch er sprach nicht weiter. Er sah Amys trauriges Gesicht im Rückspiegel und drehte das Radio keine Sekunde später lauter. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und verdrehte die Augen. Dieses Szenario bewies einmal aufs Neue, dass Amy seine Lieblingstochter war. Das stand fest. Meine Theorie dazu, um das zu untermauern? Ich war ein ungeplantes Kind. Ein Unfall sozusagen. Und Amy, die süße, kleine, nervige Amy, war ein absolutes Wunschkind von meinen Eltern. Doch auch wenn Amy noch so nervig war, hatte ich ihr zum Geburtstag vor einer Woche drei Wünsche geschenkt. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich wollte ihr nicht sagen, dass diese einfallslose Idee mir nur gekommen war, weil ich vergessen hatte, ein Geschenk zu kaufen. Jedenfalls wünschte sie sich, dass ich sie auf drei Konzerte ihrer Lieblingsband Instructions begleitete. Diese Band war im Moment in jeglichen Charts auf Platz 1, da sie den Titelsong für einen romantischen Kinofilm geschrieben hatten. Ich hatte noch nie ein ganzes Lied von denen gehört. Sobald dieses Gedudeln im Radio lief, switchte ich weg. Bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ob ich wohl schlimme Verletzungen davontragen würde, bei voller Fahrt aus dem Auto zu springen? Doch das war es nicht wert. Ohren zu und durch, lautete hier die Devise. Ebenfalls war mir nicht bekannt, welche Gesichter überhaupt hinter dieser Band steckten. Als Logo hatten sie ein herzförmiges Symbol mit Flammen oder so ähnlich. Doch Fotos von den Stars gab es wenig. Sollte wohl irgend so eine Masche von dem Manager sein, um die richtig groß rauszubringen. Amy hatte mir einmal erzählt, dass wenn sie 18 wäre, sich dieses Logo tätowieren lassen wollte. Ein Glück hatte sie noch zwei Jahre Zeit, sich das wirklich genau zu überlegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Da Amy, wie deutlich zu erkennen, nun mal die Lieblingstochter war und sich alle um sie sorgten, durfte sie auch nicht alleine auf ein Konzert dieser Band gehen. Meine Eltern erklärten sich nicht bereit und so kamen ihnen, und vor allem Amy, meine freien Wünsche ganz gelegen. Da die Tour der Instructions nächste Woche begann, hatte mein Vater selbstverständlich schon Karten für drei dieser Konzerte innerhalb der nächsten drei Wochen gekauft. Es würden mit Sicherheit die längsten drei Wochen meines Lebens werden. Allerdings war das erste Konzert bereits morgen Abend hier in der Stadt. Die zwei anderen Konzerte waren in einem anderen Bundesstaat. Der Eltern hatte natürlich ohne mit der Wimper zu zucken auch gleich ein Hotelzimmer für die Nächte mitgebucht, damit seine kleine Tochter es ja auch ja gemütlich hatte. Wenn ich daran dachte, kam die blanke Wut in mir hoch. Auch wenn es mir bei näheren Betrachten ganz gelegen kam, denn die Schule war zu Ende und ich würde eh den ganzen Tag nur zu Hause vom Internet sitzen und meine Reise bis ins kleinste Detail planen. Der größte Teil der Planung war ohnehin schon erledigt. Schließlich hatte ich bereits mit 16 angefangen, alles aufzuschreiben. Amy schrie mit voller Lautstärke bei dem nächsten Song mit. Ohne große Hoffnung versuchte ich mit blanker Willenskraft sofort taub zu werden oder mein Trommelfeld zum Platzen zu bringen, jedoch ohne Erfolg. Endlich waren wir zu Hause angekommen. Meine Eltern waren ebenso erleichtert wie ich, dass wir das Radio abstellen konnten. Am Essenstisch sprach überwiegend Amy. Sie blubberte mich von der Seite voll, wie sie sich doch auf morgen freute. Und auch wenn ich es vor ihr nicht zugeben wollte, ich freute mich ebenfalls ein wenig mit ihr hinzufahren. Raus von zu Hause. Ich ging früh schlafen und hoffte, wie in der letzten Zeit so häufig, von meiner bevorstehenden Reise zu träumen. Es war schon fast 10 Uhr, als ich erwachte. Vorsichtig rieb ich mir den Schlaf aus den Augen und trottete in meinem Schlafanzug in die Küche. Guten Morgen, Easy! schrie Amy mir entgegen. Sie war schon komplett umgezogen für heute Abend. Ihre Jeans schwarz und eng anliegend. Auf ihrem T-Shirt war dieser Symbol der Band. Die Haare hochgesteckt. Sie würde heute Abend mit Sicherheit Kopfschmerzen bekommen. Ich sprach aus Erfahrung. Morgen aber, wollen wir nicht erst nach dem Mittagessen los? Ich warf einen prüfenden Blick zur Uhr. Hm, ich dachte, wir könnten vielleicht unterwegs was essen und Sandy müssen wir doch auch noch abholen. Nervös zupfte sie an ihrem Saum vom T-Shirt herum. Zwar sagte sie es nicht, doch sie wollte, dass wir eher losfahren, damit sie auch ja in der ersten Reihe stehen konnte. Ich atmete angestrengt aus. Sie hingegen setzt jetzt diesen Hundeblick auf. Wie konnte man dem widerstehen? Okay, gib mir eine Stunde, ja? Sagte ich und verdrehte die Augen. Amy quietschte auf. Ohne meinen morgendlichen Kaffee zu trinken, ging ich wieder nach oben und kramte in meinem Schrank nach etwas Passendem zum Anziehen. Was trug man denn auf einem Konzert, wenn man kein Fan war, sondern nur mitgeschleift wurde? Am Ende entschied ich mich für einen schwarzen Leggings mit einem weißen Tunika-Kleid, wo ebenfalls schwarze Verzierungen eingestickt waren. Darüber noch meine schwarze Strickjacke und fertig. Im Badezimmer kämmte ich mir noch schnell die Haare, welche heute definitiv offen blieben, wusch mich und legte natürliches Make-up auf. Schnell schmiss ich mir noch mein Handy, Portemonnaie und Schlüssel in die Handtasche und ging weiter nach unten. Wollen wir dann los? rief ich in die Küche. Ein kleiner Tornado wirbelte durch den Flur und Amy stand vor mir. Wir nahmen mein Auto. Es war zwar nur ein Renault Twingo, doch wollte ich nicht mit Dads Auto fahren, auch wenn er es angeboten hatte. Auf dem Weg zu Sandy kramte Amy in ihre Handtasche und holte eine CD heraus. Nein, das ist nicht dein Ernst, stöhnte ich. Oh doch, wir müssen uns doch einstimmen auf das Konzert. Gerade wollte sie die CD einliegen, da hielt ich die Hand vor dem Schlitz am CD-Spieler. Ich sagte nichts, presste nur die Lippen zusammen und schüttelte verhemend mit dem Kopf. Du hast mir es zum Geburtstag geschenkt, fauchte sie. Und irgendwie hatte sie auch recht. Ich nahm meine Hand weg und sie schob die CD ein. Erneut hieß es Ohren zu und durch. Nachdem wir Sandy eingeladen hatten, hörte ich die Musik Stereo, von vorne, rechts und hinten. Mittlerweile konnte ich sogar von einigen Strophen den Text auswendig. Ein Glück war es nur noch wenige Minuten, bis wir am Ziel angekommen waren. Wir fuhren auf den abgesperrten Parkplatz und stellten das Auto ab. Es war doch nicht einmal Mittag und schon rappelvoll. Überall sah man Mädchen von ganz verschiedenen im Alter. Einige sogar bestimmt schon 20. Ich suchte nach Gleichgesinnten, die keine Fans waren, doch die gab es hier wohl kaum. Die Begleitung der Minderjährigen warteten entweder im Auto oder in den umliegenden Geschäften. Wir stellten uns einer unendlichen Schlange an und warteten. Amy und Sandy diskutierten eifrig, welches Mitglied der Band am süßesten war. Doch mir sagten die Namen nichts und somit hörte ich auch nicht weiterhin. Noch für einen Moment ließ ich meinen Blick schweifen, als mein Handy klingelte. Ich war erlöst, egal wer es war. Hallo? schrie ich ins Telefon und hielt mir das andere Ohr zu. Die kreischende Meute war so laut, dass ich mich etwas abseits stellte, um überhaupt etwas zu verstehen. Hallo, Easy, ich bin's Fred. Enttäuschung durchfuhre mich. Die Hoffnung, dass es jemand wäre, mit dem ich wirklich sprechen wollte, war dahin. Doch immerhin war ich für einen Moment abgelenkt. Hi, Fred, was gibt's? fragte ich direkt heraus. Ich, ähm, ich wollte noch mal mit dir reden, schottete er ins Telefon. Was? schrie ich erneut. Die Fans mussten etwas unglaublich Tolles erkannt haben, bis alle wie auf einmal aufschrien. Du musst etwas lauter reden, hier ist die Hölle los. Ach, du bist gerade beschäftigt, dann rufe ich später noch mal an. Doch ich verstand ihn nicht. Was? Fred? Hallo? Später! schrie er zurück. Okay, bis später! Ich wusste nicht, ob er mich verstand. Ich legte auf. Mit bösen Blicken von den wartenden Fans beworfen, ging ich zurück zu Amy und Sandy in die Reihe. Beinahe, als würde ich denen etwas vor der Nase wegschnappen wollen. Ich schaltete mich noch kurz in der noch immer anhaltenden Diskussion ein, welches Bandmitglied Süßer war und erwähnte flüchtig, dass ich wieder da sei. Nach weiteren gefühlten Jahrzehnten des Wartens wurde die Meute in die Halle gelassen. Wir standen bestimmt mittlerweile über eine Stunde an. Die Schlange ging nur mäßig voran. Als wir weit genug vorne waren, sah ich, woran es lag. Zuerst wurden die Karten der Fans kontrolliert und in einen Vorraum gelassen. Dann wurden sie nach Waffen durchsucht und zum Schluss kamen sie erst in die Halle. Ich drängelte nicht, mir war es egal, wo ich stand. Amy, sagte ich und tippte ihr auf die Schulter, bevor wir eingelassen wurden. Wenn das ist, schreib mir eine SMS. Ich werde weiter hinten bleiben. Wir treffen uns am Ende am Ausgang, ja? Sie nickte, dann stürmten die beiden los. Ich ließ meine Karte einreißen und stellte mich an die Seite. Ganz zum Schluss, als die meisten eingelassen wurden, ging auch ich in die Halle und stellte mich mit dem Rücken an die hinterste Wand. Es war lustig, die vielen ausschließlich weiblichen Fans zu beobachten. Sie stritten sich sogar hinten noch um die Plätze und wo wer besser sehen konnte. Ich schmunzelte in mich hinein, als sogar eine der Security ein paar wild gewordene Fans auseinanderreißen musste. Ansonsten klang die Musik live definitiv besser als auf der CD. Auf CD klang es immer so gekünstelt. Erst wann man eine Band live hörte, wusste man wirklich, ob es gute Musiker waren. Das war wenigstens meine Einstellung. Ich fächerte mir leicht Luft zu. Die Instructions spielten mittlerweile fast eine Stunde. Hoffentlich gab es gleich eine Pause. Der Sauerstoff wurde immer weniger in der Halle und im Vorraum war es auch nicht besser. Amy und Sandy standen sehr weit vorne. Wenn ich so lange warten würde, bis die beiden bei mir wären, wäre die Pause mit Sicherheit vorbei. Wenn sie überhaupt rausgingen. Ich zückte mein Handy und schrieb Amy kurz eine SMS. Dann ging ich zum Ausgang. Kann ich mit der Karte gleich wieder reinkommen? fragte ich einen der Sicherheitsmänner. Er musterte mich mit einem widerlichen Blick von oben bis unten. Ich wich automatisch ein Stück zurück. Der Mann nickte nur. Als ich die Tür öffnete, spürte ich mehrere Blicke auf mich. Es war ein unangenehmes Gefühl. So schnell es ging, lief ich ein paar Schritte aus dem Blickfeld dieser Gaffer. Ich beschloss Mom anzurufen und ging um eine Ecke herum. Ich wählte die Nummer und lief noch ein Stück weiter. Nach mehreren Metern ging rechts eine Gasse ab. Daran wollte ich nicht vorbeigehen. Mein Instinkt sagte mir, dass ich dort nicht sicher war. Ich blieb stehen. Ein Knacken auf der anderen Leitung rüttelte mich wach. Jemand nahm ab. Hallo Mom? sagte ich. Hallo Easy. Und? Ist alles okay bei euch? Habt ihr Spaß? Man hörte sofort die besorgte Mutter in ihrer Stimme. Ja, ist alles super. Amy ist außer Rand und Band und mir gefällt es auch ein bisschen. Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen, als ich an den Einsatz der Security denken musste. In Gedanken kickte ich einen kleinen Stein mit dem Fuß zur Seite. Das ist schön zu hören. Danke, dass du angerufen hast und viel Spaß noch. Grüß die anderen beiden von mir, ja? Mach ich Mom, bis später. Ich legte auf. Mit dem Telefon in der Hand nahmen meine Gedanken erneut ihren Lauf. Mom, mit ihr verstand ich mich mittlerweile wieder recht gut. Sie hielt sich aus allem, was zwischen meinem Vater und mir so passierte, so gut es ging raus. Es war ihr nur wichtig, dass es uns beiden, Amy und mir, gut ging. Kopfschütteln schmiss ich mein Handy zurück in die Hand. Ich hob den Kopf und wollte gerade wieder in Richtung Halleneingang gehen. Da stand ein Mann vor mir. Erschrocken blieb ich sofort stehen. Der Mann vor mir war älter und seine Kleidung sah zerfleddert aus. Aber das Schlimmste fiel mir ganz zum Schluss erst auf. Er hatte ein Messer in der Hand und bedrohte mich. Mein Atem ging schneller. Ich versuchte mich daran zu erinnern, was ich damals im Frauen-Selbstverteidigungskurs gelernt hatte. Doch mein Körper blieb steif. Hallo, flüsterte er. Ein widerlicher Geruch von Alkohol schwang mir entgegen. Wenn du brav bist, passiert dir nichts. Und jetzt gib mir deine Handtasche. Er bedrängte mich so, dass ich mit erhobenen Händen zurückwich und in die dunkle Gasse bog. Das war überhaupt nicht gut. Meine Alarmglocken läuteten immer lauter. Als ich weiter nur da stand, griff der Mann nach meiner Handtasche. Doch ich hielt sie reflexartig fest umklammert. Wütend drückte er mich gegen die kalte Steinwand und hielt das Messer dichter meine Kehle. Ich bekam kaum noch Luft. Gib mir sofort. Hey, was machen Sie da? Lassen Sie sofort die Frau los! schrie ein weiterer Mann. Zwar fiel eine innere Erleichterung von mir ab, doch das Messer befand sich immer noch an meiner Kehle. Schnelle Schritte kamen auf uns zugerannt. Der Mann mit dem Messer ließ nervös von mir ab. Als der Druck und Halt von dem Räuber verschwand, ging ich leicht in die Knie. Das Messer zog er jedoch so ungeschickt weg, dass er meinen Hals streifte. Die Stelle fing sofort Feuer. Automatisch fuhr meine Hand an meinen Hals. Die Berührung brannte ebenfalls. Voller Angst und ohne meine Handtasche rannte der Mann letztenendlich davon. Mein Puls entspannte sich. Endlich bekam ich wieder richtig Luft. Ja! Verschwinde bloß! rief der andere Mann, welcher mich soeben gerettet hatte. Er stand vor mir. Ist alles okay mit dir? fragte er besorgt. Seine Stimme klang heiser und er atmete schnell. Ich rappelte mich auf. Er half mir etwas hoch. Ja, danke. Es geht mir gut. Ich nahm meine Hand vom Hals und sah einige Blutspuren darin. Der Geruch von Salz schlug mir in die Nase. Mir wurde ein wenig übel. Doch ich würde mich nicht vor Fremden übergeben. Mist, fluchte ich. Schnell zog ich aus meiner Handtasche ein Taschentuch. Das sieht ja gar nicht gut aus. Komm doch mit rein. Da haben wir einen Verbandskasten. Noch immer hatte ich meinen Retter nicht angeschaut und doch spürte ich in seiner Stimme, wie fürsorglich er mir gegenüber war. Nein, das geht schon, wirklich. Ich drückte das Taschentuch weiter fest gegen die Wunde. Es hatte bereits so gut wie aufgehört zu bluten. Erst jetzt fand ich die Zeit und den Mut, meinen Retter anzuschauen. Meine Lippen teilten sich, als ich registrierte, dass ein äußerst attraktiver Mann vor mir stand. Er war ungefähr in meinem Alter und dunkel gekleidet. Doch es war keine Fankleidung, sondern ein schwarzes, eng anliegendes T-Shirt mit V-Ausschnitt sowie eine leicht ausgestellte schwarze Hose. Seine dunklen, fast schwarzen Haare waren wild durcheinandergelegt. Sie waren etwas länger und einige Strähnen fielen ihm leicht ins Gesicht. Seine schmalen Augen waren voller Sorge, doch als er ebenfalls in meine Augen schaute, leuchteten sie auf. Ein Lächeln umspielte seine Lippen, das wie aus einem Buch zu sein schien. Auch ich lächelte jetzt. Seines wurde immer breiter. Grübchen bildeten sich um seine Mundwinkel herum. Ich ließ meine Hand mit dem Taschentuch sinken. Ein Moment der absoluten Stille umgab uns. Keiner wusste etwas zu sagen. Ich senkte den Blick auf das Tuch in meiner Hand. Erst als ich ihn nicht mehr ansah, spürte ich, dass der Nebel sich aus meinem Kopf zurückzog und ich langsam wieder klar denken konnte. »Siehst du?« sagte ich zögernd. »Es hat schon aufgehört zu bluten.« Verlegen blickte ich auf. Seine Augen suchten die meine. Als sie sich trafen, begann wieder dieser einhüllende Nebel meine Sinne zu verwirren. Ich atmete tief aus. »Danke nochmal. Das war nicht selbstverständlich.« Ein Kribbeln durchzog meinen Arm. Ich sah zu ihm hinauf. Erst jetzt wurde auch mir bewusst, dass seine Hand noch immer meinen Arm hielt, wo er mir aufgeholfen hatte. Er löste seinen Griff nervös. »Doch«, entgegnete er schließlich. »Für mich war es selbstverständlich.« Wir tauschten einen letzten innigen Blick. Meine Kopfhaut begann zu kribbeln. Wenn wir uns weiter so in die Augen sehen würden, fing noch mein ganzer Körper an, verrückt zu spielen. »Ähm, ich bin Isi Manu«, schoss es plötzlich aus meinem Mund. Wir gaben uns die Hände. Er sagte nichts. Unangenehme Stille folgte. »Und du?« fragte ich nach kurzer Zeit und zog eine Augenbraue nach oben. Sein Blick wirkte verwirrt. »Jaden, äh, Jaden Stanley«, stotterte er. »Freut mich«, flüsterte ich. »Wie wachgerüttelt erwachte auch Jaden jetzt aus seinem Tagtraum.« »Mich auch.« »Wir grinsen uns an, dann lösten wir unsere Hände voneinander.« »Willst du nicht mit reinkommen?« »Es ist doch ziemlich kalt hier draußen?« fragte er höflich. »Nein, da drin ist es mir etwas zu voll.« Ich zeigte mit den Daumen über meine Schultern Richtung Eingangshalle. »Ach nein, ich dachte, mit nach hinten in den VIP-Bereich.« Ein wenig Stolz schwang in seiner Stimme mit. »Oh, du gehörst dazu?« fragte ich zögernd nach. »Was machst du denn?« »Naja, Soundcheck.« Doch er wurde unterbrochen. »Jaden?« »Jaden!« Ein anderer Mann unseres Alters kam auf uns zugerannt. »Komm, wir müssen wieder rein, es geht gleich weiter.« »Ja, einen Moment nur noch.« Jaden versuchte, ihn loszuwerden. »Nein, wir müssen jetzt wirklich wieder rein.« Er zupfte ihm am Pullover. Dann schob er ihn an der Schulter etwas zurück. »Aber«, wollte Jaden widersprechen. »Nein, wir müssen auch wiedersehen«, sagte der andere Mann zu mir und zog Jaden davon. »Tschüss«, nuschelte ich. Jaden drehte sich wieder zu mir um, doch der Mann schubste ihn immer weiter. Ich drehte mich ebenfalls um und ging zurück in Richtung Eingang. Doch ich ging nicht mehr rein. Den Rest des Konzerts verbrachte ich draußen. Allerdings stand ich dicht beim Sicherheitspersonal, auch wenn die mich angafften. Über eine Stunde später hörte man die laute Menge wie wild applaudieren. Endlich war das Konzert zu Ende. Eine weitere halbe Stunde später gingen mein Anhängsel und ich zum Auto. »Und? War doch super, oder?« fragte Amy mich. »Ja, es war nicht schlecht«, antwortete ich in Gedanken versunken. Dann redeten die beiden die ganze Zeit nur über diesen Abend. Ich schaltete auf Durchzug. Von dem Vorfall in der Gasse erzählte ich bewusst nichts. Das Gesicht von Jaden ging mir nicht mehr aus dem Kopf. So etwas hatte ich noch nie zuvor gehabt. Dieses Kribbeln und das schöne Gefühl verwirrt zu sein. Meine Hände kreilten sich bei den Gedanken fest an das Lenkrad. Ich atmete ruckartig aus. Erschreckend ehrlich betrachtete ich schließlich die gesamte Situation. Denn ich würde ihn eh nie wiedersehen. Das war so gut wie ausgeschlossen. Die Tage flogen nur so an mir vorbei. Das lag unter anderem daran, dass ich alles für meine Reise erledigte. Zwar hatte ich schon alles aufgeschrieben, was ich benötigen würde, doch eingekauft hatte ich es noch nicht. Zwischendurch, wenn ich mal nicht gerade beschäftigt war, flog Jadens Gesicht in meinen Gedanken vorbei. Was sollte das? Wir hatten gerade zwei Sätze miteinander gesprochen. Dieser Mann konnte doch nicht solche Spuren hinterlassen haben. Ich hatte ihn doch nur einmal gesehen, verdammt. Warum ging er mir nicht mehr aus dem Kopf? Heute war wieder Samstag und das zweite von drei Konzerten stand an. Amy hatte die ganzen Tage nach dem ersten Konzert nur davon gesprochen. Sogar meinem Dad ging es leicht auf die Nerven, was ich amüsiert feststellen musste. Doch er wollte es nicht zugeben. Wie würde es nun nach dem zweiten Konzert werden? Mit Amy im Schlepptau und einem großen Koffer im Gepäck holten wir erst Sandy ab und fuhren direkt zum Flughafen. Der Flug dauerte nur eine Stunde, dann nahmen wir uns ein Taxi ins Hotel. Um mich die Zeit über abzulenken, nahm ich meine Reiseliste und zwei Reiseführer von besonders interessanten Städten mit. Im Hotel angekommen, bezogen wir erst einmal unsere Zimmer. Amy und Sandy hatten ein eigenes für sich, so hatte ich wenigstens heute Nacht meine Ruhe. Während die Damen sich nebenan für den Nachmittag fertig machten, zappte ich durch die TV-Kanäle. Doch nichts interessierte mich wirklich. Meine Reiseführer kannte ich mittlerweile fast auswendig. Passendes zum Anziehen musste ich auch nicht mehr heraussuchen. Ich beschloss meine enge Jeans und die blaue leicht transparente Bluse anzubehalten. Es blieb also Platz und Zeit an Jaden zu denken. Zumindest beschloss das mein Kopf und umso mehr ich bewusster nicht dran denken wollte, wurde es nur noch schlimmer. Ich raufte mir verzweifelt die Haare und ließ mich rückwärts in die Kissen fallen. Würde ich Jaden heute vielleicht wiedersehen? Schließlich gehört er zur Crew der Band. Nach kurzem Überlegen verwarf ich den Gedanken. Es wäre zu schön um wahr zu sein. Ein wildes Klopfen holte mich erlösend aus meinen Gedanken. Ja, ich komme! Ich ging zur Tür. Amy und Sandy standen zappelnd vor mir. Komm, wir müssen los! drang Amy. Ich ließ den Kopf in den Nacken fallen. Bevor ich mich aber auf endlose Diskussionen einließ, schnappte ich mir meine Handtasche und ging stillschweigend mit. Wir nahmen uns ein Taxi zum Konzert. Es handelte sich um eine Freiluftveranstaltung. Das bedeutete wenigstens keine stickige Luft. Wieder standen wir an einer endlosen Schlange. Die Leute wurden abermals kontrolliert und rannten nach vorne. Ach Amy, letztes Mal, ja? Sie nickte und rannte vor. Ich ließ mich am Rand nieder. Ich wurde immer mehr und mehr in die Ecke gequetscht. Schnell wurde es mir zu eng. Gefühlt waren hier heute doppelt so viele verrückte Teenager wie letztes Mal. Ich bekam kaum Luft. Steuerte den nächstbesten Security an und bat ihn, mich herauszuziehen. Dann musst du dich aber ganz hinten wieder anstellen. Das ist mir egal, schrie ich ihm entgegen. Er zog mich raus. Im gleichen Moment entstritten sich ein paar wild gewordene Fans direkt vor meinen Augen. Der Security-Mann sah mich eindringlich an. Bleib noch einen Moment hier. Ich bring dich gleich nach vorne. Ich nickte und atmete tief ein und aus. Für einen Moment beobachtete ich das Schauspiel, wie die Fans auseinandergerissen und weggebracht wurden. Dann stand ich alleine da. Vorsichtig streckte ich meine Glieder und lief ein bisschen herum. Dann klingelte mein Handy. Ich hörte es nicht, weil die Tausenden von Fans so laut kreischten, doch das Vibrieren meiner Tasche war deutlich zu spüren. Schnell zog ich es hervor. Hallo? sagte ich. Es war hoffnungslos, bei der Lautstärke etwas zu verstehen. Ich sah mich um. Das Sicherheitspersonal war zu beschäftigt, um mich im Auge zu haben. Ich lief hinter die Bühne auf eine Wiese. Hallo? sagte ich nochmal. Hallo, Isi, hier ist Fred. Ich wollte dich noch einmal anrufen. Genervt raufte ich mir die Haare. Wieso gerade jetzt? Wieso immer in so einer unpassenden Situation? Ich stemmte die freie Hand in die Hüfte und schloss genervt für einen kurzen Moment die Augen. Ja, stimmt. Hatte ich schon fast vergessen. Was ist denn los? Er sagte nichts. Dann holte er Tiefluft. Isi, ich liebe dich immer noch. Bitte gib uns doch eine Chance, wimmerte er ins Telefon. Zunächst verstummte ich. Ich musste mich verhört haben und ging die Worte von Fred noch einmal im Kopf durch. Doch die konnte man überhaupt nicht falsch deuten. Weiter genervt und peinlich berührt atmete ich tief aus. Ach Fred, ich hab dir doch schon gesagt, dass ich nicht dasselbe fühle. Er fiel mir ins Wort, noch bevor ich weitersprechen konnte. Aber wir können es doch versuchen. Bitte, Isi. Ich massierte mir die Schläfen. Ein Migräneanfall wäre heute nicht mehr weit gewesen. Fred! Dann ist das kein Nein. Versuchen wir es? Mittlerweile wurde ich leicht sauer. Ich hab dir doch schon gesagt, was ich davon halte, entgegnete ich patzig. Aber du hast immer noch nicht Nein gesagt. Na gut, wenn du es so genau hören willst, Nein! Nein! Und nochmal Nein! Ich will es nicht versuchen! Nein! Nein! Ich legte auf. Idiot! schimpfte ich vor mir hin und stampfte mit dem Fuß auf den Boden. Ich schmiss mein Handy zurück in die Handtasche. Hallo? 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 rief jemand hinter mir. Nein, bitte jetzt nicht, auch noch die Security. Tut mir leid, ich hab nur kurz Telefon... Ich drehte mich um. Doch da stand keine Security, sondern... Jaden. Mein Gesicht zauberte ein großes Lächeln. Sofort schoss mein Puls in die Höhe. Ich räusperte mich, um nicht albern herüberzukommen. Im nächsten Augenblick stand Jaden schon vor mir. Er trug heute ein dunkelgraues, einfaches, enger liegendes Shirt mit enger schwarzer Hose. Seine Haare waren so zerzaus wie das letzte Mal. Seine dunklen Augen suchten die meine. Wir hielten den Blick fest aufeinander gerichtet. Jaden, sagte ich noch im Begriff meine Fassung jeden Moment wieder zu verlieren. Was war nur los mit mir? Easy, hey, hallo. Wie kommst du denn hier hinter die Bühne? fragte er etwas verwundert. Was mir auf den zweiten Blick auffiel, war, dass sein Lächeln ebenso breit war wie meins. Ach, es wurde mir zu voll und da habe ich einen Sicherheitsmann gebeten, mich kurz hierher zu lassen. Er zog die Augenbrauen umdorbig zusammen. Na gut, ich sollte eigentlich nach vorne gehen, doch dann klingelte mein Handy und hier hatte ich ein bisschen Ruhe. Wir grinsten uns an und ich dachte schon, die lassen jeden hier hinten hin. Hattest du Ärger mit deinem Freund? Auf diese direkte Frage war ich überhaupt nicht vorbereitet. Ich unterbrach unseren Augenkontakt. Wie kam er da nur drauf? Ich meine nur, ich hatte etwas von dem Telefonat mitbekommen, erklärte er sich kurz. Ach so, das, nein, nein, nicht mein Freund, ganz bestimmt nicht. Nervös schüttelte ich den Kopf. Verlegen sei ich zur Seite. Ich spürte, wie das Blut in meiner Wangen schoss und ich rot wurde. Jaden spürte, wie unangenehm mir die Situation war und versuchte, gekonnt vom Thema abzulenken. Und was schlägt dich nach Florida? Seine Stimme klang überschwänglich gekünstelt, doch das war mir gerade sehr recht. Ich atmete tief aus und verdrehte die Augen. Meine Schwester, sie will sich schon wieder das Konzert ansehen. Jaden sah zu Boden und schmunzelte. Mit den Händen in den Hosentaschen sah er langsam wieder zu mir rauf. Du magst die Band nicht sonderlich, oder? Nein, wieder schüttelte ich leicht den Kopf. Das ist es nicht. Ich finde es nur ziemlich bescheuert, wenn man sich in einen Jungen verliebt, den man nur aus den Medien kennt. Dort werden die Stars auch nur von ihrer besten Seite gezeigt und bis in den Himmel hochgelobt. Jaden sah mir erneut direkt in die Augen und hörte ohne wieder Worte zu. Fast, als würde ich ihn hypnotisieren. Mein Herz sprach weiter für meinen Verstand. Ich meine nur, man sollte eine Person umfangreich kennenlernen. Erst dann weiß man wirklich, ob man den anderen mag oder nicht. Ich verlagerte mein Gewicht auf das andere Bein. Besser konnte ich es ihm nicht erklären. Auch wenn er zu dem Ganzen hier dazugehörte, waren meine Worte allgemein gehalten und nicht nur auf die Instruktion bezogen. Genauso denke ich auch, ergänzte er zustimmend. Wir standen uns unmittelbar gegenüber. Mein Herz schlug mir bis an den Hals. Sein Gesicht war noch schöner, als wie ich es in Erinnerung hatte. Das bedeutet mit Sicherheit noch mehr schlaflose Nächte. Hey, ihr da, rief ein Mann von weiter weg. Wir lösten unser unsichtbares Band. Jaden drehte sich um und winkte dem Mann beiseite. Dieser blieb sofort stehen und ging wieder fort. Jaden musste hier eine ganze Menge zu sagen haben, wenn der Mann sofort auf sein Handzeichen reagierte. Ich muss dann mal. Die Arbeit ruft. Er zuckte leicht mit den Schultern. Ja dann? Ich grinse zurück. Vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Konzert. Dafür hat meine Schwester auch eine Karte. Hoffentlich. Ich lachte auf. Ich dachte, vielleicht könnten wir uns auch ohne diese Konzerte mal treffen. Jetzt sprang mein Herz mir fast aus der Brust. Meine Handflächen wurden feucht, durch der Puls raste. Jaden wollte ein Date mit mir. Sofort wurde mein Fluchtinstinkt geweckt. Ich war noch nie gut in solchen Dingen, doch mit Jaden war es anders. Und vielleicht beantwortete mir ein Date die Frage, was mit mir passiert war und warum ich immer an ihn denken musste. Das wäre schön, flüsterte ich. Wir gehen heute abends ins La Caret mit der ganzen Crew essen. Komm doch auch vorbei, dann können wir gemeinsam etwas essen und uns noch ein bisschen unterhalten. Heute Abend? So schnell war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Einatmen, ausatmen, einatmen. Nachdem sich mein Blutdruck etwas normalisierte und Jaden noch immer vor mir stand und auf eine Antwort wartete, richtete ich mich etwas auf. Das klingt gut? Sagte ich kurz und knapp. Jadens angespannte Haltung ließ sofort nach. Die abfallende Last war ihm anzusehen. Ich muss nur meine Schwester und ihre Freundin sich ins Hotel bringen. Wie spät und wo genau ist das? Er überlegte kurz. Nach dem Konzert bauen wir noch ab. Ab 8 Uhr ist das Restaurant gebucht. Das Restaurant? fragte ich überrascht. Ja, unsere Crew ist nicht gerade klein und wenn man ständig Fans um sich hat, ist das auch nicht der Bringer. Deswegen wird gleich das ganze Restaurant gebucht. Aber ich verspreche dir, dass wir einen Tisch für zwei bekommen. Ein verschmitztes Grinsen flog über sein Gesicht. Okay, dann bin ich um 8 da. Die Taxifahrer wissen ja wohl, wo das ist. Ich grinste zurück. Ich denke schon, ansonsten sollten sie den Beruf wechseln. Dann lass ich dich auf die Gästeliste setzen. Ich freu mich. Er lächelte auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die mein Inneres bis auf den Grund berührte. Das Licht fiel in diesem Moment so gut auf Jadens Profil, dass die Ecken und Kanten einen runden und warmen Ton erhielten. In meinem Bauch nahm dieses angenehme Kribbeln mehr und mehr zu. Ich mich auch, sagte schließlich zustimmend. Jetzt muss ich aber wirklich los. Er deutete mit dem Finger hinter sich auf die große Showbühne. Bis heute Abend, Easy. Ja, bis heute Abend. Dann drehte er sich um und ging zurück zur Bühne. Auf halber Strecke drehte er sich noch einmal zu mir um. Sein Lächeln ließ meinen Atem aussetzen. Ein Date mit Jaden. Heute Abend. Mir gefielen so langsam diese Konzerte. Erst im Hotel fiel mir auf, dass ich auf so einen Abend überhaupt nicht vorbereitet war. Ich hatte definitiv nicht das Richtige zum Anziehen eingepackt. Ein bisschen Auswahl blieb mir zwar, doch es war nicht sonderlich viel. Schließlich entschied ich mich für meinen weißen Rock mit einer schlichten schwarzen Bluse und den schwarzen Stiefeln. Schnell warf ich mir noch meine schwarze Strickjacke vom letzten Mal über. Das kommt nicht zu edel oder zu schlampig rüber. Es war schwieriger als gedacht, Amy und Sandy überreden zu können, auch wirklich im Hotel zu bleiben, während ich mich mit Jaden traf. Natürlich erzählte ich den beiden nicht die ganze Wahrheit. Ich erzählte ihnen, dass ich mich mit einer alten Freundin traf, die jetzt hier in Florida studierte. Wir hatten uns zufällig auf dem Konzert wieder getroffen und wollten jetzt ein bisschen quatschen. Das war zwar eine Lüge, doch wenn sie wüsste, dass ich mich mit meinem Mann traf, würde sie gleich Mom anrufen und alles breittreten. Und wenn sie dann noch wüsste, dass dieser Mann einer aus der Crew von den Instructions war, würde sie sich sofort an meine Fersen heften und nicht wieder loslassen. Ich nahm ihr ein Taxi, die reinweise vor der Tür warteten und sagte ihm den Namen des Restaurants. Der Taxifahrer wusste, wo das Restaurant war, obwohl er zweimal nachfragte, um sich wirklich zu vergewissern. Schließlich fuhren wir ohne weitere Verzögerung los. Jede Minute, die verging, wurde ich nervöser. Wie in der Kirche saß ich mit gefalteten Händen im Taxi und sah die Häuser in der Dämmerung an mir vorbeifliegen. Endlich waren wir im Restaurant angekommen. Davor standen viele Fotografen sowie ein paar Fans. Wie eine Menschentraube umschlossen sie den Eingang vom Restaurant. Die Security hatte einiges zu tun, den Weg freizuhalten. Ob ich da überhaupt irgendwie hereinkam? Aber Jaden wollte mich auf die Liste setzen, also musste es klappen. Ich bezahlte das Taxi und stieg aus. Als ich die Treppe zum Eingang hochging, schossen die Fotografen Fotos von mir. Einige riefen mir hinterher, doch ich reagierte nicht. Überschüttet von den vielen Eindrücken bekam ich keinen klaren Gedanken zustande. Peinlich berührt stand ich vor dem Türsteher. Er war bestimmt über zwei Meter groß, hatte ein Kreuz so breit wie eine Tür und legte einen bösen Blick auf. Ich legte verlegen meine Haare hinters Ohr. Für eine kurze Zeit sah der Riese mich einfach an. Als er bemerkte, dass ich hinein wollte, maulte dieser mich direkt an. Geschlossene Gesellschaft. Umgehend wurde ich rot. Allerdings nahm ich es ihm nicht übel. Er dachte bestimmt, ich sei ein Fan, der versuchen wollte, sich hier reinzuschleichen. Ja, ich weiß, ich müsste auf der Liste stehen. Easy ist mein Name. Jetzt bildete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht. Was hatte Jaden ihm nur erzählt? Ach so, ja stimmt, dann geh mal rein. Er hielt mir die Tür auf und ich ging ins Restaurant. Alles war auf Hochglanz poliert und sah äußerst edel aus. So ein typischer Schickimicki-Laden, doch kein Tisch war besetzt. Ich hörte ein Grummeln aus der hintersten Ecke, doch bevor ich einen Schritt machen konnte, kam Jaden schon um die Ecke herum auf mich zu. Hallo, schön, dass du da bist. Dann wusste der Taxifahrer also, wo das Restaurant war. Er nahm mich kurz in die Hand. Ich stutzte. So nah waren wir uns bisher noch nie. Mein Herz raste. Ähm, ja, stotterte ich. Er löste sich schnell und legte eine Hand an seinen Hinterkopf. Entschuldige, ich hoffe, das war dir jetzt nicht zu persönlich. Verschämt sei er an die Decke. Nein, das ist schon okay. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Nein, wir sind auch erst seit ein paar Minuten hier. Du siehst toll aus, wenn ich das so sagen darf. Danke, flüstere ich zurück. Meine Wangen wurden heißer. Komm, ich stelle dir kurz unser Team vor. Er legte seine Hand an meinen Rücken und führte mich um die Ecke. Das Gegrummel wurde lauter. An einem großen Tisch saßen bestimmt 30 Personen. Leute, das ist easy, easy, das ist die komplette Crew und ein paar Freunde aus der Gegend. Mehrere Leute sagten Hi und Hallo. Einige tuschelten. Ich fragte mich, ob es für ihn genauso unangenehm war wie für mich. Ich sah ihn an. Sein Gesichtsausdruck bestätigte mir meine Vermutung. Dann lass uns mal zu unserem Tisch gehen. Er führte mich um eine weitere Ecke herum. Dort stand weit ab von den anderen ein kleiner Tisch für zwei Personen liebevoll eingedeckt. Jaden ging zu einem der Stühle und hielt ihn mir vor. Wow, ein Gentleman. Selten heutzutage. Mit weichen Knien ging ich auf ihn zu und setzte mich. Danke. Jaden setzte sich mir gegenüber. Die Kellnerin brachte uns zwei Gläser Sekt. Oder war es Champagner? Im Moment war es mir egal. Meine trockene Kehle war dankbar für jeden Tropfen Flüssigkeit. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich schon ein Menü ausgewählt habe. Aber ich dachte, wenn wir schon mal die Chance haben, uns in Ruhe zu unterhalten, dann sollten wir es nicht dafür verschwenden und in der Speisekarte lesen. Jaden wirkte so nervös und aufgeregt. Es freute mich innerlich, dass es nicht nur mir so ging. Ja, klar, das ist okay. Ich schenkte ihm ein Lächeln. Ich esse sowieso so gut wie alles. Das ist kein Problem für mich. Er schenkte mir ein wunderschönes Lächeln zurück. Seine Augen leuchteten richtig. Unaufällig schüttelte ich leicht meinen Kopf, damit ich das Starren unterließ. Schnell nahm ich mir einen Schluck zu trinken. Und wie war das Konzert noch so für dich? Anders wusste ich gerade kein Gespräch anzufangen. Oder sollte ich ihm erzählen, was für ein tolles Lächeln er hatte und was für eine tolle Ausstrahlung? Und vor allem konnte ich ihm nicht sagen, dass mein Herz jedes Mal aussetzte, wenn er anfing zu lächeln. Stopp, schrie ich mir innerlich selbst zu. Was sollte das hier alles? Es war unser erstes Date, was vermutlich auch das letzte werden würde. Er müsste bald weiter mit der Band. Ich möchte einfach nur einen schönen Abend haben. Danach geht jeder wieder seine Wege. Jaden riss mich aus den Gedanken. Doch, das war ganz gut. Und wie fandest du es? Er lachte leicht, weil er genau wusste, dass ich nur wegen Amy dabei war. Hm, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat es mich überzeugt, dass die Musik live besser klingt als auf der CD. Jaden legte zufrieden. Aber ist es für dich nicht langsam langweilig, wenn du immer das gleiche Konzert mitbekommst? Jaden verschluckte sich an seinem Getränk. Och, eigentlich nicht, entgegnete er schließlich. Er nahm noch einen vernünftigen Schluck und erklärte weiter, jede Stadt ist anders, da ist es immer wieder etwas Neues für mich. Unser Essen wurde gebracht. Es sah köstlich aus und roch auch so. Plötzlich fiel mir etwas ein. Ach, bevor ich es vergesse, richte ich das Wort an Jaden. Ich habe meiner Schwester zwar nicht gesagt, mit wem ich mich heute treffe, aber vielleicht könntest du später mal die Band fragen, ob die mir ein Autogramm für Amy mitgeben. Dann ist sie mir bestimmt selbst drei Wünsche schuldig und ich muss nicht mehr mit zu diesen Konzerten. Obwohl die letzten zwei hatten ja auch etwas Gutes an sich. Hoffentlich verstand er die Anspielung auf unser Kennenlernen. Er legte den Kopf schief und dachte kurz über meine Worte nach. Was meinst du mit drei Wünsche? fragte er und lachte auf. Das Eis zwischen uns war spürbar gebrochen. Ich erzählte ihm frei heraus, was es mit den Wünschen auf sich hatte. Dann kam ein Thema zum anderen und wir sprachen einfach über alles. Ich erzählte ihm sogar von Fred und dass er mich nicht in Ruhe lassen wollte. Wenn du magst, rede ich mal mit ihm, bot Jaden sich an. Doch ich lehnte dankend ab. Mit der Zeit würde sich das sicherlich von selbst erledigen, erklärte ich. Das Essen an sich lief nur nebenbei ab. Jaden erzählte von sich und dass er auf den Konzerten noch nie jemanden kennengelernt hatte. Es war schwer, bei solch einem Torleben eine Beziehung zu führen, geschweige denn, Frauen kennenzulernen, die es wirklich ernst mit einem meinen. Es war wohl einfach noch nicht die Richtige dabei, sagte er schließlich. Zusätzlich versicherte er mir aber noch, dass er auch nicht der Typ für One-Night-Stands wäre. Es gäbe zwar jemanden in der Crew, der dafür bekannt wäre, aber er sei nicht von dieser Sorte. So redeten und lachten wir noch eine lange Zeit miteinander. Die Kellnerin kam mit einem Tablett herüber. Die letzte Runde, wenn es okay ist? Ich sah auf meine Uhr. Es war kurz vor ein Uhr nachts. So lange hatten wir geredet? Ja, natürlich, antwortete Jaden in seiner bekannten, höflichen Art. Erst jetzt fiel mir auf, dass von der anderen Seite kein Grummeln mehr zu hören war. Sind die anderen etwa schon alle weg? Flüsterte ich Jaden entgegen und lehnte mich zu ihm herüber. Ja, ich denke schon. Aber keine Sorge, dein Autogramm besorge ich dir auf jeden Fall, wenn du magst. Ich winkte ab. Ach nein, lass mal. Ich lasse auch einfach das dritte Konzert über mich ergehen. Da habe ich kein Problem mehr mit. Wir grinsten uns an. Dann nahmen wir den letzten Drink vom Tisch und stießen an. Danke für den schönen Abend, sagte er mit so einer sanften Stimme, dass ich eine Gänsehaut bekam. Dabei fixierte er meinen Blick. Ich konnte nicht einlassen und tauchte hinein in das tiefe, dunkel seiner geweihteten Pupillen. Ich danke dir. Das war der schönste Abend seit langem. Dass es auf eine gewisse Art und Weise der schönste Abend war, den ich überhaupt je hatte, verschwieg ich. Wir tranken auf und gingen zum Ausgang. Jaden half mir noch in die dünne Jacke. Anschließend legte ich mir die Hände auf den Bauch. Puh, bin ich aber satt. Ich will die nächsten drei Tage wohl nichts zu essen brauchen, witzelte ich ihm entgegen. Jaden lachte ebenfalls kurz auf. Ich glaube, so lange würde ich es nicht aushalten, scherzte er zurück. Dabei blitzten seine weißen Zähne auf. Hättest du noch Zeit für einen kleinen Spaziergang? fragte er anschließend, noch während er mir die Tür aufhielt. Mein Lächeln wurde breiter. Die Hitze kam zurück. Wir würden also noch etwas mehr Zeit miteinander verbringen. Ja gerne, das kann ich jetzt gut gebrauchen. Wir verließen das Restaurant. Keine Fotografen oder Groupies waren mehr zu sehen. Ein Glück, dachte ich innerlich und atmete erleichtert aus. Auch Jaden setzte einen prüfenden Blick in alle Richtungen. Doch niemand war mehr zu sehen. Gemütlich schlenderten wir gemeinsam die Straße hinunter und redeten so unbehaglich weiter wie gerade schon im Restaurant. Plötzlich fing es an, leicht zu nieseln. Erst bemerkten wir dies gar nicht, weil wir so im Gespräch vertieft waren. Immer wieder lag sein Blick auf meinem Gesicht. Ich spürte, wie sich jedes Mal mehr das Blut in meinen Wangen sammelte. Nervös strich ich meine Haare zurück. Meine Beine trugen mich den ganzen Weg, doch es fühlte sich an, als würde ich auf Wolken laufen. Auf einmal tat sich der Himmel auf und ein dicker Wolkenbruch stürzte auf uns runter. So schnell es ging, suchten wir Zuflucht. Jaden schnappte sich automatisch meine Hand und zog mich unter einem Türvorsprung. Lachend standen wir da. Die Hände noch immer zusammen, lösten wir sie erst nach einer kurzen Zeit und langsam voneinander. Ich erzitterte. Trotz der schnellen Rettung war ich durch meine dünne Jacke bis auf die Knochen durchnässt. So ein Mist. Das ist ja wieder typisch, dass mir so etwas passiert, sprach ich durch meine frierenden Lippen. Jaden begann, seine Jacke auszuziehen. Nein, lass! Dann wird dir ja jetzt ganz kalt. Ich winkte mit den Händen ab, doch er hörte nicht auf mich. Easy, deine Lippen sind schon ganz blau. Ich kann das bisschen Kälte schon ab. Er hängte mir die Jacke über die Schultern. Die noch anliegende Wärme breitete sich auf meinem Oberkörper aus. Das Zittern ließ nach. Ich sah ihn an. Durch den Vollmond wurde alles in ein warmes Blau gelegt. Nasse Strähnen fielen ihm wie im Schatten ins Gesicht. Danke, flüsterte ich. Kein Problem. Geht's schon besser? Seine Hände lagen noch immer auf der Jacke und hielten meinen Oberarm fest. Und auch wenn mir schon viel wärmer wurde, spürte ich meinen Körper nicht mehr. Mein Universum drehte sich in diesem Moment nur um Jadens Blick, in den ich mich restlos verlor. Ich war soeben dabei, mich in diesen Mann zu verlieben. Auch wenn es unmöglich wäre, denn solch eine Beziehung hatte keine Zukunft. Tausend von Studien hatten belegt, dass der Mensch für eine Fernbeziehung nicht geschaffen sei. Aber was sollte ich denn nur gegen die sich aufbauenden Gefühle unternehmen? Bei all den Gedanken schlug mir mein Herz bis zum Hals. Auch dass unter diesem Türvorsprung nicht viel Platz war und Jaden und ich uns praktisch so nah standen, dass ich seinen Herzschlag hören konnte, trug zu keiner Besserung bei. Wie in Zeitlupe nahm er seine Hand von meiner rechten Schulter und strich mir eine Strähne aus dem Gesicht. Seine Hand verharrte an meiner Wange. Sein Gesicht kam immer näher. Ich spürte die Hitze von seinem Körper auf meiner Haut. Unsere Lippen waren nur noch wenige Zentimeter auseinander. Ich schloss meine Augen und schmeckte bereits seinen köstlichen Atem. Plötzlich bellte ein Hund und rannte direkt auf uns zu. Ich zuckte zusammen. Das Adrenalin schoss mir in den Kopf. Nicht nur, weil die plötzliche Stelle durch einen Kläffen unterbrochen wurde, sondern auch, weil ich fremde Hunde nicht sonderlich ausstehen konnte. Es machte mir ein wenig Angst. Jaden zuckte ebenfalls kaum merklich zusammen und ließ seine Hand sinken. Ein Mann rief von Weitem seinen Hund zurück, doch der saß immer noch vor uns und kläffte weiter. Verschwinde, fauchte Jaden den Hund an. Das half und der Hund ging endlich zurück zu seinem Herrchen. Ich zitterte wieder. Die Wärme von Jadens Jacke war aufgebraucht. Er legte einen Arm um mich und rieb vorsichtig an meiner Schulter. Komm, wir fahren dich zurück in dein Hotel. Er strich sich die feuchten Strähne aus dem Gesicht und lächelte leicht. Jaden löste sich, ging ein paar Schritte vor und versuchte, ein Taxi heranzuwinken. Enttäuschung machte sich in mir breit. Ich legte die Arme um meinen Oberkörper und versuchte, mir einen Schmollen zu unterdrücken. Wütend sah ich auf dem Asphalt. Das war eindeutig Schicksal, schrie mein Inneres. Es sollte halt nichts sein. Wie meine Gedanken es mir schon mehr als deutlich zu verstehen gaben, das mit ihm und mir hatte einfach keine Zukunft. Ein Taxi hielt an. Ich ging auf Jaden zu, er hielt mir eine Tür auf. Ich kann auch alleine fahren. Du musst mich nicht begleiten. Fahr auch lieber zurück in dein Hotel. Wir standen vor der offenen Taxitür. Ich möchte aber sicher gehen, dass du auch wirklich ankommst, wenn es okay ist. Endlich waren seine Gesichtszüge nicht mehr aufgesetzt, sondern ehrlich. Ich konnte sie nicht abschlagen. Okay, sagte er schließlich. Dann stiegen wir ins Taxi und fuhren zu meinem Hotel. Jadens Jacke lag immer noch über meiner Schulter. Langsam begann meine eigene Körpertemperatur wieder anzusteigen. Allerdings nahm ich erst jetzt im Auto den schönen Duft wahr, den sie verströmte. Es war kein Parfüm, das ich kannte und doch fühlte ich mich geborgen. Während der gesamten Fahrt sprachen wir nicht viel. Hier und da ein inniger Blick. Funken flogen nur so durch die Luft. Mein Herz und die Vernunft fochten eine bitterliche Schlacht. Ein Ende war nicht zu erkennen. Am Hotel angekommen hielt Jaden mir die Tür des Taxis auf. Ich stieg aus. Wir standen voreinander, doch keiner sagte etwas. Abschied. Ein zermürmendes Gefühl. Wenn man es in Worte fassen würde, wäre es, als wenn die Seele versuchte, den Körper zu verlassen, um bei der anderen Person zu bleiben. Würde sich dieser Moment auch so schrecklich anfühlen, wenn ich ein Jahr von meiner Familie getrennt werden würde? Doch zu meinen Eltern und Amy war es anders. So etwas wie an diesem Abend hatte ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Und genau deswegen wollte ich nicht, dass der Abend jetzt schon vorbei war. Jaden sollte noch nicht gehen. Ich wollte dieses Gefühl noch nicht missen oder gar den Schmerz des Abschieds spüren. Hättest du vielleicht lustig, im Hotelpark noch etwas spazieren zu gehen? Es regelt ja nicht mehr oder hast du keine Zeit mehr? Nahezu erleichtert strahlte er mich an. Ich habe alle Zeit der Welt. Wir tauschten einen kurzen Blick. Jaden drehte sich um und bezahlte kurzerhand das Taxi. Dann legte er seinen Arm um mich und wir gingen ums Hotel herum in den anliegenden Park. Der betörende Duft wurde in Kombination mit Jaden und der Jacke noch viel intensiver. Mit geschlossenen Augen sog ich die Luft ein, gestärkt, weitere unvergissliche Zeit mit diesem Mann zu verbringen. Magst du lieber den Tag oder die Nacht? fragte er mich und durchbrach die Stille. Warum stellt ihr mir denn solch eine Frage? Ich dachte kurz nach und konnte ihm keine genaue Antwort geben. Hm, kam nur aus meinem Mund. Sein Arm lag noch immer um meine Schultern. Im selben Takt schlenderten wir über Steine und Kiesel. Na, das klingt ja nicht sehr eindeutig. Ein leichtes Lächeln schwang in seiner Stimme mit. Ja, stimmt, das ist nur, wenn es Nacht ist, sehne ich mich nach dem Tag und wenn es Tag ist, sehne ich mich nach der Nacht. Ich würde sagen, es steht unentschieden. Wieso fragst du? Neugierig sah ich ihm von der Seite her an. Naja, ich hab mal gelesen, dass Leute, die den Tag bevorzugen, aufgeschlossen und eher extrovertiert sind. Nachtmenschen hingegen haben eine geheimnisvolle Seite und sind eher schwer zu durchschauen. Ich wollte versuchen, dich besser einzuschätzen. Schnell löste ich meinen Blick und sah verlegen zur Seite. Aber du müsstest mich doch schon gut einschätzen können. So viel, wie ich dir heute von meinem Leben erzählt habe, weiß niemand von mir. Du kannst dich geehrt fühlen. Während des Gesprächs liefen wir die ganze Zeit weiter. Der Weg, welcher vom Mondschein beleuchtet war, führte verschnörkelnd durch den Park entlang. Vor einer Bank blieb Jaden stehen. Wir setzten uns. Das geht mir aber auch so. Du weißt von allen Menschen, die ich kenne, vermutlich am meisten, wie es in mir im Moment aussieht. Es war ein schönes Gefühl, ihm so nah zu sein. Nicht körperlich, sondern eher mental. Während meine Gedanken um diese schönen Gefühle kreisten, sah ich in Jadens Augen. Im Licht des Wohndes wirkten die mandelförmigen Augen noch schöner. Im Moment mochte ich in die Nacht lieber. Kam er wie ein Geistesblitz in den Sinn. Dann rückte Jaden etwas näher, legte wie vorhin unterm Türvorsprung seine Hand an meine Wange und fuhr sanft mit seinem Daumen über meine Unterlippe. Sie teilte sich unaufgefordert. Ich schloss meine Augen und schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass jetzt nichts dazwischen kommen würde. Mein Verstand hatte sich mittlerweile verabschiedet. Ich wollte gerade nur das eine und das war Jaden. Sein warmer Atem kam immer näher, noch näher als vorhin. Dann erreichten seine Lippen meine. Ein innerliches Feuerwerk explodierte in mir. Zärtlich drückte er seine Lippen auf. Ich erwiderte den Druck leicht. Mein Atem wurde flacher, seiner unregelmäßig. Mein Mund öffnete sich mehr, seine Zunge liebkoste meine Lippen. Mein Gott, konnte dieser Mann gut küssen. Die Leidenschaft hatte uns beide schließlich vollkommen im Griff. Wir versuchten, unser endloses Bedürfnis nacheinander zu stillen. Doch es schien beinahe unmöglich. Seine Hand wanderte von meiner Wange hinunter an meine Taille. Er zog mich näher zu sich heran. Ich ließ es ohne gegenwärts zu. Meine Hände fuhren in seinen Nacken, um ihn unmöglicherweise noch näher zu mir heranzuziehen. Erst eine lange Zeit später ließen wir voneinander ab. Ich, ich glaube, ich muss jetzt wirklich gehen, sagte er mit trauriger Stimme. Unser Beider Atem, noch immer unregelmäßig, lagen unsere Köpfe aneinander. Obwohl mir klar war, dass er recht hatte, ließ ich ein wenig ab und tat einen prüfenden Blick auf meine Uhr. Es war bereits vier Uhr morgens durch. Wie konnte die Zeit nur so schnell vergehen? Oh, stieß ich hervor, ich muss auch spätestens halb zehn wieder aufstehen, das Zimmer räumen. Aber ich beendete den Satz nicht. Ich wollte ihn fragen, ob er nicht bei mir bleiben wollte. Nicht, um ihn zu verführen, sondern um ihn bei mir zu haben. Wenn alles gut ginge, würden wir uns erst in einer halben Woche auf dem nächsten Konzert wiedersehen. Wenn überhaupt, ich wollte bis dahin jede Minute, die möglich war, mit ihm ausnutzen. Langsam zog ich mich ein wenig zurück. Er legte mir seine Finger unters Kinn, sodass ich ihn ansehen musste. Aber, fragte er, ach nichts. Es war mir unangenehm, diesen Gedanken überhaupt gedacht zu haben. Ich wollte wieder wegschauen, doch dieser wunderbare Anblick ließ es nicht zu. Sag bitte, flüsterte er und küsste mich sogleich. Hitze durchströmte meine Hände und schoss mir mit voller Wucht in den Kopf. Dann beendete er den Kuss und sah mich an. Er wartete auf eine Antwort. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass er ganz genau wusste, was ich fragen wollte. Nur er wollte es aus meinem Mund hören. Also, ich, also denke bitte nicht, dass ich so eine bin, aber würdest du heute Nacht vielleicht bei mir bleiben? Es wären ja nur noch ein paar Stunden und dafür jetzt noch zurück in dein Hotel, aber war nur so ein Gedanke. Ich atmete stoßartig aus. Jaden grinse triumphierend. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Es geht mir nämlich genauso wie dir. Ich könnte es nicht ertragen, wenn wir uns jetzt schon voneinander verabschieden. Ein großes Lächeln zeichnete sich auf meinem Gesicht ab. Tausend neu geschlüpfte Schmetterlinge flogen in meinem Bauch umher. Wir gaben uns einen letzten Kuss. Dann gingen wir ins Hotel. Von der Zimmertür angekommen, wühlte ich meine Handtasche nach der Chipkarte. Jaden stand hinter mir, legte mein Haar zurück und liebkoste meinen Nacken. Es kribbelte angenehm. Endlich fand ich die Karte. Die Tür bekam ich trotz der Ablenkung einigermaßen zügig auf. Ich zog sie durch und drehte mich zu Jaden um. In diesem Moment überwältigten mich meine eigenen Gefühle so sehr, dass ich, ohne darüber nachzudenken, ihn in seinem Nacken zu mir heranzog und ihn so intensiv wie möglich küsste. Mein Verstand verabschiedet sich für unbestimmte Zeit in den Urlaub. Jaden packte meine Hüften und schob mich langsam ins Zimmer. Die Tür schubste er mit seinem Fuß zu, während wir immer noch im Kuss vertieft waren. Es war ein tolles Gefühl. Seine Emotionen und Gefühle freien Lauf zu lassen. Nur fliegen war schöner, wobei ich mir in diesem Moment nicht mal damit sicher war. Er drückte mich gegen die Wand und begann sich von meinen Lippen zu lösen. Ich wusste nicht, wo mir der Kopf stand, geschweige denn, wo oben oder unten war. Der Sauerstoffentzug durch den flachen Atem verursachte zudem angenehmen Schwindel. Ich war froh, dass Jaden mich fest in den Händen hielt. Jede dieser Berührungen waren so elektrisierend und wurden auf meiner Haut um ein hundertfaches verstärkt. Er fuhr mit seinen weichen Lippen und zarten Küssen meinen Hals hinunter. Ich legte den Kopf nach hinten. Vorsichtig begann er, meine Bluse aufzuknöpfen. Stopp! Ich schrie mein Inneres. Doch ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Abhängig von dem Gefühl des Verlangens ignorierte ich jegliche Warnungen. Gierig zog ich ihn zu mir hoch und fuhr mit meinen Händen unter sein Schirm. Mit einer fließenden Bewegung zog er sich über den Kopf. Ein kurzer, inniger Moment, in dem wir uns in die Augen sehen konnten, verschlimmerte die Willenlosigkeit nur noch mehr. Zögernd wagte ich meinen Blick etwas tiefer. Mein Atem setzte aus. Sein Körper war makellos und wunderschön. Mit der Hand fuhr ich langsam über seine Brust hinunter über seinen Bauch. Er hatte ein Sixpack. Es war nicht allzu dolle, doch es war gut sichtbar. Perfekt, dachte ich. Es war genauso, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Gut trainiert, aber nicht zu viel von allem. Er sah mein glückliches Gesicht und begann mich wieder wie wild zu küssen. Diesmal waren seine Küsse williger. Er wusste ganz genau, was er wollte. Sekunden später fiel meine Bluse zu Boden. Er hob mein rechtes Bein an und presste seinen Körper fest an meinen. Ich spürte, dass er aufs Ganze gehen wollte. Stopp, schrie mein Inneres erneut. Im selben Moment erstarrte ich. Panik stieg in mir auf. Mein Herz schlug noch schneller als nach einer Achterbahnfahrt. Endlich reagierten noch meine Instinkte wieder. Die gesamte Situation wirkte auf einmal so falsch. Es war schwer, noch Luft zu bekommen. Zu eng. Zu viel. Ich wollte mich lösen. Schließlich konnte ich doch mein erstes Mal nicht mit jemandem verbringen, den ich erst seit wenigen Tagen kannte. Und besonders nicht in einem Hotel. Das war falsch. Steif wie ein Stock stand ich da. Jaden bemerkte es sofort. Was ist denn? flüsterte er mir zärtlich ins Ohr. Ich, ähm, ich drückte ihn von mir weg. Sofort ließ er nach. Schnell hob ich meine Bluse auf und hielt sie mir für die Brust. Nervös und gepusht vom Adrenalin und dem sehr ausgeprägten Fluchtinstinkt in mir lief ich im Zimmer auf und ab. Immer wieder suchte ich nach einer Möglichkeit aus dieser Situation herauszukommen. Doch es war mein Hotelzimmer. Wo sollte ich denn hin, wenn nicht hier? Jaden sah mich verwirrt an. Ich konnte es ihm nicht verübeln. Er dachte jetzt bestimmt, dass ich nicht mal alle Tassen im Schrank hatte. Es, es tut, tut mir leid, ich, es geht nicht. Ich schüttelte den Kopf. Also, ich will es auch, aber ich blieb stehen. Schnell versuchte ich, meinen Atem ein wenig zu beruhigen, bevor ich anfing zu hyperventilieren. In meinem ganzen Leben gab es noch keine peinlichere Situation als diese hier. Ich vergob mein Gesicht in der Bluse. Wie sagte man jemandem, der gerade halbnackt vor einem stand, dass man selbst noch Jungfrau war und das hier alles so gar nicht der Vorstellung entsprach, die man sich mal so schön ausgemalt hatte. Jaden umfasste meine Handgelenke und zog sie ein wenig nach unten. Mein Gesicht wurde frei. Nicht ganz freiwillig, ließ ich es zu. Irgendwie musste diese peinliche Situation an Ende gesetzt werden. Was ist denn mit dir? Hab ich was falsch gemacht? Seine Augen zogen sich angestrengt zusammen. Sorge war zu erkennen. Ich hatte alles kaputt gemacht. Innerlich spürte ich, wie mein Verstand mit einem Messer auf mein Herz einstach. Nein, das ist es nicht. Du hast nichts falsch gemacht. Es ist nur... Ich konnte es einfach nicht aussprechen. Es ist mir so peinlich. Es tut mir so leid. Izzy, sag mir bitte, was los ist. Jetzt hielt er mein Gesicht in seinen Händen. Bitte, flitt er mich an. Es ist nur... Ich schluckte schwer. Ich hatte mir mein erstes Mal etwas anders vorgestellt. Nicht mit jemandem anders, sondern wo anders. Ich finde, ein Hotel ist dafür ganz bestimmt nicht der richtige Ort. Das war ausgesprochen. Ich atmete erleichtert aus. Jadens Gesichtsausdruck lag unverändert auf meinem. Ich kann nicht verstehen, wenn du mich jetzt für verrückt und verklemmt hältst. Tränen schossen mir in die Augen. Das emotionale Auf und Ab hatte mich völlig durcheinander gebracht. Weiterhin sagte Jaden nichts. Es dauerte noch einen Moment, bis er die richtigen Worte fand. Noch immer hielt er mein Gesicht in seinen Händen. Schätzt du mich wirklich für so oberflächlich ein? Nur weil du jetzt nicht mit mir schlafen willst, schreie ich dich an oder lasse dich hier einfach alleine stehen? Autsch. Das tat weh. Nicht nur, dass ich ihm solch ein Gefühl vermittelt hatte, sondern auch, dass er das von mir dachte. Nein. Stritt ich gleich ab. Das denke ich natürlich nicht von dir, sagte ich scheu. Genau. Und deswegen ist es auch nicht schlimm für mich. Seine Daumen streichelten langsam meine Wange. Danke, dass du mir sagst, was du denkst und fühlst. Es ist für mich am wichtigsten, dass es dir gut geht. Ich fiel um den Hals. Die peinliche Situation war vorüber. Da wir das jetzt geklärt hätten, sagte Jaden und löste sich leicht. Darf ich heute Nacht trotzdem bei dir bleiben? Er grinste frech. Ich antwortete nicht, sondern küsste ihn und zog ihn aufs Bett. Ich schmiegte mich in seine Arme. Es fühlte sich so perfekt an. Wie als würden wir schon jahrelang zusammen sein, streichelte er mir liebevoll den Rücken. Ab und zu fuhr er sanft mit seinen Fingern über meine Wange. Ich gab ihm hin und wieder einen Kuss auf seine freie Hand. Die überaus peinliche Situation war tatsächlich vergessen. Wir redeten wieder vor über Gott und die Welt, nur dass diesmal die körperliche Nähe intensiver war. Es dauerte nicht lange, vielleicht 20 Minuten. Da überkam ich die Müdigkeit und ich schlief mitten im Satz ein. Erschrocken erwachte ich und riss meine Augen auf. Ich träumte, dass das Flugzeug ohne mich abgeflogen war. Ich hatte am Abend zuvor vergessen, meinen Wecker zu stellen und somit verschlafen. Jaden, schoss es mir durch den Kopf. War das alles gestern Abend wirklich passiert? Ruckartig drehte ich mich um auf die andere Seite. Jaden lag vor mir auf seinen Ellbogen gestützt und lachte mich an. Er hatte nur seine Jeans an, sein Oberkörper war frei. Genauso, wie wir uns gestern ins Bett gelegen hatten. Es war also kein Traum. Guten Morgen, meine Kleine. Habe ich dich geweckt? Diese schöne Stimme morgens als erstes zu hören war nahezu atemberaubend. Guten Morgen, lachte ich ihm entgegen und rappelte mich auf. Nein? Nein, du hast mich nicht geweckt. Ich habe nur geträumt, dass ich meinen Flug verpasst habe. Wie spät ist es denn? Ich sah zu dem Wecker. Es war halb neun, also hatten wir noch ein bisschen Zeit, bis ich aus dem Zimmer musste. Keine Angst, ich hätte dich schon nicht verschlafen lassen. Außerdem muss ich auch gleich los. Wir reisen heute noch weiter. Als er das sagte, wurde mir klar, dass unser Abschied schon bald bevorstand. Und jetzt konnten wir es nicht mehr aufschieben. Jaden stand auf und zog sein Shirt über. Wollen wir noch zusammen etwas frühstücken? Ich mache mich nur schnell fertig, dann können wir in den Salon gehen. Ich stand aus dem Bett auf, hob ebenfalls meine Bluse hoch und zog sie über. Jaden kam dicht zu mir heran und nahm meine Hand. Die Berührung prickelte. Meine Lippen öffneten sich automatisch. Wie gerne wäre ich ihm jetzt wieder so nah wie gestern. Tut mir leid, begann Jaden zu erklären. Es geht nicht. Aber was hältst du davon, wenn ich dich nächste Woche bei dir zu Hause besuchen komme? Da das nächste Konzert am Samstag ist und wir heute schon losfahren und früh alles aufbauen, kann ich mich bestimmt loseisen und dich besuchen. Die Enttäuschung des Abschieds war verflogen, als er den Satz zu Ende sprach. Mein Grinsen wurde breiter. Neue Schmetterlinge bereiteten den Abflug vor. Das wäre super. Vielsagende Stille lag zwischen uns. Unser Blick verlor sich so sehr ineinander, dass ich mittlerweile nicht mehr leugnen konnte. Jaden hatte mein Herz gestohlen. Mit allem, was dazugehörte. Mit Körper und Seele. Warte, sagte ich und löste mich von ihm. Schnell schrieb ich meine Adresse und Handynummer auf einen Block, der neben dem Telefon lag. Hier, da wirst du mich dann erreichen. Aber vielleicht kannst du vorher eben Bescheid sagen, wann du ungefähr kommst. Er nahm den Zettel entgegen. Wie eines der wertvollsten Papiere, die es gab, faltete Jaden diesen und steckte ihn vorsichtig in seine Hosentasche. Okay. Aus seinem Gesicht strahlte er vor Glück. Er machte einen Schritt auf mich zu, zog mich an der Taille zu sich heran und gab mir einen gefühlvollen Kuss. Ich freue mich schon, dich wiederzusehen. Ich kann es kaum erwarten. Er nahm mich in den Arm. Ich sog noch ein letztes Mal für heute seinen unglaublich tollen Duft ein. Als meine Sinne begannen, in den Nebel der Verwirrung einzutauchen, lösten wir uns. Daraufhin schritt er elegant zur Tür, warf noch einen letzten Blick auf mich zurück und verschwand für unbestimmte Zeit. Zum Glück hatte ich meinen Koffer gestern Abend schon gepackt. Nur meine Zahnbürste fehlte noch. Nachdem ich dann alles weitere wie Duschen und ein bisschen Ordnung im Zimmer schaffen auch erledigt hatte, zappte ich gelangweilt durch die TV-Kanäle. Es war erst halb zehn, somit hatte ich noch etwas Zeit, bis ich meiner Schwester auf die Füße treten würde, damit sie ihr Zimmer verließen. Plötzlich klopfte es wie wild an der Tür. Ich komme, riefe ich und lief zur Tür. Amy und Sandy standen wie zwei Flummis vor mir. Was ist denn mit euch los? Easy! Du wirst es nicht glauben, einer von den Instructions war heute Nacht hier im Hotel und ist heute Morgen erst wieder gegangen. Ist das nicht Wahnsinn? quietschte Amy mir entgegen. Ich kniff schmerzlich die Augen zu. Meinten die etwa Jaden? Zum Glück hatten die beiden nicht mitbekommen, dass er bei mir war. Wisst ihr auch, wer es war? fragte ich zögernd. Nein, das konnte uns niemand sagen, schmolten sie dahin. Vielleicht war es ja nur ein Bühnenassistent oder so, fragte ich natürlich nichts ahnend. Das wäre auch egal, aber dann kennt ihr die Instructions. Ist das nicht genial? Beide quietschten auf. Ich zuckte zusammen. Ja, super. Ich versuchte das Gespräch auf ein anderes Thema zu lenken. Seid ihr denn schon fertig mit Kofferpacken? Wir fahren gleich. Genervt verdrehten die beiden die Augen und machten sich auf den Weg in ihr Zimmer. Ich folgte ihnen. Natürlich waren sie noch nicht fertig. Ich half ein wenig mit, damit es etwas schneller ging. Als wir eine Rezeption auscheckten, stand das Taxi schon vor der Tür bereit. Mit einem letzten Blick auf den Eingang zum Park stieg ich grinsend in das Taxi. Die ganze Zeit dachte ich darüber nach, wenn Amy auf jemanden von der Crew den Instructions schon so reagierte, wie wäre es dann erst, wenn ich ihr Jaden persönlich vorstellte? Doch ich musste ihr ja nicht erzählen, wer Jaden genau war. Er könnte ja auch nur ein Fan sein und wir hatten uns bei den Konzerten kennengelernt. Die Hälfte entsprach auch wenigstens der Wahrheit. Zu Hause angekommen, ging ich nach einer kurzen Begrüßung meiner Eltern direkt in mein Zimmer. Amy blieb unten und zeigte Mom und Dad die vielen Fotos, welche sie gemacht hatte. Ich stand mit dem Rücken an meiner geschlossenen Tür gelehnt und genoss einfach für einen Moment die Stille. Mit geschlossenen Augen flogen mir Bilder von Jaden im Kopf umher. Automatisch verzogen sich meine Lippen zu einem Lächeln. Die Erinnerungen waren so intensiv, dass ich Jadens Finger nahezu auf meinem Arm dachte zu spüren. Weitere wunderschöne Momente später löste ich mich unweigerlich aus der Starre, schmiss meinen Koffer auf das Bett und begann die Wäsche herauszuholen. Plötzlich fiel mir ein Zettel aus seinem T-Shirt raus. Mit zittrigen Fingern hob ich ihn auf. Darauf stand mit einer anmutigen Handschrift geschrieben, Hallo meine Kleine. Du schläfst gerade noch so schön und ich wollte dich nicht wecken. Aber ich muss etwas loswerden. Ich habe letzte Nacht nicht geschlafen. Ich habe während ich dein wundervolles Gesicht bewunderte über etwas nachgedacht. Über uns, um genau zu sein. Es kam plötzlich und ich war nicht darauf gefasst und auch nachdem wir uns noch nicht so lange kennen, ist etwas passiert. Ich habe mich unsterblich in dich verliebt. Ich freue mich jetzt schon auf den Moment, wenn ich dich wieder in meinen Arm schließen kann. Du bist in all meinen Gedanken. In Liebe, Jaden. Tränen liefen mir über die Wange. Gänsehaut übersäte meinen ganzen Körper. Es war eine Liebeserklärung, wie ich sie mir schon immer gewünscht hatte. Und das auch von einem Menschen, von dem ich es mir gewünscht hatte. Jaden war einfach wunderbar. Zärtlich, rücksichtsvoll, humorvoll und romantisch. Mein Körper fühlte sich abermals schwerelos an. Ich saß erneut wie ein Engel auf der Wolke 7 und genoss das Gefühl der Losgelöstheit. Eine Träne tropfte auf den Zettel in meinen Händen. Schnell wischte ich mir die Tränen weg und kramte mein Handy hervor. Erst als ich es in den Händen hielt, fiel mir ein, dass ich seine Nummer gar nicht hatte. Ich hatte ihm nur meine gegeben. Ich schaltete mein Handy an, welches immer noch aufgrund des Handyverbots am Flughafen ausgeschaltet war. Eine SMS tauchte auf dem Bildschirm auf. Die Nummer war mir unbekannt. Ich öffnete sie und las. Hallo, nochmal oder zum ersten Mal? Wenn du deinen Koffer ausgepackt hast, wirst du wissen, was ich meine. Hiermit übersende ich dir meine Handynummer. Damit, wenn du magst, dich auch bei mir melden kannst. Kuss, Jaden. Ich drückte mir das Handy an die Brust. Wahrscheinlich bildete ich es mir ein, doch ich dachte in diesem Moment, Jadens Duft in der Nase war zu nehmen. Ein Glück hatte er daran gedacht, dass ich seine Nummer nicht hatte. Ich speicherte seine Nummer sofort in seinem Telefonbuch ab. Dann begann ich eine SMS zurückzuschreiben. Hallo, ich habe deinen Brief gelesen und muss zugeben, dass es mir genauso geht. Vielleicht hast du ja bald ein paar freie Minuten und meldest dich bei mir. Ich denke an dich. Kuss in Liebe Easy. Ab sofort war mein Handy mein ständiger Begleiter. Ich wartete förmlich darauf, dass er sich bei mir meldete. Nachdem all meine Sachen aus dem Koffer verstaut waren, ging ich nach unten in die Küche. Meine Mom hatte einen Kuchen gebacken, als Willkommensgruß, dass wir wieder zu Hause waren. Amy redete die ganze Zeit selbstverständlich von dem Konzert und dass einer der Instructions ebenfalls in dem Hotel waren, wo wir auch geschlafen hatten. Da ich die ganze Story schon kannte, schaltete ich auf Durchzug. Nach einem Stück Kuchen und einer Taste Tee ging ich wieder nach oben. Im Zimmer angekommen, sah ich erneut auf mein Handy. Jaden hatte sich bisher noch nicht zurückgemeldet. Sogar bis zum Abend kam keine Nachricht von ihm. Um kurz nach zehn schlief ich vor Erschöpfung auf meinem Bett ein. Ich erwachte noch immer mit Jeans und Shirt vom gestrigen Tag in meinem Bett. Die Sonne erhellte mein Zimmer. Es wirkte drückend und warm. Ein schiefer Blick auf den Wecker zeigte mir bereits zehn Uhr an. Ich hatte fast zwölf Stunden geschlafen und doch fühlte ich mich immer noch leicht erschöpft. Langsam rappelte ich mich auf und kramte mein Handy aus der Hosentasche. Plötzlich durchfuhr mich so etwas wie ein Stromschlag. Eine SMS von Jaden auf meinem Handy. Umgehend erhöhte sich mein Puls auf das Doppelte. Ich öffnete sie und las. Hallo Easy. Es tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melde, aber ich habe den ganzen Nachmittag geschlafen. Schließlich musste ich etwas von letzter Nacht nachholen. Ich wollte dich eigentlich anrufen, aber es ist schon so spät am Abend und du schläfst bestimmt. Melde dich sobald du kannst. in tiefster Sehnsucht dein Jaden. Enttäuschung machte sich in ihr bereit. Wie gerne hätte ich seine Stimme gestern noch gehört. Schnell sah ich auf die Uhrzeit. Er hatte die SMS um halb elf geschrieben, da war ich tatsächlich schon am Schlafen gewesen. Selbsttröstend atmete ich stoßartig aus. Ich schwang mich aus dem Bett und trottete in meiner Jeans und dem Pullover vom Vorabend nach unten in die Küche. Ein Glück schlief Amy noch, sodass ich die endlose Geschichte nicht schon wieder hören musste. Meine Eltern waren ebenfalls schon auf der Arbeit. Das bedeutete etwas Ruhe für mich. Gerade wollte ich mir heißes Wasser in die Tasse gießen, da klingelte es an der Tür. Ich schlurfte hinüber. Vorsichtig öffnete ich sie einen Spalt. Das einzige, was ich sah, waren Blumen. Erst als ich die Tür ganz öffnete, sah ich den Boden mit einem großen Blumenstrauß in der Hand vor mir stehen. Isabel Manu, sagte der Mann hektisch. Ja, das bin ich. Für Sie einen schönen Tag noch. Er drückte mir den bunten Blumenstrauß in die Hand und verschwand. Verdutzt von der ganzen Situation dauerte es einen Moment, bis ich mich zurück ins Haus begab. Ich schlug die Tür zu. Hatte Jade mir etwa diese Blumen geschickt? Das war ja so süß von ihm. Am häufigsten kamen Lilien in diesem Strauß vor. Meine Lieblingsblumen. Wahrscheinlich war es Zufall. Ich grinste und Tränen stiegen mir wieder in die Augen, aber diesmal hielt ich sie zurück. Schnell kramte ich eine Vase hervor und stellte die Blumen hinein. Dann zog ich mein Handy aus der Tasche und rief Jade an. Bereits nach dem zweiten Klingel nahm er ab. Hallo? Hi, hier ist Isi, sagte ich zögernd. Hey, hallo, wie geht es dir? Schön, dass du anrufst. Ein Lächeln lag in seiner Stimme. Ja, ich hoffe, ich störe nicht. Nein, nein, antwortete er prompt. Das passt im Moment ganz gut. Ich wollte dich sowieso anrufen. Hast du morgen vielleicht Zeit, dass ich dich besuchen komme? Mir rutschte beinahe das Handy aus der Hand. Mein Atem stockte. Morgen ging es mir durch den Kopf. Freude machte sich in mir breit. Seine Berührungen waren plötzlich wieder so nah. Ich war überglücklich, dass wir uns morgen schon wieder sehen würden. In Gedanken versunken antwortete Jaden nicht. Hallo? rief ins Telefon. Ähm, ja, natürlich habe ich morgen Zeit. Ja, super. Dann kannst du ja vielleicht deine Familie schon mal darauf vorbereiten, dass, naja, dass dein Freund zu Besuch kommt. Bei dem Wort dein Freund machte mein Herz einen Hüpfer. Wenigstens hielt meine Stimme stand. Ja, mach ich. Ach, was ich noch fragen wollte, hast du mir die Blumen geschickt? Auch wenn ich mir fast sicher war, dass Jaden dahinter steckte, musste ich die Frage stellen. Ähm, nein? Bei den Worten fiel mein Blick auf die Blumen. Ich überlegte hin und her, als Jaden weitersprach. Also, das hätte ich sehr gerne gemacht, doch hatte ich gestern keine Zeit dazu. Wieso? Hast du welche bekommen? Ja, stotterte ich ins Telefon. Mit einem komischen Gefühl, Jaden hoffentlich nicht zu sehr in Verlegenheit gebracht zu haben, überlegte ich mir schnell eine Ausrede. Aber ach, das kann auch von meiner Tante oder so zum Abschluss sein. Also, wir sehen uns dann morgen? Richtig, ich weiß noch nicht genau wie spät, ich denke, so gegen Mittag werde ich wohl da sein. Erleichtert legte ich meine Hand auf die Brust. Zumindest war Jaden nicht komisch wegen den Blumen. Das passt gut, dann bis morgen, ich freue mich. Ich mich auch, sehr sogar, tschüss. Tschüss, hauchte ich abschließend ins Telefon. Ich legte auf und war einfach nur glücklich. Morgen schon wieder würde ich in seinen Armen liegen. Ich spürte wie die Hitze welle der Vorfreude sich in mir auftat. Mit vollem Bewusstsein genoss ich jeden Moment von diesem Gefühl. Der Rest des Tages zog sich nämlich in die Länge. Am Abend ging ich früh schlafen in der Hoffnung, dass so schnell wie möglich der nächste Tag anbricht. Mehrmals in der Nacht wurde ich wach. Fast jede Stunde schreckte ich leicht hoch, um zu sehen, wie spät es war. Schließlich stand über ihren Kaffeebecher hinweg. Ich weiß es nicht. Auf der Karte stand nur Für meine Isabel. Aber ich wollte euch sowieso noch etwas sagen. Am Ende des Satzes wurde meine Stimme spürbar dünner. Mein Vater legte mit einem fragwürdigen Gesicht seine Zeitung weg und schaute mich genau wie meine Mutter an. Ähm, begann ich. Also ich bekomme heute Besuch von naja, also ich habe ihn auf dem Konzert kennengelernt, auf dem ich mit Amy war und meine Stimme drohte zu versagen. Jetzt konnte ich allerdings keinen Rückzieher machen. Wieso war ich nur so nervös? In meinem Alter war es doch ganz normal einen Freund zu haben. Ich atmete tief ein. Also Jaden so heißt er wird auch ein bisschen dann hier bleiben. Wenn das okay für euch ist. Du bist wissen, was du tust, sagte mein Vater. Kurz Zeit später vergrub er sich wieder in seiner Zeitung. Mein Magen zog sich unangenehm zusammen. Mir war klar, dass mein Vater mich nicht sonderlich mochte, aber der erste offizielle feste Freund seiner Erstgeborenen interessierte ihn Marm. Er Jaden arbeitet für die Band von diesen Konzerten. Achso, entgegnete sie. Und ist es denn was Ernstes zwischen euch? Wenn sie jetzt als nächstes die Frage stellte, ob wir schon miteinander geschlafen hatten, gehe ich auf mein Zimmer. Im Laufe meiner Gedanken schoss mir das blutigen Kopf und tauchte mein Gesicht in die Farbe einer reifen Tomate. Ja, irgendwie schon. Ich stelle ihn euch Aiden, wir müssen dann jetzt los. Mein Vater schaute zur Uhr, legte die Zeitung beiseite und ging wortlos mit meiner Mutter aus dem Haus. Sie arbeiteten zwar nicht zusammen, doch zeitlich passte es so gut, dass wollte. Amy schlief noch immer. Ich räumte die Küche auf. Ein Glück hatte sie das Gespräch zwischen meinen Eltern und mir nicht mitbekommen. Wohl möglich hätte sie einen Herzinfarkt erlitten, wenn sie wüsste, dass Jaden heute käme. Ein Mitglied der Crew. Er kannte also die Band und wäre der ideale Mittelsmann, um den Kontakt herzustellen zwischen ihr und ihrem Schwarm. Ich konnte es nicht unterdrücken und zog eine Grimasse. Sie spiegelte sich in der Pfanne, die ich gerade abwusch. Ich lachte auf und ließ die Gedanken wieder zu etwas Schönem schweifen. Jaden Mittlerweile war es 9 Uhr. Die Küche war blitzblank und ich beschloss Jaden eine SMS zu schreiben, um ihn zu fragen, wann er ungefähr kommen würde. So konnte ich mich wenigstens etwas Könntest du mir ungefähr sagen, wann du hier sein wirst? Ich soll noch ein bisschen was im Haushalt erledigen, dann kann ich mich auf deinen Besuch einstellen. Freue mich schon sehr, in Liebe Easy. Bevor ich die SMS abschickte, überlegte ich, ob die Lüge mit der Hausarbeit zu viel war. Nein. Automatisch schüttelte ich meinen Kopf. Ich drückte auf Senden und ging grüber ins Wohnzimmer. Amy müsste noch bestimmt zwei oder drei Stunden schlafen, so wie ich sie kannte. Noch immer blieb mir also etwas Zeit für mich. Kaum saß ich auf der Couch, vibrierte mein Handy. Jaden rief an. Hallo, begrüßte ich ihn mit Freude. Hallo, meine Kleine, bist du schon wach? Im Hintergrund rauschte es. Er war recht schwer zu verstehen. Umgehend hielt ich mir mein anderes Ohr ein langes Rauschen. Dann antwortete Jaden. Ja, habe ich und deswegen rufe ich auch an. Ich bin jetzt gerade beim Flughafen und nehme mir ein Taxi. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauert, bis wir bei deinem Haus sind. Meine Augen sprangen auf und das Herz rutschte mir in die Hose. Oh, du bist schon hier? Darauf achten, nicht zu hyperventilieren, sprach ich weiter. Ähm, ja, also, ich denke mal, dass du dann so in 20 Minuten hier bist, wenn der Taxifahrer sich beeilt. Ich versuchte, die Panik in meiner Stimme zu unterdrücken. Ja, super, ich hoffe, der kennt auch den Weg. Wir beide lachten kurz auf. Das war genau der Satz, den ich damals zu Jaden sagte, als ich mit dem Taxi ins Restaurant gefahren war. Dann bis gleich, verabschiedete er sich. Wie eine Rakete schoss ich nach oben in mein Zimmer und kramte mein Lieblings Sommerkleid hervor. Es war in einem dezenten Blau, knielang und für meine Verhältnisse tief ausgeschnitten. In dem fühlte ich mich wohl, sexy und es sah einfach sehr gut an mir aus. Im Beidezimmer putze ich mir mit Rekordgeschwindigkeit die Zähne, legte leichtes natürliches Make-up auf und kämmte schmerzhaft die Schlafknoten aus meinen Haaren. Ich sah in den Spiegel und überlegte mir zusammengekniffene Augen, was ich noch mit mir anstellen konnte. Jetzt noch eine komplizierte Frisur zu kreieren, dafür blieb einfach keine Zeit mehr. Ich schob mir die Hand durch die Haare, um ein wenig Volumen hervor zu zaubern. Dann huschte ich zurück in mein Zimmer und räumte es so gut es ging auf. Noch mit dem letzten Teil in der Hand klingelte es an der Tür. Ich schaute auf meinen Wecker, es waren tatsächlich gerade mal 20 Minuten um. Konnte das schon Jaden sein? Mit Herzklopfen ging ich zur Tür und öffnete sie freudestrahlend. Die Enttäuschung folgte auf dem Fuße. Es war nicht Jaden, sondern Fred, der vor der Tür stand. Er war groß gewachsen und sein blondes Haar war kaum zu erkennen, so kurz wie es sich ein künstliches Lächeln auf. Das wäre zu gemein gewesen, ihn so traurig anzuschauen. Hallo Isabel, sagte er übertrieben glücklich, als er mich sah. Dabei wirkte sein rundes Gesicht noch runder. Hi, erwiderte ich und stutzte. Moment mal, Fred, wie hast du mich gerade genannt? Die Stimmung zwischen uns wurde komisch. Eine Mauer entstand um mich herum. Ach so, na, Isabel, so aus seinem Mund. Ich ging automatisch ein wenig zurück. Ja, aber weißt du, er fiel mir ins Wort. Ich dachte mir, wir sind doch jetzt beide erwachsen und da sind diese großen Namen doch überflüssig. Die Mauer wurde größer. In meinem Kopf machte es mehrfach klick, klick, klick. Fred war es, der mir diese Blumen schickte. Ich konnte es nicht fassen. Ich hatte ihm doch gesagt, dass es zwischen uns nie etwas werden würde. Dann hast du mir diese Blumen geschickt. Wut fuhr in mir hoch. Mit geschwollener Brust ging ich einen Schritt vor. Ja, wieder dieses übertriebene Lächeln. Meine Hand ballte sich zu einer Faust. Gefallen sie dir? Ich habe extra mit Lilien bestellt. Die magst du doch so gerne. Mein Mund stand schweigend offen. Ich überlegte, was ich zu Fred sagen sollte. Doch dann ließ ich meine Gefühle ihm gegenüber sprechen, auch wenn diese nicht sonderlich nett schienen. Fred, was soll das? Ich habe dir doch schon gesagt, dass es zwischen uns nichts wird. Fred antwortete nichts. Sein Blick starrte auf etwas hinter mir. Ich drehte mich um. Amy stand auf der Treppe. Wegen mir müsst ihr nicht die Blumen kannst du gerne wieder haben. Sie bedeuten für dich etwas anderes als für mich. Gerade wollte ich mich umdrehen, um sie zu holen, redete Fred auf mich ein. Nein, behalt sie. Du weißt ganz genau, dass du etwas für mich fühlst. Wir haben früher immer so viel zusammen gemacht. Und der Kuss? Dann wurde sein Liebeschwur von einem quietschenden bremsenden Auto unterbrochen. Ein einen, weil er endlich da war und zum anderen, weil ich Fred damit endlich zeigen konnte, dass ich nichts von ihm wollte, sondern einen anderen Mann liebte. Ich ging mit schnellen Schritten auf das Taxi zu. Jaden stieg aus und wir fielen uns in die Arme. Dann gab es noch einen kurzen Kuss und wir grinsten uns an. Wir beide spürten, wie sehr wir einander vermisst hatten. Auch weil meine Gefühle im Moment von der Situation mit Fred überschattet wurden, sprengte die Liebe zu Jaden alle Mauern. Jaden zahlte noch schnell das Taxi, holte eine Reisetasche von der Rückbank und lief mit mir Hand in Hand zum Haus. Fred, den ich mittlerweile völlig ausgeblendet hatte, stand mit gewaltten Fäusten an der Tür. Gibt es ein Problem? fragte Jaden, als wir bei Fred angekommen waren. Nein, sagte ich und war Fred einen wütenden Blick zu. Jaden, das ist Fred, Fred, das ist Jaden, mein Freund. Mit solch einer Geschwindigkeit, dass ich es nicht kommen sah, fuhr Fred mit seinem ganzen Körper auf mich zu und hielt mir warnend einen Finger dicht vors Gesicht. Ich fuhr reflexartig ein Stück zurück. Meine Beine wurden schwer, stocksteif stand ich da. Jaden trat einen Schritt vor, fasste Fred an seiner Schulter und hielt ihn zurück. Die ganze Situation kam hervor wie in Zeitlupe, auch wenn es sich blitzschnell abspielte. Du wirst noch die Wahrheit erkennen, glaube mir, früher oder später, aber es wird ein Uns geben. Dann drehte Fred sich aus Jadens Griff und lief schnaubend, ohne einen Blick zurückzuwerfen vom Hof. Noch immer konnte ich ihn noch nie erlebt. Vor mir war er zwar ziemlich deutlich und direkt, doch er hatte nie die Kontrolle verloren. Meine Hände begannen zu zittern, als das Adrenalin aus meinem Körper wich. Hat er dich zum ersten Mal so belästigt oder kommt das öfter vor? fragte Jaden voller Sorge. Er kam auf mich zu und griff nach meinen Händen. Das Gefühl von Geborgenheit kam zurück. Nein, ich schüttelte zögernd den Kopf, noch immer geschockt von dem, was soeben passiert war. So war es das erste Mal, aber ich hoffe, dass er es jetzt endlich kapiert hat. Da wäre ich mir nicht so sicher, sagte Jaden und schüttelte leicht den Kopf. Ich stellte mich vor ihm und drückte fest seine Hände. Aber ist das jetzt nicht völlig egal? Unsere Blicke lagen gierig aufeinander. Das Wichtigste ist doch, dass du jetzt hier bist und dass zusammen sind. Das Lächeln, welches ich schon so sehr vermisst habe, trat auf sein Gesicht. Du hast recht. Es ein ohrenbetäubender Schrei kam aus unserem Haus. Jaden und ich blickten automatisch zur Seite und sahen Amy in der Tür stehen. Ich löste mich aus Jadens Armen und ging auf sie zu. Amy? Amy! schrie ich. Was hast du denn? Schnell schaute ich an ihr herunter, ob sie sich verletzt hätte. Mit Jadens Stanley! brachte sie schließlich schwer heraus. Weiter stocksteif stand sie da und starrte Jaden an. Aber Amy, woher kennst du Jaden denn? Endlich löste sich ihre Starre. Wie eine Puppe fiel ihr Blick auf mich. Dann entspannten sich ihre Gesichtsmuskeln. Ein abtrüniger Ausdruck lag in ihren Augen. Dasselbe könnte ich dich fragen. Wie kommt der Gitarrist und Chorsänger von den Instructions zu uns nach Hause? Und wieso hältst du mit ihm Händchen? Bei den letzten Worten wurde sie sauer und verschränkte die Arme vor der Brust. Was? Gitarrist? Chorsänger? Verwundert sah ich in Jadens Gesicht. Er trat ins Haus und schloss die Tür hinter sich. In dem Wissen, was hier so eben passiert war, fuhr er sich nervös durchs Haar. Easy, ich kann dir das erklären, setzte Jaden an. Moment, unterbrach ich ihn und hob Warner in den ausgestreckten Arm in seine Richtung. In meinem Kopf schien sich auf einmal alles zu drehen. Ich dachte, du machst den Soundtrack und Bühnenaufbau und so. Ja, das mache ich ja auch. Er stand mit offenen Armen vor mir und hoffte auf Verständnis. Ich wollte nicht, dass du mich als Star siehst und dann kam nicht die richtige Gelegenheit, dir das zu sagen. Es jedes Wort, das er sprach und versuchte, sich herauszureden, schürte nur meine innere Bombe. Du hast mich angelogen? presst sich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Nein, ein weiterer verzweifelter Streif zog durch sein Haar. Ich habe dir nur nicht alles genau gesagt, verteidigte er sein Verhalten weiter. Ich wusste nicht wieso, doch die Sache, dass Jaden mich angelogen hatte, stach mir tief ins Herz. Bei den nächsten Worten fixierte ich fest seinen Blick. Von wegen ich wusste alles von dir, flüsterte ich. Tränen stiegen mir ins Gesicht, doch ich wollte nicht, dass er seinen Triumph sah. Wahrscheinlich hätte er mich nur benutzt, damit er sich mal von seinem Star-Leben absondern konnte und mit einer normalen Vorstadt Tussi eine Nummer schieben konnte. Ein Glück war es zwischen uns nicht so weit gekommen. Er konnte sich lieber einer dieser Groupies schnappen und ins Bett zerren. Noch während mein Hirn weiter solche Sätze und Gedanken produzierte, rannte ich die Treppe hoch und ging in mein Zimmer. So doll, die Wände zu wackeln schienen, schmiss ich die Tür hinter mir zu. Sollte er sich doch mit Amy unterhalten, wenn sie ihn schon so toll fand. Nicht mal eine Minute später klopfte es an meiner Tür. Easy, darf ich bitte reinkommen? Ich sagte nichts. Dann öffnete natürlich Jaden nach kurzer Zeit selber die Tür und trat ein. Es war, als würde ein kalter Windhauch eintreten. Auch zwischen Jaden und mir baute sich gerade eine Mauer auf, eine eindeutige Schutzreaktion meines Körpers. Und ich war dankbar dafür. Bitte lass mich erklären. Er trat weiter ein. Wut in Brand setzte ich mich auf mein Bett. Ich schnappte mir ein Kissen und drückte es so fest, es ging an mich ran. Na, dann bitte? fauchte ich. Weißt du noch, was du damals zu mir sagtest, dass man einen Menschen unbefangen kennenlernen sollte? Ich nickte kurz. Meine Wut ebte schon bei den Worten ein wenig ab. Wie schafft er das nur? Mein Blick ließ sich allerdings mit ganzer Kraft auf den Boden gerichtet. Eine innere Stimme sagte mir, wenn ich ihn jetzt ansehen würde, wäre es um mich verloren. Jaden fuhr fort. Darum habe ich dir nicht gesagt, dass ich ein Star bin, obwohl ich mich auch nie so nennen würde. Ich bin auch nur ein ganz normaler Mann. Wenn ich dir gesagt hätte, dass ich der Gitarrist der Band bin, wärst du dann mit mir essen gegangen? Ich biss mir auf die Lippen. Wie angezogen hob sich mein Kopf. Seine Augen schauten direkt in meine. Immer wieder versuchte ich mich von dem Blick zu lösen, doch ich war wie festgebunden. Und weißt du auch noch als wir uns aneinander vorgestellt haben? In der Gasse? Bei dem Gedanken schauderte ich. Denn nicht nur die Bekanntschaft von Jaden, sondern auch der Überfall von dem Obdachlosen schoss mir in die Erinnerung. Da musstest du noch einmal nachfragen, weil ich dir nicht gleich meinen Namen gesagt habe. Ich bin es schon so gewohnt, dass alle Welt mich kennt, da war ich so überrascht, dass du mich nicht kanntest. Du, die so wunderschön und fragend vor mir stand. Ich war so froh, dass wir einander ohne jegliche Vorurteile kennenlernten. Er legte seine Hand an meine Wange. Sie war so warm und unglaublich weich. Doch noch war mein Verstand und das gekränkte Ego stärker als die Gefühle, welche hemmungslos an der Oberfläche kratzten. Endlich gelang es mir, meinen Blick von ihm zu lösen. Ich stand auf, ging langsam zur Tür und öffnete diese. Schmerzhaft versuchte ich, die Wut herunter zu schlucken. Meine Hände kribbelten. Am liebsten würde ich irgendwo darauf einschlagen. Mein Inneres war weiterhin so sehr gekränkt, dass die nächsten Worte nur so aus mir heraus spudelten. Liste sein, die du herum gekriegt hast. Das hat gesessen. Erst als die Worte schon lange ausgesprochen waren, reagierte Jaden. Ziel sicher steuerte direkt auf mich zu, legte seine Hand auf die meine, die noch immer auf dem Türknauf lag und schloss diese langsam wieder, damit wir etwas Privatsphäre hatten. Als die Tür geschlossen war, flogen zwischen Jaden und mir die unsichtbaren Funken. Ich starte ihn an, um jede noch so kleinste Reaktion mitzubekommen. Es tut mir leid, sagt er schwer atmend. Wenn sich das so für dich angefühlt haben muss, tut es mir unendlich leid. Unsere Blicke weiter aufeinander. Aber du musst zugeben, wenn du die ganze Situation außen vor lässt, egal wer ich oder wer du bist, es ist doch wichtig, was wir füreinander sind. Und für mich bist du etwas ganz einzigartiges. Es ist wie ein Lotto Gewinn für mich und etwas Besonderes, dass du in mein Leben getreten bist. Sein Blick wurde unsicherer. Auch er musterte, ob ich irgendwelche Reaktionen zeigte. Zärtlich legte er wie gerade noch auf dem Bett seine Hand zurück an meine Wange. Es ist für dich nicht so? Ein Appell an meine Gefühle. Ich schloss meine Augen und hörte tief in mich hinein. Meine Wut war mittlerweile komplett abgeklungen. Das Gefühl auf und ab kostete mich sehr viel Energie. Alleine durch die Wärme seiner Haut spürte ich, Jaden näher kam. Wie zwei Magnete, die sich anzogen, legte sich unsere Stirn aneinander. Was machst du nur bloß mit mir? flüsterte ich aus tiefstem Herzen. Das könnte ich dich auch fragen, aber ich kenne nur meine Antwort darauf. Wir lösten unsere Stirn wieder voneinander. Ich öffnete schwerfällig meine Augen. Jaden war ganz nah, so nah, dass ich nur das Schwarze in seinen Augen erkennen konnte. Ich bin dabei, mich unsterblich in dich zu verlieben, hauchte er mir zärtlich entgegen. Sein süßer Atem raubte mir jeglichen Sauerstoff. Antworten konnte ich in diesem Moment nicht. Meine Augen schlossen sich erneut. Ein weiteres Mal hörte ich tief in mich hinein. Er hatte recht. Zum einen damit, dass ich schon große Vorurteile gegenüber der Instructions hatte. Wenn er sich als das geoutet hätte, was er wirklich war, hätte ich es wohl nie so weit kommen lassen. Und zum anderen, dass auch ich mir nichts mehr vormachen konnte. Ich hätte mich ebenfalls bis aufs tiefste in diesen Menschen verliebt. Für einen Moment genoss ich noch die kurze Wärme, die von Jadens Hand auf meiner Wange einströmte. Es tut mir leid. Dann öffnete ich wieder mit einem leichten mulmigen Gefühl die Augen und sah dass Jaden lächelte. Noch im gleichen Augenblick waren jegliche Schuldgefühle verschwunden. Das wunderbare Gefühl der Verwirrtheit kam zurück. Und hast ja recht sprach ich weiter. Irgendwie bin ich ja auch froh dass es so gekommen ist. Jadens Mimik wurde weicher und ich bin froh dass wir jetzt wirklich keine Geheimnisse mehr voreinander haben flüsterte er mir entgegen. Jaden kam immer näher sein Duft strömte durch meine Nase und verbreitete mehr und mehr in meinem ganzen Körper dieses wunderbare Durcheinander. Kurz bevor unsere Münder sich trafen zögerte ich einen Moment. Ich musste alles aussprechen entweder jetzt oder nie. Er spürte meinen Rückzug und stoppte kurz. Und ich ich liebe dich auch. Seine Mundwinkel zuckten gleich und zauberten ein so schönes Lächeln auf sein Gesicht wie es nur ein Künstler hätte malen können. Sekunden später so sanft und zärtlich wie beim ersten Mal. Im Rausch der Gefühle griff ich mit meiner Hand in seinen Haar und zog ihn willig zu mir heran. Plötzlich hämmerte es gegen die Tür. Wir ließen ohne es wirklich zu wollen voneinander ab. Wir beide konnten uns denken, dass Amy vor der Tür stand. Sie wollte mit Sicherheit alles genau wissen. Ich legte meine Hand auf den Türknauf, schenkte Jaden ein kurzes Lächeln und riss mit einem Satz die Tür auf. Was willst du? stöhnt ich entgegen. Ich will alles wissen. Sofort! Du hast nicht das Recht alles zu wissen. Genervt stand ich vor ihr. Andersrum gesehen war sie es der wir es eigentlich zu verdanken hatten, dass Jaden und ich uns kennengelernt hatten. Mein Verstand setzte schnell eine Liste mit geschlagen. Mein Oberkörper fiel ein wenig in sich zusammen als ich mich wieder an Amy wandte. Okay, also du hast mich zu den Konzerten mit geschleppt und dort habe ich Jaden kennengelernt. Ich wusste doch nicht wer er war. Ich stellte mich schon auf eine handfeste Auseinandersetzung ein, wie es nur Schwestern haben konnten, als sie mir auf einmal um den Hals fiel. Ich bin ja so froh, flüsterte sie mir ins Ohr. Ähm, ich erwiderte ihr Umarmung und tätschelte ihr den Rücken. Dann ist das okay für dich? fragte ich zögerlich nach. Na klar, solange Sandy und ich Autogramme bekommen. Wir drehten uns zu Jaden um. Er zuckte mit den Schultern. Na klar, so viel du willst, solange ich easy sehen darf. Klar, antwortete Amy. Dann ging sie zur Tür, schaute sich noch einmal um und lachte. Ach und ich bin heute den ganzen Nachmittag bei Sandy. Ihr seid also unter euch. Bis Mom und Dad wieder kommen. Schon war sie verschwunden. Fraglos stand ich noch einen Moment da. Keine Ahnung auf was sie anspielen wollte, aber ich war froh, dass wir etwas Zeit für uns hatten. Bei dem Gedanken an Jaden drehte ich mich zu ihm um. Jetzt musst du mir aber noch ein paar Fragen beantworten, sagte ich mit so viel Ernsthaftigkeit, wie es mir möglich war. Alles, was du willst, sagte er, kam auf mich zu und küsste mich. Das unsichtbare Band zwischen uns zog uns immer dichter und dichter zueinander her. Der Kuss nahm keinen Abbruch. Meine Gedanken überschlugen sich zunächst mit Fragen wie Wo soll ich meine Hände lassen? Mach ich alles richtig? Zu viel Zunge? Wie auch immer spürte Jaden mein Verhalten. Er löste sich kurz und sah mir ins Gesicht. Mein Körper fühlte sich an, als würde ich im freien Fall von ihm aufgefangen werden. Dies gab mir die nötige Kraft loszulassen. Ich küsste ihn auf ein neues. Diesmal anders. Freier und unkomplizierter. Mein Herz jubelte und mein Gehirn nahm die Pause dankend an. Erst nachdem ich förmlich in Jadens Duft gebadet hatte, fand ich den Halt und riss mich etwas los. Sofort schaltete sich mein Gehirn ein. Die Neugier mehr über sein wirkliches Leben als Popstar zu erfahren, brachte in mir viele neue Fragen hervor. Und wie ist das Leben als Star so? Zärtlich fuhr meine Frage, sagte er ironisch. Wir grinsten uns an. Aber um ganz ehrlich zu sein, lebte ich schon immer nur für die Musik. Es war meine große Liebe, bis ich dich fand. Er streichelte mir mit seinen Fingern über die Wange. Ich verdrehte die Augen. Doch auch das half nicht, um die ankommende Röte in mein Gesicht zu vertreiben. Das sage ich nicht nur so, fuhr Jaden fort. Es ist wirklich wahr. Ted ist der Einzige, der seit Jahren eine feste Freundin hat. Naja, und Ron ist der jenige, der sich gerne mit Groupies abgibt, wenn du verstehst, was ich meine. Ich nickte. Ron war also derjenige, welcher einer nach der anderen abschleppte. Und dann sind dann auch Ben und ich. Ben liebte Single zu sein. Und mir war vorher auch einfach nicht bewusst, was es überhaupt heißt, verliebt zu sein. Es blieb nie Zeit, jemanden kennenzulernen. Und am besten sollte diejenige Frau keine Vorurteile haben und unbefangen an die ganze Sache rangehen. Wie du. Ich lächelte. Auch wenn ich dem Schicksal nicht unbedingt Glauben schenkte, sah diese Geschichte für mich so aus, als würde es so etwas wie eine höhere Macht doch irgendwo weit entfernt geben. Wie lange macht ihr denn schon so zusammen Musik? Wie hat das mit euch alles angefangen? Ich stützte meinen Kopf auf meinen Arm ab und sah Jaden an. Als er die Gedanken an die Vergangenheit schweifen ließ, legte sich ein verlegenes Lachen und ein gar nicht so unschuldiger Blick auf sein Gesicht. Wir wohnten früher alle in einer Straße. Dann fingen wir an, in der Garage von Bens Eltern zu proben. Wir waren alle 15, außer Ben, der ist ein Jahr älter als wir. Er war also 16. Dann hatten wir unseren ersten Auftritt auf privaten Fäden und öffentlichen Dorfveranstaltungen. Zwei Jahre später entdeckte uns unser Manager Steve und wir bekamen unseren ersten Plattenvertrag. Jadens Augen leuchteten. Das muss damals für ihn ein schöner Moment gewesen sein. Er unterbrach mein Denken und fuhr fort. Gespannt wie ein Kind, das eine Geschichte erzählt bekam, hing ich an seinen Lippen. Durch unser erstes Album bekamen wir verschiedene Auftritte. Ab und an sind wir auch als Vorband auf großen Konzerten aufgetreten. Doch als wir dann den Titelsong von Memories produzierten, kamen wir selbst ganz groß raus. Das war ein Traum, aber Naja, wenn du von da an, und das ist immerhin schon drei Jahre her, jeden Tag in einer anderen Stadt bist und nicht einmal mehr in Ruhe einkaufen gehen kannst, ohne dass du angesprochen wirst, das wird mit der Zeit ganz schön nervig. Er atmete tief aus. Ted war vor einem Jahr schon drauf und dran, die Band zu verlassen. Angst schwang in seiner Stimme mit. Judy, seine Freundin hat es nicht mehr ausgehalten so lange ohne ihn zu sein. Und was ist dann passiert? Sie gab ihren Job auf und ging von da an mit auf Tour. Erst war es ganz schön anstrengend, nicht weil wir sie nicht mögen, sondern weil sie von dem weiblichen Fan so belästigt und beschimpft wurde. Das ließ aber nach kurzer Zeit nach. Da Ted nur Schlagzeug spielt, steht er Es ist Tatsache, Ben, unser Sänger, bekommt zum Beispiel am meisten Fanpost. Er hat einfach die meisten Fans, weil er unser Frontmann ist. Ron und ich stehen ungefähr gleich auf. Ron spielt Bass und ich, wie du ja nun weißt, Gitarre und die zweite Songstimme. Meine Kopfhaut prickelte. Ich kratzte mich unauffällig am Hinterkopf. Wow, ich wusste gar nicht, dass das Starleben so kompliziert sein kann, antwortete ihm schließlich stoßartig. Ja, das stimmt. Er grinst mich an. Dann verändert sich der Ausdruck in seinen Augen. Der verrierende Schleier begann mich einzuhüllen. Jaden schob mir zärtlich die Haare hinter die Schulter. Ich wollte dich auch noch etwas fragen. Nervös nahm er seine Hand zurück. Da du ja noch ein bisschen Zeit hast, bis deine Reise beginnt und du Ferien hast, möchtest du uns nicht auch auf der Tour begleiten. Zuerst konnte ich nicht antworten. Mir huschten die ganze Zeit die Wörter von Jaden durch den Kopf, dass Judy von den Fans so belästigt wurde. Ich schluckte schwer und dachte kurz nach. Streit und Beleidigungen war ich ja schon von Amy gewöhnt. Wenn wir uns stritten, blieb kein Auge trocken und alles im Umkreis von einem Meter wurde zu Boden gerissen. Schlimmer könnte es nicht sein, also würde ich damit schon klarkommen, aber was würden die anderen dazu sagen? Noch eine Frau, die sich zwischen den Jungs stellte? Aber mit Judy hatten sie schließlich auch keine Probleme. Dann würden sie mich mit Sicherheit ebenfalls akzeptieren. Entschlossen lachte ich Jaden an. Ja, gerne, aber ist das dann auch für deine Bandkollegen okay? Die werden sich freuen und Judy erst, endlich wieder eine Frau, mit der sie quatschen kann. Er lachte auf. Sein Blick wurde geheimnisvoll, dunkel und nahezu gierig. Aber vor allem würde ich mich freuen, dich in meiner Nähe zu wissen. Hitze durchströmte meine Adern. Jeder Muskel in mir wurde jetzt am liebsten über ihn herfallen. Doch er hatte noch nicht zu Ende erzählt. Jaden holte Tiefluft. Es war ihm anzusehen, dass er sich genauso schwer tat, sich zurückzuhalten wie ich. Als ich meine Kollegen erzählt habe, dass du uns nicht kanntest, fanden sie das urkomisch. Wohlmöglich kennt uns sogar jede 80-jährige Oma, die mit ihrer Enkel ins Kino geht, aber eine junge Frau, die dazu auch noch sehr gut aussieht und ich mag, das ist wie ein Sechser im Lotto, sagte Ted zu mir. Und sie sind glücklich, wenn ich glücklich bin. Sie sind praktisch meine Familie. Jaden wagte eine Berührung und stellte den Hautkontakt wieder her, indem er meine Hand nahm. Apropos Familie, fragte ich, siehst du deine richtige Familie oft? Ich erinnerte mich daran, wie er mir im Restaurant erzählte, dass er einen jüngeren Bruder hatte, der als Bühnenaufbauer in der Crew dabei war, aber erfuhr eine Art Mauer nach oben. Zwar konnte man die nicht sehen, doch war sie für mich aber deutlich zu spüren. Nein, als mein Bruder, der wirklich beim Bühnenaufbau hilft, sehe ich meine Eltern vielleicht einmal im Jahr zu Weihnachten. Mein Herz zog sich zusammen. Zwar wusste ich, wie es war, von den Eltern zurückgewiesen zu werden, doch trotzdem tat Jaden mir sehr leid, so wenig Verständnis und Liebe zu erfahren. Oh, das tut mir leid. Er löste seine Hand von meiner und rieb mir die Schulter. Das muss dir ganz bestimmt nicht leid tun. Das bringt das Star eben so mit sich. Man muss sich sozusagen zwischen seiner Familie oder der Musik entscheiden. Ich wäre froh, wenn ich eine Wahl hätte. Der Gedanke an meinen Vater brachte mich zu dieser denke schon, dass sie mir fehlen würde. Ich dachte es gerade ein bisschen andersrum. Ich senkte den Blick auf Jades Brust, dass die dann merken, wie sehr ich ihnen fehlen würde. Ob ich meinem Dad überhaupt fehlen würde? Er bot nicht nach, sondern nahm mich fest in den Arm. Dann probieren wir es aus. Geh mit mir auf Tour easy. Für den Moment, wo er das sagte, war alles so real, dass ich auf alle offenen Fragen plötzlich eine Antwort hatte. Ja, ich würde mit auf Tour gehen. Ja, ich würde meiner Familie fehlen. Ja, ich möchte für immer mit Jaden zusammen sein, egal wie viele Fans mich beschimpfen. Und ich schmolz in seinen Arm dahin und begann ihn zu küssen. Das interpretiere ich mal als ein Ja, sprach er unter meinen Küssen. Ich rümpfte die Nase und nickte. Mit einem Schwung zuckere mich auf den Schoß. Der Kuss nahm kein Ende. Und dann wurde mir auch meine letzte Frage beantwortet. Der Zeitpunkt war perfekt. Wir hatten keine Geheimnisse mehr voreinander und waren komplett alleine im Haus. Ich wollte Jaden. Jetzt. Ganz. Ich war bereit mit ihm zu schlafen. Die Hitze, welche mein Körper sowieso hätte ich mir die Kleidung vom Leib gerissen. Da Jaden meine Gedanken aber nicht lesen konnte und genau wusste, dass ich Unser beider Atem wurde unrühge mäßig. Meine Küsse wanderten tiefer über seine Brust hinab zu seinem Bauch. Jeden Muskel küsste ich einzeln, während ich gleichzeitig anfing, seine Hose aufzuknöpfen. Jaden hielt die Luft an. Er nahm meinen Kopf in seine Hände und zog ihn zu sich hoch. Mein Körper folgte nur schwerfällig. Warte easy, presste er vor. Was machst du denn da? Ich strisch mir die Haare aus dem Gesicht, um Jaden besser erkennen zu können. Er wurde zusehend nervöser. Na, nach was sieht es denn wohl aus? Betrunken von dem Gefühl der Begierde grinst ich ihn frech an. Ich löste mich aus seinem Griff und begann ihn wie wild zu küssen. Zunächst ließ er sich darauf ein. Meine Hüften legen sich aber am Wochenende im Hotel. Ich legte ihm die Finger auf den Mund. Feurig sah ich ihn an. Da war ich mir tatsächlich noch nicht richtig sicher. Vielleicht hatte ich auch das Gefühl, dass etwas zwischen uns stand. Doch jetzt haben wir keine Geheimnisse mehr voreinander. Ich bin bereit. Ich will dich. Kaum hatte ich zu Ende gesprochen, küsste er mich schon. Ruckartig richtete er sich zugleich schnellte mein Puls in die Höhe. Er wollte es genauso wie ich. Seine Berührungen wirkten jetzt anders, intensiver. Seine Hand schob sich unter mein Kleid, während die Küsse weitergingen und mich benebelten. Ich wusste nicht, was mich erwartete, doch es war schöner, als ich es mir je vorgestellt hatte. Eingewickelt in meine dicke Bettdecke lag ich eingekuschelt in Jadens Armen. Feuchte Strähnen klebten mir an den Schläfen. Darf ich dich mal was fragen? Ja klar, sagte er. Ich richtete mich etwas auf, um ihn anzusehen. Er streichelte mir sanft die Haare zur Seite. Meine innere Lust flackerte auf Neues auf. Doch körperlich war ich so erschöpft, dass ich ein weiteres Mal nicht verkraften würde. Hast du schon? öfter flüsterte ich schüchtern. Hoffentlich wusste er, was ich meinte. Er sehr kurz zur Seite. Natürlich war dies eine sehr intime Frage, doch dann zögerte Jaden nicht lange und antwortete. Nein, noch nicht oft. Um genau zu sein, nur einmal bisher, beziehungsweise mit dir zweimal. Auf die Antwort war ich nicht gefasst gewesen. Mein Herz tanzte vor Freude Samba. Mit nur einer Frau hatte ich nicht gerechnet. Ein weltberühmter Rockstar und dann erst zwei Frauen verführt? Ich schmunzelte. Ein weiteres Lachen verkniff ich mir, schließlich hatte ich auch bis dahin nur mit ihm geschlafen. Nicht weltberühmt, das kommt noch. Er hob Wahn in den Finger. Und ja, nur eine vor dir. Damals war es auch mehr ein Ausprobieren. Es war mit Ben Schwester im Probenraum. Ich war gerade 17 und wir entdeckten den Alkohol. Seitdem rühre ich das Zeug nur noch unter Protest und in Maßen an. Wir wollten beide wissen, wie es so ist und probierten es einfach aus. Natürlich haben wir verhütet, so wie wir auch, aber dennoch denke ich im Nachhinein, dass ich besser auf dich hätte warten sollen. Ich hätte auf die richtige Liebe warten sollen, als auf die Neugierd schön an, dass er ehrlich zu mir war. Mein Blick blieb am Wecker hängen und ich fuhr hoch. Es war schon halb sechs. Meine Eltern würden gleich auf der Matte stehen. Sie kamen immer zwischen halb sechs und sechs nach Hause. Ich sprang aus dem Bett und warf Jaden seine Klamotten zu. Zieh dich bitte schnell an, meine Eltern kommen jeden Moment nach Hause. Seine Augen weiteten sich, dann sprang er ebenfalls aus dem Bett und fing an sich an zu ziehen. Schnell begann ich das Bett noch ein wenig glatt zu machen. Da hörte ich schon ein Auto die Hof auffahrt herauffahren. Da sind sie schon? flüsterte ich. Mein Herz raste. Hektisch ging ich mit den Fingern durch die Haare. Wie sehe ich aus? Er streichelte mir über den Kopf. Wunderschön wie immer. Sehr unschuldig. Lächelte er nervös. Auch ihm war nicht mehr sehr wohl zumute. Besonders nicht nachdem ich ihm erzählt hatte, dass mein Vater mich nicht wirklich mochte. Wie würden sie nur reagieren? Hand in Hand gingen mir die Treppe hinunter. Ich kam mir vor wie ein Schuldiger, der seinem Henker präsentiert wurde. Gerade unten angekommen, kamen meine Eltern schon zur Haustür rein. Hallo Mom, Dad. Die Worte brannten im Hals. Zwar wussten meine Eltern, dass ich ihnen heute meinen Freund vorstellen würde, doch sollte eine Situation war für uns alle neu. Ich erdrückte beinahe Jadens Hand. Hallo Schatz, sagte meine Mom verhalten. Sie wagte einen kurzen Blick auf uns. Hallo, sagte mein Vater, der mit prüfendem Blick Jaden von oben bis unten begutachtete. Guten Abend, Mr. und Mrs. Manu. Ich wollte mich vorstellen, Jaden Stanley ist mein Name. Er ging zu meinen Eltern rüber und gab zuerst meiner Mom, dann meinem Dad die Hand. Freut uns Jaden, Freut uns Jaden, Amy hat mir schon angerufen und alles berichtet. Du spielst also in der Band, sie so toll findet? Jaden nickte. Ein warmes Lächeln kam über Moms Lippen. Meine Anspannung löste sich ein wenig. Wollen wir zusammen zu Abend essen? Dann können wir uns ja noch ein bisschen näher kennen lernen. Sie sah hinüber zu meinem Dad. Dieser nickte nur. Ich sah Jaden an und atmete erleichtert aus. Auch ihm war die noch anhaltende Anspannung anzusehen. Seine Lippen waren zu einer schmalen Linie gepresst und seine Haltung stocksteif. Ein berühmter Star, der vor 1000 vor Fans ohne Lampenfieber seine Show abzog und jetzt so. Ich lächelte ihn an. Er erwiderte es kurz, dann gingen auch wir rüber in die Küche. Zum Glück war unsere Küche groß genug, dass es auf eine Person mehr oder weniger nicht ankam. Jaden und ich essen. Trotz ihres strengen Auftretens war ihr Gesichtsausdruck glücklich und zufrieden. Mein Dad hingegen saß schweigend da und aß. Ich wusste nicht genau, wann ich es ihnen sagen sollte, dass ich vor hatte, mit Jaden mit zu gehen. Jadens Hand, die unterm Tisch auf meinem Knie lag, schenkte mir ein wenig Halt. Ich beschloss es einfach anzusprechen. Ach, was ich Dad legte seine Gabel hin und sah zu uns herüber. Sein Ausdruck änderte sich nicht und doch waren seine Worte deutlich. Isabel, du wirst nicht mit einer Rockband auf Tour gehen, das ist viel zu gefährlich. Jetzt legte ich ebenfalls meine Gabel hin. Mir war Unwohl zumute, denn ich hatte selten den Mut, meinen Vater zu widersprechen. Ich schluckte meine Angst herunter. Sie landete harte Magen. Die Schmerzen verdrängte ich und antwortete Oh doch Dad, ich bin kein Kind mehr und außerdem gibt es da genug Leute, die aufpassen. Die haben sogar Nein und das ist mein letztes Wort, fuhr er mir dazwischen. Der Gesichtsausdruck weiter unverändert, war seine Tonlage deutlich lauter geworden. Ohne weiter zu essen, nahm Dad die Zeitung von dem Stuhl und blätterte unwillkürlich darin rum. Wie konnte mein Dad nur so unfair sein? Und das dazu noch vor Jaden? Es kribbelte mir den Fingern. Am liebsten hätte ich jetzt meinen Teller genommen und ihn quer durch die Küche geworfen. Ein innerer Kampf tat sich in mir auf. Sollte ich seine Antwort jetzt akzeptieren oder tatsächlich aufs Ganze gehen? Ein schneller Blick zu Jaden und ich wusste, dass ich und das ist mein letztes Wort. Ich bin volljährig. Von mir selbst erstaunt, wie deutlich die Worte aus meinem Mund kamen, wartete ich ist. Er hat Angst um dich. Sorge lag auch in ihrer Stimme. Ach Mom, Dad mag mich doch sowieso nicht, weil ich einfach nicht in sein Leben hinein passe. Nur weil ich nicht so geworden bin, wie er es gerne hätte. Es war ausgesprochen. Endlich. Eine Mischung aus Erleichterung und Unsicherheit machte sich in mir breit. Das ist nicht wahr, easy, protestierte meine Mom und schüttelte den Kopf. Es wird ihr wirklich gut gehen bei uns, Mrs. Manu, schaltete Jaden sich ein. Von einem Bandkollegen ist die Freundin ebenfalls schon seit ein paar Jahren mit uns auf Tour. Jaden, Ese sollte erst einmal eine Ausbildung machen und das wahre Leben kennenlernen. Auch wenn du genug Geld hast, um sie auszuhalten, soll setzte Jaden sich wieder für mich ein. Easy wollte doch sowieso ein Jahr um die Welt reisen. Das haben sie ihr doch erlaubt. Jetzt wird sie sogar in Begleitung sein und die Welt sehen. Danach macht sie selbstverständlich eine Ausbildung und arbeitet. Meine Mutter sagte nichts. Die hatten wir so gut wie überzeugt. Und Jaden hatte ja auch recht. Ich wollte eine Ausbildung machen und arbeiten gehen. Ich wusste aber sowieso noch nicht als was. Dann poltete etwas die Treppe herunter. Wir standen alle auf und gingen hinüber in den Flur. Mein Dad stellte einen großen Koffer am Fuß der Treppe ab. So du kannst gehen ich wünsche dir viel Spaß verhunzt dein Leben nur. Seine Stimme wirkte dünn und doch ernst. Mein Blick war auf den großen Koffer gerichtet. Erst einen Moment später wusste ich was Dad meinte. Du schmeißt mich raus. Die Worte halten in der Luft nach. Meine Beine wurden weich. Jaden legte einen Arm um mich. Du bist volljährig. Du kannst dir deine eigene Wohnung mit deinem Rockstar nehmen. Geld genug hat er ja. Wütend mit den Händen fuchteln stand Dad da. Tränen schossen mir in die Augen. Mein eigener Vater setzte mich vor die Tür. Aiden lass uns doch bitte Nein Bree fauchte er meinem Mom an. So hatte ich ihn noch nie erlebt. Genug ist genug sprach er weiter. Sie soll selbst erfahren wie es ist wenn man sich selbst versorgen muss. Und jetzt raus. Er zeigte mit dem Finger zur Tür. Ich schluckte die Tränen runter und zog Jane mit mir zur Tür. So höflich er war nahm er unsere Koffer. Seine Tasche stand sowieso noch im Flur. Das war sehr praktisch. Dann gingen wir ohne ein Wort aus der Tür. Wie als würde ich mich selbst beobachten kam mir alles so unrealistisch vor. Nachdem wir ein Stück die dunkle Straße entlang liefen blieb ich stehen und drehte mich zu Jaden um. Die Tränen strömten mir übers Gesicht. Jaden ließ die Koffer sinken und nahm mich in den Arm. Ein Schluchzen kam aus meiner Brust. So sauer war mein Dad noch nie. Versuchte Jaden mich zu beruhigen und streichelte mir den Rücken. Aber was machen wir denn jetzt? brachte ich zwischen den Tränen und einem lauten Schluchzen hervor. Er hielt mich noch immer fest im Arm. Ich rufe beim Flughafen an und dann fliegen wir zu mir okay? Jaden ging ein wenig zurück. Sanft wischte er mit seinen Fingern meine Tränen weg. Ich war froh, dass Jaden im Moment bei mir war. Mit mir im Arm rief er über sein Handy den Flughafen an und buchte zwei Tickets. Wir hatten Glück. In knapp einer Stunde startete die nächste Maschine die ganze Zeit schwangen die Worte meines Stats in meinem Kopf hin und her. Ich fühlte mich hilflos und alleingelassen. Obwohl Jaden bei mir war, fühlte ich mich in diesem Augenblick an keinem Ort mehr zu Hause. Am Flughafen angekommen setzte Jaden ein Käppi und eine Sonnenbrille auf. Zu aller Letzt band er sich noch einen Schal um und vermummte sich mehr oder weniger. Warum seiner Maske auf? Ich erwiderte es. Zwar konnte Jaden mein Herz nicht wieder flicken, doch half es meiner Seele sehr, ihn bei mir zu wissen. Dann nahm Jaden unsere Koffer und wir gingen direkt zum Check-in. Dieser ließ allerdings ersten zehn Minuten die Leute ins Flugzeug. Wir warteten ungeduldig. Jaden drehte sich zu mir, nahm mich in den Arm und lenkte bewusst seinen Blick von darum anfingen zu tuscheln. Die zehn Minuten waren um. Endlich ließen sie uns ins Flugzeug. Gerade wollten wir in den Check-in, da kam ein Mädchen auf uns zu. Sie war vielleicht zehn Jahre alt. Entschuldigen Sie bitte, sagte sie freundlich. Sind Sie Jaden? Jaden sah mich an, ich lächelte die Kleine an. Sie war so süß und nett. Jetzt lächelte auch Jaden. Ja, bin ich. Er ging auf die Knie, um der Kleine in die Augen zu schauen. Kann ich ein Autogramm haben? Es ist für meine Mom. Sie traut sich nicht, dich anzusprechen. Dann zog Jaden eine Karte aus seiner Jackentasche und gab sie der Kleinen. Danke, sagte die Kleine mit strahlenden Augen. Viele Köpfe fuhren hoch. Das Tuscheln der Masse wurde lauter. Jaden drehte mich in Richtung Check-In und gab unsere Koffer auf. Kurz darauf gingen wir ins Flugzeug. Im Hintergrund hörte ich plötzlich viele weibliche Stimmen Jadens Namen rufen. Meine erste Konfrontation mit dem Leben eines Stars hatte mich wenigstens für einen Moment von meinen eigenen Sorgen ferngehalten. Ich lächelte in mich hinein, in der Hoffnung, dass Jaden und ich zusammen stark waren. Ich hielt mein Ticket in der Hand. Eine Store des lotste uns in den linken Gang des Flugzeuges. Im Eingangsbereich hing ein Schild First Class. Erste Klasse? Bist du verrückt? Das ist doch bestimmt total teuer, flüsterte ich Jaden zu und suchte nur unter Protest meinen Platz auf. Easy, ich will nicht prahlen, aber dafür habe ich noch ein bisschen Geld über. Ich habe nie viel von das Geld bei ihm keine Rolle spielte. Er kam für mich so unglaublich normal rüber. Trotzdem hatte das Ganze für mich einen bitteren Nachgeschmack. Schließlich war es genau das, was mein Dad meinte, dass Jaden alles für mich bezahlen sollte. Und außerdem sprach er weiter sind wir hier etwas unter uns und werden nicht andauernd angesprochen. Glaub mir, ich habe das mehrmals mitgemacht. Achso, ja, gut, das kann ich verstehen. Gerade das Gekreische am Flughafen, als wir eingestiegen sind, ist das immer so? Er nickte nur und sagte nichts. Der Flug verging erstaunlich schnell. Als wir ankamen, war es bereits dunkel. Jaden vermummte sich wieder, sodass wir so gut wie unbemerkt ein Taxi nehmen konnten. Auf der Fahrt wurde ich schnell müde. Die ganze Aufregung machte sich jetzt deutlich bemerkbar. Jaden drückte mich fest an sich ran und küsste mein Haar. Vom Hotel angekommen, führt das Taxi direkt unter ein Überdach vor die Tür. Jaden und ich steigen aus. Ein großer roter Teppich erwartet uns. Weit und breit waren zum Glück keine Fans mehr zu sehen. Dafür war es wohl schon zu spät. Allerdings verharrten noch einige Fotografen an der Seite. Als wir ausstiegen, kam ein Hotel Page auf uns zu und nahm unsere Koffer aus dem Kofferraum. Jaden schob mich mehr oder weniger zum Eingang. Die Fotografen stürmten auf uns zu und schossen diverse Fotos von uns. Sie riefen wie wild seinen Namen und fragten andauernd wer ich war. Wir beide sagten nichts und gingen lautlos ins Hotel. Geblendet von dem Blitzlicht konnte ich erst wieder richtig etwas erkennen als wir im Fahrstuhl standen. Jaden zog mich in seinen Arm und sah mir tief in die Augen. Es sah so aus als würde er sich Sorgen machen. Die Leichtigkeit aus seiner Mimik war verschwunden. Ich schenkte ihm ein Lächeln und erlöste seine Anspannung. Sanft legte ich meinen Kopf an seine Schulter und beobachtete blinkenden Knöpfe neben der Tür. Wir fuhren bis in den 17. Stock. Gemeinsam mit dem Pagen stiegen wir aus. Wie betäubt lief ich neben Jaden her. Die anderen wissen auch Bescheid, dass wir heute Abend kommen. Ich hatte Ben eine SMS geschrieben. Sie freuen sich dich endlich näher kennenzulernen. Bestimmt warten sie schon auf uns. Jaden freute sich hörbar mich vorzustellen. Mir wurde allerdings etwas anders zumute. Nervös zupfte ich an meinen Fingernägeln herum. Warten die etwa alle in deinem Zimmer auf uns? Langsam gingen wir den wie mir schien nie endenden Flur entlang. Jaden lachte auf. Seine Zähne blitzten auf und ließen meine innere Flamme auflodern. Nein, die warten nicht auf meinem Zimmer. Wir haben hier eine Suite gemietet. Wenn das möglich ist, machen wir das meistens so. Aber jeder hat sein eigenes Schlafzimmer. Wir sind also heute Nacht ungestört. Na, dann ist ja gut, stimmt dich zu. Wir blieben stehen. Jaden zog eine Karte aus seiner Tasche und schloss auf. Der Page stellte die Koffer in den Vorflur der Suite und verschwand. Bereit? sagte Jaden grinsend in meine Richtung. Ich schluckte hart. Ja, klar, antwortete ich daraufhin locker. Zumindest versuchte ich das. Wir gingen durch eine weitere Tür, die in einen großen, offenen Raum führte. An der Seite waren mehrere Lampen eingeschaltet, die ein warmes, indirektes Licht lieferten. Die gesamte Suite war in hellen Brauntönen eingerichtet. Das verschaffte selbst mir sofort ein Gefühl des Wohlfühlen. In der Mitte des Raumes stand eine Sitzgruppe aus übergroßen beigen Polstermöbeln. Dort saßen voller Freude seine Bandkollegen und warteten schon auf uns. Wir gingen auf sie zu. Hi Leute, darf ich euch easy vorstellen? Hi, sagte ich und hob leicht meine Hand. Hallo, sagten alle wie im Chor. Jaden zeigte auf den jungen Mann, der rechts auf der großen Couch saß. Mir kam sein Gesicht bekannt vor. Womöglich hatte ich beiden saßen gegenüber von uns. Ted auf einem Sessel und Judy auf seinem Schoß. Sie lächelte mich herzlich an, wobei Ted zärtlich mit Judys langen blonden Haaren spielte. Und Ron. Ron saß links ebenfalls auf seinem Sessel. Er nickte kurz, nahm dann einen großen Schluck aus der Flasche, die er in den Händen hielt. Jaden und ich setzten uns zu Ben auf die große Couch. Es war eine gemütliche Runde. Wir redeten eine Weile über die verschiedensten Themen. Dann kam wie schon im Taxi die Müdigkeit durch. Jaden, der sowieso schon seinen Arm um mich gelegt hatte, strahlte eine so schöne Wärme aus, dass all meine Muskeln in meinem Körper entspannten. Ich kuschelte mich näher an ihn heran. Judy plapperte irgendetwas über geschafft. Dann würden Jaden und ich das erst recht überstehen. Ohne dass ich es mitbekam, schlossen sich meine Augen und ich schlief ein. Sie hat letzte Nacht schon nicht gut geschlafen, mummelte jemand. Ich spürte keinen Untergrund unter mir. Erschrocken riss ich die Augen auf und sah Jadens Gesicht vor mir. Er hatte mich auf dem Arm, deswegen spürte ich den Boden nicht. Schlaf weiter, ich bring dich ins Bett, lächelte er mir entgegen. Nein, das geht schon, lass mich runter, nuschelte ich ihn an. Okay, sagte Jaden und stellte mich auf meine Beine. Ich sah in die Runde, alle saßen noch genauso da wie vorher auch. Wieder drehte ich mich zu Jaden und wollte einen Schritt wagen, da gab meine Beine nach und Elida fiel mir vor Jaden. Bestimmt eine halbe Ewigkeit beobachtete ich ihn schon, bis er sich endlich bewegte. Zärtlich streichelte ich sein Gesicht. Er schlug mit der Hand nach mir, vermutlich dachte er, ich wäre eine Fliege. Ich lächelte. Schließlich erwischte er meine Hand und wurde wach. Oh, du bist's. Tut mir leid, habe ich dir wehgetan? Er rieb sich das Gesicht. Nein, Quatsch, ich wollte dich nicht wecken, schlaf weiter. Dann rappelte er sich auf und sah mich an. Wie soll ich weiter schlafen, wenn eine solch bezauberne Frau neben mir liegt? Für einen Moment wurde ich sprachlos. Glück durchfuhr mich, dass ich neben der Liebe meines Lebens aufwachen durfte. Dann fand ich auch meine Stimme wieder. Na, gestern konntest du es doch auch, er und stürmte auf mich los. Ich schrie auf und landete mit voller Wucht mit dem Rücken auf dem Bett. Ich wollte aufstehen, doch konnte mich unter seinem Körper nicht bewegen. Verliebt zu sein, war so ein wunderbares Gefühl, dass man nie austauschen möchte. Schwer atmend sahen wir uns tief in die Augen. Ein Klopfen riss uns aus der Trance. Jaden, easy, seid ihr wach? fragte eine weibliche Stimme. Das konnte nur Judy sein. Ja, sagten wir gleichzeitig. Ich wollte euch nur daran erinnern, dass wir gleich noch einen Termin haben, rief sie durch die Tür, ohne sie zu öffnen. Wir kommen gleich, sagte Jaden schließlich. Nachdem er es ausgesprochen hatte, lagen seine Lippen bereits auf meinen. Ich vergrub meine Hände in seine Haare. Unser Körper begann miteinander zu verschmelzen. Dann setzten wir aus und sahen uns erneut an. Wir wussten beide, dafür jetzt keine Zeit blieb. Schweren Herzens zogen wir uns an und gingen ins Wohnzimmer. Auf der Fensterseite stand ein großer Tisch, der reichlich mit Essen gedeckt war. Wir nahmen alle Platz und frühstückten zusammen. Was für ein Termin ist das denn heute? Frag dich in die Runde. Wir sollen bei der Eröffnung eines Musikladens im Einkaufszentrum der Stadt dabei sein, sagt Ben monoton. Aber wir gehen shoppen, quietsche Judy vor Freude. Oh, ja, okay. Sollte ich Judy sagen, dass ich nicht die typische Sorte von Frau war, die gerne shoppen ging? Lieber nicht. Sie freute sich so sehr darauf. Und außerdem war das die Gelegenheit etwas mehr über Jaden und über die anderen zu erfahren. Du könntest eh nichts machen, wenn wir bei dem Empfang sind, sprach Jaden zu mir. Steve will nicht, dass unsere Partner in der Öffentlichkeit so nah bei uns sind, schließlich sind wir als Band da. Seine Worte klangen leicht gereizt. Steve, 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 sagte Judy wütend und mit vollem Mund. Das Thema hatten wir doch schon Judy, sagte Ted mit tadelnden Worten. Judy atmete tief aus und drückte Ted einen Kuss auf. Sie verstanden sich auch ohne Worte. Eine Limousine brachte uns alle zum Einkaufszentrum. Die Band stieg zuerst aus, dann mussten Judy und ich kurz warten, bis wir ihnen folgten. Eine riesige Menge von Fans und Fotografen standen am Eingang des Centers. Die Jungs gaben fleißig Autogramme und machten Fotos mit den Fans. Judy und ich gingen mit Bruno, dem großen Türsteher, der mich auch beim Restaurant hereingelassen hatte, in das Einkaufszentrum. Dann lass uns mal loslegen. Bruno bleibt bei uns und passt auf. Mit einem breiten Grinsen, das ansteckend war, lachte sie mich an. Meinst uns passiert etwas? fragte ich und deutete kurz zu Was haben die gemacht? Das war vor knapp einem Jahr, ich wollte mich schon von Ted trennen, sagte Judy leise. Langsam setzten wir unseren Streifzug fort. Achso, ich dachte, das wäre, weil ihr mehr Zeit für euch wolltet. Hat Jaden dir das erzählt? Sie grinst mich an. Er wollte wohl nicht alles erzählen, was passieren kann. Vielleicht hat er Angst, dass du nicht mit ihm erwiderte es bestätigend. Das ist die richtige Einstellung. Ohne das kannst du hier auch nicht überleben. Dann gingen wir von einem Laden in den anderen. Judy war unermüdlich, aber dennoch war ich froh, dass sie bei mir war. Wie hatte sie es nur ausgehalten, ohne jemanden zu haben, mit dem sie reden konnte, außer Ted natürlich. Das zeigte mir ein weiteres Mal, dass Liebe alles überstehen konnte. Es dauerte ungefähr eine Stunde, als Judy, ich und natürlich Bruno zurück zu dem Plattenladen gingen. Es tummelten sich hundert von Fans in und vor dem winzigen Laden. Mir war nicht wohl bei der Sache. So viele Leute auf so wenig Platz hatte ich noch nie gesehen. Meine Beine wurden weich. Bruno führte uns an der Seite vorbei. Ich folgte wie ein Roboter. Unterwegs erblickte ich Jaden. Er war immer noch fleißig dabei Autogramme zu geben. Danach warteten noch ein paar Interviews auf ihn. Als er mich sah, warf er mir ein Lächeln zu. Doch viel zu schnell sah er wieder weg. Wir warteten tapfer in einem Hinterzimmer bis alles vorbei war. Die Jungs kamen nacheinander zu uns hinein. Ted ging gleich auf Judy zu und gab ihr einen innigen Kuss. Der Moment war so intim, dass ich den Blick abwendete. Als letztes kam Jaden rein. Er suchte mich, ich ging auf ihn zu und wir küssten uns mindestens genauso innig wie Ted und Judy. Das war eine sehr lange Veranstaltung, hauchte er mir ins Ohr. Hattest du Spaß mit Judy? Ich legte den Kopf ein wenig schief und in der gleichen Situation steckte wie ich. Nur gefunden habe ich leider nichts. Das macht ja nichts. Es gibt bestimmt noch genügend Gelegenheiten zum shoppen. Und er hatte recht. Leider würde es die geben, denn es standen noch mehr Konzerte und andere Termine an, wo ich Jaden eine ganze Zeit nicht sehen würde. Doch daran wollte ich jetzt nicht denken. Ich erinnerte mich daran, dass ich wenigstens immer in seiner Nähe sein konnte. Das reicht mir vorerst, um den Kopf über Wasser zu halten. Und was steht heute noch auf dem Programm? fragte ich neugierig. Jaden legte den Arm um meine Schulter. Gemeinsam drehten wir uns zu den anderen um. Wir müssen morgen noch die Bühne besichtigen für Samstag. Dann können wir endlich mal ein bisschen entspannen, sagte Ben heiter in die Runde und verdrehte charmant die Augen. Den restlichen Tag genossen wir in der Suite. Kaum im Hotel angekommen waren Ted und Judy direkt ins Schlafzimmer gegangen. Sie sagten, sie hätten noch etwas zu besprechen, doch wir alle wussten, dass es nicht so war. Jaden und ich schauten ein bisschen TV. Abends packte Ben ein Pokerspiel aus. Ich hatte nicht die Mitternacht Probespielen, damit ich alles verstand. Bis wir dann im Bett waren, färbte die Sonne bereits den Horizont hell. Es war ein schöner Abend, oder besser, eine schöne Nacht. Als ich am nächsten Morgen erwachte, fühlte ich mich gerädert, als wenn ich zu viel Alkohol getrunken hätte. Ich drehte mich zur Seite und fühlte, dass Jaden nicht mehr da war. Ich richtete mich auf. Im selben Moment kam Jaden mit einem Tablett ins Zimmer. Guten Morgen, meine Kleine, wie wäre es mit Frühstück im Bett? Hmm, klingt gut. Wir ließen uns Zeit beim Frühstücken. Der Wecker zeigte ein Uhr an, als Jaden aus dem Bett aufstand. Wir müssen dann jetzt gleich los. Willst du mitkommen zur Bühne oder möchtest du noch ein bisschen liegen bleiben? schon am Vortag mit der Limousine zur Bühne. Es war wieder eine Freiluft Veranstaltung. Das stimmte mich zufrieden. Keine stickige Luft. Vor der Bühne angekommen standen einige Fans. Wie hatten die denn heraus bekommen, dass wir hier heute hinfuhren? Oder standen die schon für das Konzert am Samstag hier? Jaden zog mich hinter sich her, aus dem Auto auszusteigen. Ich zögerte. Ich soll da noch ein bisschen warten, protestierte ich in dem Wissen einfach alles richtig machen zu wollen. Nein, das musst du nicht mehr. Ich habe es gestern offiziell gegeben, dass ich jetzt eine Freundin habe. Und das sollen die auch alle sehen. Seine Augen strahlten, als er das sagte. Auf meinem Gesicht breitete sich auch ein Lächeln aus. Er stand zu mir, egal wie und kreischten und fingen teilweise sogar an zu weinen. Die vielen verschiedenen Gefühle brachten mich ganz um den Verstand. Judy zog mich aus Jadens Arm. Gemeinsam gingen wir vor. Die Jungs gaben noch einige Autogramme. An der Bühne angekommen ging Judy zu den Jungs herüber, die sich an der Bühne zu schaffen machten. Sie begrüßte einige von ihnen herzlich, andere beachtete sie gar nicht. Judy schaute ein wenig skeptisch, tat dann aber doch, was ich ihr sagte. Als sie außer Höhe und Seeweite war und ich endlich mal für einen Moment alleine, musste ich unweigerlich an meine Familie denken. Besonders lagen meine Gedanken bei Amy. Auch wenn wir uns öfters mal stritten, hatte ich sie immer sehr lieb und hätte alles für sie getan. Wahrscheinlich wäre ich auch zu den Konzerten mitgegangen, wenn sie keine Wünsche bei mir freigehabt hätte. Es war so schön, dass sie, gerade sie, die unendlich in jeden der Band verliebt war, es akzeptierte, dass ich mit Jayden zusammen war. Ich vermisste es so sehr. Meine Hand fuhr in meine Brust. Ein spürbarer Riss durchzog mein Herz. Der nächste Gedanke galt meiner Mutter. Auch sie vermisste ich sehr. Sie versuchte es immer allem und jedem recht zu machen, so dass es jedem gut ginge. Wie musste sie jetzt wohl leiden? Der Riss wurde größer. Ich blickte nach oben in den Himmel, um die bereits entstandenen Tränen nicht zum Überlaufen zu bringen. Ich hatte mich noch nicht einmal bei ihnen gemeldet. Schnell zog ich mein Handy hervor und schrieb meiner Mutter und meiner Schwester jeweils eine SMS. Es stand nur Ich hab dich lieb darin. Dann steckte ich das Handy wieder in die Tasche und schaute von Weitem auf die große Bühne. Mein Vater würde mich wohl ganz bestimmt nicht vermissen. Das jetzt leerstehende Zimmer hatte er mit Sicherheit schon in ein Büro verwandelt. Etwas fasste mich an die Schulter und riss mich so aus den Gedanken, dass ich zusammen zuckte. Hey, hab ich dich erschreckt? Es war Jaden. Ich atmete aus. Oh ja, hast du. Langsam gingen wir auf die Bühne zu. Ich versuchte zu lächeln, aber es gelang mir nicht wirklich. Die Sehnsucht nach meiner Familie oder zumindest nach einem großen Teil von denen war zu groß. Jaden sagte nichts, sondern sah mich nur von der Seite an. Ich spürte seinen fragenden Blick auf meinem Gesicht. Ich vermisse sie. Jetzt schon, sagte ich ohne näher ins Detail zu gehen. Er legte einen Arm um mich und drückte mich zu sich heran. Ich weiß, sagte er und gab mir einen Kuss aufs Haar. Von da an redeten wir nicht mehr darüber. Oder besser, ich wich dem Thema so gut es ging aus. Er stellte mich den ganzen Bühnenleuten noch einmal vor. Schließlich sahen wir uns die riesengroße Kleid, meiner Meinung nach auch sehr sexy, hervor und ging ins Bad. Völlig in Gedanken singe ich ein Lied von den Instructions vor mir hin, welches sich damals auf der Autofahrt zum ersten Konzert in meinem Hirn eingebrannt hatte. Easy, sagte Jaden und klopfte an die Tür. Ja, komme gleich, rief ich. Ich war sowieso fertig. Er öffnete die Tür und trat ein. Nach bereits einem Schritt blieb stehen und musterte mich von oben bis unten. Wow, du, du siehst toll aus. Ich ging auf ihn zu und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Danke, sagte ich stolz. Doch auch er sah unglaublich gut aus. Sein Hemd hatte er mit einer eng schwarzen Hose kombiniert. Das dunkelbraun von seinem Hemd passte ideal zu seinen perfekt gestylten Haaren. Ich biss mir auf die Lippe, um nicht sofort über ihn herzufallen. Jaden reichte mir die Hand. Gemeinsam machten wir uns auf den Weg. Wir gingen weiter Hand in Hand den Hotelflur entlang zum Fahrstuhl. Hast du gerade im Bad ein Lied von uns gesungen? Jaden drückte auf den Knopf des Fahrstuhls. Neugierig auf meine Antwort sah mich von der Seite an. Ja, habe ich, bestätigte ich seine Aussage. Dank Amy kriege ich das Lied nicht mehr aus meinem Kopf. Ich zeigte mit den Fingern auf meine Schläfe. Das ist mein Lieblingslied, kam leise durch seine schmalen Lippen. Wirklich? Ich sah ihm tief in die Augen. Ja, und ich habe es sogar auch geschrieben. Damals, als ich von zu Hause weg bin, hatte ich viele einsame Abende, der Text fiel mir ein, als mein Heim wie mir am größten war. Er legte seine Hand auf seine Brust. Die Geste zeigte mir, dass er wirklich wusste, wie mir im Moment zumute war. Vielleicht kam mir das Lied auch gerade jetzt in Erinnerung, weil ich kein wirkliches Zuhause mehr hatte. Der Fahrstuhl kam an. Wir traten ein. Jaden drückte auf den obersten Knopf, wo sich das Restaurant befand. Du hast wirklich eine schöne Stimme, sagte er beiläufig. Verlegen schaute ich auf meine Füße. Singst du mir noch mal was vor? Ich singe nicht vor Publikum. Schade, sagte er leicht enttäuscht. Dann nahm er mich in den Arm und schenkte mir einen Kuss aufs Haar. Ich schloss die Augen und nahm jede seiner Berührungen nur mal vielfaches mehr war, als sie eigentlich waren. Ein lautes Ping ertönte. Wir kamen im Restaurant an. Es war sehr voll. Einige Köpfe gingen hoch, als wir den Raum betraten. Der Kellner brachte uns zu einem Tisch, der etwas abseits stand. Jaden zog mir den Stuhl vor, ich setzte mich. Ein flüchtiger Kuss auf die Wange, der so unerwartet kam, dass mir der Atem stockte, ließ mich zusätzlich erröten. Jaden setzte sich mit Stolz mir gegenüber. Ein wunderbarer Abend stand uns bevor. Die Zeit verging wie im Flug. Es war schon nach Mitternacht, als wir wieder in die Suite gingen. Ron versuchte Ben im Pokerzimmer zu schlagen, doch ich wusste noch von gestern Abend, dass es fast unmöglich war. Ich ging gleich ins Bett. Jaden wollte noch etwas mit den Jungs besprechen, doch noch bevor ich einschlief, war er schon wieder an meiner Seite. Er legte sich hinter mich und schmiegte sich an meinen Rücken. Seine Lippen liebkosten meinen Nacken und mit seinen Händen streichelte er zärtlich den Rücken. Das war so ein schönes Gefühl, ich schlief sofort ein. Es war Samstag. Heute war wieder eine der großen Tage, wo ein Konzert auf dem Plan stand. Alle, sogar Judy, waren ausgesprochen nervös. Schon gegen Mittag fuhren wir zum Platz. Diesmal waren es nicht nur ein Paar, sondern Hunderte, gar tausend von Fans, die den Eingang belagerten. Wie das letzte Mal stiegen wir aus und die Jungs begannen Autogramme zu schreiben. Du blöde Kuh, er gehört mir, verpiss dich, rief ein Mädchen aus der Menge in Judy und meine Richtung. Dann stiegen mehrere Mädchen mit ein und schimpften uns weiter. Jaden schaute wütend in die Richtung, doch Steve ließ es nicht zu, dass er zu uns rüberkam. Ich war völlig überfordert mit der Situation und blieb einfach stehen. Judy zog mich am Ärmel weiter. Bruno half uns weiter, an der wilden Meute vorbeizukommen. Dieser Auftritt hatte jetzt schon einen bitteren Beigeschmack für mich. Bei der Bühne angekommen, warf ich einen Blick zurück auf die Menschen. Jaden konnte ich nicht sehen, um mir ein aufmunterndes Lächeln zu holen. Jetzt sah ich plötzlich jemanden in meine Richtung winken. Es war deutlich zu sehen, denn alle anderen Groupies beugten sich zu der Band, doch am Rande winkte mir ein junges Mädchen zu. Ich ging einen Schritt weiter in die Richtung, um meine Hoffnung zu bestätigen. Amy, flüsterte ich schließlich. Wie ein Flummi hüpfte sie auf und ab. Amy, rief ich jetzt etwas lauter. Sie war es wirklich, Amy. Ich hatte sie so sehr vermisst, ich musste zu ihr. Bruno, rief ich. Er stand nicht weit weg von uns. Bitte, siehst du das Mädchen, was dort winkt? Er sah sich um und nickte. Du musst sie herholen, sie ist meine Schwester. Ich faltete meine Hände zusammen. Bitte. Ohne eine Miene zu verziehen, nickte Bruno erneut und machte sich auf den Weg. Zitternd vor Aufregung stand ich da. Bruno war bei Amy angekommen und brachte sie zu uns herüber. Doch sie war nicht alleine. Wer war dabei ihr? Die drei Leute kamen näher und dann erkannte ich wer es war. Es war Fred. Mein Mund klappte vor Entsetzen auf. Wie konnte sie nur Fred mit hierher bringen? Doch ich wusste was dahinter steckte. Fred Amy und Fred im Schlepptau kamen näher. Das letzte Stück rannte ich auf sie zu und nahm sie fest in den Arm. Vor einigen Wochen hätte ich nicht gedacht, dass ich mich so freuen würde, meine kleine Schwester zu sehen. Fred ignorierte ich bewusst. Es ist so schön, dich zu sehen, sagte ich Amy ins Ohr. Finde ich auch Schwesterchen. Warum hat der dich denn rausgeschmissen? Ich vermisse dich so. Wir lösten uns voneinander. Zwar lächelten wir beide uns an, doch ebenso hätten wir jetzt in diesem Moment auch weinen können. Ich weiß, aber es ging einfach nicht mehr Amy. Sie setzte einen Schmollmund auf, doch ich durfte nicht nachgeben und wieder mit ihr nach Hause gehen. Ich legte einen Arm um sie und zog sie mit. Komm, wir gehen nach hinten, da stelle ich dir die Crew vor, ja? Sie nickte wie wild. Wir liefen rüber zur Crew, sodass sich die beiden alles genauer anschauen und zeigen lassen konnten. Allerdings war das Interesse, welches Amy für die Bühne und alles weitere zeigte bei Fred nicht vorhanden. Während Amy und Judy sich super verstanden und sie Amy alles erzählte und zeigte, lag Freds Blick andauernd bei mir. Sie waren praktisch auf meiner Haut zu spüren. Ich verschränkte die Arme vor der Brust, um mir irgendwie ein wenig Privatsphäre zu verschaffen. Kommst du einen Moment alleine, klar? Ich schau mal, wie weit ihr Jungs sind, frage ich Amy. Klar, antwortete sie nur kurz. Dann plapperte sie mit Judy weiter. Ich schmunzelte, als ich mich auf den Weg von ihnen weg machte. Nach ein paar Schritten in Richtung Eingang sah ich im Augenwinkel, dass Fred mir folgte. Oh Mann, konnte der mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Meine Schritte wurden etwas schneller. Als hätte ich ihn nicht gesehen, ging ich einfach weiter. Hey Isabel, warte mal! Ich wollte erst so tun, als würde ich ihn auch nicht hören, aber das würde er mir nicht abkaufen. Ich drehte mich um und sah ihn an. Was? fauchte ich. Na na, so unfreundlich. Freust du dich denn gar nicht mich zu sehen? Ich antwortete nicht auf seine Frage. Was willst du Fred? sagte ich genervt. Und das war ich auch. Er nervte mich total. Was ich will? Na gut, wenn du mich so direkt fragst. Ich will, dass du endlich zu deinen Gefühlen zu mir stehst. Gib uns noch eine Chance. Es wird bestimmt toll, er lachte, doch mir war überhaupt nicht zum Lachen zumute. Am liebsten würde ich ihm am Hals springen und das Genick umdrehen. Er wusste ganz genau, dass ich mit Jadens zusammen war. Wieso machte er mir hier so als eine Zähne? Ich ging ein Stück auf ihn zu. Das Lächeln seinem Gesicht wurde breiter. Es wird nie ein uns geben, sagte ich noch einmal deutlich, dass auch er es endlich verstand. Auf einmal veränderte sich sein Blick. Seine Augen wurden schmaler, Wut stieg in ihm auf. Dann packte er mich fest am linken Oberarm. Wie ein Blitz durchfuhr es meinen Körper. Sie ist doch endlich ein, sagte er mit zusammengebissenen Zähnen. Sein Griff wurde noch fester. Aue Fred, tust mir weh, lass mich los. Ich versuchte mich loszureißen, doch sein Griff war wie eine Zwinge, die immer enger wurde. Fred und ich standen uns mittlerweile so dicht gegenüber, dass sein beißender Schweißgeruch mir in die Nase stieg. Voller Ekel rümpfte ich die Nase und hielt die Luft an. Jetzt kam Bruno auf uns zu. Er hatte uns beobachtet. Fred sah ihn genauso wie ich kommen, doch sein Griff wurde weiter fester. Aua! schrie ich leicht auf. Lass die Kleine sofort los, sagte Bruno mit tiefer und ernster Stimme. Noch einmal drückte Fred feste zu, dann löste er seinen Griff und ich sackte leicht zusammen. Mein Arm kribbelte als wieder Blut hindurch floss. Durch den Blutschuss verschwamm meine Sicht leicht, doch nach kurzem tiefen Einatmen wurde alles wieder scharf. Du fliegst hier für heute raus, sagte Bruno zu Fred und zehrte ihn in Richtung Ausgang. Ich sah ihnen hinterher. Auf einmal sah ich Fred mit ganz anderen Augen. Die Frage von Jaden schoss mir durch den Kopf, ob Fred mir schon mal weh getan hatte. Geistesabwesend rieb ich mir immer noch meinen Arm. Da sah ich, dass die Jungs fertig waren und auf mich zukamen. Jaden beschleunigte seinen Schritt und suchte meine Nähe. Was wollte der denn gerade? Ich versuchte meine Gedanken von meinem Arm abzulenken und spielte alles ein wenig herunter. Er bleibt bei Amy. Er lachte auf. Sie ist übrigens hier. Ist das nicht schön? Jetzt lachte auch er. Dann gingen wir zur Bühne, denn das Konzert würde bald anfangen. Die Instructions spielten grundsätzlich live und ohne viel Schnickschnack. Amy, Judy und ich standen am Rand der Bühne und beobachten die Band. Mein Fuß wippte im Takt. Ich sang leise mit. Die Musik stieg einem so in die Ohren, dass man einfach mitsingen musste. Natürlich besonders an den Stellen, wo Jaden mitsang, zog es mich einfach mit. Als alles vorbei war und die Jungs eine halbe Stunde eine Zugabe spielten, kam sie erschöpft, aber glücklich von der Bühne. Amy hatte sich für sie und Sandy Autogramme gesichert. Jadens Bruder, auch wenn er nicht in der Band war, hatte sich ziemlich lange mit ihr unterhalten. Sie waren ungefähr im gleichen Alter, also hatten sie auch dieselben Themen. Ich war glücklich, dass sich von unseren Familien wenigstens die Geschwister gut verstanden. Amy und ich standen vorne am Rand des Einganges flogen die beiden heute direkt schon wieder nach Hause. Ich war mir ziemlich sicher, da Fred mit Amy hier war, wollte mein Vater kein Hotelzimmer für die beiden bezahlen. Wer wusste, was dort alles passieren könnte? So dachte mein Vater zumindest und ich war zugegeben in diesem Moment dankbar dafür. Ja, easy, der Flug geht gleich und wir wollen Freds Nerven doch nicht noch weiter strapazieren. Wir beide schauten seiner Hand auf ein neues auf meinem Arm. Schnell schaute ich wieder zu Amy. Dann wünsche ich dir einen guten Flug, meine Süße. Grüß Mom von mir, wir telefonieren, ja? Amy nickte. Wir nahmen uns fest in die Arme. Der Kloß in meinem Hals wurde größer, denn dies war vorerst wohl das letzte Konzert, für das Amy bereits eine Karte hatte und vor allem welches mein Er war leicht angeschwollen, das spürte ich sogar durch den Pullover und der Jacke hindurch. Ich ließ mir nichts anmerken und nahm Amy extra noch fester in die Arme. Wir lösten uns und sie ging hinüber zu Fred. Ohne eines weiteren Blickes zu würdigen gingen Fred und Amy davon. Amy allerdings drehte sich mehrfach um und winkte. Die Limousine stand bereit und wir fuhren sehr in Feierlaune. Es gab ein ausreichendes Buffet und diverse alkoholische Getränke. Als wir uns was zu essen auftaten, spürte ich, in meinem linken Arm kaum Kraft war, den Teller zu halten. Meine Hand begann sofort zu zittern. Kurz entschlossen nahm ich den Teller in die rechte Hand und schaufelte mir mit der linken Hand etwas drauf. Das sah komisch aus, doch wohl nur für mich. Die anderen bemerkten es kaum. Nach dem Essen stießen Jaden und ich mehrfach mit Champagner an. Kurz darauf musste ich dringend zur Toilette. Jaden gab mir noch einen Kuss, der mir das Gefühl gab, wenn wir jetzt alleine wären, würde noch mehr passieren. Ich stand auf und torkelte leicht davon. Es war zwar nicht viel, doch ich hoffte einfach, dass es nicht auffallen würde. Das letzte Mal, wo ich so viel Alkohol getrunken hatte, war auf meinem 18. Geburtstag. Auch wenn es diesmal nur drei Gläser waren, ging es mir komisch. Als ich auf der Toilette ankam, rannte ich zum Klo und knöpfte so schnell es ging meine Hose auf. Ich wankte und kippte zur linken Seite. Mein Arm quetschte sich zwischen der kalten Wand und mir, der Schmerz fuhr mir bis in die Zehen. Ich zog mein Pullover ein wenig zur Seite. Das alleine reichte aus, um den dunklen blauen Fleck zu erkennen. Ich piekste benommen auf die Stellen. Au! zichte ich zwischen meinen Lippen hervor. Easy? Easy? rief Judy plötzlich. Ich räusperte mich. Wie ein kleines Kind, das ertappt Stimme mit. Ich hielt mir den Kopf und schloss die Augen. Reiß dich zusammen Isabel, befahl ich mir selbst. Ist bei dir alles okay? Ich soll mal nach dir schauen, weil du schon so torkelst. Ist alles okay? Nein, mir geht's gut. Ich werde nur gleich nichts mehr trinken. Ein nervöses Lachen kam aus meinem Mund. Ich hoffte so sehr, dass sie jetzt wirklich zu Ist wirklich alles okay? Du musst dich doch jetzt nicht übergeben oder so. Sie zog eine Augenbraue hoch. Nein, sagte ich schnell. Noch immer wackelig auf den Beinen stand ich am Waschbecken und wusch mir schnell die Hände. Gemeinsam gingen wir daraufhin zurück zu den anderen. Der Abend zog sich und ich hatte meinen Vorsatz gehalten nur noch Wasser zu trinken. In der Limousine war es angenehm warm. Ich kuschelte mich an Jadens Arme. Er grinste mich von oben herab an. Komisch, warum vertrug er den Alkohol nur besser als ich? Ich ließ mich etwas tiefer sinken, passte jedoch auf, dass ich nicht wieder von seiner Wärme einschlief. Außer Ron, der wollte noch durch ein paar Kneipen ziehen, gingen wir andere alle ins Hotel und stiegen in der zum ersten Mal die Sonne sah oder wie ein Lotterie gewinn. Dann fuhr er mir mit seinen Fingern durch die Haare ohne den Blick von meinen Augen zu nehmen. Du bist so schön, flüsterte mir entgegen, dass nur ich es hörte. Hitze schoss mir in den Kopf. Ich wurde rot. Ich war es nicht gewohnt, Komplimente zu bekommen und dazu noch solche direkten. Jaden ließ den Blick über mein Gesicht ziehen. Es prickelte an den Stellen, die er ansah. Meine Lippen teilten sich. Mit seinem Körper drückte er mich leicht, aber bestimmend gegen die Fahrstuhlwand. Noch im selben Moment lagen unsere Lippen aufeinander und begannen zu tanzen. Ich kämpfte mit meinem Verlangen und drückte Jaden schließlich leicht weg. Er grinste mich nur an. Ich denke er wusste warum ich das tat. Wenn wir uns erst mehr und mehr aufeinander einlassen würden, könnten wir nicht aneinander halten und übereinander herfallen. Auf dem Flur zur Suite wurde sein Blick dunkler. Ich ließ mich darauf ein und fuhre langsam seinen Arm hoch und schürte nur noch mehr seine Gier nach mir. In der Suite angekommen verabschiedeten sich Ted und Judy als erstes. Und du Ben? Gehst du auch schon schlafen? fragte Jaden höflich. Nein, ich sehb noch etwas im TV. Im Moment könnte ich sowieso nicht schlafen. Ein Zimmer neben Ted und Judy zu haben ist wirklich kein Geschenk. Dann ließ er sich auf die Couch fallen und schaltete den Fernseher an. Jaden und ich verschwanden ohne weitere Beachtung in unser Zimmer. Kaum war die Tür geschlossen, begann Jaden mich wieder zu küssen. Das Licht blieb aus und die Straßenlaterne von draußen und der Mond erhellten das Zimmer. Funken, ein Vulkan von Gefühlen und Empfindungen baute sich in mir auf. Danke, dass du heute dabei warst. Es war der bisher schönste Auftritt für mich. Ich lächelte schwer atmend. Ich fand es auch toll. Daran konnte sondern begann mich wild zu küssen. Unsere Jacken fielen zu Boden, die restlichen Kleidungsstücke folgten zugleich. Wir ließen uns aufs Bett fallen. Diesmal war es anders. Es fühlte sich an, als würden wir schon den ganzen Tag darauf hinarbeiten, hier zu landen. Ein stundenlanges Vorspiel. Ob beim Konzert, im Restaurant oder auch das gerade hier im Fahrstuhl. Er beugte sich über mich und fuhr mit seinen Küssen meinen Hals hinab. Ich beugte ihm meinen Rücken durch, als er plötzlich stoppte und mich erschrocken ansah. Was? fragte ich total überrascht. Was hast du da am Arm? Ohne reagieren zu können, schaltete er die Nachttischlampe ein. Ich kniff meine Augen zusammen. Jadens hingegen weiteten sich, als er alles genau sehen konnte. Woher hast du das? Ich schaute auf meinen Arm. Auch ich hatte es vorher in diesem Ausmaß noch nicht gesehen, doch fast mein ganzer Oberarm war blau. So fest hatte Fred zugedrückt. Ach das versuchte ich runter zu spielen. Ich wollte die Stimmung durch so etwas nicht zerstören. Mein inneres Feuer war allerdings schon zu einer kleinen Flamme verkümmert. Woher? fragte Jaden gereizt. Seine Mimik wirkte böse. Beim Konzert also Fred war das. Er sprang aus dem Bett und zog sich seine Hose an. Was machst du? Ich richtete mich ebenfalls auf und zog mir die Decke vor die Brust. Ich werde Fred einen Besuch abstatten. Panik durchdrang mich. Ich wollte nicht, dass Jaden ging. Ich wollte nicht, dass er böse war. Ich wollte niemanden in Schwierigkeiten bringen. Mit den aus dem Bett auf. Schnell zog ich mir ein T-Shirt von Jaden über, das über einen Stuhl hing. Dann fliege ich dahin. Mit einer schnellen Bewegung stellte ich mich vor ihn. Nein, das wirst du nicht, wenn du ihm so gern ich das auch möchte, einen ins Gesicht schlägst. Dann setzt du deine Karriere aufs Spiel. Das lasse ich nicht zu. Jaden war nur schwer zu beruhigen. Erst mit drohenden Tränen war er etwas zu besänftigen. Ich zog ihn zu mir heran, legte seine Arme um mich und kuschelte mich schützend an seine Brust. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, legten wir uns wieder ins Bett und versuchten zu schlafen. Jaden war trotz der Aufregung so erschöpft, dass er recht schnell einschlief. Ich lag jedoch noch lange wach und dachte darüber nach, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, mit Jaden mitzugehen. Am nächsten Tag bauten alle die Bühne ab. Auch ich konnte mich ein wenig nützlich machen und helfen. Das nächste Konzert war erst in zwei Wochen, deswegen blieben mir noch etwas in L.A. Jaden erzählte mir, wenn er und die Jungs ein bisschen Zeit hatten, dann kümmerten sie sich pflichtbewusst um die Fanpost. Wir alle saßen im großen Wohnzimmer, welches jetzt über und über mit Briefen und kleinen Geschenken bespickt war. Judy half Ted bei den Briefen genauso wie ich Jaden half. Ben und Ron waren auf sich alleine gestellt, wobei Ben einem wirklich ein bisschen leid tun konnte, er hatte wirklich die meisten Briefe. Bruno kam mit einem weiteren großen Sack ins Zimmer. Darin befanden sich viele kleine Säcke, die er der Reihe nach verteilte. Hätte er jetzt noch einen roten Mantel an, könnte Bruno als Weihnachtsmann fungieren. Ich lächelte mich hinein, ohne es laut auszusprechen. Das ist die Post, hier am Wochenende im Hotel abgegeben wurde, sagte Bruno mit seiner brummigen Stimme. Dann zog er ganz zum Schluss keinen weiteren Sack, sondern einen Brief aus der Tasche. Der ist für dich. Er hielt mir den Brief hin. Verdutzt sah ich zu ihm rauf. Für mich? Von wem denn? Bruno zog mit den Schultern. Wieso sollte ich den Fanbrief bekommen? Mit keinem guten Gefühl nahm ich den Brief entgegen und öffnete ihn. Liebe Isabel, es tut mir leid, dass ich dir wehgetan habe, verzeih. Ich hoffe, wir sehen uns bald. In Liebe, dein Fred. Ich ließ den Brief auf meine Knie fallen. Erst dachte ich, er hätte es vielleicht begriffen und entschuldigte sich noch, doch das in Liebe Fred ließ mich auf etwas anderes schließen. Jaden schaute mich fragend an. Mir wurde heiß und kalt, eine Mischung aus Angst und Wut keimte in mir auf. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und? fragte Jaden nach. Gerade wollte er den Brief von meinem Schoß nehmen. Ich war jedoch schneller und ergriff seine Hand. Er ist von Fred. Er hat sich entschuldigt. Abschließend schenkte ich ihm noch ein kurzes Lächeln. Es fühlte sich falsch an, Jaden anzulügen, wobei ich ihm ja nur etwas verschwieg. Weiter im innerlichen Gefecht mit mir faltete ich den Brief wieder zusammen und steckte ihn mir in die Hosentasche. Dann mal weiter mit deiner Post, rief ich aufmunternd in die Runde. Es schien, als würden die Briefe nie ein Ende nehmen. Wir saßen bis spät in die Nacht daran. Mehrfach gähnte ich vor mich hin. Jaden sah mich noch immer teilweise komisch an seit der Aktion mit dem Brief. Als die Serie der Müdigkeit bei mir nicht abnahm, zog er mich zu sich heran. Geh doch schon mal vor ins Bett. Die letzten Szenen schaffe ich auch noch alleine. Dankbar grinst ich ihn an. Viel länger hätte ich auch nicht mehr geschafft. Mit halbgeschlossenen Augen stütze ich mich an Jadens Schultern hoch. Ich schenkte ihm einen kurzen Kuss auf die Wange, als ich letztendlich leicht benommen in unser Zimmer ging. Ich knüpfte mir die Hose auf, als ich den Brief von Fred noch immer in meiner Hosentasche bemerkte. Für einen kurzen Augenblick war ich wieder hellwach. Ich zog den Zettel hervor und las die Zeilen ein weiteres Mal. Es war ihm ganz bestimmt noch immer nicht klar, dass ich für ihn nichts empfand. Warum konnte er mich nicht einfach in Ruhe lassen? Schlaf überkam mich ein Glück schnell, sodass nicht viel Zeit zum Grübeln blieb. Es klopfte leise an der Tür. Ich öffnete die Augen und raffte mich etwas auf. Judy linste durch einen Spalt in der Tür. Ihre blonden langen Haare waren wild mit einem Gummiband auf dem Zopf zusammengebunden. Die kurze Nacht stand auch ihr noch ins Gesicht geschrieben. Dann sah ich zu Jaden, er schlief noch seelenruhig neben mir. Ich hätte gestern gar nicht mitbekommen, dass er ins Bett gekommen war. Kannst du mal kurz herkommen? flüsterte Judy an der Tür. Ich stieg vorsichtig aus dem Bett, wohlbedacht Jaden nicht zu wecken. Schnell nahm ich meine Jacke vom Schuh und zog sie über und ging mit Judy rüber ins Wohnzimmer. Was ist denn? fragte ich mit leiser Stimme. Du hast Blumen bekommen, sagte sie und zeigte mit dem Finger zum Esstisch. Ein Strauß roter und weißer Rosen stand darauf. Mir wurde schlecht. Doch bevor ich die Worte sprach, ahnte mein Unterbewusstsein bereits, wer sie geschickt hatte. Von wem? fragte ich. Weiß ich nicht. Ein Boot hat sie abgegeben, aber es ist keine Karte dabei, erklärte sie weiter. Und leicht zu durchschauen. Sie nickte lächelnd. Ich ging zum Tisch und zog die Karte aus dem Strauß. Ich wünschte sie seien von Jaden, doch er war die ganze Zeit bei mir, das war also ausgeschlossen. Dann kam tatsächlich nur noch einer in Frage. Ich öffnete die Karte und schickte ein Stoßgebet zum Himmel. Ich denke für immer an dich, in Liebe Fred. Wieso tat er das nur? Easy, alles okay? fragte Judy. Ich atmete tief aus, sah sie an und zog sie zur Couch. Sie setzte sich ohne Gegenwehr neben mich. Ihr Blick lag gespannt auf meinem Gesicht. Schlafen die anderen noch? fragte ich absichernd. Ja, allesamt, was ist denn los? Bei der Frage und ihrem Blic dabei stiegen mir Tränen in die Augen. Judy, ich weiß nicht, was ich machen soll. kam flüssend aus meinem Mund. Die Tränen strömten mir übers Gesicht. Es war anders vor ihr zu weinen. Sie war eine gute Freundin geworden und zudem noch eine Frau, die mit Sicherheit mein Gefühls durcheinander besser nachvollziehen konnte. Sie nahm mich in den Arm. Die Tränen kullerten weiter. Als ich wieder zu Atem kam, erzählte ich das erste Mal zu Besuch kam. Ich zeigte ihr sogar meinen blauen Oberarm, der ein Glück nicht mehr ganz so geschwollen war, wenn auch noch sehr bunt. Easy, so etwas ist nicht zu spaßen. Sie legte eine Hand auf mein Knie. Du musst den Kerl anzeigen, sonst lässt er dich nie in Ruhe. Das oder so ähnlich hat Jaden auch schon gesagt, aber das kann ich doch nicht machen. Er würde schon irgendwann begreifen. Schüchtern senkte ich den Blick. Im Inneren wusste ich, dass sie recht hatte. Doch hatte ich im Moment die Kraft dafür? Die ganze Sache mit meinem Dad, dann das neue vorübergehende Leben als Freundin eines Rockstars. Oder nicht? Sie zuckte mit ihren Schultern. Schon mal was von Stalkern gehört? Ein Stein schlug mir schwer im Magen auf. Ich ließ den Kopf in die Hände fallen. Ja, aber so einer ist Fred nicht. Meine Aussage klang sogar in meinen Ohren nach einer Frage. Eine Frage, die mir Judy allerdings nicht beantworten konnte. So was sieht man den Leuten leider nicht an. Du musst ihnen anzeigen. Etwas anderes bleibt dir nicht übrig. Es reichte mir. Ich fuhr hoch und stand völlig überfordert mit mir selbst vor Judy. Nach den richtigen Worten suchen fuchtelte ich hilflos mit den Händen in der Luft herum. Warum macht ihr das alle nur? Zischte ich hervor. Judy sagte nichts, sah mich nur fragend an. Ungezügelt ließ ich meinem Gefühls durcheinander die Oberhand. Immer müsst ihr mich alle bemuttern. Warum schreibt ihr mir alle immer zuvor, was ich machen soll? Ich dachte, ich wäre nicht mehr zu Hause. Meine Zweifel haben sich echt Bruno stand schon vor der Tür, wie immer um aufzupassen, dass niemand in die Nähe der Band kam. Wo geht's denn hin? fragte er. Ich muss hier weg, sagte ich im Vorbeigehen. Da der Aufzug mir zu lange dauern würde, ging ich ins Treppenhaus. 17 Stockwerke zu Fuß sind eine ganz schön lange Strecke, aber es war gut, um nachzudenken. Nach vielleicht drei Stockwerken blieb ich stehen und setzte mich auf die Stufen. Ich stützte meinen Kopf erneut auf die Hände. War es nicht schon schwer genug mit dem Durcheinander mit meinen Eltern klarzukommen? Und dann jetzt noch die Sache mit Fred. Wenn Judy recht hatte, dann stalkte er mich vielleicht wirklich und lässt nie locker. Es tut mir jetzt schon leid, dass ich sie angeschrien hatte. Und Jaden, mein geliebter Jaden. Er wollte fast seine Karriere ruinieren, nur damit er Fred zusammenschlagen konnte. Heiße Tränen sammelten sich in meinen Augen. Ich drückte meine Lieder fest zu, damit sie nicht überliefen. Mom, Dad, Amy, Jaden und die ganze restliche Band, alle wurden in einen Abgrund gerissen, nur weil ich das tat, was ich wollte. Und zu allem überfluss sind zusätzlich noch tausend Groupies auf mich sauer, weil ich ihren Jaden weggeschnappt hatte. Die ganze Welt hatte sich gefühlt gegen mich gewendet, wenn ich mich doch nur nicht in Jaden verliebt hätte, sondern ganz normal auf meine Weltreise gegangen wäre und Single geblieben wäre. Die Liebe war kein unendliches Glück, sondern ein einfacher Fluch. Schenkst du jemandem dein Herz, gab man ihm zusätzlich auch ein Messer in die Hand, damit er es jederzeit verletzen konnte. Während meine Gedanken noch weiter ihren Lauf nahmen, liefen die Tränen wieder aus meinen Augen. Ich wischte sie mir mit dem Handrücken davon. Schließlich stand ich mit der letzten Kraft auf und ging die Treppen weiter hinunter. Im Erdgeschoss angekommen waren die Tränen bereits verstummt. Ich zog mir meine Kapuze über, so dass ich nicht sofort erkannt wurde, wenn ich das Hotel verließ. Draußen angekommen waren keine Fans oder Paparazzis zu sehen. Schnell bog ich um die Ecke und lief die Straße hoch. Ich lief kreuz und quer durch die Straßen, ohne genau zu wissen, wo ich eigentlich war. Immer wieder huschten meine Blicke zurück und suchten die Büsche ab. Komischerweise ließ mich das Gefühl nicht los, dass mich jemand viele Menschen tummelten. Bewusst hielt ich mich etwas bedeckt. Der Wind peitschte den kühlen Morgenwind durch die Bäume. Ich umschlang schützend meinen eigenen Körper. Auf einer Parkbank setzte ich mich vor Erschöpfung ein wenig hin. Eine ältere Frau mit ihrer Enkelin kam zu mir und setzte sich dazu. Das kleine Mädchen stürmte nach kurzer Zeit direkt auf den Spielplatz zu und trauriges Gesicht. Die alte Frau sah mich mit einem herzlichen Lächeln an. Ich nickte leicht. In meinem Leben habe ich auch schon viele Sorgen durchgestanden. Sie werden vergehen, wenn man weiß, was man will. Verfolgt man seine Ziele, rückt sich alles wieder ins richtige Licht. Doch Veränderungen brauchen Zeit. Ich sah ihr in die Augen. Sie erinnerte mich an meine Oma, die leider nicht Danke, sagte ich und schenkte ihr ebenfalls ein kleines Lächeln. Sie nickte nur, kümmerte sich dann um ihre Enkelin, die kein Blödsinn bauen sollte. Noch einen Moment blieb ich sitzen und dachte nach. Die alte Frau hatte Recht. Veränderungen brauchten Zeit. Natürlich konnte mein Dad es nicht ertragen, dass ich schon eine erwachsene Person war, genauso wie Fred es nicht ertragen kann, Nach einer gewissen Zeit hatten die Fans auch akzeptiert, dass sie mit Ted zusammen war. Alles braucht seine Zeit. Die Last, welche auf meinen Schultern lag, fühlte sich schon nicht mehr so schwer an. Ich stand auf. Meine kalten, fast eingefrorenen Füße registrierten Dank und die Bewegung. Mir war klar, was ich jetzt tun musste. Ich musste zurück zum Hotel und mit Jaden sprechen. Ich musste mich auch gekommen war. Die Straßen, welche ich dann jedoch entlang lief, sagten mir nichts. Zudem fing es langsam an zu regnen. Die Tropfen wurden immer dicker. Ein Taxi konnte ich mir nicht nehmen, denn ich hatte meine komplette Handtasche mit Portemonnaie und Handy vergessen. Leute ansprechen half mir auch nicht, zumal nicht viele bei dem Wetter auf den Straßen waren. Und ich wusste nicht genau, wie das Hotel hieß, in dem wir untergekommen waren. Lediglich wie es aussah, konnte ich beschreiben. Jetzt wurde es zum allem Überfluss sogar schon langsam dunkel. Wie lange war ich denn unterwegs? Geschockt von mir selbst lief ich schneller durch die Straßen. Hier und da kamen mir einige Häuser bekannt vor. Ich folgte diesen Erinnerungen. Wie durch ein Wunder, aber dennoch einer langen Zeit später, kam ich wieder und fuhr hoch in die Suite. Zitternd vor Kälte rieb ich mir die Hände. Gleich würde ich bei Jaden sein und unter die heiße Dusche gehen können. Vor der Tür angekommen stutzte ich. Bono war nicht zu sehen. Warum passte er nicht auf? Leicht klopfte ich an die Tür, doch keiner öffnete. Ich wiederholte das klopfen etwas lauter. Immer noch nichts. Hatten mit dem Rücken gegen die Tür und sank zu Boden. Meine Knie zog ich an meine Brust und vergrub den Kopf. Mein Körper zog mich gefühlt noch tiefer in den Boden. Ich war bestimmt zehn Kilometer oder mehr gelaufen. Beschäftigt mit meinen viel zu lauten Gedanken döste ich langsam ein. Easy rief Jaden Stimme. Sie schien weit weg zu sein. War das Einbildung oder war wirklich hier. Benebelt wie ich war flüsterte ich seinen Namen. Es musste eine Einbildung sein. Es war zu schön um wahr zu sein. Easy sagte Jaden erneut. Schnelle Schritte kamen auf mich zu. Ich hob den Kopf und sah tatsächlich Jaden auf mich zu rennen. Jaden? Ich binzelte, doch es war keine Halluzination. Jetzt war er bei mir und kniete sich neben mich. Jaden wie er leibt und sagte er zu mir völlig außer Atem. Wo warst du denn? Wir haben überall nach dir gesucht. Wir? Halt es mir in den Ohren nach. Ich löste den Blick von Jaden und sah mich um. Judy, Ted und Ben kamen ebenfalls vom Fahrstuhl aus angelaufen. Aber wo war Ron? Mit meiner letzten Kraft rappelte ich mich auf und sah Jaden in seine Augen. Ich muss eben was erledigen, flüsterte ich. Dann ging ich auf Judy zu und nahm sie in die Arme. Trotz meiner nassen Kleidung nahm sie mich genauso fest in die Arme wie ich sie. Bei dir wollte ich mich zuerst entschuldigen. Ich wollte dich nicht anschreien. Sie lächelte mich an. Ist schon okay, flüsterte sie. Ein weiteres Stück Last fiel von mir. Dann drehte ich mich wieder zu Jaden. Ihr solltet nicht nach mir suchen. Tut mir leid, dass ihr euch solche Umstände gemacht habt. Jaden kam einen Schritt auf mich zu. Seine Miene wirkte verändert und ernst. Erst als ich direkt an seinen Augen sah, wusste ich, dass es Sorge war, die ihm überschattete. Macht das einfach nie wieder, ja? Ich nickte sofort. Seine Augen glitzerten, dann legte er eine warme Hand an meine Wange. Mein kaltes Gesicht näherte sich, wie ausgehungert von seiner Wärme. Warum bist du überhaupt weggelaufen? fragte Jaden gequält. Wegen Fred? Ich atmete tief ein und aus. Naja, nicht ganz. Es war einfach alles zu viel, auch das mit meinem Vater. Weißt du, wie ich vor allem lag es aber auch daran, dass die nasse Kleidung die Kälte weiter aufnahm und auf meine Haut legte. Lass uns erst einmal reingehen, sagte Ted hinter uns und schloss die Tür auf. Wo ist Ron? Wollte ich wissen, während wir in die Suite gingen. Ben lachte auf. Er wollte den Clubs nach dir suchen. Alle stimmten in sein Lachen ein. Ich ging direkt ins Schlafzimmer. Jaden wartete im Wohnzimmer auf mich. Ich hörte, wie der Fernseher anging, dann kam jemand auf unser Zimmer zu. Es klopfte. Ja? sagte ich und zog mir die nasse Jacke schwerfällig über die Arme. Jaden kam ins Zimmer. Du musst doch nicht anklopfen, sagte ich und ging auf ihn zu. Ist alles okay mit dir? Ich war fast fahnsinnig vor Sorge, stimmt was nicht. Wie kann ich dir helfen? Schuldgefühle machten sich in mir breit. Ich wollte nicht, dass es ihm so ging. Ich musste einfach nur nachdenken. Zärtlich legte ich die Hände auf seinen Oberkörper. Seine Hände umfassten automatisch meine Talie und ich bin zu einem Entschluss gekommen. Mit stolzer Brust stand ich vor ihm, um meinen Standpunkt felsenfest zu vertreten. Und wie beide atmeten erleichtert aus. Ich, weil ich mir der Sache wirklich sicher war und Jaden, weil er wohl gehofft hatte, dass ich so etwas sagen würde. Du hast daran gezweifelt? Ja, denn durch meine Entscheidung waren alle um mich herum unglücklich. Meine Eltern und Amy, Judy habe ich sogar angeschrien. Dann auch die Groupies und zu guter Letzt Fred. Nur durch meine Entscheidung wurden alle mit hineingerissen. Jaden schloss seine Augen. Es war ihm anzusehen, dass er die nächsten Worte, die er sprach, genau aussuchte. Easy, Entscheidungen haben nun mal Konsequenzen. Aber wenn du damit glücklich bist, und ich natürlich auch, dann tust du schon das Richtige. Es braucht einfach Zeit, dass alle mit deinen Entscheidungen klarkommen. Ich grinst ihnen an. Wenn ich es nicht gedacht, antwortete ich bestätigend. Abschließend küssten wir uns und schlossen damit dieses Thema ab. Ich zog mir schnell neue Sachen über, dann gingen wir zurück ins Wohnzimmer. Ich entschuldigte mich mehrfach bei allen, obwohl sie mir versicherten, dass es okay für sie war und wenn einer von ihnen verschwindet, sie selbstverständlich auf die Suche gehen würden. Den restlichen Abend schauten wir die neuesten Filme im Pay-TV. Judy verzog sich recht früh ins Bett, doch Ted blieb bei uns sitzen. Ich fragte mich, ob sie Streit hatten, aber der gute Nachtkuss ließ nicht darauf schließen. Wieder schlief ich in Jadens Armen ein und wachte erst auf, als er mich hoch hob. Doch dieses Mal ließ ich es ohne weiteres zu. Ich zog tief seinen Duft ein, wie es mir gehen müsste, wenn ich jetzt nicht wüsste, wo Jaden wäre. Der Gedanke machte mich wahnsinnig. Es tut mir leid, murmelte ich durch meine müden Lippen. Er gab mir einen Kuss in den Nacken und umarmte mich, ohne auf meine Entschuldigung zu antworten. Dann schliefen wir ein. Wieder war ich es, die zuerst erwachte. Meine Nase kribbelte, ich musste mehrfach hintereinander niesen. Jaden wurde wach und suchte meinen Blick. Gesundheit, murmelte er. Tut mir leid, ich glaube, der Spaziergang im Regen war doch nicht so gut. Ich ging ins Bad und putzte mir die Nase. Jaden folgte mir. Er legte die Hände um meine Taille, strich mir die Haare zur Seite und liebkoste meinen Nacken. Ein kleines Dutzend Schmetterlinge starteten in meinem Bauch. Willenlos ließ ich mich auf seine Berührung ein. Dankbar jetzt nicht nachdenken zu müssen. Hand in Hand gingen wir ins Wohnzimmer. Ron und Ben waren nicht zu sehen. Ted und Judy saßen am Frühstückstisch, der wie immer reichlich gedeckt war. Guten Morgen, sagten Jaden und ich gleichzeitig. Na, ob der so gut ist, weiß ich Appetit war so eben verflogen. Was ist denn los? hakte Jaden nach. Der hier wurde für dich abgegeben. Sie schob mir einen Brief zu. Ich ahnte von wem der war. Mit zittrigen Händen nahm ich ihn auf, öffnete ihn und las. Ich träume jede Nacht von dir. Ich weiß, dir geht es aus so. In Liebe, Fred. Ich atmete tief aus. Jaden wurde von einem jungen Mädchen gestern Abend eine Rezeption abgegeben. Bruno wollte warten, bis wir wach waren. Sie sagte, wohl, es sei wichtig. Deshalb sammelte Bruno ihn nicht erst, sondern gab ihn gleich weiter, erklärte Ted nüchtern. Du musst was machen, Easy, das kann nicht so weiter gehen. Was man so von Stalkern hört, ist das erst der Anfang, sagte Judy Barsch. Ich antwortete nicht. Mir war selbst klar, dass etwas passieren musste. Dann klopfte es an der Tür. Jaden öffnete sie. Ein Bote stand da mit einem Strauß Blumen in der Hand. Heute waren es rote und weiße Lilien. Als ich das sah, drehte ich mich schweigend um und ging Richtung Schlafzimmer. Ich wollte nicht abhauen, sondern nur kurz telefonieren. Easy, rief Judy mir schloss sich ein wenig zu kräftig die Schlafzimmertür hinter mir, griff nach meinem Handy und wählte Freds Nummer. Ich kannte sie leider auswendig, da ich ihn früher fast jeden Tag zu Hause angerufen hatte. Es klingelte ein paar Mal, dann knackte es in der Leitung und es klingelte weiter. Eine Rufumleitung? Naja, vielleicht war er gerade unterwegs. Hallo? sagte jemand am anderen Ende. Hör auf damit! fauchte ich nur. Oh hallo mein Engel, ich höre du hast die Blumen bekommen. Meine freie Hand ballte sich zu einer Faust. Bei der anderen musste ich aufpassen, dass ich das Handy nicht zerbrach. Ja, und ich will sie nicht. Hör auf damit Fred! sagte ich nur allzu deutlich. Aber heute sind es doch extra Lilien. Ich hätte mir mein Mund klappte auf. Der eh schon erhöhte Puls ging förmlich durch die Decke. Unter Schock stehend konnte ich nichts mehr sagen. Mein Handy fiel mir aus der Hand und ich stand reglos da. Jaden öffnete die Tür und sah mich fragend an. Judy und Ted standen hinter mir. Was ist? fragte Jaden. Er hob mein Handy auf und lauschte, doch Fred hatte bereits aufgelegt. Er ist nicht Amy. Ich nahm Jaden das Handy wieder aus der Hand und wählte Amys Nummer. Hallo Schwesterschen, schön, dass du anrufst, sagt sie mit Freude in der Stimme. Hallo Süße, es tut mir leid, ich habe nicht viel Zeit, ich wollte nur eben schnell wissen, ob du am Wochenende allein nach Hause geflogen bist. Jaden verschränkte die Arme vor der Brust. Er versuchte schlau aus dem zu werden, was ich hier abzog. Ja, Fred wollte noch ein bisschen Urlaub dranhängen, wieso ist was passiert? Ich biss mir auf die Lippe. Amy musste ich mit der ganzen Sache nicht belasten, somal das dann auch schnell bei meinen Eltern ankommen würde. Nein, danke, ich muss dann mal weiter. Grüß Mom, ich hab dich lieb. Dann legte ich auf. Die drei standen fragend vor mir. Fred ist nicht mit Amy am Wochenende mitgeflogen, erklärte ich erstaunlich ruhig. Er ist hier geblieben. Ich wusste, dass mich gestern Abend jemand verfolgt hat. Ich klopfte mit den Fingern auf mein Handy herum. Jaden riss die Augen auf und ging einen Schritt auf mich zu. Du gehst ab sofort nicht mehr alleine raus. Und wir rufen die Polizei, die müssen da doch irgendetwas tun können. Ich sagte nichts. Auch fühlen konnte ich im Moment nichts. Bei dem ganzen Auf und Ab in den letzten Stunden hatte ich eine unsichtbare Schutzmauer um mich errichtet. Ich dachte logisch darüber nach, was mir alles hätte passieren können, als ich alleine weg war. Judy und Ted schalteten sich ebenfalls in das Thema mit ein. Schnell waren sich alle einig, dass die Polizei verständigt werden musste. Ich redete ihn da nicht rein. Vielleicht war das die einzige Möglichkeit endlich etwas zu unternehmen. Gegen Mittag kam die Polizei und nahm den Fall auf. Sie sagten schon von vornherein, dass man da nicht viel machen konnte, weil ich ja auch gar nicht aus L.A. käme. Wenn er nachweislich handgreiflich werden würde, könnten sie erst etwas machen. Jayden erzählte ihnen von meinem blauen Oberarm. Diese war aber schon so gut wie fast nicht mehr blau. Und da wir keine Fotos davon gemacht hatten oder Zeugen aufbringen konnten, fehlte der Polizei alles nötige, um meine Anzeige aufzunehmen. Ernüchternd verließen die Polizisten nach einer halben Stunde die Suite. Die nächsten Tage blieben wir im Hotel. Zumindest blieb Jayden immer bei mir. Doch zu einem Autogramm Termin musste auch er mit und ich blieb ganz alleine zurück. So langsam fiel mir die Decke auf den Kopf. Ron kam mit der Idee um die Ecke am Samstagabend in einen Club zu gehen. Er hätte schon die VIP Ecke reserviert. Also wenn du nicht mit gehst ich werde hingehen ich lasse mir doch von Fred nicht mein Leben ruinieren sagte ich zu Jane obwohl er versprach dass es nur noch so lange wäre bis wir weiter tourten aber ich hielt es jetzt einfach schon nicht mehr in den vier Wänden aus es war soweit nach langem hin und her gingen wir alle am Samstagabend in den Club was zieht man denn da so an Judy verdrehte die Augen und zog mich mit in ihr Zimmer zwei Handgriffe später hatte ich ein kurzes kleid oder eher längeres t-shirt an mit schwarz weißem druck dazu eine schwarze leggings Judy hatte wirklich ein Auge dafür was gut aussah sie zog was ähnliches für sich aus dem Schrank für Haar und Make-up nahmen wir uns etwas mehr Zeit mittlerweile waren die Jungs auch zurecht gemacht Jaden sah toll aus er hatte ein schwarzes Hemd an ebenfalls mit Druck sodass wir auch optisch freudiger weise gut zusammen passten dazu trug er eine schwarze enge Jeans seine Haare waren wild nach hinten gelegt ich konnte nicht anders und starte ihn bestimmt eine Minute an endlich hatte ich das Gefühl wieder am richtigen Platz zu sein und mein Leben wirklich zu leben die Limousine fuhr uns wie üblich an unser Ziel da vorangekommen staunte ich nicht schlecht eine riesige Schlange bildete sich vom Club aber es waren nicht die üblichen Teenie Fans wie auf einem Konzert ich sah zu dem alten großen Backsteingebäude hoch wie die Spitze davon in der Dunkelheit verschwand sollten die Menschenmassen dort etwa doch alle hinein ich mochte solch Menschen Aufläufe nicht unbedingt das war wie bei den ersten Konzerten schon so und hatte sich auch bis da nicht geändert warum stand ich nur darauf unbedingt mit ihnen in diesen Club zu gehen und wie lange mussten wir wohl noch dafür anstehen kam es mir in den Sinn die Limousine hielt an und wir stiegen aus einige Leute guckten verwundert andere fingen an zu schreien so dass zeitweise das Sicherheitspersonal für Ruhe sorgen musste Jane der mich die ganze Zeit nicht aus den Augen ließ und die positiven Vorteile ein Star zu sein im Club war es dunkel Lichtspots zauberten eine tolle Atmosphäre das Sicherheitspersonal bahnte uns einen Weg durch die Menge sodass wir in unserem VIP Bereich Platz nehmen konnten Ron war gleich voll dabei und fing an zwei Mädchen zu sich zu holen er sah so aus als würde er sie kennen doch da wäre ich mir bei Ron nie so sicher Jaden unterhielten sich angeregt über irgendetwas was die neuen Lieder der Band angingen ich sah mich weiterhin staunend um in solch einem Bereich hatte man über alles den absoluten Überblick auch wenn die Luft nicht die beste war nahm ich dies für das Gefühl der Freiheit in Kauf ohne dass wir vorher etwas bestellt hatten kam eine Bedienung auf uns zu und reichte den Männern Bier und würde und das tat er selbstverständlich auch mit Bruno an unserer Seite gingen wir zum Hinterausgang das tut gut geht sie denn schon besser fragte Jaden nach wenigen Minuten ja du weißt doch ich kann diese drückende Luft nicht so gut ab aber es ist wirklich lustig es war eine gute Idee mal wieder raus zu gehen ich lächelte ihn an stimmt es war eine gute Idee wir beide sprachen es nicht aus doch ich wusste dass auch er dachte dass es bisher gut war weil Fred nirgends auftauchte wir gingen wieder rein Judy und Ted waren nicht mehr am tanzen Judy saß auf einem Stuhl und hielt sich den Bauch was ist denn los fragte ich erschrocken ich weiß es nicht wir haben getanzt und plötzlich hatte sie Bauchkrämpfe wir packten all unsere Sachen und fuhren mit der Limousine zurück ins Hotel sogar Ron war mit gekommen Judy lag zusammengekauert im Wagen den Kopf auf Teds Schoß es ging ihr immer schlechter dann bekam sie auch noch Schüttelfrost und kalter Schweiß trat auf ihre Stirn ich legte ihr eine Hand auf den Arm und versuchte sie wie alle anderen auch ein wenig zu beruhigen lediglich Ted wirkte völlig aufgelöst es wird immer schlimmer was hat sie nur fragte Ted hilflos lass uns sie in ein Krankenhaus bringen wir können ihr sowieso nicht helfen sagte Ben gesagt getan fuhr uns der Fahrer so schnell es ging in das nächste Krankenhaus dort angekommen trug Ted Judy in die Aufnahme Ärzte kamen angerannt um zu helfen Ted ging mit Judy mit doch wir anderen mussten warten im Wartebereich nahm wir zwischen ein paar anderen wartenden Personen Platz da es Abend war war zum Glück nicht sehr viel los Jaden und Ben beratschlagten sich was Judy wohl hätte Ron konnte keine fünf Minuten ruhig sitzen er ging in die Cafeteria um sich ein bisschen abzulenken ich stand am Fenster und schaute in die Dunkelheit es war schon so spät dass nicht einmal mehr die los ich ging den Tag noch einmal ganz genau durch was wir gemacht hatten ob sie irgendwo mal alleine hin war doch es gab keinen Anhaltspunkt der auf etwas schließen ließ wenn es nicht Zufall sondern Absicht war wer hatte Judy das angetan wer könnte solch eine Wut auf sie haben die Fans hatten sich schon so gut es ging mit ihr abgefunden teilweise bekam sie sogar Fanpost die nett gemeint war dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen es war gar nicht für Judy geplant sondern für mich Jude und ich hatten die gleichen getränke bekommen ohne dass jemand etwas bestellt hat Jaden unterbrach ich Ben und Jaden ich musste mit ihm sprechen und ihm erzählen was ich mir zusammengereimt hatte kann ich dich kurz sprechen alleine sofort unterbrachen die zwei ihr Gespräch hatten wir doch erst einmal die Untersuchung ab vielleicht hat sie doch nur einen Virus unsicher gingen wir wieder in den Wartebereich zurück und warteten weiter eine Stunde später kam Ted um die Ecke er sah erleichtert aus und trotzdem völlig fertig sofort standen wir auf und ging ein Schritt auf ihn zu und was ist mit ihr fragte ich ungeduldig sie wird schon wieder morgen früh können wir morgen genauer sagen jetzt schläft sie mich schoss das blut in die beine jaden und ich sah uns an wir dachten beide das gleiche unsere schlimmsten befürchtungen hatten sich bestätigt das war definitiv freds werk ich bleib heute nacht hier ich werde euch anrufen wenn ihr uns abholen könnt ja er lächelte schief klar sagte Ben und klopfte ihm auf die Schulter wir verabschiedeten uns nicht großartig von ihm schließlich ging Ted zurück zu Judy und wir anderen fuhren mit der limousine nach hause im auto unterbreiteten wir ben und ron unsere vermutung jetzt ist eh nicht mehr zu beweisen er hat sicherlich dafür gesorgt dass es keine spuren gibt sagte ben ernüchternd und vermutlich hatte er recht fred war zu gründlich um in solch einer situation wir dann aus reiner erschöpfung doch in den schlaf gekommen es war halb neun als ben gegen die tür hämmerte wir holen jetzt die beiden ab wollt ihr mit wir sprangen aus dem bett und zogen uns an natürlich wollten wir mit im krankenhaus war diesmal mehr los als letzte nacht wir fuhren zu einem seiteneingang Ted und Judy warteten schon auf uns sie saßen auf schossen ohne Ende Fotos Judy und Ted kamen so schnell es ging in den Wagen doch sie war noch so erschöpft dass die Fotografen Zeit genug hatten ihre Fotos zu machen und mit Fragen auf die beiden einzureden Judy es tut mir so leid sagte ich zu ihr als die beiden in dem Wagen waren sie schaute zu mir hoch und lächelte leicht erst jetzt konnte ich Gesicht genauer sehen sie hatte tiefe Ränder unter den Augen und eine blasse Haut die durch ihre blonden Haare noch aschiger wirkte aber das ist doch nicht deine schuld flüsterte sie sie war noch so erschöpft dass ich es erst einmal mit der Erklärung ließ Ted schaute verdattert zu Jaden doch der winkte ohne etwas zu sagen ab Judy lag schon schlafen in Teds Armen wir beantworteten keine ihrer Fragen und gingen auch schweigend aufs Zimmer Ted legte Judy gleich ins Bett dann kam er zurück ins Wohnzimmer sie braucht noch viel Ruhe aber in ein paar Tagen geht es ihr wieder besser sagten die Ärzte wie war das eigentlich gerade dass es dir leidtut easy sein Blick lag hart auf meinem Gesicht schuldbewusst erzählte ich Ted von der Vermutung dass ihr Cocktail für mich bestimmt war und ich hätte vergiftet werden sollen es war schwer Ted davon überzeugen dass es keinen Sinn mehr hatte die Polizei zu verständigen plötzlich klingelte es an der Tür Ron schlurfte diesmal hin ein Bote stand da mit einem Strauß schwarzer Rosen ich stürmte zur Tür stieß Ron zur Seite und schimpfte den Boten an in Zukunft werden hier keine Blumen mehr angenommen zurück zum Absender schrie ich ihm entgegen und schlug ihm die Tür vor der Nase zu im nächsten Moment tat der Bote mir leid denn er konnte ja nichts dafür er machte schließlich nur seinen Job kurze Zeit später gerade wollte ich mich wieder hinsetzen klopfte es wieder an der Tür ich ballte die Fäuste ging hin und riss sie auf ich sagte das doch ich brach sich an mir vorbei und ging zu den Jungs was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht auf die Piste zu gehen und dann besäuft sich dein Weib auch noch und wird ins Krankenhaus eingeliefert könnt ihr nicht aufpassen Steve knallte eine Zeitung die er unterm Arm hatte auf den Tisch als ich nah genug wieder bei der Gruppe war konnte ich auch die Titelseite lesen dort stand zu viel Ruhm benebelt Teenie Band ein Bild von Judy war zu sehen wie sie im Dunkeln auf einem Stuhl saß daneben war eins wie sie tanzte und trank die Jungs sagten nichts dann platzte es aus mir heraus aber das war doch gar nicht so sie ist vergiftet worden fauchte ich in Steves Richtung er drehte sich mit wütendem Blick um und sah mich eindringlich an ein eiskalter Schauer überzog mich doch ich versuchte mich nicht einschüchtern zu lassen ach und wie bitte ist das passiert und warum platzte er zurück naja eigentlich war das für mich bestimmt ein Mann der in mich verliebt ist stalk mich sozusagen ich habe ihm die Meinung gesagt und wir denken dass es ein Rache Anschlag auf mich sein sollte zuerst sagte Steve nichts dann das ist ja klasse noch immer diese abscheuliche Lache dann dauert es ja auch nicht mehr lange und es geht nicht nur gegen eure Weiber sondern auch gegen euch und am Ende dann womöglich noch gegen mich erfuhr sich mit der Hand über die halbglatze warum habe ich das auch nur zugelassen dass euch diese schlampen begleiten und es reicht Steve Jaden stand auf und redete mit scharfer Stimme auf ihn ein Steve schaute weiter wütend rein dann drehte er auf dem Absatz um und ging aus der Suite wir alle schauten noch stumm zur Tür als sie bereits zu war tausend Gedanken schossen mir durch den Kopf aber in einer Sache hatte Steve recht seit ich mit der Band mitging gab es nur Ärger ganzen Gedanken merkte ich gar nicht dass mein Handy klingelte erst nachdem es bestimmt eine Minute diese nervige Musik spielte wachte ich auf und ging ran Ja Sag dich ohne auf die Nummer zu schauen Hallo mein Engel mein Hals schnühte sich zu die Wut welche ich für diesen Mann mehr als vorher seit gestern empfand kam mit einem Mal an die Oberfläche ich schnaubte verächtlich in den Hörer ich bin böse auf dich du hast mein Drink nicht genommen und dann noch meine Blumen wieder weggeschickt na 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 das ist nicht nett ich konnte nichts sagen sondern schmiss das Handy mit voller Wucht gegen die Wand es schlug mit einem lauten Knall auf und zersplittete in diverse Teile Idiot schrie ich was Fred fragte Jaden nüchtern ich nickte einen Moment später fand ich meine Stimme auch wieder er hat alles zugegeben das mit dem Cocktail und die Blumen und was jetzt es kann auch nicht sein dass er einfach somit durchkommt fluchte Ted wütend er wollte natürlich dass Fred für das was er Juli angezahlt hatte zur Rechenschaft gezogen wurde doch das war gar nicht so einfach nach einer kurzen Besprechung rief ich die Polizei an und schilderte ihnen alles weitere die nahmen das zusätzlich zu Protokoll sagten aber schon dass es ja immer noch keine Beweise gäbe hilflos akzeptierten wir die Aussage der Polizei der Rest des Tages zog sich in die Länge ich bekam kaum etwas zu essen runter dachte die ganze Zeit darüber nach wie es gewesen wäre wenn wir Judy nicht gleich in ein Krankenhaus gebracht hätten nicht auszudenken Judy schlief fast den Entscheidung getroffen der nächste Morgen kam für mich sehr schnell es war bereits hell draußen doch der Wecker zeigte mir gerade halb sieben an ich fühlte mich erstaunlich fit leise stieg ich aus dem Bett und ging rüber ins Bad um mich fertig zu machen weiterhin so leise es ging kam ich zurück ins Schlafzimmer und packte meinen Koffer als auch das erledigt war setzte ich mich auf die Bett kannte und beobachtete Jaden mir wurde warm ums Herz als ich diesen Engel vor mir schlafen sah ich lächelte sein Arm schob sich auf meine Seite seine Mimik wirkte angestrengt fast als würde er mich verzweifelt suchen und doch nicht finden sein Schlaf wurde unruhiger schließlich wurde er wach hey du bist ja schon wach komm doch wieder ins Bett ich lächelte ihn weiter an und wieder wurde mir klar dass ich ihn wirklich liebte und er meine Entscheidung akzeptieren würde nein aber wo du gerade schon wach bist können wir kurz reden diese Worte ließen ihn hellhörig werden er setzte sich aufrecht hin und sah mich an mit seinen Händen fuhr er sich durchs Gesicht um einen klaren Blick zu bekommen jede seiner Bewegungen waren für mich wie ein Tanz den man beobachtete was ist denn los warum bist du schon angezogen er klang sehr nervös ich habe letzte nacht nachgedacht ich denke es ist besser wenn also ich weiß gar nichts ich will nicht schluss machen aber wäre es nicht besser wenn die öffentlichkeit denkt es wäre so schnell betete ich dass Jaden verstand was ich meinte ich verstehe nicht ganz du willst nicht schluss machen aber doch als er es aussprach klang es doch irgendwie wie eine Trennung meine Beine wurden schwer als der Druck der Tränen mir in die Augen stieg ich drückte auf dem Bett hin und her Jadens Ausdruck auf seinem Gesicht machte mich mehr und mehr traurig nein keine Trennung versicherte ich ihm zuerst ich denke es wäre besser wenn ihr in Ruhe eure Tour beendet und ich meine Europa Reise antrete wenn alle denken und da ist Fred mit eingeschlossen dass wir nicht mehr zusammen sind dann wird auch keiner mehr verletzt werden besser konnte ich es nicht erklären Jaden verstand was ich meinte er holte in meinen Augen ein wenig erleichtert Tiefluft easy das mit Judy ist nicht deine schuld die Polizei kümmert sich schon um Fred der wird schon noch seine gerechte Strafe bekommen der Druck der Tränen verstärkte sich doch meine Augen verengten sich zu engen Schlitzen die anderen Jungs werden damit reingezogen auch dein Manager und euer ganzer Ruf lass es uns probieren Jaden versuchte mich nicht weiter zu überreden sein Verstand sagte ihm dass es der richtige Weg sei besonders nachdem Steve gestern so ausgerastet war und wann presste mit Schmerz in der Stimme hervor ich legte meine Hand an seine Wange ich habe meine Koffer schon gepackt ich werde erst nach Hause fahren und sogar meinen Eltern erzählen dass wir uns getrennt haben in zwei Wochen dann geht es auf Europa Tour meine Stimme klang erstaunlich locker zum Glück wusste er nicht welches Durcheinander in mir herrschte ich beugte mich zu Jaden und gab ihm einen Kuss er ließ sich nur kurz darauf ein du sollst wissen dass ich dich liebe klüstere ich nur Millimeter von seinem Gesicht entfernt wir halten Kontakt und dann in drei Monaten sehen wir uns wieder wenn das für dich okay ist wenn du es für richtig hältst er sah mir tief in die Augen ich sah den Schmerz und die Wut und die Verzweiflung alles zugleich mein sowieso mittlerweile stark angeschlagenes Herz wurde noch weiter zerstört Jaden begleitete mich noch zur Tür alle anderen schliefen noch er würde ihnen unseren Plan später unterbreiten Bruno stand vor der Tür da Jaden und ich von hier an schon unsere Wege als offiziell getrenntes Paar gehen mussten gab es keinen letzten Kuss nahezu geisterwesend nahm ich meinen Koffer und ging Richtung Fahrstuhl wir sahen uns noch einmal an dann drehte er sich um und schloss die Tür hinter sich zugleich öffnete sich der Fahrstuhl ich stieg ein easy warte rief Jaden plötzlich hinter mir her er rannte auf mich zu die Fahrstuhltür schloss sich als mein Blick ein letztes Mal den seinen traf liefen mir die Tränen bereits übers Gesicht qualvoll ließ ich jede einzelne davon laufen unten angekommen ging schnell durch die Lobby nahm das erstbeste Taxi welches Jaden der wohl die Treppe genommen hatte so schnell wie er unten war lief aus der Tür easy rief er immer wieder am liebsten wäre ich umgekehrt und seine Arme gelaufen doch wie nicht anders erwartet kam Jaden gar nicht bis ans Taxi sofort wurde er von Fotografen belästigt die mittlerweile auch Fotos von mir machten das Taxi fuhr los der Flug nach Hause dauerte nicht lange zumindest kam es mir hinter einer großen Sonnenbrille und mit meinem Pullover hochgezogen bis unter die Nase überkam mich die ersten Zweifel als ich an meinem Heimatflughafen auf meine Koffer wartete war diese Lösung wirklich richtig gestern kam mir alles noch so logisch vor aber jetzt überschattete meine Entscheidung eine tiefe Sehnsucht Sehnsucht nach Jaden nach seiner Nähe seinen doofden Berührungen einfach nach seiner Liebe ein leises schluchzen in Rannier ich überspielte es mit einem Räuspern doch auch die anderen fehlten mir wie ging es Jodie wohl gerade was hielten die anderen von meinem Plan an dem ich selbst nicht mehr richtig festhielt mein Koffer kam ich schnappte ihn mir und ging zum Ausgang im Tag nach Hause schrieb ich Jaden eine SMS hoffentlich würde er auch weiter in Kontakt mit mir halten bin bei meinen Eltern angekommen bitte sei mir nicht böse das schien für mich die einzige mögliche Lösung zu sein ich werde dich immer lieben egal wo du bist oder wo ich gerade bin easy es dauerte keine fünf Minuten da schrieb er schon zurück um ehrlich zu sein dachte ich auch über diese Lösung nach wir versuchen es einfach ich werde immer auf dich warten du bist mein Leben ich liebe dich Jaden erleichtert atmet dich aus trotz seiner aufmunternden SMS blieb das komische Gefühl weiter unten in meinem Magen so gut es ging versuchte ich zu ignorieren zu Hause angekommen freuten sich tatsächlich alle über meine Rückkehr sogar mein Vater setzte ein Lächeln auf nachdem ich verkündete dass Jaden und ich uns getrennt hatten ich nahm freudig zur Kenntnis dass mein Zimmer noch genauso wie vorher war aufgrund des wenigen Schlafes letzte Nacht fiel ich müde ins Bett es klopfte in der Tür noch bevor ich einschlief ja ich setzte Emotionen war ich im Moment nicht fake betäubt sah ich sie an easy irgendwas stimmt doch nicht sie schloss die Tür hinter sich und setzte sich zu mir aufs Bett woher wusste sie dass ich nicht alles erzählt hatte wir beobachten uns gegenseitig eine Weile ich legte den Kopf ein wenig schief irgendwie kam Amy mir verändert vor also was ist los platzte es plötzlich aus ihr heraus meine monotone gute Laune verwandelte sich in ein unbeschreiblich ekelhaftes Gefühl ich erinnerte mich an das letzte Mal wo ich Jadens Gesicht sah als die Fahrstuhltür sich schloss die Tränen ließen sich nicht zurück halten wieder fühlte sich die Entscheidung falsch an auch wenn Jaden und ich uns nicht wirklich getrennt hatten der Abstand tat dennoch ganz schön weh Amy tröstete mich so getrennt waren sondern dass es nur für die Öffentlichkeit so aussehen sollte da bin ich aber erleichtert stieß Amy hervor und sackte vor lösender Anspannung in sich zusammen so sehr wie ihr einander verliebt seid konnte ich mir das einfach nicht vorstellen dass ihr euch trennt nachdem ich ihr auch noch die Story von Fred und dem Gift anschlag erzählte bekam sie ihren Mund gar nicht mehr zu wütend schüttelte sie ihren Kopf voller Schuldgefühle entschuldigte sie sich mehrfach bei mir weil sie es war die Fred mit zum Konzert genommen hatte ich versicherte ihr dass es nicht ihre schuld wäre das schuldgefühl gehen muss wohl in der Familie liegen schließlich lagen wir uns in den Armen ich wischte mir die Tränen aus dem Gesicht und löste mich aus Amis Umarmung und jetzt werden wir uns nach der Tour wieder treffen ich weiß nicht wie die Zukunft aussehen wird ich ließ den Blick auf die Bettdecke sinken aber das klingt doch ganz gut lass es einfach auf dich zukommen sprach sie aufmunternd ihr Zuspruch half ein wenig aufgrund der völligen Erschöpfung von den Tränen schlief ich als ich wieder alleine war sofort ein ich erwachte ungewöhnlich spät mein Traum hatte so schnell wie möglich mein erstes Ziel Paris aufsuchen wie als wenn es die letzten wochen nicht gegeben hätte trottete ich nach unten und frühstückte meine Eltern waren schon zur Arbeit und auch Amy schien nicht da zu sein meine Handy Erinnerung klingelte ich hatte gestern Abend noch eine SMS von Jaden erhalten hallo ich habe den Fotografen gesagt dass wir uns getrennt haben mehr habe ich nicht gesagt ich vermisse dich Jaden schnell antwortete ich ihm so ein Mist dass ich es nicht gestern schon gesehen hatte hallo hab gestern schon geschlafen deswegen schreibe ich erst jetzt danke dass du das alles mit machst ich vermisse dich auch easy ich drücke auf senden es machte mir Angst wie kalt mich die Nachrichten ließen entfernten wir uns jetzt schon voneinander nach dem frühstück erkundigte ich mich wann der nächste flug nach paris gehen würde heute abend wäre es also schon soweit die ganzen vorbereitungen lenken nicht gut ab zum schluss rief ich meine mutter an und erzählte ihr alles meinst du nicht dass du jetzt nur von deinen problem wegläufst mein Schatz fragte sie mit der Fürsorge wie es und packte meine Koffer von neuem zum flughafen nahm ich mir ein taxi das ersparte die parkplatz suche am flughafen angekommen musste ich noch etwas vorm check in warten ich zückte mein handy und schrieb eine sms hallo ich wollte nur sagen dass ich unterwegs bin nach paris ich habe meine reise ein wenig vorgezogen so vergeht die zeit hoffentlich schneller bis wir uns wiedersehen in liebe easy ich schickte die sms zu jaden dann musste ich mein handy ausschalten und ging ins flugzeug unterwegs konnte ich erst nicht schlafen letzte nacht hatte ich so viel geschlafen dass es jetzt vorerst nicht möglich war ich sah mir über kopfhörer im tv vor mir die nachrichten an kaum war das wetter vorbei kam die moderatoren noch mit einer eilmeldung wie sie es nannte der berühmte sänger jaden stanley hat sich von seiner kurzzeit freundin isabelle monnet getrennt die gründe sind noch unklar doch nach dem party access der freundin von einem anderen band kollegen kann man sich gut vorstellen dass das leben als rockstar oder als rockstar freundin nicht einfach ist für weitere informationen stand die band nicht zur verfügung bla bla anzug neben mir schaute mich verwundert an ich wandte den blick ab und sah stur aus dem fenster irgendwann schlief ich ohne es mitbekommen zu haben doch ein als sie wieder wach war dauerte es noch zwei stunden bis wir am ziel waren den fernseher schaltete ich nicht wieder ein sondern blätterte in alten Zeitungen in Paris angekommen fuhr ich mit einem Taxi zu meiner Pension ich hatte vorher angerufen ob ich schon früher anreisen konnte es war kein problem da sowieso im moment keine saison war waren die zimmer frei ganze zwei wochen verbrachte ich in Paris diverse sehenswürdigkeiten klapperte ich einem nach dem anderen ab ich schoss unmengen an Fotos im nachhinein konnte ich mich an einige Fotos gar nicht mehr erinnern so abwesend und in Gedanken war ich teilweise noch ein zweitägiger Zwischenstopp in Amsterdam brachte ein wenig Abwechslung dort sah ich mir den unglaublich schönen Tulpenmarkt an und die Seen mit dem Untergrundtunnel ging es weiter nach England London hier würde ich wieder ganze zwei Wochen verbringen Jaden und ich schrieben uns täglich ein bis zwei SMS telefonieren war wegen der unterschiedlichen Zeitzonen und seinen Terminen kaum möglich auch die SMS beantworteten mir meist zeitverzögert entweder schlief ich wenn er schrieb oder andersherum doch immer standen die Worte ich liebe dich in unseren Nachrichten in London befand sich meine Pension mitten in der Stadt es war ein unbeschreiblich unglaublich gemütlich und herzlich eingerichtetes Häuschen in dem ungefähr sechs Wohnungen lagen ich hatte das Zimmer unterm Dach mit Ornament Teppichen und dunklem Holz eingerichteten Möbeln wirkte es einladend ich lag auf dem Bett welches mit einer blumen bestickten scheinbar handgearbeiteten Tagesdecker überzogen war und dachte über meine bisherige Reise nach in jeder Stadt plant ich fast jede Minute bis ins kleinste durch und doch zog alles nur an mir vorbei ich funktionierte einfach irgendwie ein richtiges Leben das sah anders aus ein überlebenswichtiger Teil von mir fehlte ohne Jaden war es einfach kein richtiges Leben aber diesen Weg müssten wir jetzt gemeinsam durchstehen ich drehte mich von links nach rechts da ich immer noch nicht schlafen konnte schaltete ich den Fernseher ein ich seppte durch die Kanäle und blieb bei einem Sender hängen als ich erkannte was dort lief richtete ich mich auf und sah wie er start auf den Bildschirm das Konzert von den Instructions aus Italien wurde übertragen Jaden sang gerade das Lied welches unser beider Lieblingslied war mein Puls erhöhte sich zunehmend als seine Stimme mein Gehör erfasste ich biss mir auf die Lippe doch etwas war anders jemand der Jaden nicht so nahe stand fiel es womöglich gar nicht auf aber ich sah dass es ihm überhaupt nicht gut ging sein Gesicht war ausdruckslos er funktionierte einfach nur wie ich noch eine ganze Weile schaute ich mir das Konzert an begegnet waren unser erstes richtige State unseren ersten Kuss ich ritz mich vom Bildschirm los und schaltete schnell den Fernseher aus willkürlich lief ich im Zimmer auf und ab um mich abzulenken ich wollte nicht weich werden und wieder zu ihm zurück gehen zumindest wollte mein Verstand das nicht es muss so sein wie es jetzt war das ist das das beste für alle Beteiligten redete ich Gedanken legten mir immer wieder eine Pro und Contra Liste an ob es in Wirklichkeit der richtige Weg war kurz vorm Einschlafen klingelte mein Handy ein Lächeln flog mir über die Lippen doch es war keine SMS es war ein Anruf Jaden rief an ich war hellwach mit zitternden Händen ging ich ran Hi sagte ich erfreut und stieß einen Seufzer der Sehnsucht aus Hallo Isi hast du kurz Zeit erklang bedrückt ja natürlich ich es ist so ich ich kann dass diese Sache mit dem verheimlichen und dass du so weit weg bist nicht ich kann das nicht mehr zunächst wusste ich nicht wie er das meinte ich stand aus dem Bett auf wie genau was meinst du damit er antwortete nicht eine bedrückende stille lag zwischen uns es es aus leb wohl er legte auf ich setzte mich wie erstarrt wieder aufs Bett langsam ließ ich meine Hand mit dem Handy in meinem Schoß sinken meine Kehle war trocken der eh schon erhöhte Puls sackte auf einmal tief in den Keller erst als ich das Gespräch erneut im Kopf durchging wurde mir schmerzlich bewusst dass er Schluss gemacht hatte jetzt war es tatsächlich so wie gefühlte Sekunden vergingen als mich plötzlich so etwas wie ein Zwang mich aufspringen ließ ich schlüpfte meine Jeans und zog mir eine Jacke über umgegen ging ich nach draußen vielleicht würde mir die frische Luft gut tun und mich aus dem Albtraum befreien der kalte Wind trocknete stoßweise meine nassen Wangen mit Sicherheit waren meine Lippen bereits blau doch das interessierte mich nicht mein inneres Feuer war dabei auszugehen der Anruf von Jaden führte fast dazu bei dass es ganz erlosch das ließ ich jedoch nicht zu nachdem ich bestimmt eine halbe Stunde durch die Gegend gelaufen war hörten die Tränen noch immer nicht auf auch wenn es für alle Beteiligten das Beste war Jaden und ich waren am unglücklichsten mit der Situation für beide war dieser Zustand nicht zumutbar es war ein Versuch wert doch der scheiterte wie konnte denn auch eine Entscheidung die sich so falsch anfühlte die richtige sein nein flüsterte ich und schüttelte den Kopf dieser Weg war der falsche ich wollte wieder zu ihm zurück jetzt sofort nur zusammen waren wir einfach glücklich wie wild suchte ich meine Jacken und Hosentaschen ab Mist frucht ich leise ich hätte ihn sofort anrufen hoffentlich war es auch für Jayden noch nicht zu spät so schnell es ging rannte ich den Weg zur Pension zurück nachts war nicht viel los und somit war es kein Problem über die Straßen und Kreuzungen zu kommen auf einmal veränderte sich die Situation wie in Zeitlupe war da zuerst nur ein laut quietschendes Geräusch plötzlich blendeten Scheinwerfer meine Sicht ich lief in Schlangenlinien direkt auf mich zu es erwischte mich so dass ich quer über die Motorhaube flog mit dem Kopf auf die Scheibe knallte und am Ende im hohen Bogen und mit voller Wucht auf der Straße landete während der ganzen Sache dachte ich darüber nach warum nicht mein ganzes Leben an mir vorbeizog war ich etwa noch nicht tot auf jeden Fall hatte ich keine Schmerzen ich schloss die Augen und fiel in ein tiefes Loch die ganze Zeit piepste es um mich herum so langsam nervte mich das Geräusch aber nach einer Weile gewöhnte man sich daran komischerweise beruhigte es mich sogar etwas dann fiel mir ein dass ich von einem Auto überfahren wurde war ich jetzt tot oder lebte ich wenn ich noch leben würde warum konnte ich nicht bewegen ich spürte meine erbrach meine gedanken sie kamen auf mich zu und blieben unmittelbar neben mir stehen es folgten weitere schritte die waren von einer anderen person es war deutlich zu hören dass sie unterschiedlich laut waren erstaunt über meine eigenen sinne lauschte ich dem folgenden gespräch wie geht es ihr meine mutter mom wollten meinen lippen sagen doch kein ton kam aus meinem mund mom schrie ich innerlich dem umständen entsprechen gut sie ist erstaunlich stark sagte wahrscheinlich eine krankenschwester zu ihr jemand verließ das zimmer ja ich weiß muschelte mom noch vor sich hin sie zog etwas heran womöglich einen stuhl und setzte sich mom schrie erneut im inneren hallo mein schatz wie geht es dir heute ich weiß nicht ob du mich hören kannst aber ich hoffe dass es dir hilft wenn ich hier bin ich soll dir noch von dad und amy viele grüße bestellen auch von fred er wollte dich eigentlich besuchen aber es dürfen nur leute rein die zur familie gehören die letzten worte flüsterte sie dann hörte ich wie sie leise schluchzte mom weinte mom beruhig dich es wird alles wieder gut bitte hör auf zu weinen dachte ich mit ganzer Kraft das schwester rief meine mutter aufgeregt stand vom stuhl auf und lief schnell durch den raum mom bitte sei nicht traurig mir geht es gut ich zersprang fast vor schmerz und sorge um sie wieso konnte ich nicht einfach aufwachen es war als würde ich gegen eine mauer aus beton drücken sie rührte sich kein stück zwei paar schritte kamen hastig zurück in den raum gleich wird es ihr wieder besser gehen sagte die schwester von gerade nach kurzer zeit ging sie wieder aus dem zimmer dann konnte ich nichts mehr hören sondern fiel wieder tiefer und tiefer in den erlösen abgrund kein laut außer das ruhe bekannte piepen war zu hören aber diesmal war es anders ich spürte ein kribbeln in meinen fingern und in den Füßen oder besser in einem Fuß was war mit meinem anderen Bein war mit mir alles okay hatte ich mein anderes Bein etwa verloren unruhig von den schlimmen Gedanken flehte ich mich endlich wieder rühren zu können doch meine Augen wollten immer noch nicht aufgehen was ich auch tat es gelang mir einfach nicht ich strengte mich an und drückte weiter fester gegen die unsichtbare Mauer es fühlte sich an als bröckel der putz so langsam ab sie rührte sich das kribbeln wanderte weiter es kletterte meinen arm hoch bis in den kopf eben fühlte es sich noch angenehm an überhaupt etwas zu spüren und jetzt wurde es mir plötzlich zu viel es wurde unangenehm so dass ich mich ruckartig bewegen musste auf einmal wirkte jede Bewegung ganz einfach meine Augen gingen auf und starrten an die decke genau es war nicht zu erkennen denn es war dunkel und trüb ob es daran lag dass ich die Augen für eine lange Zeit geschlossen hatte oder dass es Nacht war wusste ich ein stechen durch vor mich so dass ich leicht stöhnte aufgrund meines lautes bewegte sich links von meinem fenster etwas mom sie war hier mom rief ich recht leise dann räusperte ich mich und rief sie erneut hieß sie moment das war gar nicht mom jaden mein herz schlug schneller und schneller der piepende monitor neben mir spielte total verrückt endlich hatte ich die chance ihm zu sagen was ich fühlte dachte und wollte ich wollte ihn nicht verlieren nicht schluss machen keine verheimliche beziehungspause ich holte zu viel luft der stechende schmerz kam schnell zurück diesmal stärker sagte ich jaden war bereits an meinem bett und starrte mich an unsere blicke verankerten sich ineinander viel zu lange hatte ich nicht in diese wunderschönen augen schauen dürfen die kleine flamme in mir wurde zunehmend größer du bist wach endlich ein erleichtertes lächeln trat auf sein gesicht wie lange flüsterte ich mein hals war staubtrocken es ist donnerstagnacht du warst vier tage ohne bewusstsein wie geht es dir hast du schmerzen ich war total verdattert vier tage war jaden etwa die ganze zeit bei mir gewesen woher wusst er überhaupt von dem unfall was machst du hier woher weißt du und ich dachte du bei jedem wort verknotelten sich meine gedanken nur noch mehr deine Mutter hat mich angerufen ich bin sofort hierher geflogen er nahm meine hand und das was ich zu dir am telefon gesagt hatte das war eine dumme idee von mir es tut mir so leid seine worte klangen ehrlich nicht so als wenn er das nur sagen würde weil ich hier im krankenhaus lag weißt weißt noch was passiert ist fragte er nervös und drückte meine hand die er noch immer fest um schloss ich wühlte meinen erinnerungen dann kam alles zurück das grelle licht das schnelle auto der aufprall mein herz welches sich zwischenzeitlich wieder etwas beruhigte fing wieder an wild zu schlagen der monitor piepte ohne ende ja ich da war ein auto es quietschte ganz laut dann kam es auf mich zu ich wollte zu dir sagte ich voller sehnsucht er legte eine hand an meinen kopf und streichelte mir das haar ich legte den kopf zurück in die kissen und genoss jede seiner berührungen meine augen schlossen sich ich wollte zu dir zurück kommen egal was die anderen denken oder sagen ich öffnete meine Augen wieder ich war so unglücklich ohne dich er lächelte wehmütig fast schuldbewusst das ging mir auch so antwortete er leise eine schwester und ein arzt kamen ins zimmer die krankenschwester wirkte klein und korpulent sie hatte kurze dunkle haare ihre mimik wirkte streng sofort sah sie auf die instrumente neben mir und schrieb alle wichtigen daten auf der arzt war hingegen groß gewachsen und schlank er hatte ebenfalls dunkles sind fragte der arzt während er mit einem gränen licht in die augen leuchtete ja sie weiß alles sogar von dem unfall so schnell wie jaden antwortete kam ich gar nicht dazu etwas zu sagen das ist sehr gut dann hat ihr kopf nichts schlimmes abbekommen durch seinen schnauzer hindurch war ein angedeutetes lächeln zu erkennen wann kann ich denn hier raus wollte ich sofort wissen schließlich wollte ich so schnell es ging wieder mit jaden mitgehen sie müssen noch mindestens eine woche hier bleiben sie haben sich schließlich drei rippen unter das bein gebrochen wir müssen sie noch etwas beobachten wer lädte der arzt mich umgehend eine woche so lange musste ich noch in diesem langweiligen krankenhaus liegen jaden musste bestimmt bald wieder zu einem Konzert schließlich waren bis ende november für jedes wochenende welche geplant und ob meine mutter sich noch länger freinehmen konnte auch wenn mein körper gebrochen da lag mein kopf lief auf hochtouren der monitor piepste schneller und ich atmete tief ein das hätte ich lieber sein lassen sollen meine gebrochenen rippen machten sich wieder bemerkbar automatisch hielt ich meine hand an meine rechte seite die schwester kramte etwas aus der schublade und spritzte mir erneut etwas in den mit schläuchen besetzten arm es wird dir gleich wieder besser gehen lächelte sie mir so weit es ihr möglich war entgegen und verließ das zimmer okay dann ruhen sie sich noch etwas aus die visite wird morgen früh wieder nach ihnen sehen sagte der doktor und verließ ebenfalls das zimmer ich schaute rüber zu jaden er hielt noch immer meine hand auf einmal durchfuhr mich eine innerliche wärme und all meine muskeln wurden weich meine lieder fielen zu doch ich kämpfte dagegen an ich wollte nicht schon wieder von jagen getrennt sein auch nicht wenn ich nur schlief schlaf meine kleine ich bin noch da wenn du auf warst der Kampf in meinem körper hörte auf noch bevor er seinen Satz zu Ende sprach nicht so schön war war dass schmerzen von überall auf meinem körper auf mich einstrahlten besonders schlimm war es beim einatmen ich wusste dass vielleicht jemand in meinem zimmer war und auf mich wartete deswegen ließ ich mir die schmerzen so gut es ging nicht anmerken blinzelnd öffnete ich es ist so schön dass es dir wieder besser geht sagte sie erleichtert sie unterdrückte ihre tränen das sah ich ganz genau wo ist jaden fragte ich und sah mich im raum um er ist nur kurz in die kafeteria gegangen seit dem unfall ist er nicht einmal aus dem krankenhaus heraus gegangen sie legte den kopf ein wenig schief ich denke er liebt dich immer noch sagte sie schließlich ich wurde rot noch nie zuvor hatte ich so direkt mit meiner mutter über solch ein thema gesprochen also wir haben noch nicht genau wieder über uns gesprochen wie gerufen kam jaden ins zimmer hey easy du bist ja wach wenn ich das gewusst hätte dann wäre ich nicht weg gegangen er kam sofort auf mich zu stellte sich auf die andere Seite und nahm eine Hand das konnte Taria ich komme später wieder mein Schatz so schnell wie sie konnte war sie plötzlich aus dem zimmer verschwunden jaden und ich sahen ihr beide nach stimmt was nicht habt ihr gestritten fragte mit besorgter mine nein antwortete beruhigend es ist nur was ist denn jetzt mit uns wir haben noch gar nicht richtig darüber gesprochen was wir jetzt machen jaden sagte nichts er überlegte welche worte erwählen sollte ich hasste solche momente und doch gab ich ihm die nötige zeit die er brauchte es ist nicht so dass ich darüber nicht auch schon nachgedacht habe er setzte sich auf meine bettkante ich liebe dich meine kleine seine augen suchten die meine ich will nie wieder so lange von dir getrennt sein ich wartete auf ein aber oder vielleicht doch es kam nichts es ging sobald ich gesund bin gehe ich mit euch wieder auf tour dann sind wir immer beieinander nein sagte jayden monoton seine augen noch immer fest auf meine gerichtet wie meinst du das ich dachte du willst mich dabei haben was sagte ich stotternd ich meine nein du gehst nicht mit weil es keine tour dann mehr geben wird ich werde die bernd verlassen der monitor neben mir hörte gar nicht auf zu piepsen können die das dumme ding nicht endlich abschalten nein das kannst du nicht machen du liebst die band es ist dein leben unter schmerzen richtete ich mich etwas auf doch ich ignorierte es er sah mich mit fühlend an du bist mein Leben easy nichts sonst wie konnte ich es ihm erklären ich wollte nicht dass er für mich seine karriere aufgab mir war klar dass er nie wieder der jaden sein würde der er jetzt war die musik war immer ein wichtiger teil von ihm mag sein dass ich dein leben bin aber die musik ist dein lebensinhalt wenn du die band verlässt werde ich das nicht mitmachen ich hatte tränen in den Augen doch ich hielt sie zurück und du wirst auch an diesem wochenende auf das konzert gehen befahl ich förmlich mit zusammengeknifften Augen jaden hielt dem nicht stand und sah weg aber wenn du hier liegst dann kann ich das nicht es ist schwer ich nein du kannst sagte ich mit deutlicher stimme wir werden telefonieren und wenn du magst kannst du auch gerne an dem abend wieder zu mir fliegen aber du wirst das Konzert machen er ließ meine Worte wirken bis ein leichtes Lächeln über sein Gesicht flog und du willst wirklich dann wieder mit uns mit erleichtert legte ich wieder zurück in die kissen ja sagte ich nur jaden zögerte nicht lange sein Gesicht kam näher und dann nachdem wir beide mehr als zu lange darauf verzichtet hatten küssten wir uns seine Lippen spielten voller Freude mit den meinen mein Herz setzte aus doch das spürte ich diesmal nicht nur sondern hörte begann die unersättliche Lust nach mir zu stillen auch ich versuchte es ebenfalls doch mein Atem wurde flacher und unregelmäßig ich sog tief Luft ein dann durchfuhr mich der stechende Schmerz aus der rechten Seite wir brachen den Kuss ab leider viel zu schnell tut mir leid flüsterte jaden dessen Gesicht immer noch so nah an meinem war dass mir fast die Luft zum atmen genommen wurde sein süßer Atem machte mir Appetit auf mehr mehr von ihm dafür nicht antwortete ich wir grinsen uns an wenn du allerdings darauf bestehst dass ich auf dem nächsten konzert bin muss ich heute schon wieder abreisen es geht zum glück nur nach spanien da ist der flug von hier aus nicht ganz so weit dass jaden so zeitig weg musste war mir schon klar bevor er sagte ich weiß das ist aber kein problem ich werde mir einen teuren fernsehkanal dazu schalten lassen und dann kann ich alles live mit sehen das klingt gut er gab mir einen weiteren kuss ich werde nur für dich singen sagte er mit seinen lippen auf meinen ich stöhnte auf doch nicht vor schmerz sondern vor verlangen jaden löste sich ein wenig und grinste mich schief an rufst du an wenn du mit dem flugzeug angekommen bist fragte ich traurig er nickte dann nahm er seine jacke gab mir noch einen kuss dass der monitor fast verrückt spielte und verschwand ein paar sekunden später stand meine mutter bereits wieder an der tür ich hab jaden getroffen er fliegt weg habt ihr ein wahnsinniges lachen lag auf meinen lippen verlegen sah ich sie an naja wir haben uns ausgesprochen auch wenn es euch nicht gefallen wird wenn ich wieder gesund bin dann gehe ich wieder mit jaden mit sie kam auf mich zu ihre mimik änderte sich nicht das war mir schon fast klar schatz er scheint dich wirklich zu lieben und du ihn auch sie wagte einen unsicheren blick nach unten dann sah sie mich wieder an versprichst du mir dass du dich so oft es geht meldest ich wollte sie in den arm nehmen doch ich kam nicht hoch meine rippen machten mir einen strich durch die rechnung mom merkte was ich wollte beugte sich zu mir und nahm mich in den arm seit langem war ich endlich wieder richtig glücklich am abend fuhr mom früh ins hotel zurück sie wollte noch mit dad telefonieren und da die Zeitverschiebung das alles etwas kam es auch gelegen endlich wieder durchgehend wach zu sein und etwas ruhe für mich zu haben mittlerweile waren auch die dauerschläuche an meiner hand weg nur noch ein zugang war gelegt auch der nervige monitor war verschwunden wenn jetzt der gips nicht wäre fühlte es sich beinahe so an als wäre ich wieder gesund das Krankenhaus war zu meiner Freude tatsächlich schnell genug so dass ich im tv das konzert von den instructions sehen konnte sie machten eine tolle show jaden sah man es an dass er richtig spaß hatte nur die zugabe ging nicht so lange nach drei zetteln ging die band von der bühne ich zappte vielleicht zehn minuten weiter durch die programme doch nichts interessantes war zu finden mein handy welches sich verbotenerweise eingeschaltet hatte vibrierte leicht unter meinem kopfkissen ich reckte den hals ob ich unbemerkt nachsehen konnte dann holte ich das handy hervor eine sms von jaden hallo kleine ich schreibe dir lieber anstatt anzurufen ich fliege in einer halben stunde schon zu dir dann bin ich ungefähr zwei stunden wieder bei dir kann es kaum erwarten ich liebe dich mein Herz schlug immer schneller umso mehr wörter ich las ein glück war der monitor schon abgeklemmt ich schaltete den fernseher aus und genoss das zufriedene gefühl welches mein körper durchfuhr meine augen fielen zu mit diesem gefühl schlief ich ein und hoffte insgeheim von einer zukunft mit jaden zu träumen von einem streicheln am kopf wurde ich wach jaden er war da ich lächelte und öffnete die augen zunächst sah voller sehnsucht und suchte mit der hand nach seiner hallo isabelle ich riss meine augen auf und fuhr mit dem oberkörper hoch mein herz raste in der hoffnung noch zu träumen sah ich dass es leider wirklichkeit war fred flüsterte ich erschrocken durch meine lippen ja ich bin es ich bin so froh dass es dir wieder besser geht was willst du hier verschwinde fuhr ich ihn dazwischen in aller ruhe stand er von der bettkante auf und schellte sich mit einem widerlichen lächeln neben mir verschwinde oder ich schmeiß nicht eigenhändig raus fauchte ich ihm entgegen fred ging einen schritt zurück und öffnete die arme versuch es doch flüsterte er ich achtete nicht auf den schmerz der die ganze zeit sowieso schon sehr präsent war schließlich setzte ich schritt auf ihn zu sein blick wurde dunkler nahezu ängstlich doch dann zog mich der schmerz zu boden schrie ich mein atem wurde unregelmäßig ich zog zu viel luft an welches mein oberkörper nur noch mehr beugte fred kniete sich zu mehr runter triumphieren flüsterte mir dicht ins ohr du wirst schon noch erkennen dass wir zusammen gehören und wenn es das letzte ist was sich wie belag auf meine zunge ach das wird nie so weit doch ich konnte nicht zu ende sprechen nicht weil ich nicht wollte sondern weil auf einmal eine schwester in der tür stand sie schlug die hände über den kopf zusammen aber sind sie denn verrückt geworden aus dem bett aus zu steigen schnell kam sie zu mir her und half mir hoch fred ging wortlos aus dem zimmer die schwester sah ihn verwundert an dann half sie weiter ins bett obwohl sie mir schmerzmittel gab konnte ich meinen atem nicht beruhigen der schock dass fred während ich schlief neben mir saß ließ mich nicht los kurzerhand beschloss die schwester noch eine röntgenaufnahme von einem arzt machen zu lassen damit wir auch ganz sicher gehen konnten dass ich nichts an meinen gebrochenen rippen verschoben hatte gedanken verloren ließ ich alles über mich ergehen eine ganze weile später beruhigte sich mein atem wieder auf normal zustand auch das röntgen war ohne weiteren befund im rollstuhl fuhr mich eine andere schwester wieder in mein zimmer easy rief jaden erleichtert er saß auf einem stuhl in der ecke stand aber umgehend auf als ich ins zimmer geschoben wurde wo warst du denn hin fragte er besorgt und drückte mir einen kuss auf die wange röntgen kontrolle sagte ich nüchtern mitten in der nacht ärzte antwortete ich nur und zuckte mit den schultern sie brauchen jetzt ruhe vielleicht ist es besser wenn sie auch gehen bevor sie wieder solche dummheiten macht wie gerade als der andere junge mann hier war sagte die schwester wütend zu jaden dieser darf ich sie dann setzte die schwester erneut an nein sprach ich ihr dazwischen er bleibt heute nacht bitte bei mir sie schnaubte verächtlich ging dann ohne ein wort zu sagen aus dem zimmer jaden legte sich ohne etwas zu sagen zu mir ins bett es tat gut und ich fand endlich die ruhe meine schmerzmittel wirken zu lassen und ein zu schlafen ich erwachte spät zumindest kam es mir so vor da die sonne schon am horizont stand jaden war nicht zu sehen doch ein bunter strauß blumen stand auf meinem nacht schrank umgehend zeichnete sich ein lächeln auf meinen lippen ab es war ein schönes gefühl dass er sich so um mich kümmert ich richtete mich langsam auf mein Bein pochte dass ich gestern aufgestanden bin tat dem nicht mit geschlossenen Augen genoss ich für noch einen moment die sonne auf meiner haut dann kam jaden ins zimmer und riss mich aus meiner trance guten morgen hast du gut geschlafen er lachte mich an ja schon danke für die blumen ich lächelte zurück und machte eine kurze kopfbewegung in richtung nachtschrank die fragte er und zeigte auf dem bunten strauß neben mir ja ich wurde nervös meine handflächen wurden feucht die blumen waren bitte nicht schon wieder von fred jaden ging zum strauß und zog eine karte heraus ich beobachtete ihn während er die karte las seine Augen zogen sich eng zusammen wut stieg in ihm hoch er beite seine freie hand zu einer faust gib mal her flüsterte ich und beugte mich schnell in seine Richtung der schmerz in mir war deutlich zu spüren doch es wurde immer leichter ihn zu ignorieren werd schnell wieder gesund ich warte auf dich in liebe fred mein mund blieb offen was hatte er denn nach gestern nicht begriffen ich überlegte wie wir dem ganzen ein Ende setzen könnten wenn die polizei schon nichts machen konnte jaden ich muss hier raus kam es wie aus der pistole geschossen aus meinem mund jaden setzte sich zu mir ans bett zärtlich nahm er meine kalte hand aber das geht doch nicht du kannst dich kaum bewegen und was wenn du dich wieder sogartig bewegst oder stürzt und sich doch eine rippe löst das wird schon nicht passieren ich winkte ab ich will wieder mit euch auf tour gehen ich verspreche auch ganz brav im Bett zu bleiben ich versuchte deinen schmollmund aufzusetzen es schien zu funktionieren er atmete angestrengt aus na gut wir fragen die ärzte und deine mutter okay wenn es dann für alle okay ist kommst du wieder mit zu uns meine hand packte seinen nacken und ich zog ihn zu mir heran wir küssen uns seinen lippen machten mir klar dass er mehr wollte und ich auch doch es ging nicht noch nicht nachdem wir ungewollt aufhörten beschloss ich meine mutter anzurufen stellst du dich bitte an die tür dass jemand kommt jaden nickte und tat was ich sagte ich kramte mein handy unterm kopfkissen hervor und schaltete es ein kaum war es aktiviert zeigte es mir 23 nachrichten abwesenheit sie waren alle von fred wahllos eröffnet dich eine nach der anderen es stand jedes mal nur ich liebe dich darin und willst du deine mutter nicht anrufen jaden klang nervös denn es könnte jeden moment eine schwester kommen ich sagte nichts innerlich war ich sauer dass ich besser meine zunge zügelte bevor ich jaden noch an maulte er bemerkte meine veränderte stimmung kam zu mir rüber nahm das handy und sah wieso ich so reagierte du musst hier raus so schnell wie möglich kopfschüttelnd legte das handy zurück auf meinen schoß bevor wir weiter reden konnten erklang eine stimme in der tür guten morgen sagte meine mom ohne dass wir es bemerkt hatten oder sie hörten stand sie auf einmal in der tür ist was passiert geht es dir wieder schlechter schatz du sie blass aus besorgt kam sie auf mich zu nein es geht mir gut ich versuchte zu lächeln wie möglich wir erklärten ihr alles auch das vor dem krankenhaus im hotel und wo jaden uns das erste mal besuchte dann noch von dem blauen oberarm und der letzten nacht ohne viele worte waren wir uns schnell einig allerdings gab es von ihrer seite eine kleine einschränkung ich würde die nächsten zwei wochen zu hause verbringen dann könnte ich wenn es mir spürbar besser ging wieder zu Jaden ich erkundigte mich wie es Judy und den anderen ging er sagte tatsächlich dass mich alle ein wenig vermissten aber dass es auch viel damit zu tun hatte dass jaden seit ich weg war so schlechte laune hatte er noch nicht einmal mehr autogramme gegeben oder Fotos mit Fans gemacht natürlich ging auch das alles durch die presse steve war davon nicht beeindruckt doch er ließ jaden vorerst machen im rückte meine mutter freudig mit wir wollten ja erst einmal versuchen ob es klappt ergänzte die schwester mürrisch dann sah ich dass die schwester zwei krücken in der hand hielt ich sollte wenigstens wieder so stark sein dass ich mit den krücken laufen und mich selbst versorgen konnte es klappte relativ gut der gedanke dass ich dann natürlich hier raus käme motivierte mich zusätzlich nachdem schwester mit knirschenden zählen überzeugt war untersuchte mich noch kurz ein arzt und entließ mich schließlich in das taxi vor der tür wurde ich noch liebevoll von jaden mit dem rollstuhl geschoben dann war ich frei jaden beschloss mit uns mit zu fliegen da ich viel beinfreiheit brauchte buchte er erste klasse auch für meine mutter der es genauso wie mir am anfang sichtlich unangenehm war doch man gewöhnte sich schnell daran zu hause am flughafen genau wie schon in london gingen mom und ich erst alleine aus dem flieger und fuhr zum taxi da ich nicht so schnell laufen konnte hielt jaden so die fotografen und fans in schuss das war die einzige lösung der sich nicht unter tausende von füßen geriet zu dritt fuhren wir zu uns nach hause mein dad und meine schwester warteten schon auf uns mom hatte ihnen eine nachricht geschrieben auch wenn es schon am abend war standen sie tapfer in der dunkelheit an der tür das taxi hielt mom und jaden stiegen aus ich öffnete meine tür doch jaden war schneller und half mir beim aussteigen humpelnd ging ich zum Haus meine Schwester fiel mir um den hals ich bin so froh dass es dir wieder besser geht wenn du irgendetwas brauchst dann sag es mir ja danke schwesterchen grimmste ich ihr entgegen dann nahm ich auch mein vater in die arme wenn es nicht so dunkel wäre würde ich sagen dass er Tränen in den Augen hatte auch ich bin froh dass es dir wieder besser geht meine große ja jetzt war ich mir sicher dass er fast weinte ungeschickt wischte er sich die träne aus dem gesicht doch ich verkniff mir einen spruch im haus angekommen brachte jaden unsere koffer aufs zimmer wie anderen ging in die küche von meiner mutter erst einmal einen kaffee machen doch ich war so müde dass ich gleich ins bett wollte ach easy ich soll dir noch alles gute von Fred bestellen er rief mich an und wollte wissen ob du schon wieder zu hause bist meine mutter fiel fast der becher aus der hand und schluckte schwer und du hast es ihm gesagt ja wieso ich atmete angespannt aus mom erzählst du es ihr ich muss ins bett entschuldigt mich ungeschickt rappelte ich vom stuhl hoch jaden half mir ich hatte gar nicht gemerkt dass er schon wieder da war und hinter mir stand im flur wunst keiner sah schwanger mich auf seine arme und trug mich nach oben das ging wirklich wesentlich schneller zunächst lagen wir bestimmt eine halbe stunde nur so in meinem bett und was machen wir jetzt wenn er mich immer noch belästigt angst kam bei dem gedanken in mir auf in jadens arm jedoch und benommen von seinem duft flachte diese schnell wieder ab ich würde sagen dass wir morgen direkt zur polizei gehen oder die wenigstens anrufen aber lass uns das für heute nacht vergessen ja genieß es einfach dass du wieder zu hause bist ich lächelte ein glückliches lächeln und schloss meine müden Augen als ich erwachte bereute ich es umgehen dass ich gestern so schnell eingeschlafen war ich drehte mich unter schmerzen um jaden war nicht da erschrocken fuhr ich hoch war dies alles doch nur ein traum aber dann wäre ich noch im krankenhaus und nicht hier zu hause im selben moment wo meine gedanken ihren lauf nahmen machten sich auch meine rippen bemerkbar ich musste mich erst noch daran gewöhnen diese schnellen bewegungen zu unterlassen langsam rappelte ich mich weiter auf stützte mich auf die am bett stehenden krücken und ging aus dem zimmer auf halbem weg kam mir jaden entgegen guten morgen meine kleine mit gespielt guter laune kam er auf mich zu doch sein gesichtsausdruck verrät etwas anderes guten morgen was ist los ich zog eine augenbraue nach oben er lächelte von dir kann ich auch nichts verheimlichen oder nein ich grinste kopfschütteln konzert sein will oh aber warum hast du mich denn nicht eher geweckt denn hätten wir noch easy er stoppte mich und legte zwei finger auf meinen mund du sollst dich erholen das war eine der bedingungen schon vergessen ich verdrehte die augen ja du hast dir recht wann genau musst du weg das taxi kommt in einer stunde bei seinen worten schossen mir die tränen in die Augen seit wir wieder zusammen waren hatten wir sehr wenig Zeit füreinander doch ich hielt alles zurück räusperte mich und redete mir ein dass ich in zwei Wochen wieder bei ihm sein würde zwei Wochen flüsterte ich dann küsste Jaden mich so als wäre dies unser letzter Kuss der Abschied verlief nüchtern ich stand auf Krücken gestützt an der Haustür und beobachtete wie Jaden in das Taxi einstieg ein letzter wink zum Abschied und schon war er für die nächsten zwei Wochen verschwunden ich drehte mich zu meiner Schwester um die neben mir stand ich vermisse ihn jetzt schon ich weiß Schwester Herz Liebe kann so schmerzhaft sein und vor allem weil du ihn die ganzen zwei Wochen nicht sehen wirst Amy quasselte weiter und weiter auf einmal blieb ich wie erstarrt stehen eine männlich person kam von freds elternhaus zu uns herüber gelaufen ich fixierte meinen blick und sah dass es fred war mein puls begann zu rasen hastig zog ich luft ein wo sich natürlich meine rippen wieder bemerkbar machen umständlich zog ich Amy hinter mir her und verschloss die tür von innen aber was stammelte Amy shh fred sagte ich und zeigte auf die tür aber er wird uns sicherlich gesehen haben was machen wir denn jetzt im selben moment klopfte es an der tür Amy und ich zogten zusammen easy mach schon auf ich weiß dass du da bist und dann konnte ich mal meine meinung sagen mit schwung riss ich die tür auf fred stand mit einem siegeslächeln vor mir bevor du anfängst lass mich in ruhe er tat einen schritt auf mich zu sein blick wurde dunkel fast als würde eine andere persönlichkeit besitz von ihm nehmen verendete sich seine haltung und mimik ich stolperte ein wenig zurück mit diesen doofen krücken konnte ich nicht ausweichen wie ich wollte amy tat mir jeden schritt gleich seit sie auch die wahrheit kannte hatte sie ebenso viel angst wie ich vor fred verschwinde und zwar für immer wenige zentimeter vor mir blieb er stehen der duft von schweiß stach mir in die nase du weißt wie es enden wird wir werden zusammen sein egal wie und wo und wann aber es wird so passieren da schwöre ich dir bei dem Grab meiner Großmutter raus rief amy und schubste fred so stark an der schulter wie sie nur konnte doch fred rührte sich nur zaghaft zentimeter seit dem mitternächtlichen besuch im krankenhaus kam er mir sowieso noch stärker vor amy sagte fred in einem widerlichen ton und tat einen schritt auf sie zu lass sie in ich machte einen schritt zwischen die beiden doch fred war schneller er hielt an hey meine süße lass mich doch eben mit deiner schwester ein wenig plaudern wir sind doch nahezu schon eine familie es reicht jetzt ich ruf die polizei sagte amy und griff zum hörer fred ging um mich herum direkt auf amy zu entriss ihr das telefon und schmettete es gegen die wand in mehreren teilen landete es auf dem boden nichts wirst du mit drohender hand kam er ihr auf und schleuderte mich mit seiner ganzen kraft auf dem boden easy schrie amy und stürzte zu mir herunter fred stand wie ein bär von mann über uns und zerschnaubend auf uns herab es wird so kommen wie ich es sage ihr werdet sehen wenige sekunden später war er verschwunden mehrere minuten später saßen amy und ich im wohnzimmer auf der couch meine rippen spürte ich weiterhin doch die angst vor fred war größer als jeglicher schmerz als unsere eltern am späten abend von der arbeit zurück kamen saßen wir immer noch im wohnzimmer mom und dad spürten sofort dass etwas nicht stimmte ohne groß herumzureden erzählten wir ihnen von freds unangekündigtem besuch du wirst morgen zur polizei gehen und eine anzeige erstatten befahl mein vater mit ernster miene zur gleichen zeit klingelte mein handy es war jaden das konzert war bereits vorbei und er hoffte dass ich noch wach sei er befand sich derzeit wieder in europa hallo meine kleine ist alles okay bei dir wie geht es dir hoffe ich habe dich nicht geweckt am liebsten würde ich jetzt alleine mit ihm telefonieren doch meine eltern und amy saßen wie publikum vor mir ja ich meine nein also du hast mich nicht geweckt wir sitzen gerade alle noch ein wenig zusammen und reden wie war das konzert bewusst versuchte ich abzulenken und erzählte nichts von freds besuch es dauerte eine ganze weile bis ich mich damit raus redete dass es jetzt tatsächlich Zeit für mich sei schlafen zu gehen ich beendete das Telefonat und steckte mein Handy zurück in meine Hosentasche meine Schwester und meine Eltern starrten mich an was fragte ich genervt innerlich wusste ich schon was jetzt kam wieso hast du ihm denn nichts gesagt fragte amy nach er soll sich keine sorgen machen ich sah auf meine Hände die nervös an meinen Fingernägeln herum knibbelten dass wir uns die nächsten Wochen nicht sehen schon schwer genug für uns beide da muss ich ihn nicht auch noch mit meinen Sorgen belasten wohl möglich würde er die Tour noch schmeißen nur um hier zu sein hilflos atmete ich schwer aus na das wäre doch wenn er dich wirklich lieben würde dann wäre er jetzt bei dir und würde nicht seinem angeblichen job nachgehen mir fehlten die worte auch wenn ich wusste dass mein vater nicht gut auf jelden zu sprechen war wusste ich nicht dass er so über ihn dachte mit Tränen in den Augen griff ich nach meinen Krücken und stützte mich auf das alles passierte so ungeschickt dass meine alle in Ruhe und nur damit ihr es wisst jayden wollte hier bleiben und die tour schmeißen doch ich wollte das nicht ich konnte es nicht mit meinem gewissen vereinbaren dass er seinen Traum nur wegen mir aufgibt wir schaffen das schon und ich werde euch auch nicht mehr lange zur Last fallen niemand sagte etwas während ich holpernd die Treppe hinauf in mein Zimmer ging oben angekommen ließ ich mich so gut es ging auf mein Bett fallen und begann zu weinen wie sollte ich die nächsten zwei Wochen hier überstehen ich musste mir schnellstens etwas einfallen lassen bevor ich noch amok laufen würde ich erwachte mitten in der Nacht klatschnass geschwitzt und unter Schmerzen kramte ich nach meiner Wasserflasche dass ich gestern vorm zu Bett gehen meine Schmerztabletten vergessen hatte rechte sich jetzt umgehend kramte ich die entsprechenden Tabletten aus meiner Nachtisch Schublade und nahm eine ein ein kurzer Blick auf mein Handy zeigte mir dass ich eine SMS bekommen hatte sie war von Jaden es stand nur ich liebe dich drin lächelnd legte ich das Handy wieder zur Seite mir wurde klar dass die richtige Entscheidung war nichts von Freds Besuch zu erzählen morgen werde ich zur Polizei gehen mehr konnte ich sowieso nicht tun auch nicht wenn Jaden hier wäre so sehr ich es mir auch wünschen würde die nächsten Tage zogen sich wie Kaugummi wie geahnt konnte die Polizei nicht viel unternehmen ohne eine Anzeige oder eine Klage konnten sie Fred nicht dazu zwingen sich von mir fernzuhalten doch ich haderte mit mir und wollte mir die Anzeige noch einmal überlegen was wenn ich ihn wirklich vor Gericht bringen würde und er freigesprochen würde seine ohnehin schon aufgestaute Wut würde völlig überkochen und dann würde er vielleicht mir Jaden oder Amy etwas antun das konnte ich nicht verantworten vielleicht würde er mit der Zeit wieder zur Besinnung kommen ich beschloss Fred so gut Vater kein Wort den Dickkopf musste ich wohl von ihm haben aber auch mit meiner Mutter redete ich nicht viel sie war teilweise sehr naiv und stug sich entsprechend auf die Seite meines Vaters auch wenn sie es nie zugeben würde meine Schwester war viel unterwegs und somit auch nicht anzutreffen das Fernsehprogramm kannte ich verbrachte ich so trotzig wie ich war den Tag in meinem Zimmer an sich ging es mir schon etwas besser nur die Sehnsucht in meinem Herzen war so tief wie ein schwarzes Loch um mich abzulenken durchforstete ich das Internet nach irgendwelchen Ideen wie ich die Zeit totschlagen könnte doch nichts interessierte mich wirklich dann kam mir ein Gedankenblitz ich gab in der Suchmaschine das Wort Stalker ein was Judy mir damals dazu erzählt hatte fand ich beängstigend noch zögerte ich die Enter Taste zu betätigen mein Finger schwebte mehrere Minuten über dem Knopf nervös schloss ich die Augen und drückte ihn vorsichtig öffnete ich sie wieder und begann mir die Suchergebnisse anzuschauen es gab eine Art Erklärung ab wann das sogenannte Stalking anfing und was dazugehörte Liebesbriefe und Geschenke war eines der aufgelisteten Punkte die ganzen Blumen und Briefe von Fred Kontaktaufnahme über Dritte das Konzert wo Fred Amy begleitete Telefonterror die SMS und schließlich Drohungen der Besuch von vor ein paar Tagen wütend und unter Tränen klappte ich mein Laptop zu warum gerade ich hatte ich Fred früher zu viel Hoffnung gemacht kopfschütteln versuchte ich den Gedanken von mir zu weisen ich schnappte meinen Laptop und verfrachtete ihn unter meinem Bett so viel Zeit alleine machte einen ganz verrückt während ich versuchte den Laptop unter mein Bett zu schieben stieß ich gegen etwas es war eine Kiste vorsichtig zog ich die Kiste hervor und schob den Laptop an seinen vorerst gedachten Platz ich hob die Kiste auf mein Bett und setzte mich daneben mir war schleierhaft was genau ich dort hineingelegt hatte so gut es ging pustete ich den darauf liegenden Staub hinunter meine Nase begann zu kribbeln nervös beinahe wie zu Weihnachten hob ich den Deckel an auf den ersten Blick war nicht genau zu erkennen was für einen Sinn diese Kiste hatte es waren lauter Zettel und Papierschnipsel dort zu finden ich nahm einen Zettel hervor und begann zu lesen nach den ersten Worten fiel es mir wieder ein diese Kiste hatte ich damals zusammengepackt als ich mehr oder weniger beschloss erwachsen zu werden ich war 14 Jahre alt und in einen Jungen aus meiner Klasse verliebt ich schrieb ihm fast täglich Liebesbriefe und Gedichte doch er reagierte nicht sondern verspottete mich vor der gesamten Klasse all das hatte mich damals so gekränkt dass ich beschloss nie wieder etwas zu Papier zu bringen zumindest nicht im übertragenen Sinne von Gedichten oder Liebesbriefen zaghaft zog ich einen weiteren Brief hervor es war ein Gedicht in diesem Gedicht verarbeitete ich allerdings all meine schlechten Erlebnisse mit diesem Jungen die Worte waren voller Hass und Trauer mir selbst kamen die Tränen umso mehr ich las schnell wischte ich mir die Tränen weg und griff nach dem letzten Zettel den ganzen Nachmittag bis in die späten Abendstunden hinein durchforstete ich weiter und weiter die Kiste bis ich alle Zettel gelesen hatte umso mehr ich las umso meiner großen Liebe sein zu können genau wie jetzt denn auch im Moment war der Mensch den ich liebte nicht bei mir weitere Tage vergingen die Kiste mit dem Haufen von Zetteln lag auf meinem Schreibtisch beinahe stündlich ging es mir besser oder ich bildete es mir zumindest ein vor meinen Eltern spielte ich die starke damit ich nach diesen endlosen zwei Wochen auf jeden Fall zu Jaden Hallo Isi hast du kurz Zeit ja klar komm doch rein Amy drehte sich noch einmal um schloss dann die Tür hinter sich was gibt es denn ich saß auf meinem Schreibtischstuhl und sortierte die Zettel mit den Schnipseln aus welchen mir ganz besonders gut gefielen ein anderer Zeit Vertreib war mir partout nicht eingefallen oh also was machst du so plaudert sie drauf los das war so gar nicht typisch für Amy ungläubig legte ich den Kopf schief und sah sie an Amy nur um mir eine solche Frage zu stellen bist du bestimmt nicht hier also raus damit was gibt's ich legte die Zettel zur Seite na gut stöhnte sie und ließ sich auf mein Bett nieder also eigentlich sollte ich mit dir darüber gar nicht sprechen Anweisungen von Mom und Dad damit du dich nicht noch Es geht um Fred Die Polizei hat mit ihm gesprochen weil du doch bei denen warst und wollte mal seine Sicht der Dinge hören Soweit konnte ich ihr folgen Aber ich dachte die könnten da nichts machen Richtig das können die auch nicht nicht solange keine Anzeige gestellt wird Jetzt verlor ich den Faden wieder verwirrt schüttel ich leicht den Kopf Ich verstehe nicht Amy Wo ist das Problem Es ist seit Tagen schon nichts mehr von ihm gehört Sie schwieg Ich humpelte zu ihr rüber und setzte mich zu ihr aufs Bett Erst jetzt lösten sich die Worte von ihren Lippen Ja du hast nichts von ihm gehört Was antwortete ich entsetzt und schlug eine Hand vor den Mund Sag jetzt bitte nicht dass er dich belästigt sie nickte leicht Amy nuschelte ich und legte eine Hand auf ihre es und sah mich an ich wollte damit direkt zur Polizei gehen und eine Anzeige stellen aber meine Beweise und seine Handlungen reichen einfach nicht aus sie sagten du müsstest das machen bei dir gäbe es mehr Zeugen und Beweise hoffnungsvoll durchbohrte sich ihr Blick bis auf den Grund meines Herzens sie wusste wie ich zu dieser Anzeige stand doch ich wusste ebenfalls dass mir jetzt keine Wahl mehr blieb jetzt wo auch noch meine Familie in Mitleidenschaft gezogen wurde konnte ich das nicht mehr alles so hin nehmen das ganze ging nicht nur mehr mich etwas an ich werde morgen zur Polizei gehen und ihn anzeigen versprach ich ihr danke flüsterte sie dafür brauchst du mir ganz sicher nicht zu danken vielleicht hätte ich das schon viel früher machen sollen dann wäre es nie so weit gekommen wir nahmen uns in den arm der abend an diesem tag kam schneller als mir lieb war der himmel zog sich zu und die nacht breitete sich über den häuser dächern aus eine unheimliche stille lag in der luft nur ein leises vogel gezwitscher heilte durch die dämmerung ach jaden hummelte ich in mein kissen mein herz wirkte schwer wie ein stein ich lag auf dem bett und konnte direkt nach draußen sehen ich konnte nicht fassen dass framey amy nachgestellt hatte was wäre wenn er sie zu etwas gezwungen hätte was sie nicht wollen würde oder sie gar entführte meine herannähernden tränen unterdrückte ich mit aller kraft ich durfte es nicht zulassen mich so von diesem monster herunter ziehen zu lassen morgen früh werde ich wie versprochen zur Polizei immer auf meinem schreibtisch stand automatisch wühlte ich aus meiner nachttisch schublade einen block und einen stift hervor seit langem begann ich wieder meine gefühle zu papier zu bringen du bist alles für mich die nacht der tag der abend und der morgen wie sonst kann man es beschreiben was du mir bedeutest und ich für dich fühle mein Geist und Kopf wollen dich manchmal vertreiben doch mein warmes Herz wird dadurch kühl ich will dich für immer und alle Zeiten bleib da ganz nah egal wann du kommst ich bin für dich bereit es ist egal ob tag ob nacht wir passen immer auf uns auf auf die zerbrechlichen herzen wir geben immer auf uns acht auf eine komische Art und weise erleichtert klappte ich meine notizen zu schob das Buch unter mein Kissen und schlief ein erneut vergingen einige tage doch die zwei wochen waren noch nicht vorbei auch wenn jaden und ich täglich telefonierten und uns mehrere sms schrieben war die sehnsucht sehr groß mit einem bild von jaden vor augen lag ich in meinem bett es war bereits halb elf uhr abends und draußen war es dunkel die Anzeige bei der polizei lag bereits zwei tage zurück sie sagten dass sie fred zum verhör nehmen würden und sich dann schriftlich bei mir melden ihn sofort zu verhaften war nicht möglich dafür hatte er nicht genug getan aber eine einstweilige verfügung dass er sich mir nicht nähern durfte wollten sie beantragen dieses sei nach aussage der polizisten sehr schnell zu erreichen und es wäre eine erste maßnahme ihn von mir fernzuhalten bis zum Prozestag was mich allerdings verwunderte war dass fred sich seitdem amy bei der polizei war nicht wieder hatte hören oder sehen lassen das sollte mich zwar irgendwie beruhigt stimmen doch es war eher das gegenteil was wenn fred jetzt wie vermutet er es recht sauer war und irgendwas plante meine gedanken spannen sich weiter um diesen Gedanken die Folge war ein Albtraum vom allerfeinsten fred entführte jaden und folterte ihn ich hörte ihn nur schreien immer und immer wieder rief er meinen Namen ohne meine Augen zu öffnen lag ich wach in meinem Bett easy flüsterte jemand erschrocken riss ich meine Augen auf und sah mich im Zimmer um es war früh am Morgen und die Sonne erhellte nur leicht mein Zimmer niemand war zu sehen schlief ich noch ich drehte mich auf die andere Seite und stieß gegen etwas noch mit der furcht meines Traumes in den Knochen erschrak ich bis aufs Blut nach mehrfachem Blinzeln erkannte ich nur eine männliche Person auf der Stelle fuhr ich ein Stück zurück hey keine Angst ich bin es nur jaden flüsterte ich erleichtert und fiel in seine Arme was machst du denn schon hier wie schön dich zu sehen ein sehnsüchtiger Kuss folgte sein Blick lag besorgt auf meinem er macht dir ganz schön Angst oder mir war klar dass jaden fred meinte ein bisschen schon gab ich offen zu aber jetzt sag warum bist du schon hier du hast doch wohl nicht hingeschmissen er lachte auf nein das habe ich nicht wir haben ein paar Tage Zeit bis zum nächsten Konzert und gestern habe ich mit deiner Mutter telefoniert um zu hören wie es dir geht sie sagte du schlägst dich gut und da jetzt fast zwei Wochen um sind bin ich da um dich abzuholen spürbar sprang mir mein angebrochenes Herz fast aus der Brust vor Freude meine Lippen grinsten bis über beide Ohren ich fiel ihm in die Arme und sie haben es erlaubt ich meine natürlich Heißlauf aus dem Gleichgewicht meine Hand griff nach der Stuhllehne huch stieß ich aus Jaden war schon neben mir und hielt mich alles gut rächelte ich weiter ihm entgegen wieder Worte gab es nicht er wusste es hätte keinen Zweck während ich begann meine Kleidungsstücke aus dem Schrank zu nehmen wanderte Jadens Blick auf meinem Schreibtisch was ist das denn vorsichtig nahm meine Hand und einen Zettel von dem Tisch und las die gekritzelten Zeilen hast du das geschrieben verwundert schaute er mich an ja sagte ich kurz ging auf ihn so und zog ihm den Zettel zwischen den Fingern weg mir war langweilig und ach das sind doch nur Wort Fetzen Blut schoss mir vor Scham in die Wangen es war zu peinlich dass Jaden so etwas intimes von mir gelesen hatte Jisi das ist wirklich gut das inspiriert mich direkt zum Song schreiben aus blassrot wurde tomatenrot ich wandte mich ab und kramte weiter meine Sachen zusammen Jaden musste mir aufgrund seiner Besorgnis natürlich sofort helfen mein Plan ging auf und er ließ von den Zetteln ab der Abschied stand bevor Amy und Mom verdrückten ein paar Tränen schließlich würde es einige Monate dauern bis sich wieder da sein würde mein Dad nahm mich zwar ebenfalls in den Arm aber Jaden beachtete er keines Blickes nachdem auch er wusste was die Sache mit Fred auf sich hatte wusste er selbst nicht ob er froh darüber war mich aus der Schusslinie gebracht zu haben oder genau das Gegenteil der Fall wäre Auf dem Weg zum Flughafen sah ich schweigend zum Fenster hinaus Jaden saß neben mir und drückte meine Hand was denkst du mein Schatz ich sah ihn an unvorstellbar dass dieser wunderbare Mann nur mit mir zusammen sein wollte meine innere Flamme verwandelte sich in Feuersturm easy lächelnd schob er mir eine Strähne hinters Ohr ich dachte nur gerade daran was ich für ein Glückspilz bin seine Hand ruhte an meiner Wange geht mir genauso dann küssten wir uns das Taxi hielt vor dem Flughafen an soll ich zuerst fragte ich wie üblich nach du wirst hier nichts mehr alleine machen antwortete Jaden mit ernster Mimik aber kein aber ich werde dir nicht von der Seite weichen vor Tränen gerührt gab ich ihm einen weiteren Kuss Jaden zog sich seine Cappy über und stieg aus dem Auto der Taxifahrer half ihm bei dem Gepäck gentleman like half Jaden mir schließlich mit den Krücken aus dem Auto gemeinsam machten wir uns auf den Weg zum Check in sobald wir die Halle betraten wurde spürbar getuschelt warum hast du Bruno oder einer der anderen Security nicht bei dir wenn du alleine unterwegs bist fragte ich neugierig wir liefen weiter mit meinem Korfer im Schlepptau durch die Flughafenhalle Jaden lachte auf ich weiß nicht ob du das verstehen kannst aber wenn ich alleine unterwegs bin möchte ich manchmal auch nur ein ganz normaler Mensch sein wir sahen uns kurz an zwar konnte ich seine Augen durch die Sonnenbrille nicht richtig erkennen spürte ich trotzdem seinen Blick auf meine Haut gezielt bahnten wir uns weiter den Weg durch die Menschen Mengen dann waren sie da ein bot mir Schutz und hielt mich schützend in seinen Armen leider konnte ich nicht so schnell wie ich wollte doch er ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen wir beantworteten keinerlei Fragen auch Jaden gab keine Autogramme oder stand für Fotos bereit in diesem Augenblick war tatsächlich nur für mich da im Flugzeug angekommen ließ ich mich vor Erschöpfung in die sitze fallen es ging nach Europa um genauer zu sagen nach Italien ich hatte also genug Zeit mich zu erholen als wir nur wenige Minuten in der Luft waren schlief ich ein es ruckelte unsanft wurde ich wach mein Bein schmerzte und mein Brustkorb zogen sich unangenehm zusammen auf meiner Stirn lagen kleine Schweißperlen meine nächste Schmerztablette stand an das war sicher ich öffnete die Augen seit Jaden der noch immer neben mir saß was denn nuschelte ich ein paar Luftlöcher sonst alles okay aber wie geht es dir du schwitzt ich wischte mir mit den Handrücken die Stirn ab kalter Schweiß stand drauf das kommt mit Sicherheit von den Tabletten oder besser dass ich noch welche nehmen muss ich grinste es geht mir gut sagte ich deutlich nach wenigen Sekunden verstand auch Jaden das endlich solange wir beieinander waren war einfach alles gut mit der Limousine wurden wir ins Hotel gefahren der Anstrom am italienischen Flughafen war größer als zu Hause doch das war nicht schlimm denn dort warteten ein Haufen von Security Leuten um uns abzuholen im Hotel fuhren wir mit dem Fahrstuhl in unsere Suite da hier wieder mehr Konzerte anstanden war ein Aufenthalt von knapp einer Woche angedacht beinahe wie ein Flummi stand ich neben Jaden ich freute mich sehr die anderen wiederzusehen geschickt und fließend ging ich mit meinen Krücken neben Jaden her nervös fragte er in meine Richtung ich nickte brauchst du nicht wir haben dich alle vermisst er öffnete die Tür kaum waren wir eingetreten lagen diverse Augenpaare auf uns Judy war die erste die auf mich zugestimmt kam easy rief sie und fiel mich an Jaden hielt noch eine Hand hinter meinem Rücken dass ich nicht umkippte Judy herrschte er sie an ist schon gut ich freu mich auch so sehr wieder hier zu sein wir drückten uns noch fester dann löste sie sich ein Stück wir haben uns tierische Sorgen gemacht warum muss der Start von einer Frau in der Band nur immer so schwierig sein Judy wusste wovon sie sprach deswegen nahm mich wieder zu sehen ich konnte mehr als zuvor nachvollziehen warum Jaden die Jungs und Judy so mochte und vermisste wenn er nicht bei ihnen war sie waren wie eine richtige Familie Jaden verschwand mit meinem Koffer direkt in unser Zimmer ich stolperte ihm hinterher es war größer als das in unserer letzten Suite mehr nahm ich heute nicht mehr war müde fragte Jaden als er mir meine Jacke von den Schultern streifte ich nickte dann lass uns schlafen gehen wir legten uns ins Bett ich schlief umgehend ein mitten in der Nacht wurde ich wach und war topfit ich sah mich um und bemerkte dass ich allein war meine Haare klebten wieder verschwitzt an meiner Stirn schnell legte ich sie zurück schnappte mir eine Krücke und machte mich auf den Weg ins Wohnzimmer Jaden saß mit Ben auf der Couch und redete bevor ich das Zimmer verließ wartet ich einen Moment und lauschte heimlich es tut mir leid dass ich euch so viel Ehre gemacht habe ach komm dafür musst du dich bestimmt nicht entschuldigen wir haben dir alle von Anfang angesagt dass easy ein absoluter glücksfall ist zwar verlief der Start etwas holprig aber dann kann es ja jetzt nur umso besser werden bevor die zwei noch privater in das Gespräch gingen machte ich mich bemerkbar und betrat das Wohnzimmer Jaden lachte mich gleich an er stellte seine Flasche Bier auf den Tisch und kam auf mich zu hey hast du gut geschlafen ja danke gemeinsam gingen wir hinüber und setzten uns zu Ben noch eine lange Zeit redeten wir unbeschwert weiter auch mir versicherte Ben als die Sonne aufging legte ich mich wieder ins Bett die Tabletten nahmen mich ganz schön mit Jaden und die anderen hatten einen Promotermin ich blieb brav im Hotel zurück nächsten zwei Tage verliefen ähnlich mein Körper benötigte so viel Schlaf dass ich beinahe alles verpasste Judy blieb ein paar Mal mit mir im Hotel zurück auch am heutigen Abend wollten wir nicht mit auf das Konzert der Jungs sondern warteten wie brave Ehefrauen auf die Rückkehr unserer Männer während wir quatschten und zwischen dem Konzert und einer dieser Talkshows im TV herum switchten schlief ich erneut wenige Momente später bekam ich kaum Luft ich erwachte und versuchte mir nichts anmerken zu lassen Judy sah mich nur an auf ihrem Schoß lag eine Schüssel voll mit Popcorn die sie vor sich ich bekam wieder kaum Luft sofort riss ich das Fenster auf aber es wollte nicht mehr Luft hinein Panik machte sich breit sofort beruhigte ich mich innerlich es gelang mir leicht ich öffnete die Badezimmertür und rief nach Judy sie kam sofort angelaufen ich können wir einen Arzt holen fragte ich und stützte mich an der Tür ab ihre Augen weiteten sich sagt Jade nichts flieh ich sie an sie stürzte zum Telefon und rief bei der Rezeption an was sie genau sagte wusste ich nicht aber keine fünf Minuten später klopfte es an der Tür mit Judys Hilfe hatte ich es bis auf die Couch geschafft der Arzt war mittleren alters trug eine Brille und wirkte äußerst professionell Judy berichtete ihm von meinem Unfall von vor ein paar Wochen er meine Lungenentzündung am liebsten würde ich sie mit ins Krankenhaus nehmen ich schüttelte vehement den Kopf auch nachdem er mich mehrere Minuten nicht überreden konnte spritzte er mir ein Mittel damit ich leichter atmen konnte es war ein Traum meine Lungen füllten sich wieder mit Luft nur fliegen war besser wenn sie schon nicht mit wollen dann bleiben sie die nächsten Tage im Bett nehmen regelmäßig ihre Medikamente und ruhen sich aus kein Stress oder große Anstrengung warnend hob er einen Finger ich nickte brav danke Doc als der Arzt die Medikamente dagelassen hatte schleppte ich mich mit Judys Hilfe ins Bett dort flieh ich sofort in einen tiefen Schlaf die Matratze neben mir senkte sich etwas warmes umschloss mich Jaden er drückte mich fest an sich mummelte ich was machst du nur für Sachen ich sollte dich am besten nie mehr aus den Augen lassen dann küsste er mir sanft das haar es tut mir leid ich wollte dir nicht so viele Sorgen bereiten nuschelte ich mach dir keine Sorgen schlaf bitte weiter das ließ ich mir kein zweites Mal sagen mein Blick lag schon eine ganze Weile auf Jadens wundervolles Gesicht heute stand das letzte Konzert in Italien an morgen würden wir weiter fliegen nach Deutschland meine Lungenentzündung hatte ich dank der Tabletten sehr gut in den Griff bekommen wäre der schwere Gips nicht fühlte ich mich wie neugeboren so sehr ich mich auch versuchte zu beherrschen konnte ich meine Finger nicht von ihm lassen ich fuhr sein Gesicht auf und ab über seinen Oberarm bis hinunter zu seiner Hüfte oh mein Gott Staats und auch wenn auch so viel dagegen sprechen würde war ich erleichtert ihn jetzt hier so neben mir zu haben mein Verlangen schürte sich mit jeder Berührung mehr und mehr als ich zärtlich über seinen trainierten Bauch streichelte öffnete er die Augen hi mummelte er zwischen seinen perfekten Lippen ich reagierte intuitiv und küsste ihn er zog mich an sich heran meine meine Hand unter sein Shirt zögerlich küsste er weiter bitte weiß mich nicht zurück ich brauch dich wieder begann ich ihn zu küssen er schob mich noch einmal zurück und sah mich blinzern durch seine vor Sehnsucht brennenden Augen an kein Wort nur ein Knistern lag in der Luft dann packte er meinen Nacken zog mich zu sich heran begann einen der leidenschaftlichsten küsse die wir je miteinander erlebt hatten es dauerte keine minute bis unsere gesamte kleidung zu boden gefallen war vollkommen glücklich ergaben wir uns dem verlangen und der sehnsucht nacheinander du bist sicher bitte jaden es geht mir so gut wie lange nicht mehr und nächste Woche kommt der gibst ja sowieso ab ich wollte unbedingt mit zu diesem letzten Konzert Judy wollte auch einmal die italienischen aber du wartest hinter der bühne warnend hob er einen finger versprochen entgegnete ich ihm grinsend den weg dorthin fuhren wir wie sonst auch mit der limousine die jungs gingen vor jude und ich gingen kurze zeit später nach easy rief einige fotografen wie geht es ihnen schrien sie nacheinander mir war nicht bekannt dass es so offiziell inzwischen war dass jaden und ich auf jeden fall unterlassen bevor es also noch mehr älger gab und sich das mit meinen krücken sowieso schwierig gestalten ließ bahnten julie und ich uns warte den weg in den backstage bereich hinter der bühne angekommen herrschte ein wildes treiben der aufenthaltsraum für die band war riesig eine couch ecke mit tv so wie ein es tisch waren darin zu finden in der einen ecke gab klavier und gitarren ich war begeistert nur einige momente später mussten die jungs auch schon auf die bühne jaden zog mich zu sich heran und küßte mich seine hände wanderten ein wenig tiefer wir wussten beide dass alles auf dem weg der normalität war dazu kommen wir später und jetzt gehe viele weibliche fans glücklich machen ich will aber nur eine glücklich machen und so weit mir bekannt ist ist sie ganz und gar kein fan er grinste frech wahrscheinlich würde er mir ein leben lang vorhalten dass ich die band am anfang einfach schrecklich fand wenn du das so siehst ich denke ihr habt mindestens einen fan mehr ein letzter kuss jaden komm riefen die jungs sie wird dir schon nicht davon laufen halt die klappe entgegnete jaden schroff er kniff mir noch einmal unbemerkt in den po dann verschwand er mit den anderen auf die bühne julie blieb zurück und sah mich an du musst meinetwegen nicht hier bleiben sagte ich ehrlich gemeint aber wollte sie gerade ansetzen ich wusste wie gern sie ihren tat beim spielen zusah und wie sehr sie es mit stolz erfüllte dass er ihr gehören würde ich werde nicht weglaufen also bitte geh und amüsiere dich ihr Mund klappte auf geh sagte ich und schmiss mit einem kissen okay okay ich bin dann später wieder da endlich verließ auch sie den raum ich war alleine was mir von anfang an in den fingern gekribbelt hatte war das klavier ich ging hinüber und klappte den schwarzen hochpolierten deckel nach oben die 88 schwarzen und weißen tasten lachten mich förmlich an von meinem fünften bis lebensjahr hatte ich unterricht dann kam die vorpubertät und ich verfolgte meine musikalische leidenschaft nicht weiter zu viel schmerz und leid hatte ich in so vielen songs verarbeitet sogar einige eigene stücke hatte ich damals komponiert jayden und ich waren wohl doch nicht so verschieden ein lächeln schob sich hoch doch dann fiel es wieder ab ob das wohl der Grund war warum mein dad komplett vergessen jetzt wurde alles wieder so präsent ping ein wunderschönes C ertönte mein Pult schlug schneller das klavier war offensichtlich gestimmt und spielbereit ich legte meine krücken an die Seite und setzte mich ein kleines Spiel würde doch nicht schaden außerdem waren eh alle mit der Band beschäftigt meine Finger flogen über die Tasten ich schloss meine Augen und ließ meinen gefühlen freien Lauf es gab ein Stück von Hiroshima was ich damals unter Tränen gelernt hatte jede einzelne Note die ich mehr oder mehr spielte versetzte mich in die Vergangenheit zurück eine Gänsehaut durchfloss meinen Körper auf und ab bei den letzten Akkorden und Tasten lief eine Träne meine Wange hinunter auf meinen Lippen allerdings zeichnete sich ein Lächeln ab wow ich ich dachte du bist bei der Band nervös klappte ich den Deckel zu sie kam direkt auf mich zu wieso hast du denn nie gesagt dass du so gut spielen kannst verlegen sah ich mir auf die Finger ach das war doch nichts ich hatte mal Unterricht aber mit dem Kapitel habe ich abgeschlossen sie setzte sich zu mir auf die Bank glücklich sah sie in meinen Augen auf ihren ebenso easy da musst du dran bleiben nein genervt stand ich auf und rumpelte zur Couch aber sie kam mir hinterher nein habe ich gesagt bitte Judy das war einmal ich habe seit fast acht Jahren kein Klavier mehr angerührt und das sollte eigentlich auch so bleiben sie setzte sich zu mir und legte meine Hand auf mein Knie willst du darüber reden man konnte ja einfach nicht lange böse sein ich aufgehört hatte zu spielen fing der stress mit meinem dad erst richtig an es war als würde ich jedes mal wenn ich spiele in diese zeit zurück versetzt ach so verstehe tut mir leid aber es war wirklich unglaublich schön wir lächelten uns an danke wir redeten noch einen kurzen moment weiter dann ging Judy zurück zu den Jungs noch mehrere minuten blieb ich einfach nur sitzen das Klavier im rücken fast als würde es nach mir rufen versuchte ich es so gut es ging zu ignorieren meine finger kribbelten nach wie vor ich musste hier raus nur kurz umständlich verließ ich mit meinen krücken den raum eine security stand vor der tür nicht bruno und musterte mich von oben bis unten ich wollte nur kurz frische luft holen der man nickte mir nur kurz zu vielleicht hatte er mich auch gar nicht verstanden es war einer von den italienischen sicherheitsmännern umgehend machte ich mich auf zum hintereingang eine menge leute wuselten hier herum kurz vorm ausgang stieß ich mit einem mann vom reinigungspersonal zusammen tschuldigung sagten mir beide monotonen am ausgang angekommen stand bruno vor der tür na junge dame wo soll es denn hingehen bruno ich wir grinsen uns an natürlich gerade wollte ich meinen weg fortsetzen drehte ich mich noch mehr herum der mann vom reinigungspersonal war am ende des flures zu erkennen meine knie wurden weich ich knickte leicht zur seite bruno fing mich gerade noch auf hey hey alles okay ich zinkerte mehrfach um mich zu vergewissern dass ich nicht falsch lag doch der typ veränderte sich nicht mir wurde schlecht es war bruno rüttelte mich leicht auch er wusste natürlich über fred bescheid sein prüfendes auge war jetzt ebenfalls auf den mann gerichtet jedoch nur für einen kurzen moment dann verschwand dieser links in einer tür es war fred nuschelte ich in brunos richtung seine stirn zog sich in falten dann nuschelte er etwas in sein mikrofon ich setzte mich auf einen stuhl der in der nähe stand du bleibst hier und wartest bruno sprintete los meine finger zitterten wie espen laub mir war kalt und heiß zugleich auch wenn ich mit amy per sms die letzten wochen in kontakt stand um mich zu vergewissern dass zu hause alles in ordnung sei war mir nicht bewusst dass fred mir erneut nachreisen würde sogar eine einstweilige verfügung war mittlerweile ausgestellt er durfte sich mir auf gar keinen fall unter 50 meter nähern was wäre nur passiert wenn ich jetzt noch allein in dem raum geblieben wäre meine gedanken umkreisten immer wieder diesen gedanken warum nahm die schlechten nachrichten nicht endlich ein ende bruno kam zurück ohne fred nichts nur diese cappy erhielt eine cappy von einer reinigungsfirma in die luft ich atmete stoßartig aus du solltest jetzt lieber in den VIP bereich zurückgehen falls er doch noch hier rumläuft schlug bruno vor okay aber sagt der band nichts ja gezwungen nickte bruno zielsicher begab ich mich zurück in den aufenthaltsraum das konzert war vorbei jaden und die anderen kamen erschöpft aber glücklich zurück ted hatte julie im arm jaden stürzte auf mich zu ein glück saß ich auf der couch sodass ich nicht umkippen konnte er küsste mich innig es war richtig ihm nichts davon zu erzählen so konnten sich alle auf die tour konzentrieren am hotel angekommen mit ausnahme von ron der noch etwas durch die klubs ziehen wollte standen wir im fahrstuhl zu unserer suite judy stupste mich im arm und was hast du noch so gemacht ich setzte einen bösen blick auf ist zischte ich was nicht für dich behalten fragte jayden neugierig nach jetzt redeten alle auf mich ein jeder wollte wissen worum es ging danke judy sagte ich nur und betrat wütend die suite nachdem ich weiterhin nichts sagte hörten alle auf weiter nach zu bohren jayden und ich ging direkt nach judy und ted zu bett es war bereits halb zwei der flieger ging am nächsten morgen bereits kurz vor mittag das bedeutete also pünktlich aufstehen ich kuschelte mich an jayden heran seine wärme und dieser betörende duft waren einfach eine tolle mischung meine augen fielen zu jayden strich zärtlich meine haare nach hinten und begann mit seinen weichen lippen meinen hals zu liebkosen willst du mir nicht wenigstens verraten warum es bei eurer kleinen auseinandersetzung ging hauchte er mir sanft ins ohr du bist auch so überhaupt nicht neugierig oder ich verdrehte die augen ich möchte einfach alles über dich wissen ich dachte wir hätten kein geheimnis voreinander mein herz zog sich zusammen das mit dem klavierspielen hin oder her es gab da noch die sache mit fred die ich ihm verschwieg ich schluckte hart also stichelte er nach und biss mir sanft ins ohrläppchen hey ist ja schon gut ich sag es dir ich drehte mich um und sah ihn an er war über mich gebeugt und wartete gespannt auf das was ich zu sagen hatte ich kann klavier spielen julie hat mich heute im bandraum dabei erwischt wie ich gespielt habe echt das ist doch schön kannst du mir was vorspielen fragte er gleich ich warum wenn ich fragen darf seine worte waren nur ein flüstern und doch verstand ich ihn es war ich verbinde viele negative gefühle mit dem klavier er sah mich ungläubig an du kannst mir nicht erzählen dass deine finger nicht kribbeln wenn du ein klavier siehst vorher hey ich bin selber musiker und gebe zu dass auch ich einmal versucht habe die Gitarre liegen zu lassen es ausdrücken meine gefühle zeigen es fehlte einfach etwas darauf antwortete ich nicht natürlich war es schwer aber damals in der pubertät fiel es mir leichter nachdem ich heute das erste mal wieder gespielt hatte war schon wie ein junkie der sich nach Jahren wieder einen frischen Schuss gesetzt hatte mit der Musik bot sich einfach eine wunderbare Möglichkeit sich auszudrücken wie ein Zauber den man auf die Welt los ließ Jaden bot nicht weiter nach zog mich nur fest in seine Arme schnell überkam uns der Schlaf auf den Weg nach Deutschland hatten wir bis zum nächsten Konzert wieder zwei Tage Luft die Jungs hatten etliche Promotermine direkt nach der Ankunft hatte ich mit dem Krankenhaus telefoniert um einen Termin abzumachen den Gips abzunehmen es war nur noch am gleichen Tag möglich oder heute schon los werden würde Bruno begleitete mich ins Krankenhaus und habt ihr schon etwas rausgefunden fragte ich Bruno während wir im Wartezimmer auf den Arzt warteten eine Schwester hatte schon Röntgenbilder gemacht die jetzt ausgewertet wurden nein es war niemand zu finden unter den Angestellten der Reinigungsfirma auf den auch nur annähernd die Beschreibung von Fred hätte passen können niedergeschlagen ließ ich den Kopf sinken wir bleiben dran dir wird schon nichts passieren irgendwann wird er es begreifen dass er nicht an dich rankommt aufmunternd tätschelt er mir die Schulter danke Bruno auch dass ihr der Band nichts erzählt habt kein Ding er lächelte was selten vorkam die Krankenschwester kam und Bruno wartete im Wartebereich auf mich der Arzt sagte mir dass der Gips tatsächlich heute schon abgenommen werden konnte überglücklich ich verlese ich nach einer halben Stunde und ohne Gips mit Bruno das Krankenhaus freudestellend betrat ich die Suite Jaden kam auf mich zugelaufen ich hatte ihn schon per SMS informiert dass der Gips abkam wir umarmten uns fest erst eine lange Zeit später ließen wir voneinander wo sind denn die anderen bemerkte ich zögernd die sind schon vorgefahren zum nächsten Promotermin aber ich wollte dich noch sehen und dir was sagen er zog mich noch während er sprach fester zu sich heran diese Geste zeigte mir dass es eine freudige Überraschung sein musste was ist denn bohrte ich neugierig nach er kam noch näher sein Duft schwang zu mir rüber und beflügelte mich wenn wir hier in Deutschland fertig sind dann werden wir zwei Wochen frei haben und etwas Urlaub machen Urlaub? quietschte ich ja nur wir zwei mein Herz hüpfte und setzte bei jedem Aufkommen einmal aus ein Strahlen lag auf meinen Lippen nur wir zwei? alleine? Jaden nickte zustimmend ich fiel ihm um den Hals und wo? erkundigte ich mich Hawaii sprach er so lustig aus dass ich anfangen musste zu lachen Hawaii war schon immer mein absolut liebstes Urlaubsziel als Kind und auch jetzt noch wollte ich dort immer meine Fitterwochen verbringen ich wurde rot bei dem Gedanken ist das nicht okay? das klingt wunderbar hauchte ich ihm entgegen wir küssen uns zärtlich endlich können wir gemeinsam etwas Zeit miteinander haben alleine ohne Stress und Terminen nur Jaden und ich die Vorfreude in mir war so groß dass ich es nicht in Worte fassen konnte es klingelte Hallo? wie Amy hoch erfreut an der anderen Leitung Hallo Schwesterchen wie geht es dir? erwiderte ich ihr nicht weniger glücklich sie endlich mal wieder zu hören alles gut und bei dir? Mom fragt schon immer ob ich etwas von dir gehört habe sie macht sich Sorgen um dich den Kloß in meinem Hals schluck ich herunter sag ihr bitte dass es mir gut geht und ich sie auch vermisse ich vermisse euch alle ein Schluchzner dran mir wir dich auch aber jetzt erzähl mal wie ist Hawaii? Jaden und ich waren mittlerweile seit drei Tagen in unserem wohlverdienten Urlaub auf dieser Trauminsel es ist unbeschreiblich das Wetter ist toll Jaden ist absolut perfekt bei den Gedanken an Jaden überzog ein knisterndes Kribbeln meiner Haut Gedanken an letzte Nacht flogen mir durch den Kopf Amy unterbrach mich aber Amy war einfach unglaublich sie wusste immer wenn mir etwas auf der Seele lag ich atmete stoßartig aus ach Schwesterchen ich weiß es nicht es ist die Sache mit Dad dann habe ich wieder angefangen zu spielen und zuletzt noch die Sache mit Fred ich hatte schon Halluzinationen und sehe ihn irgendwie überall herumlaufen gerade heute in der Stadt dachte ich ihn als Verkäufer erkannt zu haben total unheimlich das schöne Gefühl auf meiner Haut verwandelte sich in einen kalten Anzug ich glaube Fred hat es aber so langsam begriffen er ist hier seit ein paar Tagen an seinem Haus am Arbeiten oder besser hat er Handwerker die was machen es ist gut zu hören dass er zu Hause ist ein wenig Last fiel mir von den Schultern die Tür der Suite ging auf Jaden trat ein wir lächelten uns an als sich unsere Blicke trafen ich mach dann jetzt mal Schluss ich hab dich lieb wir legten auf Jaden der noch immer ein paar Bahnen im Pool schwimmen war hatte nur eine Badeshorts an ein Handtuch war um seinen Nacken gelegt mir wurde innerlich ganz warm als er mir so entgegen kam und alles okay zu Hause fragte er nebenbei fuhr sich noch mit dem Handtuch durch die Haare um sie weiter zu trocknen ich nickte mein Blick wanderte von seinem nackten Oberkörper bis hinunter zu seinen Leinenflipflops und zurück stimmt was nicht ich pürschte mich wie eine Raubkatze auf leisen Sohlen zu ihm ran hmm sagte ich während ich weiter auf ihn zuging ich glaube ich kann dich hier nicht so alleine herumlaufen lassen was wenn dich die Groupies überfallen und verschleppen oder andere Frauen mich dir wegschnappen verlegen zog er mich zu sich heran blieb kurz vor meinem Gesicht stehen und schüttelte seinen Kopf wie wild dass seine nassen Haare mich kitzelten ich kniff notgedrungen die Augen zusammen und rümpfte die Nase ich werde mich nicht verschleppen lassen es gibt nur eine Frau die ich will und du kennst sie ziemlich gut er grinste frech tausende Raupen entpuppten sich soeben in meinem Bauch und begannen wie verrückt auf und ab zu fliegen auch ohne er Ehering war dieser Urlaub wie Flitterwochen so verliebt und hurtelnd wie Jaden und ich miteinander umgingen dachte ich gäbe es nur im Film eine wunderbare Woche war bereits vergangen heute war der einzige Abend an den Jaden mit Steve und den Jungs eine Telefonkonferenz hatte im Anschluss hatten sie noch zwei telefonische Interviews Jaden würde also die nächsten zwei Stunden nicht wiederkommen ich nahm diese kurze Auszeit gerne an zudem hatte ich mir etwas Besonderes vorgenommen ich wollte Jaden etwas auf dem Klavier vorspielen das Stück welches ich damals selber geschrieben hatte es passte so gut zu unserer Situation seitdem ich am Klavier saß war mir die Melodie nicht wieder aus dem Kopf gegangen zudem passte das Gedicht welches ich vor Wochen zu Hause geschrieben hatte perfekt dazu insgeheim bin ich es im Kopf wieder und wieder durchgegangen ob es wirklich klappt konnte ich nicht sagen doch auf einen Versuch ließ ich es einfach ankommen im Hotel gab es ein kleines Clubzimmer mit einem Piano dieses war zum Glück frei so dass ich es zu dem Zeitpunkt nur für uns zwei reservieren konnte später würde noch ein Tisch im Restaurant auf uns warten die zwei Stunden waren schon um Jaden müsste gleich soweit mit all seinen Terminen durch sein so gut es ging steckte ich mir noch meine Haare hoch und mit einer typischen hawaiianischen Blume zusammen das leichte weiße Sommerkleid passte perfekt ich wartete in dem besagten Raum auf ihn vorab hinterließ ich ihm eine Nachricht in unserem Zimmer sowie eine Notiz einer Rezeption dass ich ihn im Clubraum sehen wollte meine Hände waren schwitzig ich lief auf und ab endlich ging die Klinke runter und Jaden kam herein natürlich war er nicht so sehr zurechtgemacht wie ich woher sollte er es denn auch wissen trotzdem wirkte er auf mich in seinem Muskelshirt und den Bermuda-Shorts unglaublich erotisch verlegen schaute er sich um hallo leise schloss er die Tür hinter sich erst als er sich versicherte dass niemand mit uns im Raum war kam er mit langen Schritten auf mich zu was für eine schöne Überraschung aber was machen wir hier ich nahm sein Gesicht in meine Hände und gab ihm einen Kuss meine Lippen prickelten voller Vorfreude was wir später noch miteinander anstellen würden ich wollte dir zeigen wie sehr ich dir vertraue seine Brauen zogen sich zusammen bestimmend schnappte ich seine Hand und zog ihn herüber zum Klavier erst als wir davor standen fiel es ihm ein du möchtest mir was vorspielen? stolz schenkte er mir ein tiefes Lächeln ich nickte aber nicht irgendetwas als ich damals noch aktiv gespielt habe habe ich auch versucht zu komponieren es war keine große Sache und doch hat ein bestimmtes Stück so viel Energie und Herzblut von mir eingenommen dass ich dir genau das gerne vorspielen möchte er grinste dann setzte ich mich ans Klavier Jaden stand neben mir ich dehnte meine Finger schloss die Augen und abete tief ein langsam fing meine Finger an die weißen und schwarzen Tasten zu drücken mit jedem Tastendruck floss mehr Lebensenergie von mir hinein nach kurzer Zeit hatte ich alles um mich herum ausgeblendet auch Jaden war für mich nicht mehr anwesend meine Lippen öffneten sich leise Worte traten heraus von dem Gedicht was mir so tief eingebrannt war der Druck dahinter wurde kräftiger die Worte wirkten schwer und kamen doch leicht über meine Lippen schließlich setzte ich zum Schluss noch einen letzten Akkord damit war das Stück für mich vollkommen ich öffnete wieder die Augen Jaden stand glücklich beinahe überwältigt neben mir danke sagte er kam zu mir auf die Bank und küsste mich eine Energie lag in der Luft wie sie nur durch wahre Musik hervorgerufen werden konnte unser Kuss nahm kein Ende wären wir nicht im Clubraum vom Hotel würde wer weiß was noch alles passieren Jaden löste sich leicht und sah mir direkt in die Augen ist dir eigentlich bewusst was du kannst und wie unglaublich das war ich wurde rot meine Wangen glühten die negativen Gefühle welches mir das Klavierspielen letztenendlich immer gebracht hatte wandelten sich plötzlich in etwas Positives spielst du noch mal für mich? das ließ ich mir kein zweites Mal sagen schließlich spielte ich ihm noch einmal mein Stück vor Jaden sang hier und da ein paar Wörter mit in meinen Ohren harmonierten unsere Stimmen perfekt miteinander abschließend spielte ich hier und da noch ein paar kleine andere Stücke mit fließendem Übergang zu meinem Lieblingsstück von Hiroshima zum Essen kamen wir etwas später als reserviert war danach gingen wir direkt wieder auf unser Zimmer es war eine rundum gelungene Überraschung der letzte Morgen unseres Urlaubs begann federleicht erwachte ich in dem großen Bett Jaden war nicht mehr da vielleicht war er schon im Bad oder besorgte uns etwas zum Frühstücken glücklich wickelte ich mich aus der Decke heraus und stapfte mit Shorts und Shirt in den Wohnbereich es klopfte hatte Jaden wieder seine Chipkarte vergessen wie so oft in den letzten Tagen ich riss die Tür verächtlich lächelnd auf hast du mitten im Satz verschlug es mir die Sprache nicht Jaden sondern ein Mann mit einem riesigen großen Blumenstrauß stand vor mir weiße Lilien mir schoss das Blut in die Beine all die schlimmen Gefühle und die Angst kamen in mir zurück doch das war nicht alles Blumen für Isabel diese Stimme nicht nur dass die Blumen eindeutig von Fred waren er persönlich war es der mir den Strauß überbrachte ich ging einen Schritt zurück er ließ den Strauß ein wenig sinken blanke Panik machte sich in mir breit was willst du hier verschwinde brachte ich so gerade noch hervor Tränen liefen mir bereits über die Wange Fred kam gezielt einen Schritt auf mich zu als er mir in meine angsterfüllten Augen blickte war es für ihn wie ein Antrieb er ließ die Blumen fallen die Vase zerbrach dumpf auf dem weichen Teppich in große Scherben dann machte er ein paar Schritte auf mich zu sofort ging mein Körper instinktiv weiter nach hinten meine Knie stießen an die Couch ich stand in der Falle Fred der mittlerweile direkt vor mir stand griff fest nach meinem Handgelenk du kommst mit mir mit schnaubte er zwischen seinen Zähnen hindurch ich versuchte mich loszureißen noch es war zwecklos na na mein Engel was sind wir denn so ungezähmt er lachte erbärmlich auf ich hab extra unser Haus umgebaut dass wir mehr Platz haben es wird dir bei mir gut gehen bestimmend zog er mich weiter an meinem Arm zum Ausgang aua Fred lass mich los rief ich ängstlich komm wir gehen fauchte er mir entgegen Hilfe schrie ich aus voller Kehle Fred drückte mir sofort eine Hand auf den Mund mit der anderen zog er mir den Kopf an den Haaren zurück ich zögerte nicht lange und biss ihm in die Hand er zuckte zurück ein Tritt in die Weichteile ließ ihn auch seine zweite Hand lösen und bot mir genügend Zeit um zu fliehen in Schlafkleidung sprintete ich zum Fahrstuhl und schloss so schnell es gegen die Türen wieder und wieder drückte ich auf den Knopf der ins unterste Stockwerk führte Fred kam gut und brand auf mich zugelaufen kurz bevor er den Fahrstuhl erreichte schloss ich die Tür und fuhr mit mir nach unten aufgelöst stand ich da was wenn Fred im Treppenhaus auf mich lauerte der Fahrstuhl nahm ein Glück keine weiteren Umwege sondern fuhr ohne Halt bis zur Rezeption die Tür ging auf benommen strich ich mir meine Haare ein wenig glatt und trocknete so gut es ging meine Tränen weg zögernd lief ich auf die Anmeldung zu mit prüfendem Blick sah ich mich immer wieder um ob Fred nicht doch auf einmal hinter mir stand die Frau an der Rezeption musterte mich kurz kann ich Ihnen helfen? fragte sie kein Ton kam aus meinem Mund was sollte ich Ihnen nur sagen die Fahrstuhltür öffnete sich mit einem lauten Ping wie in Zeitlupe drehte ich mich um mit Herzrasen erwartete ich dass Fred aus dem Fahrstuhl kam zu meiner Erleichterung kam nicht Fred sondern Jaden nervös aus der Tür sobald sie unsere Blicke trafen war ihm die Erleichterung anzusehen auch ich entspannte mich ein wenig zu sehr die Umgebung verschwand das letzte was ich hörte waren Jadens Worte Scheiße ich erwachte allein allein in unserer Suite diese Situation war so ähnlich wie die welche sich vorher noch abgespielt hatte abermals bildete sich Angstschweiß auf meiner Stirn umgehend schwang ich mich aus dem Bett und stürmte ins Wohnzimmer Jaden stand am Fenster und blickte hinaus als er mich sah fielen wir uns in die Arme intensiv zog ich zur Beruhigung seinen Duft ein er schob mich ein wenig von sich weg was ist genau passiert heiße Tränen liefen mir sofort runter bei dem Gedanken er führte mich rüber zur Couch wir setzten uns fest von seinen starken Arm gehalten fand ich die Kraft ihm alles weitere zu erzählen Fred war hier er wollte dass ich mit nach Hause komme ich weiß nicht was ich noch machen soll wir werden mit der Polizei sprechen das war Hausfriedensbruch und Belästigung dann hat er gegen die Auflagen verstoßen und kommt nicht so einfach mehr davon mein Kopf lag schwer auf Jadens Schultern die ganze Sache mit Fred nahm mich so mit dass ich körperlich fix und fertig war wie hypnotisiert ließ ich die Befragung der Polizei über mich ergehen es würde zur Anzeige hinzukommen die eh schon bestand ebenfalls wurde eine Art Schnellverfahren beantragt damit Fred so schnell wie möglich zur Rechenschaft gezogen wurde am Nachmittag stiegen wir ins Flugzeug und waren auf den Weg zum nächsten Konzert in Arizona trafen wir uns mit den anderen im Hotel auch die Band wollte natürlich wissen was passiert war Jaden erzählte alles genau ich saß anteilslos daneben kurze Zeit später ging ich ins Bett erstaunlicherweise schlief ich schnell und lange ein Freds Gesicht tauchte hinter einem riesigen Strauß Blumen auf ich schreckte hoch Jadens Hand fuhr in meine Richtung und zog mich zu sich heran ich pass auf dich auf dir wird nichts passieren noch von der Müdigkeit erschlagen will ich sofort wieder in den Schlaf zurück ja Mom ich werde sie fragen Jaden stand im Badezimmer zum Telefonieren mit seiner Mutter sie verabschiedeten sich noch ich richtete mich auf gleichzeitig kam Jaden zurück ins Zimmer was willst du mich fragen? gestützt auf meine Arme gestützt auf meine Arme sah ich ihn an oh wie lange bist du denn schon wach? elegant wie eh und je kam er zu mir herüber und setzte sich auf die Bettkante ich lächelte ihn an es war Ende Oktober mittlerweile war die Tour der Instructions nach der ersten Etappe von drei Monaten in Pause gegangen der zweite Teil begann Anfang des nächsten Jahres wir waren mit den anderen in ihrem Bandhaus wie sie es gerne nannten dieses Haus war allerdings mehr eine Villa jedes Mitglied hatte ein Schlafzimmer Badezimmer ein Ankleide und Gästezimmer nur die Küche teilten sie sich sowie ein großes Gemeinschaftszimmer mit Billardtisch und dem ganzen Schnickschnack machst du dir immer noch Gedanken? rüttelte Jaden mich wach er meinte die Verhandlungen die in drei Tagen bevorstand nach etlichem hin und her mit Freds Anwalt und meinem konnten wir uns nicht einigen Jaden war es auch der hinter mir stand und mir Halt und Kraft gab tatsächlich nicht einzuknicken ich lächelte ihn nur weiter an und zuckte mit der Schulter jetzt aber mal zu dir was wollte deine Mutter? unauffällig wie möglich wechselte ich das Thema Jaden grinste meine Mutter lässt fragen ob wir Thanksgiving bei ihr und meiner Familie feiern also wir beide er kam näher und drückte mir einen Kuss auf die Wange natürlich wusste seine Mutter dass Jaden eine Freundin hatte aber persönlich hatte ich noch niemanden außer seinen Bruder kennengelernt ich schluckte schwer ich weiß nicht wie soll ich das meinen Eltern denn erklären sie rechnen bestimmt auch mit mir Jaden schwang sich zurück ins Bett und kuschelte mich fest in seine Arme gemeinsam überlegten wir wie wir diese Pazituation überstehen konnten was hältst du davon wenn wir das Thanksgiving Essen bei meinen Eltern und das Weihnachtsessen dafür bei deinen Eltern feiern das klingt nach einem guten Plan sicherlich würden meine Eltern dann auch nicht zu sehr enttäuscht sein wenn wir die gesamten Weihnachten bei ihnen verbringen würden oh ja das ist eine gute Idee wir küssen uns lang und innig auch wenn es noch viele kleine Hürden gab die wir in der nächsten Zeit bewältigen mussten wusste ich ganz besonders in diesem Moment dass solange Jaden und ich zusammen hielten alles schaffen könnten das war wirklich toll sie ist übrigens sehr nett Jaden schenkte mir ein kurzes Lächeln dann konzentrierte er sich wieder auf die Straße wir fuhren auf dem Highway zurück zum Bandhaus die letzten zwei Thanksgivings Tage hatten wir bei Jadens Eltern verbracht es waren zwei wirklich schöne Tage auch wenn Jaden nicht gerne von seinen Eltern sprach spürte man zwischen ihnen die Verbundenheit und die Sehnsucht auf beiden Seiten jedoch respektierten beide Partien die Entscheidung der anderen und ließen den entsprechenden Freiraum nur ein paar Tage nach dem Ausflug zu Jadens Eltern stand der Prozess an ich hatte die ganze letzte Woche Nacht schon nicht mehr richtig schlafen können dementsprechend dunkel zeichneten sich auch die Ränder unter meinen Augen ab schon seit bestimmten zehn Minuten stand ich einfach so vorm Spiegel und sah mich an es klopfte vorsichtig an der Türe Easy? Alles okay? Jaden meine Sonne mein Halt mein Ein und Alles ich rückte meinen Blazer zurecht fuhr mit den Händen durch das Haar welches mir glatt über die Schultern fiel und atmete noch ein letztes Mal tief ein dann drehte ich mich herum und ging aus dem Bad Jane mit Jeans Hemd und Sakko bekleidet stand direkt vor mir ohne ein weiteres Wort zu sagen nahm er mich fest in den Arm er wusste dass er mir so am meisten half das Ganze durchzustehen auf geht's murmelte ich noch zwischen meinen fast geschlossenen Lippen hindurch vor dem Gericht angekommen standen diverse Fotografen da wir blieben noch kurz im Auto sitzen ich ließ den Kopf in die Hände fallen es tut mir leid dass ich dich so mit reinziehe zärtlich streichelte Jaden mit den Rücken wie betäubt spürte ich seine Berührung als wären sie weit entfernt das ist nicht deine Schuld Easy von da ansprachen wir kein weiteres Wort miteinander wir stiegen aus und bahnten uns eng aneinandergedrückt den Weg durch die Massen in das Gerichtsgebäude viele Menschen tummelten sich dort einige im Anzug manche andere ganz normal bekleidet wir suchten unseren Verhandlungssaal auf und konnten gleich eintreten nur wenige Minuten später ging die Verhandlung schon los Jaden musste im Publikum Platz nehmen meine Anwältin Mrs. Jenkins saß mit mir vorne an einem alten massiven Schreibtisch Fred saß seinem Anwalt drei Meter neben uns ich traute mich kein einziges Mal ihn anzusehen nahezu abwesend schaute ich auf eine große Kerbe im Schreibtisch vor mir wieder und wieder betrachtete ich ihren Verlauf dann ging alles sehr schnell der Richter kam rein und las die Anklage vor meine Anwältin meinte ich müsste aufgrund der Anzeigen und dass Fred gegen die einstweilige Verfügung verstoßen hatte nicht unbedingt in den Zeugen stand anteilslos und doch erleichternd nahm ich wahr dass ich tatsächlich nicht befragt werden musste lediglich unsere Anwälte schilderten die Sicht des jeweiligen da ich absolut kein Zeitgefühl hatte ging der Richter nach einer gewissen Zeit zurück in sein Richterzimmer um eine Entscheidung zu fällen meine Anwältin sprach mir von der Seite gut zu auch das nahm ich wieder nur am Rande wahr ich konzentrierte mich lieber weiter auf die Kerbe vor mir der Richter kam zurück meine Hände begannen zu zittern wie Espenlaub er verlas die Entscheidung dass Fred schuldig sei und die Verfügung auf unbegrenzte Zeit in Kraft blieb zudem müsste er Kosten tragen und eine Freiheitsstrafe von drei Monaten auf sich nehmen diese allerdings zur Bewährung ausgesetzt von da an hörte ich nicht weiter zu Bewährung 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 halte es in meinem Kopf wieder und wieder nach Fred war ein freier Mann er würde nicht aufhören das spürte ich ganz tief in mir der Saal leerte sich bereits wie mit Watte in den Ohren saß ich noch immer auf meinem Stuhl und starrte in die Kerbe wie viele verzweifelte Opfer hier wohl schon gesessen hatten und wussten dass es aufgrund eines falschen Urteils noch viel schlimmer werden würde nach einer halben Stunde saßen wir bereits wieder im Auto Jaden hatte mich fest im Arm als der Fahrer uns zurück zum Bett ausfuhr er hatte bereits mit Amy telefoniert und von dem Urteil berichtet leider hatten meine Eltern keine Zeit um mich zu begleiten ich sagte ihnen aber eindringlich dass es okay für mich war solange Jaden bei mir wäre würde ich das schon überstehen doch war es so einfach im Augenblick brachte nicht einmal mehr seine Nähe oder der Duft seiner Haut die so dringend benötigte innere Ruhe er wird dir nichts mehr tun solange ich bei dir bin wird er dir nichts antun können das verspreche ich dir mit diesen Worten belies ich es dabei und vergrub mein Gesicht in Jadens Hemd etwas Schlimmes würde noch passieren er kannte Fred nicht so gut wie ich selbst zwei Wochen nach der Verhandlung kam ich noch immer nicht zur Ruhe es war weit nach Mitternacht der Mond schien hell durch das Wohnzimmer Fenster ein warmer Tropfen fiel mir auf die Hand wenigstens war seit der Verhandlung nichts mehr passiert keine Anrufe Briefe oder Blumen war es vielleicht doch vorbei Jaden und ich hatten lange über dieses Thema gesprochen ich hatte neben dem schlechten Gefühl wegen Fred auch noch ein schlechtes Gefühl Jaden gegenüber wie konnte ich sein Leben nur so runterziehen wegen mir waren wir über Wochen nur zu Hause geblieben ständig in Angst und beinahe unter Verfolgungswahn blieb ich nur an seiner Seite Fred hat es zu einem großen Teil schon geschafft sich in mein in unser Leben zu schleichen und es zu beeinflussen doch damit sollte jetzt Schluss sein selbstbewusst richtete ich meinen Kopf auf wischte die Träne weg und atmete tief aus gestärkt ging ich zu unserem Schlafzimmer und kuschelte mich zurück zu Jaden ein Glück hatte er es nicht bemerkt als ich aufgestanden war erst als ich mich in seinen Arm legte zog er mich fest an sich ich pass auf dich auf nuschelte er im Schlaf mein schlechtes Gewissen meldete sich wieder wie sehr die ganze Sache auch sein Leben beeinflusste sogar im Schlaf versuchte er mich zu beschützen ich liebe dich murmelte ich und schloss meine Augen für einen weiteren unruhigen und kurzen Schlaf von da an unternahmen Jaden und ich tatsächlich mehr ich schluckte meine Angst hinunter wir erledigten wie jeder normale Mensch zu der Zeit Weihnachtseinkäufe für unsere Familie und Freunde spazierten im Schnee durch die Abenddämmerung und kuschelten uns lange unter einer Decke vor dem Kamin mit jedem Tag wo kein Vorfall dazwischen kam war es leichter den Kopf oben zu behalten auch von Jaden fiel Angst und Last ab es war schön mit anzusehen wie die Nominität zurückkehrte Weihnachten war gekommen wie abgesprochen verbrachten wir einige Tage bei meiner Familie auch wenn mein Dad es noch nicht akzeptiert hatte wie ich mich für diesen Weg entscheiden konnte ignorierte er diese für einige Tage meine Mom war daran jedoch nicht ganz unschuldig sie sagte mir im Vertrauen dass sie noch einige Gespräche mit meinem Dad vor Weihnachten geführt hatte ich war ihr dafür sehr dankbar so wurden die Tage wirklich zu etwas wunderschönem was wir alle nach den letzten Wochen sehr gebrauchen konnten ich bin übermorgen wieder da und hole dich ab ein flüchtiger Kuss streifte meine Lippen in zwei Tagen war Silvester und Jaden musste noch einige Dinge erledigen er würde mich und Amy die ebenfalls eingeladen war dann am Silvester abholen im Bandhaus fand eine große Silvesterparty mit all unseren Freunden statt Jaden erklärte mir dass sie dies jedes Jahr veranstalten um den Kontakt zu den Freunden die sie hatten nicht ganz zu verlieren ich kann mich nicht daran erinnern wann wir das letzte Mal so lange voneinander getrennt waren als die Worte ausgesprochen waren musste ich schmunzeln es klang wie aus einem schlechten kitschigen Film Jaden streifte mir eine Strähne nach hinten automatisch schlossen sich meine Augen wie ein heißer Impul schoss das Blut von der Stelle wo er mich berührt hatte bis in meine Beine oh rüttelte Jaden mich wach ich hab noch was für dich er wühlte in seinem Rucksack herum zog eine CD heraus und hielt sie mir hin mit seinem wunderbaren Lächeln schaute er in mein fragendes Gesicht das ist ein Mitschnitt von einigen Liedern die wir für unsere neue Platte bereits aufgenommen haben ich würde mich freuen deine Meinung zu hören besonders das letzte Lied ein breites Grinsen setzte sich auf mein Gesicht danke sagte ich und nahm die CD entgegen noch im selben Moment fiel ich ihm um den Hals daraufhin folgte ein langer Kuss bis Jadens Taxi schließlich vorfuhr und er für die nächsten zwei Tage verschwand unbewusst drückte ich die CD fest an meine Brust um die Lücke zu schließen die sich soeben eröffnet hatte umgehend als Jadens Taxi außer Sichtweite war ging ich hoch in mein Zimmer und legte die CD ein sofort schaltete ich rüber zum letzten Song es fiel sofort auf dass seliglich eine Akustikgitarre zu hören war kein Schlagzeug oder andere Instrumente dann begann jemand zu singen doch es war nicht Ben der Frontsänger sondern Jaden ein Lied nur von Jaden gesungen und was er sang war noch viel interessanter mit jeder Zeile die er klang begannen sich mehr und mehr Tränen meinen Augen zu sammeln es war kaum zu glauben Ebba sang von uns von unserer gemeinsamen Zeit jede Strophe die seine Lippen verließen waren wie ein ganzes Kapitel von uns nur derjenige der wusste was passiert war konnte hier zwischen den Zeilen lesen oder besser hören das Lied war zu Ende ich ließ mich nahezu schwerelos auf mein Bett sinken als ich meinen Tränenstrom am ganzen Körper erzittern ließ seine Liebe war so ehrlich und stark dass es beinahe unmöglich schien so für jemanden zu empfinden doch ich wusste dass es möglich war denn ich empfand genauso für ihn endlich waren die zwei Tage um viel schneller als geglaubt ein Glück mehrmals täglich telefonierten wir miteinander zwar immer nur kurz doch es war uns beiden sehr wichtig die Zeit ohne einander um so über Wasser zu halten zufrieden und viel zu früh an diesem Tag ging ich hinunter in die Küche meine Eltern fuhren heute für ein paar Tage mit Freunden weg da Amy bei uns untergekommen war ergriff sie die Chance sich von hier zu lösen wir sind dann soweit sagte mein Dad er stand wie ein Feldwebel in der Küche und wies meine Mutter an jetzt auch endlich fertig zu sein Amy und ich verabschiedeten sich schließlich vom Haus und winkten ihnen zu als sie außer Reichweite waren fielen wir uns um den Hals das wird super kriegte sie innerlich strahlte ich ebenfalls vor Vorfreude der Vormittag ging schnell vorbei Amy und ich räumten alles auf um später nichts unerledigt zu lassen dann gingen wir noch einmal die Sachen durch welche wir die nächsten Tage benötigten ähm easy Amy stand in meiner Tür ich schloss gerade den Reißverschluss von meinem Koffer was ist denn? ich wollte nur kurz zu Sandy und auf Wiedersehen sagen zumindest für dieses Jahr aber heute Abend wenn der Fahrer kommt bin ich wieder zurück versprochen mit gefalteten Händen stand sie vor mir ja alles klar wenn ich mich wirklich darauf verlassen kann dass du pünktlich zurück bist ansonsten werde ich ohne dich fahren ich kam mir froh wie meine Mutter schließlich schenkte ich ein schiefes Lächeln natürlich sie pfte vor Freude auf der Stelle dann war sie verschwunden eine gute Stunde später war ich dann auch mit allem fertig der Blick zur Uhr verriet mir dass es gerade ein Uhr am frühen Nachmittag war also noch genug Zeit sich ein wenig zu erholen da nichts weiter zu erledigen war beschloss ich kurz Jaden anzurufen ich ging hinunter in die Küche als das Haustelefon anfing zu klingeln Hallo sag ich bei Nines Telefon so gut war meine Laune doch das sollte sich im nächsten Moment drastisch ändern Hallo Isabel mein Hals schnürte sich zu die Gefühlsschublade welche ich mit den ganzen panischen Gefühlen fest verschlossen hatte platzte in dieser Sekunde wieder auf zitternd hielt ich den Hörer weiter in mein Ohr stocksteib stand ich da Fred flüsterte ich durch meine bebenden Lippen wie schön dass du mich nicht vergessen hast ruckartig legte ich den Hörer wieder auf was sollte ich jetzt nur machen das Adrenalin in meinem Körper verschaffte mir Ohrensausen wie wild ging ich mir wieder und wieder durch die Haare nur wenige Sekunden später klingelte das Telefon erneut was sollte ich jetzt nur tun was wollte er von mir laut Gericht durfte er mich überhaupt nicht kontaktieren ich nahm allen Mut zusammen ging hierüber zum Telefon und nahm den Hörer erneut ab du solltest etwas netter zu mir sein mein Atem ging schwerer es war anstrengend überhaupt einen klaren Gedanken zu fassen du du darfst mich überhaupt nicht anrufen das Gericht Fred fiel mir sofort ins Wort das Gericht interessiert mich schrie er fast oder meinst du dass das lächerliche Urteil deiner Schwester helfen kann ich wurde blass Amy ein ekelerregendes Lachen kam durch den Hörer an an seinem Atem war zu erkennen wie sehr Fred das Ganze antürnte ja Amy eine kalte Gänsehaut überzog meinen ganzen Körper er sprach ihren Namen mit einer solchen Abscheulichkeit aus dass mir beinahe übel wurde was hat Amy mit all dem hier zu tun hackte ich kurz und knapp nach frag sie doch selbst es knackte kurz in der Leitung Amys Stimme erklang easy easy rief sie ein weiteres knacken und Fred war zurück in der Leitung was hast du mit ihr gemacht lass sie in Ruhe sie hat nichts mit den ganzen Sachen zu tun verzweifelte ging ich in die Knie du Freds Tonlage veränderte sich hörbar er wirkte wütend hör mir jetzt genau zu dann wird ihr nichts passieren Stille nur mein viel zu schneller Atem durchquerte den Raum dann sprach Fred mit seiner normalen Tonlage weiter als würde er einen Einkaufszettel vorlesen du wirst dich jetzt auf dem direkten Weg zu mir herüber machen und versuche mir jetzt nichts vorzumachen dass du nicht da wärst ich weiß genau was du machst und tust Isabelle ich beobachte dich schon eine ganze Weile mein Magen drehte sich erneut Fred lächelte erneut widerlich in die Leitung alles weitere werde ich dir dann hier erklären wenn du da bist meine Liebe ich schloss die Augen Hey me wisperte ich nur natürlich werde ich eine Schwester dann gehen lassen sie interessiert mich nicht deswegen ist mir auch egal wie du dich entscheidest Isabelle ich bin gleich da gerade wollte ich auflegen da sprach Fred noch weiter und wage es nicht die Polizei oder deinen verlausten Freund zu informieren ich bekomme alles mit was du machst Isabelle sei schönartig und komm herüber zu mir Stille ach und Isabelle Stille du hast fünf Minuten ohne etwas weiteres zu sagen legte ich auf um mich herum drehte sich alles doch ich durfte jetzt nicht durchdrehen Amy sie brauchte dringend meine Hilfe ich atmete ein paar mal tief durch wie ferngesteuert ging ich in das Schlafzimmer meiner Eltern früher hatte mein Dad immer eine Waffe dort gehabt schnell schickte ich ein Stoßgebet zum Himmel dass es sich noch immer dort im Schließfach befinden würde den Code vom Safe hatte ich mir als kleines Kind einmal gemerkt ich hatte meinen Dad ein paar mal heimlich dabei erwischt wie er ihn geöffnet hatte er hat mich damals nicht gesehen und so hatte ich immer und immer wieder den Code zu sehen bekommen ein weiteres Stoßgebet dass es noch der gleiche sei wie damals 34 16 12 09 ummelte ich vor mir her mit zittrigen Händen benötige ich zwei Versuche dann öffnete der Safe sich tatsächlich mit einem leisen Klicken ungeschickt durchwühlte ich das viele Papier welches sich darin befand die Waffe lag in einer schwarzen Mappe auf der rechten Seite schnell öffnete ich die Mappe zog die Waffe hervor und steckte sie mir hinten in den Hosenbund alles andere ließ ich so liegen wie es war und sprintete rüber zu Freds Haus nur wenige Meter vor seiner Eingangstür blieben meine Beine stehen Jaden schoss mir durch den Kopf er würde sich Sorgen machen doch Amy braucht mich jetzt mehr mit ganzer Kraft lief ich weiter auf die Tür zu sie stand ein wenig offen langsam betrat ich das Haus Amy rief ich leise hinein ich zog die Waffe aus meinem Hosenbund und ging tiefer hinein Amy rief ich erneut easy easy rief es aus der Küche aus Reflex rannte ich sofort los wieder easy easy doch dort angekommen sah ich nichts easy easy kam von einem Tonband welches auf dem Küchentisch lag Fred hatte mich reingelegt im selben Moment erhielt ich einen Schlag auf den Kopf sofort wurde alles schwarz vor meinen Augen das erste was ich bemerkte war die Stille nichts war zu hören rein gar nichts war ich tot doch ich wusste dass sich das so nicht anfühlte kurze Zeit später nahm ich meinen Körper wieder wahr mein Nacken tat schrecklich weh und mein Kopf hämmerte vor Schmerz wie verrückt ich richtete meinen Kopf auf und versuchte die Augen zu öffnen nach mehrfachem Blinzeln sah ich dass es dunkel war nur wenig Licht erhellte den Raum in dem ich mich befand automatisch versuchte ich meine Hand an den Kopf zu führen doch ich war gefesselt wie in Zeitlupe sah ich an mir herunter ich saß in Unterwäsche an einem Stuhl gefesselt da Panik schlug mir in den Magen mit letzter Kraft versuchte ich mich zu lösen doch die Seile waren schmerzhaft festgezogen versuch es gar nicht erst ertönte eine Stimme aus der Dunkelheit die Stimme wirkte in diesem Moment auf mich wie Fingernägel die auf eine Tafel kratzten zur selben Zeit als er sprach trat Fred aus der Dunkelheit hervor Hilfe schrie ich aus Angst so laut ich konnte mit meinem letzten Adrenalin riss ich weiter wie wild einen Fesseln jeder Ruck den ich tat fühlte sich an als würde das raue Seil sich noch tiefer in mein Fleisch schneiden Fred beschleunigte seinen Schritt und versetzte mir mit solch einer Wucht einen Schlag ins Gesicht dass mein Kopf zur Seite flog ich schmeckte Blut welches definitiv von mir stammte es wird dich hier niemand hören dachte ich gehört zu haben meine Ohren waren allerdings wie taub vom lauten Rauschen meines eigenen Blutes heb den Kopf herrschte Fred mich laut schreiend an es fiel mir schwer den Kopf zu halten ich legte jedoch alle Anstrengungen in diese Geste um nicht noch einen Schlag zu riskieren ich wollte mit ihm sprechen doch Worte ließen meine Zunge noch nicht zu ich musste husten vor lauter Trockenheit und Blut erst Minuten später wurde es besser Fred stand geduldig vor mir und beobachtete mich wie eine Trophäe oder eher wie ein erster Sieg über mich warum flüsterte ich schließlich er grinste sein abscheuliches Lächeln und kam noch einen Schritt näher dann bückte er sich zu mir herunter und flüsterte mir direkt ins Ohr wobei sein fauliger Atem sich mit dem salzigen Geschmack meines Blutes auf meiner Zunge paarte ich hab dir gesagt dass wir früher oder später zusammen sein werden egal wie Ekel und ein weiterer Hustanfall überkam ich so stark dass ich anfing zu würgen zum Glück kam nichts heraus ich ließ den Kopf schließlich hängen meine Kraft war fast aufgezehrt der Schlag von eben hatte ganze Wirkung gezeigt wie aus dem Nichts riss Fred mir plötzlich am Hinterkopf an den Haaren meinen Kopf nach hinten mir blieb die Luft weg die Sicht verschwamm obwohl ich in diesem Moment auch ganz froh darüber war denn Fred war erneut ganz nah ich werde dir zeigen dass wir zusammen gehören und wenn ich dich nicht haben kann dann wird dich kein anderer je haben schlagartig ließ er meinen Kopf wieder los ohne jeglichen Halt fiel mir mein Kinn auf die Brust aber bevor wir dazu kommen Isabel er machte eine Pause und ging einen Schritt vor sieh mich an schrie er mir erneut so laut entgegen dass ich zusammen zuckte das Piepen in meinen Ohren wurde lauter mein Körper konnte sich nicht entscheiden was schlimmer war die Schmerzen im Kopf oder an den Händen in den Ohren oder an meiner Wange erneut hob ich den Kopf und sah ihn an ich spürte dass mein Blickfeld beeinträchtigt war womöglich war mein eines Auge durch den Schlag sichtbar angeschwollen Fred verfiel in seine alte ruhige und leise Stimmlage zurück und sprach wie früher mit mir als würden wir hier in einem Küchentisch sitzen mit einer Tasse Kaffee vor uns und wie zwei Freunde reden auf diesen Moment habe ich lange gewartet weißt du er lief auf und ab du hast es mir nicht immer leicht gemacht und doch hast du mich sehr schön an deinem Leben teilhaben lassen am Ende des Satzes blieb er stehen drehte sich zu mir um und wirkte sehr ernst bis es dann zu diesem Gerichtsurteil kam sein Blick schwankte auf den Boden und er schüttelte leicht den Kopf oh Isabel das fand ich gar nicht gut sogar mein Anwalt hat gesagt ich sollte dich vergessen und mir dich aus dem Kopf schlagen aber der Mann weiß halt nicht was wahre Liebe bedeutet Stille nichtsdestotrotz fuhr Fred fort hast du meine Gefühle sehr verletzt bei den letzten Worten sah er mir wieder direkt in die Augen dann verzogen sich seine Lippen zu einem Lächeln Fred sprach im Plauderton weiter seine Persönlichkeitsschwankungen versetzten mich in eine Starre ich konnte in diesem Moment vor lauter Panik nicht von ihm lassen was hat er als nächstes vor wollte er mich windelweich prügeln oder gar umbringen Fred kam direkt auf mich zu stützte sich sanft auf meine Schultern und statte stur in mein Gesicht auf und ab wanderte sein abscheulicher Blick dann fuhr er mit seiner Hand sanft über mein Haar mir wurde erneut schlecht wollte er mich etwa vergewaltigen ich schloss die Augen im nächsten Augenblick strich in mir zärtlich das Haar hinter das linke Ohr fuhr mit seinem Zeigefinger von meiner Schläfe über meine Wange bis hinunter an meinen Hals am liebsten würde ich wegrennen flüchten zwecklos zog ich ein letztes Mal unter Schmerzen an meinen Fesseln doch auch jetzt rührten sie sich kein Stück meine gesamten Muskeln spannten sich an wohingegen sein Finger den Weg weiter über meine Brust fand sie verharrte aber nicht sondern wanderte zurück über meine linke Schulter und den Oberarm bis an meine Hand dann war sie verschwunden im nächsten Moment spürte ich einen Schmerz der alles andere in diesem Augenblick übertönte sogar der Schmerz in meinem Kopf war für einen Moment vergessen ich riss die Augen auf das nächste was ich sah war wie Freds Faust auf meinem Handrücken ruhte er zerschlug mir mit all seiner Kraft spürbar alle Knochen meiner linken Hand der Schmerz welcher noch immer anhielt entzog mir jegliche Luft Tränen schossen mir zugleich in die Augen sofort verschwamm mein Blick ich war kurz davor wieder ohnmächtig zu werden leider nur kurz davor da du gesagt hast dass du keine Gefühle für mich hast musste ich dir körperlich irgendwie zeigen wie sehr es mich verletzt hat was vor Gericht passiert war und das hier trifft es nicht einmal annähernd mit diesen Worten sah ich durch meinen Tränenschleier wie Fred sich entfernte und in der Dunkelheit verschwand mit stockendem Atem und auch bevor ich weiterdenken konnte kam er bereits zurück er hatte etwas Funkelndes in der Hand ich blinzelte schnell meine Tränen so gut es ging davon dann sah ich es genau es war ein großes Messer da meine Stimme noch nicht zurück war schüttelte ich nur mit dem Kopf mein Atem wurde spürbar flacher wie ich dir zu Anfang bereits sagte ich werde dir zeigen dass wir zusammengehören er kam näher und wenn das seelisch und emotional von deiner Seite aus nicht möglich ist musst du es mir eben körperlich zeigen mit jedem Wort kam er weiter auf mich zu gekonnt spielte er mit dem Messer in seiner Hand bei mir angekommen setzte Fred mir die Spitze direkt an meine Kehle kratzend zog er seinen Weg hoch bis unter meinen Kinn ich hob den Kopf um so wenig Schaden wie möglich zu hinterlassen mein Puls pumpte unersättlich das heiße Blut durch meine Adern was nicht gut war denn das Blut schoss mir mehr und mehr in den Kopf du wirst mich immer bei dir tragen sagte er so zärtlich als wäre es eine Liebeserklärung dann fuhr die Klinge hinunter an meine Brust und rutzte mir tiefe Schnitte in die Haut ich schrie leicht auf vor lauter Kraftlosigkeit war selbst dieses nicht mehr richtig möglich erst als Fred zwei weitere Schnitte ansetzte wurde mir bewusst was er vorhatte er ritzte seinen Namen in meine Brust dann war das Messer für eine kurze Zeit verschwunden Fred rieb mit seiner Hand über die Stelle es brannte wie Feuer wusstest du das Salz die Wirkung von Narben nur noch verstärkt sagte er lachend als würde es ihn freuen mir etwas beigebracht zu haben soeben wollte Fred neu ansetzen als er einen lauten Knall gab es klang in meinen Ohren wie eine Explosion überrascht und dennoch mit einer eisigen Lässigkeit drehte Fred sich herum viele Stimmen schreiten durcheinander runter mit der Waffe Hände hoch Lichter blitzten durch die Dunkelheit vor Erleichterungen fing ich schluchzend an zu weinen ich wollte das nicht doch mein Körper übernahm von hier an die Kontrolle trotz der Schmerzen war es mir ebenfalls tierisch peinlich hier nur in Unterwäsche zu sitzen und dennoch war ich unglaublich erleichtert und glücklich dass diese Menschen jetzt hier waren noch während meine Gedanken ihren Lauf nahmen kam eine Frau auf mich zu sie redete auf mich ein alles ok du bist in Sicherheit er wird dir nichts mehr anhaben können ein anderer schnitt mir die Fesseln ab meine linke Hand pochte ich hielt sie mir an die Brust und krümmte mich leicht der Druck in meinen Kopf fließ durch die ganzen Tränen nicht nach dann legte mir jemand eine Decke um und plötzlich hörte ich in diesem ganzen Durcheinander nur eine Stimme Jadens Stimme am Rande bemerkte ich dass Polizisten ihn aufhalten wollten doch er kämpfte sich durch und dann war er da meine Welt meine Sonne wie ein Häufchen Elend saß ich in der Decke gehüllt weiter auf diesem Stuhl automatisch stand ich auf und wollte auf ihn zugehen als meine Beine direkt nachgaben er fing mich auf easy ich bin da war das letzte als mein Körper mich endlich in die wohltuende Ohnmacht fallen ließ für einen kurzen Moment kam ich wieder zu Bewusstsein und spürte ein Ruckeln und Schütteln eine Maske lag auf meinem Gesicht ich wollte meine Hand heben doch ich war wieder festgeschnallt sofort schoss mir die Erinnerung von Fred durch den Kopf hat er mich etwa noch immer in seiner Gewalt mein Atem wurde flacher meine Kehle schnürte sich zu mit wenig Kraft die mir noch blieb zärtig an den Fesseln erschöpft gab ich nach wenigen Momenten auf hilflos begann ich zu weinen kurz darauf wurde mir ganz warm ein angenehmes Kribbeln löste meinen Schmerz und schickte mich zurück in den Schlaf jemand hielt meine gesunde Hand ich lag in einem weichen angenehmen Bett mein Traum war wohl wirklich wahr gewesen und die Polizei hatte mich tatsächlich gerettet Jaden flüsterten meine trockenen Lippen ich hörte nichts nur ein Rauschen und eine angenehme Stille dann wurde meine Hand losgelassen instinktiv griff Jenoid danach nach diesem wunderschönen Gefühl verankert zu sein nicht alleine mit jeder Sekunde die ich länger wach war wurde es einfacher für mich meinen Körper unter Kontrolle zu bekommen ein Mann und eine Frau unterhielten sich dann war sie wieder da der Anker die warme wohltuende Hand auf meiner endlich war es mir möglich die Augen zu öffnen das Licht blendete ich kniff meine Augenbrauen zusammen und sah durch kleine Schlitze wer neben mir saß es war Jaden automatisch verzogen sich meine Lippen zu einem Lächeln mein Ruf wurde also erhört nachdem ich mich den Lichtverhältnissen angepasst hatte bemerkte ich dass ein Arzt und eine Frau sich am Ende des Bettes unterhielten erst nachdem ich sie eine Weile beobachtet hatte sprachen sie mich an hallo Isabel wie geht es Ihnen können Sie sich daran erinnern was passiert ist und wo Sie sind es war schwer dem Arzt zu folgen seine Worte klangen tief und dunkel in meinen Ohren ich musste noch mal nachfragen was oh entschuldigen Sie der Arzt trat neben Jaden Dichter zu mir heran wissen Sie wo Sie sind erstaunlicherweise konnte ich ihn jetzt besser verstehen zwar noch immer mit einem Rauschen das alles dunkler wirken ließ aber ich war erleichtert dass ich mein Gehör nicht verloren hatte Miss Manu Besorgnis zeichnete sich auf der Stirn des Arztes ab ähm ja ich bin im Krankenhaus mein nächster Gedanke war der brennende Schmerz den ich auf der Brust spürte ich riss die Hand von Jaden los und ertastete meinen großen Verband an der Stelle Fred ekel überkam ich als ich den Namen aussprach umgehend nahm Jaden wieder meine Hand und redete beruhigend auf mich ein er ist verhaftet worden er kann dir nicht wieder was antun Tränen liefen mir über die Wangen im selben Moment setzte die Schwester auf der anderen Seite des Bettes irgendeine Flüssigkeit in meinen Arm mir war klar dass es sich um eine Art Beruhigungsmittel handelte wille los ließ ich alles zu meine Augen schlossen sich doch mein Verstand war noch hellwach wird sie wieder gesund fragte Jaden mit viel Sorge in der Stimme ich griff hilflos nach seiner Hand körperlich ja aber solch ein Trauma braucht viel Zeit egal wie lange es dauert ich werde für sie da sein wenn sie mich braucht dann ging auch mein Verstand in den Nebel und verschwand als ich das nächste Mal erwachte spürte ich Schmerzen meine linke Hand fühlte sich an als würde sie explodieren schwer atmend öffnete ich die Augen es war dunkel nur durch das leichte Licht vom Flur ließ ich etwas erkennen vorsichtig ließ ich meinen Blick schweifen niemand war zu sehen am Ende stand ein Gästebett aber auch das war leer meine Gedanken verloren sich und dachten über das zuletzt Gesagte nach ich würde Jaden schon wieder von seiner Natur abhalten seit er mich kannte machte ich ihm nur Probleme doch was wäre gewesen wenn Jaden nicht da gewesen wäre wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte dann hätte Fred mich womöglich umgebracht und zu Tode gefoltert wie konnte ich Jaden nur dafür danken dass er so viel für mich opfert meine Blase meldete sich ich musste dringend auf die Toilette zum Glück wurde mir kein Katheter gelegt ich setzte mich auf die Kante es dauerte ein Moment bis sich der Raum nicht mehr drehte mein Kreislauf war im Moment an der Untergrenze es wurde Zeit ihn wieder in Schwung zu bringen umso schneller konnte ich dieses Krankenhaus wieder verlassen wenigstens das war ich Jaden schuldig so wenig belastend für ihn zu sein wie nur möglich auf jeden Fall so dass er sich keine Sorgen mehr machen musste zaghaft setzte ich meine Füße auf den kalten grauen Klinikboden da meine linke Hand in einem dicken Gips lag hielt ich mich mit der rechten Hand an der silbernen Stange vom Tropf fest langsam stützte ich mein Gewicht auf meine Beine sie begannen zu wackeln hielten aber stand nach einem kleinen Schritt begann mein Kopf stark zu schmerzen als würde mir jemand mit dem Hammer drauf hauen Bilder und das Gefühl wie Fred mir ins Gesicht schlug ließen mich leicht einknicken den nahenden Panikanfall versuchte ich nicht durchkommen zu lassen es ist vorbei es ist vorbei sagte ich mir wieder und wieder ich stellte mich erneut gerade hin hielt mich mit einer gesunden Hand am Infusionsständer fest und ging langsam herüber zur Toilette das Ganze passierte für mich wie in Zeitlupe aber ich schaffte es ich war gerade fertig und wusch mir die Hände als ich einen unmittelbaren Blick in den Spiegel machte wie erstarrt betrachtete ich meine Verletzungen meine Lippe war aufgeplatzt vorsichtig berührte ich die Wunde und zuckte sofort zurück mein Auge war noch leicht geschwollen aber nur wenn man genau hinsah das große Pflaster auf meiner Brust fiel mir als nächstes ins Auge schlagartig erhöhte sich mein Puls bis zum Anschlag ruckartig riss ich die weiße Fläche herunter was ich dann sah trieb mir die Tränen in die Augen zwar konnte ich es nur spiegelverkehrt erkennen und zudem war es unsauber aber doch deutlich als ein F zu erkennen die Wunde war rot und wirkte dick die Vermutung welche ich in dieser Höllensekunde also hatte war richtig er wollte seinen Namen auf mir hinterlassen für immer und Salz schoss mir durch den Kopf wie paralysiert suchte ich nach einem Lappen steckte ihn unter das noch immer fließende Wasser und versuchte den Buchstaben wegzuwischen doch es wollte nicht weggehen mehr und mehr versuchte ich mir diesen Buchstaben von der Brust zu kratzen der Lappen wollte jedoch nicht helfen ich schmiss ihn in eine Ecke und versuchte mit der Hand diese zu lösen unter Tränen Blut und Schmerzen wurde mir klar dass es nicht möglich war meine Knie sackten ein mühvoll suchte ich auf dem kalten Fliesenboden Halt mit dem Rücken stützte ich mich gegen die Wand die Kälte welches das dünne Nachthemd nicht aufhalten konnte schoss mir sofort in alle Glieder der Schmerz war jetzt überall viel schlimmer als der körperliche Schmerz war jedoch die Gewissheit dass Fred recht hatte ich würde ihn jetzt für immer bei mir tragen wie lange ich genau da saß und weiter weinte wusste ich nicht plötzlich öffnete sich die Tür und eine kleine Frau mit schulterlangen dunklen Haaren kam herein ihre Augen weiteten sich als sie mich sah meine Hand war über und über mit Blut das dünne Hemd ebenfalls der Lappen lag auch in Blutgetränk neben mir als sie jedoch erkannte was ich getan hatte setzte sie eine beruhigende Miene auf sie half mir hoch nahm einen neuen Lappen und wischte mir das Blut davon dann holte sie ein neues Hemd hervor klebte mir ein neues großes weißes Tuch auf meine Wunde und brachte mich zurück ins Bett die ganze Zeit sagte sie nichts fast als wüsste sie wie es mir gerade ging danke mummelte ich die Tränen waren mittlerweile verstummt sie schenkte mir ein kleines Lächeln holte dann ein Medikament und spritzte es mir in meinen Zugang wieder erfüllte mich das warme Gefühl welches mich sofort einschlafen ließ meine Augen öffneten sich sofort als ich wach wurde es war Tag der Raum hell erleuchtet meine Mom saß neben mir und las ein Buch ich häusperte mich kurz sofort war sie zur Stelle schmiss das Buch auf den Stuhl und hielt meine Hand hallo meine Große Tränen sammelten sich in ihren Augen Mom nicht weinen flüsterte ich zu mir war meine Stimme noch nicht da sie ließ ihren Kopf auf meine Hand fallen und schluchzte Mom bitte ich wollte sie so gerne in den Arm nehmen aber meine einzige gesunde Hand hatte sie unter ihrem Kopf begraben Mom setzte ich erneut an schließlich sah sie zu mir auf entschuldige Liebling es ist nur es tut mir so leid ich war verwirrt nicht wegen meinem Kopf sondern weil ich nicht wusste warum sie sich bei mir entschuldigte wenn wir nicht gefahren wären dann nein unterbrach ich sie sofort ihr habt da keine Schuld dran es wird alles wieder gut diese Worte aus meinem Mund zu hören klang fremd aber ich hatte recht die Hölle war vorbei jetzt hieß es nach vorne sehen nicht nur wegen meinen Eltern oder Amy sondern auch wegen Jaden Jaden meine Gedanken waren von da an ganz bei ihm ist Jaden meine Mom unterbrach mich mit einem kleinen Lächeln er ist gerade unten und telefoniert danke wir sehen uns von da an einfach nur an es tat gut in diesem Moment meine Mutter bei mir zu haben mittlerweile hatte meine Mutter mir mitgeteilt dass ich eine gebrochene Hand hatte eine schwere Gehirnerschütterung und zudem einen Trommelfellriss auf der linken Seite das erklärt auch die Taubheit und das tiefe Gehör ich erkundige mich wie es Amy und Dad ging meine Mutter sagte mir dass Dad sich ebenfalls schlimme Vorwürfe machte und sogar dankbar war dass es Jaden gab denn ohne sein Drängen und seinen Einfluss hätte die Polizei womöglich nicht so schnell gehandelt wie gerufen betrat Jaden den Raum ich strahlte ihn an fast als wäre nichts gewesen wurde es ihm überhaupt erzählt was letzte Nacht vorgefallen war nervös betrachtete ich ihn als er zu mir hier rüber kam ich gehe mir dann mal eben Kaffee holen sagte meine Mom gab mir einen Kuss auf die Stirn und verschwand aus dem Zimmer Jaden nahm ihren Platz ein und beobachtete mich und fing ich an zu sprechen wie geht es dir so völlig unbeholfen versuchte ich ein normales Gespräch anzufangen er legte den Kopf schief hatte er meine Frage etwa nicht verstanden was hast du heute Nacht gemacht nervös zuckte ich an der Bettdecke also hatten sie es ihm doch erzählt sein Blick erhellte sich du hättest doch warten können bis ich wieder da bin dann hätte ich dir mit der Toilette geholfen erleichtert atmete ich aus ihm wurde wohl doch nicht alles erzählt ich schluckte schwer und versuchte normal weiter zu sprechen entschuldige kommt nicht wieder vor ein künstliches Grinsen zielte meine Lippen schnell ergriff ich die Chance das Thema zu wechseln kannst du mir vielleicht erzählen wie das alles genau abgelaufen ist in der Nacht neugierig behutachtete ich jede Reaktion von ihm es war auch für Jaden sichtlich schwer darüber zu sprechen du hattest dich nicht mehr gemeldet er machte eine kurze Pause atmete schwer vorsichtig nahm er seine Hand und legte sie auf meine instinktiv war mir klar dass er das machte um zu spüren dass der Albtraum vorbei war dann redete er weiter es ging über eine Stunde ich konnte mir nicht vorstellen dass du so lange nicht auf dein Handy schaust und somit rief ich deine Schwester an er löste sich stand auf und ging an das andere Ende meines Bettes seine Hände legten sich dort fest um die Metallstange die ganze Zeit blieben unsere Blicke aufeinander sie sagte sie wäre schon wieder zu Hause aber du wärst nicht da sie dachte sich nichts weiter dabei aber irgendetwas stimmte nicht und als sie dann den offenen Safe fand hatte sie eins und eins zusammengezählt ich beschloss sofort die Polizei zu informieren die machten sich auf den Weg zu deiner Schwester und haben erstmal Spuren gesichert natürlich haben sie auch bei dem Schwein an der Haustür geklingelt und der machte sogar auf doch du warst nicht zu finden und somit hatte sich die Sache für die erledigt jetzt beendete Jaden den Augenkontakt und ging hinüber zum Fenster seine Arme umfassten fest seinen Oberkörper er packte so fest zu dass die Knöchel an seinen Fingern weiß hervortraten ich konnte nicht anders und sah ihn nur weiter an sagen konnte ich nichts dann beschloss ich mit Bruno und unserem Sicherheitsdienst die Sache in die Hand zu nehmen während wir uns auf den Weg machen telefonierte ich mit etlichen Polizisten selbst Bruno der im ehemaligen Geheimdienst war ließ seine Kontakte spielen erst als die Polizei dein Handy geordnet hatte und sah dass du bei Fred sein musstest wurde sie tätig wir kamen kurz nach der Polizei dort an und naja den Rest in diesem Moment hatte ich solche Schuldgefühle Jaden musste die Hölle durchlebt haben und ich war schuld daran wenn ich daran dachte wie es mir an seiner Stelle gehen würde liefen mir die Tränen wieder über sofort kam Jaden auf mich zu setzte sich zu mir aufs Bett und wischte mir die Tränen davon es ist doch alles wieder gut es tut mir leid es tut mir so leid dass du so viel ertragen musstest für einen Moment schloss er seine Augen dann sah er mich nahezu gestärkt an bitte gib dir nicht die Schuld daran das was ich durchgemacht habe ist nicht mal annähernd das was du mitgemacht hast belaste dich nicht mit Wohrwürfen es wird alles wieder gut solange du einfach wieder gesund wirst wir nahmen uns in den Arm und ließen uns für eine lange Zeit nicht mehr los die nächsten Tage ging es mir besser ich versuchte die Wunde auf meiner Brust zu ignorieren und nach vorne zu sehen der Arzt schickte mir einen Psychologen um das Ganze besser zu verarbeiten aber im Moment fühlte ich mich stark und wusste dass Fred mir nichts mehr anhaben konnte weil er im Gefängnis saß gestärkt ging ich nach insgesamt einer Woche Krankenhausaufenthalt zurück nach Hause da Jaden sich langsam wieder um die bevorstehende Fortsetzung der Tour kümmern musste holte meine Mutter mich aus dem Krankenhaus ab es fühlte sich gut an wieder nach Hause zu kommen noch mehrere Wochen musste ich mich schonen wegen der schweren Kopfverletzung doch so langsam fiel mir die Decke auf den Kopf meine Eltern gingen wie gewohnt ihren Jobs nach und Amy besuchte wieder die Schule was mich aber am meisten frustrierte war dass Jaden kaum da war das erste Konzert in Europa war schon absolviert durch die Zeitverschiebung war es sehr kompliziert Kontakt zu halten das Ganze ähnete sehr der damaligen Situation als Jaden sich letztendlich wirklich komplett von mir getrennt hatte mein Magen zog sich unangenehm zusammen allein die Gedanken und die darauffolgenden Gefühle waren kaum auszuhalten um mich abzulenken beschloss ich ein wenig spazieren zu gehen es zog mich wie die letzten Tage so häufig in einen nahegelegenen Park die Ruhe und Stille die den Ort umgaben war unglaublich es hatte eine nahezu bezaubernde Wirkung auf mich der Winter hatte eine glitzernde Haut über die Bäume und Büsche gelegt die Bilder waren atemberaubend ich lief weiter durch die langgezogene Allee der Matsch und zertretene Schnee knirschte leicht unter meinen Füßen gezielt setzte ich mich auf eine Parkbank ein eisiger Wind zog um die Ecke schnell rutschte ich mit meinem Kopf tiefer in den dicken schweren grauen Schal der warm um meinen Hals lag mein Handy piepte innerlich wurde mir ganz warm mein Herz fing an zu rasen und als ich sah dass die SMS tatsächlich von Jaden war setzte mein Herzschlag für einen Moment aus so schnell es ging öffnete ich die Nachricht Easy wie war dein Tag wir müssen jetzt schon direkt abbauen und fahren dann gleich ins Hotel melde mich morgen wieder ich liebe dich Tränen bildeten sich in meinen Augen sie schmerzten da der Wind sie so schnell trocknete dass mir die Kälte in den Kopf stieg ich wollte es nicht wahrhaben aber ich hatte das Gefühl dass Jaden sich von mir entfernte im einen Moment waren wir uns ganz nah auch wenn er so weit weg war und dann ein paar Sekunden später wirkte er abweisend vielleicht war das Ganze für ihn doch nicht so einfach hinzunehmen wie er tat natürlich hatte ich mehrere Male versucht dieses anzusprechen doch er gab mir keine Antwort zumindest keine ehrliche denn er sagte immer nur es wäre alles okay bevor ich etwas Falsches schrieb oder wieder in Wunden herumstach sendete ich nur ein ich liebe dich zurück dann verstaute ich mein Handy und machte mich auf den Heimweg Freds Gesicht tauchte vor mir auf er kam mit dem Messer weiter und weiter auf mich zu plötzlich hielt er es mir an die Kehle und mit einem Ruck schnitt er mir die Kehle durch mit einem Satz saß ich kerzengerade im Bett mein Körper zitterte vor Angst erst als ich das Licht eingeschaltet hatte dauerte es noch einen Moment der mich wirklich überzeugte dass alles nur ein Traum war für den Rest dieser Nacht schlief ich nicht mehr so langsam spürte ich dass es mir an die Substanz ging denn das war nicht die erste Nacht welche ich ungewollt abbrechen musste ich zog einen Energy Drink aus der Tasche unter meinem Bett und trank diesen in Rekordzeit dann stand ich auf ging herüber zu meinem Schreibtisch und wühlte weiter in der Kiste herum die ich schon vor längerem wieder hervorgeholt hatte mittlerweile hatte ich die Textschnipsel durch weitere Zeilen ergänzt oder ganze Texte zusammengefügt um nichts mehr durcheinander zu bringen hatte ich die fertigen Texte in ein kleines blaues Buch geklebt darin konnte ich einfach alle Situationen beschreiben oder verarbeiten ohne Widerworte zu bekommen ohne ein Lächeln oder einen erschreckenden Ausdruck im Gesicht des anderen zu sehen meine reinen Gedanken waren hier zusammengetragen nach bestimmt zwei Stunden gedanklicher Arbeit fing meine Schläfen an zu pochen ich wagte erneut ein paar Stunden zu schlafen sofort schnappte ich mir das kleine blaue Buch legte es unter mein Kopfkissen und legte mich dazu doch der Schlaf blieb weiterhin aus vier Tage hatten Jaden und ich seither nicht miteinander gesprochen er fehlte mir so nur hier und da gab es eine SMS so eine Fernbeziehung brach mich emotional in zwei Hälften einerseits hatte ich noch immer ein wenig Schuldgefühle wegen dem Vorfall und was er sowieso alles für mich geopfert hatte er hatte damals schon Ärger mit seinem Management wegen mir riskiert Ärger mit den Fans und 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 ich wollte ihm einfach nicht mehr im Weg stehen kein weiterer Ballast sein andererseits wollte ich mit jeder Faser meines Körpers bei ihm sein Tag und Nacht koste es was es wolle ich schloss meine Augen und kämpfte mit dem schweren Kloße meinem Hals der nicht vergehen wollte die Gedanken welche ich mir immer erneut machte begleiteten mich Tag und Nacht sie ließen sich nicht wirklich abschalten Jaden wollte nicht dass ich so dachte er wollte nicht dass ich mir Sorgen machte um uns und unsere Zukunft er hatte ebenfalls deutlich betont dass er mich nie wieder verlassen würde selbst im Krankenhaus als ich noch bewusstlos war hatte er das zum Arzt gesagt er wollte immer für mich da sein immer Jaden wie gerne hätte ich ihn jetzt hier seine bloße Anwesenheit würde mich ablenken mit Kraft und eventuell auch etwas Schlaf schenken eine weitere schlaflose Nacht ich stand vom Schreibtisch auf und ging hinüber zum Fenster mein Blick blieb an dem Haus von Fred hängen heute kam der Brief mit der Post der Gerichtstermin war auf nächste Woche Mittwoch gelegt mein Magen krampfte sich die Wunde auf meiner Brust fing an zu jucken fast als würde ich dadurch mit Fred verbunden sein begann sie sich bemerkbar zu machen wenn ich an ihn dachte auf wackeligen Beinen ging ich hinunter in die Küche vielleicht half mir ja ein Tee beim Einschlafen obwohl ich wusste dass es nicht so war schließlich hatte ich die letzten Wochen immer mal wieder probiert begann ich mit der Zubereitung als ich so ganz in Gedanken in der Küche stand fiel mir ein dass meine Mutter vor einiger Zeit Schlaftabletten bekommen hatte sie hatte damals durch den ganzen Ärger mit mir in London ebenfalls sehr gelitten meine Hände krampften sich an der Küchenplatte fest wieder eine Person die ich liebe und der ich Leid zugefügt hatte doch wenigstens das Schlafproblem würde ich jetzt in den Griff bekommen schnell fand ich die Tabletten ließ meinen Tee unberührt stehen ging nach oben und nahm eine der Tabletten ein es klopfte an der Tür oder bildete ich mir das nur ein das Klopfen wurde lauter mein Kopf lag schwer auf dem Kissen mühsam richtete ich mich auf als die Tür sich bereits öffnete ich zwinkerte mehrfach um sicher zu gehen dass ich keine Halluzinationen hatte Jaden stand vor mir so wie ich ihn kennen und lieben gelernt hatte mein Blick wanderte von oben nach unten über sein enges T-Shirt hinauf zu seinem Gesicht diese wunderschönen Augen sahen mich gierig an reglos saß ich weiter auf meinem Bett seine Lippen verzogen sich zu einem Lachen wie gebannt schaute ich auf das Strahlen in seinem Ausdruck na das ist ja mal eine stürmische Begrüßung witzelte er erst nach dem Klick in meinem Kopf konnte ich auch meinen Körper wieder bewegen ich stand so schnell es ging auf und fiel ihn um den Hals fast überrannte ich ihn mit meiner Geschwindigkeit doch er fing mich mühelos ab in diesem Augenblick fühlte ich mich schwerelos und befreiend wie schon lange nicht mehr wir lagen auf meinem Bett noch kamen wir nicht viel zum Reden unsere Lippen waren mit etwas anderem beschäftigt erst nach einer Weile begannen wir uns zu unterhalten ich freue mich so dich zu sehen unsere Gesichter waren nur wenige Zentimeter entfernt Jaden dicht über mich gebeugt zärtlich legte seine Hand mir eine Strähne hinters Ohr und zog die Konturen meines Gesichts nach ich schloss die Augen sogleich waren Bilder von Fred vor meinen Augen ähnliche nahezu dieselben Berührungen hätte Fred bei mir gemacht ich fing an zu zittern doch ich wollte Jaden damit nicht belasten deswegen ergriff ich sein Handgelenk er hörte sofort auf ich öffnete die Augen und kam die Bestätigung dass es wirklich Jaden war der bei mir lag Jaden nicht Fred meine Hand fuhr in seinen Nacken und zog ihn zu mir herunter Jaden ließ sich gleich darauf ein Willig fuhr seine Hand unter mein Shirt und hob es ein Stück an gierig reckte ich ihm mein Becken entgegen dieser Nähe wie sehr hatte sie mir gefehlt umgehend fiel sein Shirt zu Boden unsere Berührungen wurden stürmischer ich zog mir mein Shirt ebenfalls aus Jadens Küsse wanderten langsam meinen Hals hinab erst als ein Brennen meine Brust durchfuhr kamen alle Erinnerungen auf einmal zurück kalter Schweiß bildete sich auf meiner Stirn automatisch drückte ich ihn von mir weg Jaden ließ sofort von mir ab und sah mich ratlos an ich ergriff schnell wieder mein Shirt und drückte es mir gegen die Brust wortlos zog er mich zu sich herunter und bettete mich in seine Arme die Tränen liefen über es tut mir leid wisperte ich entgegnete er nur und streichelte meine Hand wie konnte ich bei solch einem Verständnis nur an seinen Gefühlen je gezweifelt haben wir saßen inzwischen unten in der Küche alle anderen waren ausgeflogen Jaden erzählte mir dass meine Mutter den Schlüssel deponiert hatte damit er ins Haus käme es sollte eine Überraschung sein und setz dich an was verschafft mir die Ehre ich grinse ihn an und schenke uns einen Tee ein er zog mich zu sich auf den Schoß du bist der Grund ich hab dich vermisst ich dich auch wir küssten uns beinahe machten wir da weiter wo wir meinem Zimmer unterbrochen hatten doch Jaden war es der stoppte und weiterredete ich hab vor ein paar Tagen schon mit deiner Mutter gesprochen und wir waren uns einig dass ich dich abhole damit du mal ein paar Tage rauskommst das Grinsen in meinem Gesicht wurde riesengroß aber schnell hielten meine Gedanken mir die Realität vor Augen das ist so lieb von dir aber ich kann nicht er verzog die Augenbrauen zu einem fragenden Ausdruck ich erklärte weiter gestern ist der Brief vom Gericht gekommen das Verfahren beginnt nächste Woche und davor müssen wir uns noch ein paar Mal mit dem Anwalt treffen ich ließ den Kopf hängen ich würde so gerne aber es geht leider nicht flüsterte ich nur dann holen wir es nach das typische Jaden Lächeln zierte seine Lippen seine Reaktion überraschte mich mittlerweile nicht mehr wieder schenkte er mir so viel Vertrauen meinst du denn dass du dabei sein könntest das Lächeln wurde weniger dann schüttelte er den Kopf ich glaube nicht wir haben direkt am Freitag wieder ein Konzert davor der Flug und Aufbau das Ende des Satzes ließ er im Raum stehen ich wusste schließlich so langsam was es bedeutete wenn Jaden mit seiner Band auf Tour ging selbstbewusst hob ich meinen Kopf und sah ihn direkt in die Augen das muss dir nicht leid tun ich werde das schon schaffen schließlich hatte ich meine Aussage schon gemacht ich muss es lediglich wiederholen in diesem Moment fiel mir es leichter zu lächeln und es war auch gerade jetzt ernst gemeint mit Jaden an meiner Seite fiel es mir leichter solche schwierigen Situationen zu durchstehen ich kuschelte meinen Kopf an seine Schulter in der Gewissheit dass er wenn auch manchmal nur in Gedanken immer da war und wir alles zusammen schaffen noch am selben Abend nahm Jaden die nächste Maschine nach Europa trotzdem war ich überglücklich dass er bei mir war mit Schmetterlingen im Bauch winkte ich dem Taxi hinterher bis es nicht mehr zu sehen war sogar als ich einige Zeit später ins Bett ging kribbelte es noch angenehm selbst das Einschlafen fiel mir in diesem Abend überhaupt nicht schwer Blutrot Blut rotes Blut an meinen Händen meine Brust voller Blut die Kratzer waren überall verteilt auch auf meinen Unterarmen meinen Beinen und dem Bauch zitternd fiel ich zu Boden als die Kälte mich in die Dunkelheit zog ruckartig saß ich kerzengerade im Bett der Bäcker zeigte kurz ein Uhr morgens nur wenige Stunden Schlaf waren mir gegönnt doch jetzt lag ich wieder ohne ein Auge zuzubekommen in den Laken Bildfetzen von der Nacht zogen an meinem inneren Auge vorbei mein Kopf schwirrte und schmerzte zudem noch ein wenig die feuchten Strähnen klebten mir an den Schläfen vor lauter Schlaflosigkeit beschloss ich nach unten zu gehen um mich auf meine Texte zu konzentrieren war im Moment nicht möglich vielleicht hilft mir ja das einschleifende Nachtprogramm das Ganze hier zu überstehen ich säbte gelangweilt durch die Kanäle für eine halbe Stunde kam noch eine relativ interessante Dokumentation über alte Literatur und Geschichte mit Verwunderung über mich selbst bemerkte ich wie hoch meine Auffassungsgabe um diese Uhrzeit noch war im Anschluss kamen die neuesten Promi-Klatsch- und Tratsch-News schon fast wollte ich weiterschalten als eine viel zu hohe Stimme der TV-Sprechern anfing über die Instructions zu sprechen meine Neugier war mehr als geweckt nach dem Vorspann kam erst Themen wie Paris Hilton und ihre neue Katze ein Winkel meines Hirns fragte sich ob sie nicht sonst immer einen Hund hatte aber egal das nächste Thema bekam ich schon gar nicht mehr mit als endlich der Clip von den Instructions kam die große Europa-Tour der Teenager-Band The Instructions geht endlich weiter viele tausend Fans haben diesen Tag monatelang entgegengesehnt das erste Konzert erfüllt die Anforderungen im vollen Maße keiner wurde enttäuscht ich lächelte es war schön Gutes über die Band zu hören und dass es sich für sie lohnte und sie somit ihre Fans glücklich machten mit dem was sie taten aber führte die Sprecherin weiter aus meine Aufmerksamkeit lag jetzt ganz auf den Bildern die dann folgten viele der Fans haben noch mehr Gründe zur Hoffnung denn so wie es aussieht ist eine der gut aussehenden Jungs wieder zu haben also aufgepasst Ladies ein Applaus wurde eingespielt und das Gröhlen von Fans wie kitschig das Ganze doch war meine Gedanken erfassten allerdings sofort den Gedanken oh nein Judy als die Sprecherin dann allerdings weitersprach blieb mein Mund offen stehen der von Anfang an begehrte Gitarrist und Sänger Jaden Stanley wurde seit langer Zeit nicht mehr mit seinen angeblichen Freundin Isabella Menuh gesehen wie bereits vor einigen Monaten selbst von Jaden bekannt gegeben wurde gab es schon mal eine Trennung dieses ungleichen Paares kurze Zeit später dementierte er jedoch alles in einem Liebesurlaub kamen sich die beiden wieder deutlich näher und versuchten einen Neuanfang wie jetzt allerdings bekannt wurde kam es nach einer schrecklichen Schicksalsschlag in der Familie des jungen Mädchens erneut zu Problemen aus sicherer Quelle heißt es dass die Beziehung die Höhen und Tiefen des Stars leben schon immer schwer überwinden konnten die weiteren Probleme haben letztlich den Rest zu der vermeintlichen Trennung beigetragen mir standen die Tränen in den Augen welche verlässliche Quelle soll das denn bitte gewesen sein schoss es mir durch den Kopf doch sie sprach noch weiter wir von Star TV geben uns aber natürlich nicht mit irgendwelchen Aussagen ab da es noch keine Stellungsnahme von der Band oder ihrem Manager gab stützen wir uns auf das Material welches unserem Sender vorliegt es wurden mehrere Fotos von Jaden eingespielt wie er mit Ron und ein paar Frauen in eine Limousine stiegen meine Tränen verebten sofort flammte die pure Wut in mir auf wieso hatte Jaden mir nichts davon erzählt dass er mit Ron unterwegs war hier sehen wir wie die Stars mit dem It Girl Beverly Stinks und die zwei ihrer engsten Freundinnen in eine Limousine und anschließend in ein Hotel fuhren was über Ron erzählt wird wissen wir ja alle dieser heiße Typ lässt natürlich nichts anbrennen ein weiteres Jubeln von Fans wurde eingespielt mir wurde schlecht hatte den bisher eher ruhigen und immer charmanten Jaden unter seine Fittiche genommen um ihm über die Trennung zu Isabel hinweg zu kommen wir werden euch selbstverständlich auf den Laufenden halten schaltet wieder ein ich schalte den Fernseher aus erneut schaust mir die Fragen durch den Kopf warum hatte Jaden mir davon nichts erzählt wenn da doch nichts lief anrufen konnte ich ihn leider nicht der noch im Flieger saß trotzdem nahm ich mein Handy und wählte eine Nummer hallo Isi hallo Judy hast du kurz Zeit zum reden während wir den Saal verließen redet die Anwältin auf mich ein es ist super gelaufen sagte sie aufmunternd meine Mutter schaltete sich ein und stellte weitere komische Fragen was jedoch genau morgen entschieden wurde stellte sich erst morgen heraus wir standen auf dem Flur vor dem großen Saal wie im Nebel stand ich neben der anhaltenden Diskussion und schaltete mich keineswegs ein mit einem lauten Geräuschpegel ging die vordere Tür vom Gerichtsgebäude immer wieder auf und zu da wir jedoch etwas weiter hinten in dem Gang standen konnte ich nicht genau erkennen was dort los war plötzlich stürmte Amy wie von der Tarantel gestochen los aus dem Augenwinkel sah ich dass sie auf jemanden zurannte sie schrie und tobte vor Wut erst als die Security sie aufhielt sah ich auf wen sie losgegangen war Jaden formten meine Lippen wortlos die Aufmerksamkeit von meiner Mutter und der Anwältin war schweigend auf das Szenario vor uns gerichtet du wachst es sich ja blicken zu lassen kam es aus Amy heraus die Männer die sie aufhielten hatten allerhand zu tun sie ruhig zu stellen Jaden versuchte mit Gestiken und Worten auf sie einzureden wach es bloß nicht mit ihr zu sprechen du Arschloch hörte ich nur ich war peinlich berührt von Amys Ausdrucksweise und doch freute ich mich über die ehrlichen Worte von ihr dann begann sie zu weinen und zu schluchzen du hättest dich fast getötet ich biss mir auf die Lippe Blut schoss mir in die Beine warum hatte Amy das gesagt sie wollte doch den Mund halten Jaden suchte meinen Blick ich starrte ihn an die Angst in seinen Augen wirkte selbst auf mich beängstigend Amy schrie weiter doch ich hörte es nicht mehr meine Beine hatten sich bereits in Bewegung gesetzt um von ihr wegzukommen es gab hier aber keinen anderen Ausgang als durch die Vordertür ich stürmte also los um irgendwie an Jaden und seiner Security vorbeizukommen Jaden stellte sich mir in den Weg und hielt mich fest kraftlos versuchte ich mich zu lösen seine Lippen kamen dicht an meinen Ohr was sagt sie da er sprach so leise dass nur ich es hören konnte es war nichts ich schloss meine Augen die Bilder von Jaden mit seiner Beverly zogen an meinem inneren Auge vorbei schnaubend öffnete ich sie wieder können wir vielleicht in einem ruhigen Ort unter vier Augen über alles reden war Jaden mit bebender Stimme ich habe nichts zu sagen zischte ich ich aber entgegnete er sofort seine Augen wirkten hilflos sofort wurden meine Sinne von dem warmen Gefühl der vollkommenen Liebe überfahren auch wenn ich es nicht zulassen wollte kam sie so schnell und unverhofft dass ich ins Wanken geriet Jaden legte beide Hände auf meine Oberarme um mich zu halten er zog mich etwas zu sich heran und benebelte meine Sinne nur noch mehr hätte er gewollt hätte er die Situation schamlos ausnutzen können doch er tat es nicht zumindest nicht ganz komm mit ich wich ein Stück zurück und umklammerte fest meinen Oberkörper um etwas Abstand zu ihm zu erhalten dann löste ich meinen Blick und sah zu Amy sie stand wenige Meter von uns entfernt in einem lockeren Griff von einem gut aussehenden Security ich nickte und lächelte ihr kurz zu sie entspannte ihre Haltung und nickte mir ebenfalls zu lass uns gehen erwähnte ich kurz in Jadens Richtung gemeinsam begaben wir uns in Richtung Ausgang draußen angekommen traute ich meinen Augen nicht die Menge der Fotografen hatte sich beinahe verdreifacht alle stürmten auf uns zu mein Atem setzte aus ungeschickt stolperte ich zurück Jaden legte einen Arm um mich schüchtern schaute ich zur Seite sein Gesicht war meinem so nah dass ich ihn riechen und fast schmecken konnte es fühlte sich so gut an so vertraut fast als wäre nichts gewesen die Security schob uns geschickt durch die Menge und schirmte uns von Fragen so gut es ging ab erst als wir in der Limousine saßen zog der Nebel davon und gab meinen Sinnen wieder Klarheit mein Ego hatte erneut die Oberhand ergriffen ich nahm soweit es ging Abstand zwischen Jaden und mir wir hatten eine Menge zu klären nachdem wir bestimmt zehn Minuten schweigen durch die Stadt fuhren durchbrach Jaden das Schweigen easy diese Stimme sie bescherte mir eine viel zu guttunende Gänsehaut auf dem gesamten Körper er versuchte meine Hand zu nehmen ich zog sie jedoch zurück bitte sieh mich an nein schrieb mein Verstand wenn ich das tat setzte dieser schleierhafte Nebel wieder ein somit hielt ich standhaft meinen Blick auf nach draußen gerichtet dann rede wenigstens mit mir flehte er ok an diesem Punkt konnte ich ihm nicht mehr aus dem Weg gehen dafür waren wir ja ausschließlich hier was war mit dieser Frau er atmete hörbar tief ein und aus es war nichts da lief rein gar nichts versprach er deutlich und seit wann kennt ihr euch mein Blick beschaute weiter die vorbeiziehenden Häuser vor dem Fenster wir kennen uns eigentlich schon seit einem Jahr sie wollte immer irgendetwas von mir aber ich habe mich nie für sie interessiert meine Glieder spannten sich an ein Jahr ging das schon er hatte dich ein Jahr hintergangen tuschelte mein böser Teufel auf der Schulter mir ins Ohr Jaden fuhr fort und als das alles kam mit der ganzen Sache zwischen uns und das mit Fred der Ballon platzte mein braver Engel auf der anderen Schulter hielt einen komatösen Schlaf dann dachtest du erzähle ich meinen gesamtes Privatleben mal einer komischen Tusse die ich eigentlich gar nicht kenne das Herz zämmerte mir gegen die Brust meine Schläfen pochten vor Wut ich massierte sie mir leicht mit zusammengekniffenen Augen ob es noch immer Nachwirkungen von der Gehirnerschütterung dem Tablettenrausch letzter Nacht oder dem ganzen Stress waren wusste ich nicht vermutlich eine Mischung aus allem easy alles okay seine Hand lag auf meinen Knie nein schrie ich laut und sah ihn direkt an nichts ist okay das war's der Damm war gebrochen ich liebte diesen Mann einfach zu sehr das war das einzige was ich in diesem Moment noch fühlen konnte es tut mir leid dass ich dir nichts gesagt hatte aber da war nichts zwischen ihr und mir Jaden fuchtelte wild mit den Armen in der Luft herum wir haben ein paar Mal telefoniert in den letzten Wochen aber ich habe ihr nie genaue Sachen erzählt wir haben um ehrlich zu sein gar nicht so viel über mich gesprochen sondern nur über sie und für mich war das einfach er rang nach Worten es war einfach mal schön über andere Dinge zu sprechen tausend Gedanken schossen mir in dieser Sekunde durch den Kopf ja Jaden hatte mich angelogen oder besser mir verschwiegen dass er mit dieser Frau hin und wieder gesprochen hatte natürlich übertrieben es die Medien und bauschten alles auf doch was war mit diesem Interview von Beverly sie sagte sie seien füreinander geschaffen ich löste meine Blicke wieder von ihm und schaute blind aus dem Fenster nervös rutschte ich auf dem Sitzen und her schließlich packte mich ein unerklärlicher Instinkt können wir bitte anhalten? fragte ich hektisch und suchte nach dem Türöffner Jaden ergriff meine Hand und gab gleichzeitig dem Fahrer ein Zeichen natürlich hätte ich die Tür während der Fahrt geöffnet wäre womöglich noch jemand verletzt worden der Fahrer hielt sofort an sobald wir standen stieg ich aus die Kälte schlug mir ins Gesicht es hatte ebenfalls angefangen zu schneien die Kopfschmerzen welche eh permanent vorhanden waren tat ihm gar nicht gut wenigstens hatte ich heute eine Jacke mit die ich eng um meinen Körper wickelte ich ging ein paar Schritte wohin und in welche Richtung war mir egal Hauptsache weg Jaden tat es mir nach und schloss seine Jacke bis oben hin und eilte mir hinterher easy er stoppte mich mit einer Berührung an der Schulter zärtlich drehte er mich zu sich es war nie etwas zwischen ihr und mir und auch wenn die Medien etwas anderes behaupten es war und wird nie dazu kommen seine warmen Hände umfassten mein Gesicht ich liebe dich für immer und bis in alle Ewigkeit ich liebe dich auch entlitt mir doch ich war zu erschöpft diese Worte runter zu spielen oder abzustreiten dann lagen seine Lippen auf meine diese weichen Lippen wie sehr hatte ich sie vermisst in dieser Berührung lag so viel Gefühl dass meine gesamten Sinne im Begriff waren davon zu fliegen wie ausgezehrt ließ ich mich mehr und mehr auf diesen Kuss ein der Teufelchen auf meiner Schulter übernahm das Koma des Engelchens sogleich ließen meine Hände die Jacke los und kreilten sich an Jadens Kraken fest seine Hände teilten sich auf mit der einen fuhr er meinen Rücken entlang und drückte mich entschlossen zu sich heran die andere stützte meine Nacken als wir uns wieder aufeinander lösten waren Jadens Haare von den Schneeflocken wie ein weißer Schleier bedeckt sie funkelten um ihn herum und verliehen ihm das Bild eines Engels er zierte das Ganze mit einem dieser Lächeln die nur für mich bestimmt waren lass uns wieder in die Limousine steigen sagte er sanft zwischen seinen Lippen hindurch ich nickte kurz meine Füße waren beinahe angefroren wir stampften durch den Schnee zurück zum Wagen und stiegen ein auf den Sitzen rückten wir so naheinander wie es nur ging gerade wollte er mich erneut küssen als ich zurückwich Jaden sah mich fragend an nahezu schmerzlich diese Frau hat gesagt ihr werdet Seenverwandte und dass ihr zusammenwärt schlauben vor Wut blickte er zu Boden ich weiß dass sie das gesagt hatte und ich habe ihr schon eine Nachricht hinterlassen dass sie so schnell wie möglich wieder richtig stellen soll innerlich lächelte ich triumphierend dieser Mann gehörte mir sofort änderte sich mein Ausdruck im Gesicht bitte verschweige mir nie wieder was okay dann verschränkte er seine Finger mit meinen noch einer dieser Blicke den ich haltlos verfallen war nie wieder er küsste meinen Handrücken du bist mir auch noch eine Antwort schuldig ein unwohles Gefühl kam in mir auf ein Stich zog mir über die Stirn ich kniff die Augen zusammen um mir nichts anmerken zu lassen was hat Amy gemeint er erwartete die schlimmste Antwort und ich würde sie ihm geben und seine Befürchtung bestätigen damit machte ich den Anfang von dem was wir gerade besprochen hatten nämlich dass wir ehrlich zueinander waren von jetzt an und für alle Zeit wortlos führte Jaden zu seine Mine änderte sich kaum sie sah ohnehin schon zutiefst gequält aus von dem was in den letzten Stunden zwischen uns passierte ich weiß dass es falsch war und habe daraus gelernt mit diesen Worten beendete ich die Geschichte noch immer sprach er nicht sondern gab mir einen Kuss unsere Hände weiter ineinander verschränkt fuhren wir quer durch die Stadt kurze Zeit später und nachdem Jaden ein wenig über alles nachgedacht hatte spürte ich dass sich der Graben zwischen uns so langsam wieder schloss mein Handy klingelte ich kramte es aus meiner dicken Jackentasche und sah auf das Display es war Amy hallo sagte ich leise easy alles okay fragte sie kurz und knapp ja alles okay es hat sich alles aufgeklärt erleichtert atmete sie aus dass ein Rauschen im Hörer entstand habe ich es doch gewusst dass er sowas nicht machen würde sie lächelte hörbar stimmt auch ich lächelte jetzt wieder seit langem wann kommst du nach Hause fragte sie ich überlegte kurz tief in mir drin würde ich schon ganz gerne nach Hause zurück doch mit Jaden im Schlepptau und dann noch mit meinem Dad ein wetteres stich zog mir durch den Kopf so sehr dass mir die Luft weg blieb ich schloss die Augen als würde ich nachdenken Jaden verstärkte spürbar seinen Griff easy fragte Amy ja also gleich später bin ich wieder zu Hause antwortete ich schnell der anhaltende Schmerz ließ nicht nach ciao erwähnte ich noch kurz und legte auf in der Antwort von Amy wartete ich nicht mehr ab zumal ich sie auch wohl nicht gehört hätte denn das klingeln in meinen Ohren wurde immer lauter ich ließ mir mein Handy in den Schoß fallen und sah herüber zu Jaden wie in Zeitlupe sprach er zu mir es war als wäre seine Gestik und die Stimme nicht synchron für einen Augenblick schloss ich wieder meine Augen und versuchte mich zu beruhigen es gelang mir dass mein Herzschlag herunter fuhr endlich war auch wieder das Auto und der Straßenlärm zu hören so wie auch Jadens Stimme die permanent auf mich einredete mit einem aufgesetzten Lächeln öffnete ich erneut meine Augen alles okay entgegnete ich ihm auf die Frage die ich zuvor nicht verstand doch er glaubte wir bringen dich zu einem Arzt nein ich schüttelte so weit möglich den Kopf ich brauche nur etwas Ruhe und eine Kopfschmerztablette es war einfach alles etwas zu viel in letzter Zeit beruhigend legte ich eine Hand auf seine Brust aber er hörte allerdings direkt wieder auf mir zu widersprechen er wusste dass mich das nur noch mehr aufregen würde dann bringen wir dich jetzt aber direkt nach Hause ins Bett ich nickte und kuschelte meinen Kopf an seine Brust zu Hause angekommen gingen wir direkt auf mein Zimmer meine Eltern waren noch ein paar Besorgungen machen und somit außer Haus nur Amy begrüßte uns kurz als wir daraufhin direkt nach oben liefen Jaden packte mich sofort ins Bett ich zog noch schnell eine Kopfschmerztablette aus dem Nachtschrank und spülte sie mit einem Schluck aus einer abgestandenen Flasche Wasser herunter möchtest du etwas Musik fragte Jaden und streunte durch mein Zimmer ja die CD ist im Player kannst du sie einschalten er drückte auf Play und legte sich endlich zu mir die Musik begann zu erklingen was Jaden spürbar erfreute denn es war die CD welche er mir geschenkt hatte mit den aufgenommenen Musikstücken von ihm für mich ohne etwas zu sagen lagen wir im Bett bis die CD zu Ende war das laute Klicken des Players rüttelte mich aus dem Dämmerschlaf wach ich drehte meinen Kopf hoch und sah die perfekte Silhouette von Jadens Gesicht er war so schön mir blieb allerdings nicht viel Zeit dieses zu betrachten als auch er seinen Blick auf mich sinken ließ mit einer fließenden Bewegung beugte er sich über mich und begann mich zu küssen umgehend ließ ich mich darauf ein vorsichtig schob er seine Hand meinen Rücken entlang sanft glitt er mir unter mein Shirt und streichelte über meine Taille hinunter zu meinen Hüften wie aus dem Nichts ließ er plötzlich von mir ab jedoch nur so weit dass er sprechen konnte du hast abgenommen bemerkte er traurig wie aufs Stichwort begann Magen zu knurren er lachte auf wann hast du das letzte Mal was gegessen durch die Frage wurde mein Verstand automatisch zum Nachdenken angeregt erschreckend musste ich feststellen dass ich seit nun schon fast zwei Tagen nichts mehr genommen hatte ohne Widerworte stand ich auf und zog ihn hinter mir her lass uns was essen antwortete ich grinsend in der Küche schmierte ich uns jeder ein Sandwich nachdem wir das gegessen hatten und gerade beim Abräumen waren ging die Eingangstür auf meine Eltern kamen nach Hause mir rutschte ein Teller aus der Hand und landete unsanft auf der Spüle Hallo ihr zwei sagte meine Mutter erfreut als sie auch Jaden bemerkte Mom war die einzige von den beiden die wusste wie gut Jaden mir überhaupt tat Hallo erwiderte Jaden freundlich und gab meiner Mutter die Hand sie ergriff diese zufrieden als Jaden dann jedoch auch meinen Vater die Hand entgegen hielt blieb der Stock steif stehen was fällt Ihnen ein mein Haus zu betreten schimpfte er gleich drauf los meine Mutter legte ihm beruhigend eine Hand auf die Schulter doch es half nicht ist schon sprach sie nein fuhr mein Dad dazwischen so hatte ich ihn meiner Mutter gegenüber noch nie erlebt dieser Mann soll ruhig wissen wie es easy ging als sie heute alleine zu Gericht musste immer wenn es schwer wird den Rückzug antreten wie soll so einer sich je um dich kümmern und gar eine Familie versorgen aufgebracht wurschtelte mein Dad in der Luft herum seine Augen waren zu kleinen Schlitzen zusammengezogen und die Ader an seinem Hals trat weit hervor Dad schrie Amy von hinten hör auf Jaden zu beleidigen er kümmert sich doch Amy konnte dich zu Ende reden nichts tut er das waren die letzten Worte als mein Vater in Windeseile aus der Küche verschwand sich die Autoschlüssel schnappte und davon fuhr Mom flüsterte ich sie schenkte mir komischerweise ein beruhigendes Lächeln ist schon okay es wird schon nichts passieren er wird bald wieder da sein gib ihm etwas Zeit mit diesen Worten verschwand sie nach oben Amy tat es ihr gleich Jaden und ich räumten noch die Reste weg dann begaben wir uns ebenfalls zurück in mein Zimmer ein dreckiges schäbiges Lachen heilte mir im Kopf nach Freds Gesicht flog mir entgegen ich bin frei mummelte es immer wieder auf einmal flog mir ein Messer entgegen ich schloss die Augen im nächsten Augenblick lag ich schwer atmend in meinem Bett die Augen weit geöffnet bewegte ich mich kein Stück nur mein Herz lief auf Hochtuchen ein beruhigendes Atmen versicherte mir dass Jaden neben mir lag und schlief leise stand ich auf und ging aus dem Zimmer um mir etwas zu trinken aus der Küche zu holen auf halber Treppe bemerkte ich dass im Wohnzimmer ein Licht brannte ohne Angst ging ich weiter herunter tief in mir wusste ich dass es kein Einbrecher oder etwas in der Art war unten angekommen linste ich langsam um die Tür herum in den Raum mein Dad saß auf der Couch er bewegte sich nicht in seiner rechten Hand hielt er ein Glas auf dem Tisch stand noch die halb volle Flasche mit Whisky auf der einen Seite war ich erleichtert dass es ihm gut ginge auf der anderen versetzte es mein Herz einen Stich ihn so zu sehen mein Dad trank sonst nie ich ging weiter um die Ecke er bemerkte mich und drehte den Kopf leicht dann senkte er seinen Blick auf den Tisch und nahm einen kräftigen Schluck aus dem Glas Zielsicher ging ich meinen Weg weiter und setzte mich schräg neben ihm auf den Sessel hey sagte ich leise mit brüchiger Stimme hey erwiderte er kurz noch einmal setzte er an und trank den Rest aus dem Glas leer Isabelle begann er nach kurzer Zeit zu sprechen weißt du noch wie du früher heimlich zu mir gekommen bist als du die Lieblingstasse deiner Mutter kaputt gemacht hattest er lachte auf ja sagte ich ebenfalls leicht grinsend du hast sie sofort repariert und Mom hat jahrelang nichts gemerkt bis sie ihr selbst aus der Hand gefallen war genau er schenkte sich einen weiteren Schluck nach irgendwann ist es so weit dass alles mal zerbricht auch wenn man selber nicht schuld daran ist man hat irgendwann einfach keine Kontrolle mehr über Dinge die schon einen Sprung haben und jedes Leben ist irgendwo angerissen Ted flüsterte ich nein easy er atmete gequält aus ich habe Angst dass es komplett zerbricht Dad sah auf sein Glas für Eltern kommt der Punkt an dem die Kinder erwachsen werden und ich will nicht dass dein Leben zerbricht es hat schon Risse die ich immer wieder versucht habe zu kleben doch er schluchzte leise weinte jedoch nicht ich möchte dir helfen immer für dich da sein und nicht zusehen wie dein Leben zerbricht Dad sagte ich mit deutlich festerer Stimme ich stand auf und setzte mich neben ihn auf die Couch mein Leben zerbricht nicht durch Jaden ich weiß schmiss er ein ich weiß denn er ist jetzt dein Kleber der dein Leben zusammenhält nur für einen Vater ist es nicht einfach diese Position abgenommen zu bekommen und zu sehen dass er sich dabei wesentlich geschickter anstellt gerade wollte Dad mit seinem Glas wieder ansetzen da nahm ich es ihm zärtlich aus der Hand sprachlos sahen wir uns für einen Moment einfach nur an er macht es nicht besser als du niemand kann dich ersetzen nur ich bin jetzt eine andere ich bin so gut wie erwachsen Dad es liegt nicht an dir sondern an normalen Wegen des Lebens wir alle verändern uns und müssen uns mit Dingen abfinden ob es uns passt oder nicht er ließ den Kopf auf seine Hände sinken ich weiß und es tut mir leid ich legte meine Hand auf seine Schulter es muss dir nichts leid tun ich will gar nicht wissen wie ich mal werde wenn ich Kinder habe er hob langsam den Kopf und lachte kurz auf dann sah er mir direkt in die Augen du wirst dein Weg schon gehen er legte eine Hand in meine Wange das hab ich damals schon bemerkt wo du mit dem Klavierunterricht aufgehört hast du warst so entschlossen und wusstest genau was du wolltest das war so bemerkenswert ich war so stolz auf dich verwirrt zog ich die Augen zusammen Dad war immer stolz auf mich Tränen füllten meine Augen egal wer dich an deiner Seite je begleiten wird oder wer auch nicht du bist so stark wie ich es nur von deiner Mutter je kennengelernt habe ach Dad und dann lagen wir uns in den Armen erholt erwachte ich aus diesem traumlosen Schlaf ach guten Morgen murmelte mir Jaden ins Ohr Gedanken von letzter Nacht und dem Gespräch von meinem Dad flogen mir durch den Kopf hatte ich das etwa nur geträumt nein das war wirklich passiert das musste es einfach ich rieb mir den Schlaf aus den Augen und sah meine Sonne über mir stehen Jaden lächelte und sah so glücklich aus wie schon lange nicht mehr hast du gut geschlafen fragte er stups mit seiner Nase an meine Wange und gab mir einen kurzen Kuss ich glaube schon antwortete ich und musste lächeln Jaden sprang aus dem Bett und zog mich mit wackelig stand ich vor ihm für ihn ein guter Grund mich fest an sich zu drücken Frühstück? ich nickte gemeinsam gingen wir direkt nach unten schon auf der Treppe roch ich frischen Kaffee und hörte das klappern von Geschirr mit Jaden an der Hand betraten wir die Küche mein Dad saß am Tisch und las die Tageszeitung guten Morgen sagten wir im Chor morgen erwiderte meine Mutter mein Dad sagte nichts er legte die Zeitung zur Seite und trank einen Schluck Kaffee komischerweise sah man ihm den Alkohol in letzter Nacht nicht an Jaden und ich setzten uns an den Tisch Jaden begann mein Vater ich wollte mich für mein Verhalten entschuldigen es war falsch und wenn ich einen Fehler gemacht habe gebe ich ihn auch zu verdutzt saß Jaden neben mir sprachlos versuchte er ein Wort heraus zu bekommen wenige Sekunden später erhielt er schon wieder seine Fassung und antwortete danke das weiß ich zu schätzen er räusperte sich und nur damit sie es wissen ich liebe ihre Tochter mehr als alles andere ich würde ihr nie wehtun oder schlechter behandeln dann lag Jadens Blick auf mir ich hatte eine Gänsehaut und wurde rot meine Mutter stand lächelnd an der Spüle also unterbrach mein Dad diesen Moment wir müssen in knapp einer Stunde bei Gericht sein das schöne Gefühl verwandelte sich in Unwohlsein durch die ganze Sache von gestern mit Jaden und der Unterhaltung mit meinem Dad heute Nacht hatte ich es total verdrängt was heute für ein Tag war nach nur wenigen Bissen vom Frühstück gingen wir nach oben und machten uns fertig meine Eltern dass sie schließlich auf meiner Brust Halt machte und in Feuer umschlug wie in einer Blase gefangen bekam ich nur gedämpft mit dass wir in den Saal gingen meine Anwältin begrüßte mich und nahm wieder neben mir Platz eine Tür knarrte laut und Freight wurde hereingeführt meine Hand fuhr an meinen Hals und griff nach dem Kragen meiner Bluse ich versuchte sie zu lockern wie eine Schlinge die sich mir um den Hals legte wurde es enger und enger schnell nahm ich einen Schluck Wasser als Freight außerhalb meiner Sicht weiter auf seinen Platz gesetzt wurde zitternd stellte ich das Glas Wasser zurück ein weiteres Knarren ließ mich aufschrecken der Richter betrat den Saal sofort standen alle auf was dann geschah nahm ich wieder nur abgeschottet in meiner Blase war meine Anwältin hielt ihr Plädoyer dann der Verteidiger die Jury die aus zwölf Personen bestand saß erneut recht anteilslos da in der Hand dieser Menschen lag die Entscheidung für ein Monster welches wer weiß was noch alles mit mir getan hätte wenn Jaden nicht alle Hebel in Bewegung gesetzt hätte um mich zu finden langsam drehte ich meinen Kopf nach hinten Jaden saß bei meinen Eltern zwischen all den anderen Zuschauern als unsere Blicke sich trafen verschwam die Gesamtumgebung nur er war noch für mich zu sehen ein schönes Kribbeln durchströmte mein Inneres gestärkt sah ich wieder nach vorne und lauschte den letzten Worten des Verteidigers dann unterbrach der Richter die Sitzung für einen kurzen Moment damit die Jury sich beraten konnte wir warteten ungefähr 15 Minuten vor dem Saal als der Gerichtsdiener uns alle erneut hereinrief Jaden legte einen Arm um mich und ging mit mir bis nach vorne die Gefühlsachterbahn in mir war kaum zu beschreiben es wird alles gut flüsterte er mir noch schnell ins Ohr und begleitete mich bis nach vorne zu meinem Platz dann gab er mir einen Kuss auf die Wange und setzte sich zurück auf seinen Platz wie als hätte jemand die Vorspultaste gedrückt ging alles ganz schnell der Richter trat nur wenige Sekunden nach Fred herein ist die Jury zu einem Urteil gekommen? fragte der Richter mit dunkler Stimme eine zierliche Frau mit blonden kurzen Haaren stand auf ja euer Ehren dann überreichte sie dem Gerichtsdiener einen Zettel den der Richter nach kurzem Lesen wieder zurückgingen ließ die blonde Frau faltete den Zettel noch einmal auf und begann das Urteil zu lesen im Namen des Volkes erklären wir den Angeklagten für schuldig im Sinne der Anklage wir verurteilen ihn für 13 Jahre Haft im Staatsgefängnis noch während des Vollzugs muss der Verurteilte sich eine Therapie unterziehen die auch nach Abschluss der Strafe weiter fortgeführt werden muss die junge Frau setzte sich meine Anwältin legte freudig eine Hand auf meine Schulter der Richter schlug mit seinem Hammer auf sein Pult und beschloss die Verhandlung für beendet die Leute im Gerichtssaal standen auf ein Grummeln ging durch den Raum Fred wurde von einem Werter abgeführt als er an unserem Tisch vorbeigeführt wurde riss er sich los und kam schreiend in meine Richtung ich fuhr in den Stuhl nach hinten und kreilte mich mit ganzer Kraft an den Armlehnen fest der Werter bekam Fred erst nach ein paar viel geschlagenen Handgriffen wieder richtig zu fassen Isabelle wir gehören zusammen schrie er in meine Richtung dabei sei sein Blick kalt und leer aus als würde man auf ein Fass ohne Boden blicken vergiss das nicht es wird irgendwann so weit sein das verspreche ich dir mittlerweile war ein zweiter Werter zur Stelle gemeinsam zogen sie Fred zum Ausgang bald für immer ertönte es obwohl es schon längst nicht mehr zu sehen war easy Jaden rüttelte mich an den Schultern erst jetzt bemerkte ich dass sich meine Augen vor Angst geschlossen hatten langsam öffnete ich sie und sah Jadens perfektes Gesicht vor mir gelöst aus der Starre sprang ich förmlich in seine Arme er fing mich auf und wirkte genauso gelöst wie ich es ist vorbei antwortete und fragte ich zugleich ja hauchte er mir bestätigend entgegen wir verstärkten unsere Umarmung noch etwas mehr bis sie uns schließlich lösen mussten meine Mutter und mein Vater rissen mich nacheinander in die Arme Amy verdrückte eine Träne vor dem Saal verabschiedete sich noch unsere Anwältin mit einem guten Gefühl nicht nur weil sie den Prozess gewonnen hatte sondern auch weil solch ein Monster wie Fred sondern auch weil solch ein Monster wie Fred jetzt hinter Gittern saß sie wollte es ebenfalls den Medien verkünden wir sollten nichts weiter sagen und endlich anfangen damit abzuschließen langsam begaben wir uns zum Ausgang erst als Jaden und ich in der Limousine saßen stellte ich mir seit langem wieder mal die Frage wie wird es jetzt nur weitergehen wo fahren wir denn hin nach Hause geht es in die andere Richtung automatisch zeigte ich mit dem Daumen über meine Schulter instinktiv rutschte meine Augenbraue fragend nach oben Jaden lächelte Überraschung sein Grinsen wurde noch breiter okay murmelte ich ein aufregendes Gefühl breitete sich daraufhin in meinem Bauch aus wenige Minuten später stoppte die Limousine vor einem großen Hotel fragend sah ich Jaden an dann wieder zurück zum Hotel keine Angst deine Eltern wissen Bescheid dass wir später zu dir kommen dann ist ja gut er öffnete die Tür und hielt mir eine Hand hin ein paar Fotografen rannten auf uns zu etwa ein Dutzend Journalisten hatten Stellung bezogen wie auch immer die herausbekommen hatten wo Jaden abgestiegen war doch ich wusste es gab dafür Mittel und Wege dicht aneinander liefen wir direkt auf den Eingang zu der Duft von Jaden schwang mit jedem Schritt zu mir herüber ich genoss jeden einzelnen Atemzug Jaden riefen die Journalisten alle durcheinander diverse Fragen flogen durch die Luft doch im Moment hatten wir keinen Kopf für Fragen oder andere Leute glücklich gingen wir Hand in Hand direkt ins Hotel Bruno vor als einziger mit uns im Fahrstuhl mit als die Tür sich schloss funkte es dermaßen zwischen Jaden und mir dass wir automatisch dichter aneinander rückten langsam ging er hinter mir und umarmte mich fest von hinten Bruno stand vor uns und ignorierte jegliches Geräusch gekonnt ich quiekte leise auf als Jadens Hände mich in meiner Talie ein wenig kitzelten Hitze strömte durch meinen gesamten Körper losgelöst von jeglichem Ärger und Stress drehte ich den Kopf nach hinten um mir das zu nehmen was ich jetzt in diesem Moment so sehr wollte wir küssten uns lange und intensiv zärtlich wanderten seine Lippen meinen Hals hinab mein Kopf kippte leicht nach hinten und ruhte auf Jadens Schulter der Kuss ging weiter bis zu meinem Schlüsselbein ein lautes Ping bewirkte eine Zwangspause zwischen unseren Gestiken Bruno ging vor Jaden zog mich an der Hand mit ich taumelte hinterher meine Knie waren ganz weich vor der Tür angekommen nahm Bruno davor Stellung danke Bruno sagte ich als Jaden die Tür aufmachte er nickte nur kurz und doch hatte ich das Gefühl selbst Bruno wirkte erleichtert dass dieser Horror ein Ende hatte schließlich bat Jaden mich herein sofort schloss er die Tür hinter sich das Zimmer war nur sehr schwach beleuchtet im ersten Moment wirkte Jadens Blick gierig und doch hatte ich keine Angst wie eine Katze machte er ein paar Schritte auf mich zu als er letzten endlich direkt vor mir stand verharrte er in all seiner Haltung unsere Blicke völlig ineinander verschlungen zur selben Zeit taten wir den letzten Schritt und küssten uns sofort suchten meine Hände seine nackten Körper und fuhren unter sein Shirt er zog es sich in einer geschmeidigen Bewegung über den Kopf und ließ es zu Boden fallen umgehend suchte er wieder die Nähe zu mir noch während des darauf folgenden Kusses schwang er mich auf seine Arme und trug mich zum Bett Jaden beugte sich über mir sein Gesicht vergrub sich in meinem Haar schwer atmend löste sich jeglicher Gedanke in meinem Kopf wir folgten daraufhin voll und ganz unseren Gefühlen seine Brust ging rauf und runter mein darauf liegender Kopf schwebte mit zärtlich streichelte er mein Haar es versetzte meinen Körper auf eine angenehme Art und Weise unter Spannung ich schloss genussvoll die Augen wirst du wieder mit mir kommen fragte Jaden ich überlegte für einen Moment zwar hatte ich das auch in Erwägung gezogen aber ich war mir noch nicht sicher wie würden meine Eltern reagieren wenn ich sie jetzt schon wieder verließ schließlich war ich auch noch nicht ganz wieder fit und das letzte Mal wo ich krank mit Jaden auf Tour ging hatte ich das Gefühl auch wenn er es nie zugeben würde dass ich eine Last war er rückte mich leicht von seiner Brust herunter langsam fiel mein Kopf auf die weichen Lagen Jaden stützte sich auf seinen Ellbogen ab und sah mich an sofort schlug meine Gedanken um ich würde überall mit diesem Mann hingehen am liebsten wollte ich ihm nie wieder von der Seite weichen wenn es die einzige und wahre Liebe wirklich gab dann hatte ich sie in Jaden auf jeden Fall gefunden Jadens Lippen verzogen sich zu einem atemberaubenden Lächeln ein Penny für deine Gedanken mummelte er ich grinste zurück sagte jedoch nichts vorsichtig kam ich ihm näher als er bemerkte was ich wollte kam er mir ein Stück weit entgegen wir küssten uns diese kleine Berührung versetzte mich wieder so sehr unter Spannung dass alle meine Sinne im Körper zu Hochtouren ausliefen es war ein tolles Gefühl ohne Angst oder Bedenken einfach in den nächsten Tag zu leben Jaden brach den Kuss ab meine Meinung nach fiel zu schnell die Spannung wies sofort aus meinem Körper als unsere Lippen nicht mehr aufeinander lagen leicht schmollend sah ich ihn an und wirst du mich begleiten im selben Augenblick war meine Entscheidung gefallen komischerweise fiel es mir jetzt gerade sehr einfach ja ich werde dich begleiten ruckartig beinahe wie ein Tiger der seine Beute jagte schoss er nach vorne und stürzte sich auf mich ein hoher kurzer Schrei entwich mir vor Schreck schnell verstummte dieser jedoch in ein Lachen Jaden bedeckte mich über und über mit Küssen wir gehörten auf ewig zusammen nichts konnte uns trennen am selben Abend ging bereits der Flug nach Europa ich konnte mit einem guten Gefühl fahren weil auch mein Dad Jaden endlich akzeptiert hatte unser Ziel lautete diesmal Russland wir stiegen nach einem zwölf Stunden Flug endlich aus der Maschine es war bereits wieder dunkel und bitterkalt ich zog mir meine viel zu dünne Jacke bis über die Ohren erst in der Flughafenhalle selber wurde es besser Jaden der sich noch im Flugzeug das Käppi und die Sonnenbrille aufgesetzt hatte nahm mich fest in seinen Arm Bruno folgte uns unauffällig nach nur wenigen Minuten im Auto waren wir vor dem Hotel angekommen was ist denn los mit dir? amüsiert sah Jaden mir ins Gesicht den einen Arm hatte er fest um mich gelegt trotzdem wurde ich nervös schließlich hatte ich die Band seit langer Zeit nicht mehr gesehen das war aber nicht das einzige was mir Sorgen bereitete zwar hatte ich zwischendurch mit Judy geschrieben und ein zweimal telefoniert es war aber nicht dasselbe mich plagten Schuldgefühle dass ein Konzert verschoben werden musste dass ich mal wieder an allem schuld war dass die Karriere von allen Risse bekam besonders vor dem Manager hatte ich Panik Steve war zwar kein großer Mann konnte einem aber einen Heidenangst einjagen wenn der erstmal richtig wütend wurde ich schluckte schwer es ist nur ich fühle mich irgendwie schuldig schließlich musstet ihr wegen mir euer Konzert absagen und was würde Ron denken dass du mich wieder mit hierher bringst jetzt wo er jemanden hatte der ab und an mit ihm weggegangen war und euer Manager wie wild wischte ich mir meine feuchten Handflächen an meiner Hose ab er legte seine Hände auf die Lippen um mir zu signalisieren dass ich den Mund halten sollte ich tat wie er aufzeigte dann legte er seine warme Hand an meine Wange und streichelte sie mit dem Daumen meine Haltung wurde deutlich entspannter hör bitte auf dir Vorwürfe zu machen es ist alles gut wir alle haben dich vermisst glaub mir seine Worte beruhigten mich weiter gemeinsam gingen wir ins Hotel im Fahrstuhl nahm Jaden nochmal meine Hand und drückte sie feste er schenkte mir so viel Kraft kaum in der Suite angekommen verflogen meine Selbstzweifel sofort jeder aus der Band begrüßte mich aufs Herzlichste noch bis spät in die Nacht saßen wir im Wohnzimmer zusammen und redeten über alles mögliche erst weit nach Mitternacht gingen Jaden und ich zu Bett easy wo warst du denn so lange ich grinste meine Gefühle hatte ich weitestgehend wieder im Griff ich war nur kurz draußen alles gut sie glaubte mir fürs Erste als der zweite Teil der Show vorbei war lehrte sich die Halle langsam zwar war es ein wirklich rundum gelungenes Konzert doch war ich trotzdem froh dass der Abend für heute fast überstanden war komm wir gehen in den VIP-Bereich dort sind die Jungs auch gleich Judy zog mich mit ich stolperte ihr hinterher wir gingen nach unten neben dem Raum wo ich die Auseinandersetzung mit Miss Barbie hatte lag ein weiterer durchaus größerer Raum es waren schon bestimmt zwei Dutzend Leute eingetroffen die sich angeregt unterhielten und am Buffet bedienten gezielt ließ ich meinen Blick über die Menschen gleiten und suchte nach Barbie sie war allerdings nicht hier vielleicht hatte sie es ja doch endlich begriffen einige Leute begannen zu klatschen Ron und Ted kamen durch die Tür aber wo waren Jaden und Ben? Fragen schaute ich Judy an sie erkannte was ich wollte noch bevor ich fragen konnte sie geben noch Interviews sie kommen gleich nach wir grinsten uns an die Zeit verging Jaden und Ben waren noch immer nicht zurück eines lag mir noch auf der Seele und jetzt war die Zeit gekommen an der ich das klären konnte gezielt ging ich auf Ron zu als er mich sah grinste er mich an hallo süße sagte er neckend ich machte mir da nichts draus denn das war nun mal Rons Art hi Ron kann ich dich kurz sprechen? wir gingen in eine Ecke des Raumes was gibt's denn? neugierig sah mich an ich betrachtete ihn genau und erst jetzt wurde mir klar warum Ron so viele Groupies abbekam denn er sah gar nicht mal so schlecht aus groß gewachsen gut trainiert meiner Meinung nach schon zu viel trainiert sein Blick war weich und voller Neugier die schmalen Augen wirkten geheimnisvoll Ron lachte auf hat es dir die Sprache verschlagen? mit angeschwollener Brust richtete er sich auf nein entschuldige es ist nur schwer die richtigen Worte zu finden log ich ein wenig hoffentlich wurde ich nicht rot red einfach drauf los wieder dieses charmante Lächeln also ich wollte dich persönlich fragen ob das mit dieser Bar also mit dieser Beverly ob da wirklich nichts lief Jaden sagt mir zwar dass da nichts war aber diese Tussi behauptet weiterhin dass da doch was war Ron atmet schoßartig aus easy begann er ebenfalls nach den richtigen Worten suchend ich habe an dem Abend nicht wirklich auf Jaden geachtet aber als ich in der Suite aufgewacht bin neben meiner Begleitung da habe ich Jaden gesehen wie er auf der Couch geschlafen hatte er hatte also definitiv nichts mit ihr du solltest ihm einfach vertrauen Schuldgefühle machten sich in mir breit wieso hatte ich das nicht einfach getan und Jaden vertraut mein Blick war scheu nach unten gerichtet hey sprach Ron mich erneut an ich weiß nicht ob es dir richtig ist dir das zu erzählen aber als ich den Abend mit Jaden in dem Club war da hat Beverly sich ihm dermaßen an den Hals geworfen dass selbst ich es widerlich fand sie hat sogar einmal versucht ihm die Zunge in den Hals zu stecken woraufhin Jaden sie hart zurechtgewiesen hat Beverly hat weiterhin versucht ihn dann abzufüllen um ihn irgendwie herumzubekommen als wir uns zu Tell gefahren sind hat Jaden in der Limousine schon fast geschlafen nur mit Mühe ist er mit mir hochgekommen und sofort eingepennt sie hat versucht ihn zu küssen sagte ich angewidert ja aber viel wichtiger ist doch dass er nur mit dir glücklich ist schau dir doch das Konzert heute mal an das war sowas von geil nur weil auch Jaden endlich wieder glücklich ist und er ist glücklich wenn du glücklich bist und wir sind glücklich wenn Jaden glücklich ist und alles so gut läuft also er legte einen Arm um mich und ging mit mir wieder in die Menschenmenge macht ihr keinen Kopf habt Spaß und genießt dass ihr euch habt wow Ron ich war fast sprachlos Ron hatte einfach recht ich sollte mir tatsächlich nicht so viele Gedanken machen und einfach mal das Glück welches ich mit Jaden hatte genießen danke sagte ich abschließend er nickte kurz und verschwand in der Menge ich war gerade bei Judy wieder angekommen da raunte ein weiterer Applaus durch den Raum Jaden und Ben kamen herein Jaden suchte mich und kam sofort zu mir herüber stürmisch lange die Arme um meine Taille und küsste mich Blut schoss mir in den Kopf seit langem fühlte ich endlich mal keine Schmerzen mehr das Verlangen nach ihm überwiegte alles erst als wir uns einander lösten sah ich in seine gierigen Augen die Show hatte viel Adrenalin in seinem Blut freigesetzt mit zerzausten Haaren und ganz außer Atem gab er mir einen zweiten sanfteren Kuss hi hauchte er mir anschließend ins Ohr hey entgegnete ich ihm er schaute langsam an mir herunter du siehst unglaublich aus Feuer fachte in seinen Pupillen auf ich grinste nur mit unseren Körpern noch immer dicht aneinander gepresst verschlungen wir uns mehr und mehr mit unseren Blicken Judy beugte sich zu uns herüber nehmt euch ein Zimmer flüsterte sie und schmunzelnd entgegen Jaden grinste mich an keine schlechte Idee dann löste er sich von mir schnappte meine Hand und zog mich unauffällig durch die Menschenmenge Jaden quiekte ich als wir auf dem Flur angekommen und die Tür hinter uns ins Schloss schnappte er schaute sich nervös um meine Hand weiter fest in seiner als niemand zu sehen war zog er mich mit wir gingen zwei Türen weiter in einen Raum der noch kleiner war als der in dem ich mich mit Barbie unterhalten hatte Kisten und Karton standen überall rum Jaden schloss die Tür hinter uns und fiel wie eine Raubkatze über mich her ah lachte ich auf dann wurde es ganz still Jaden drückte mich gegen die kühle Wand der eisige Schauer ging mir bis unter die Haut ich begann leicht zu zittern meine Sinne waren alle zu 120% hochgefahren und sehr sensibel Jaden bemerkte es sofort und schob seine warmen Hände hinter meinen Rücken die Wärme erfüllte mich vollkommen wie ein wunderbares Durcheinander das alles in meinem Körper auslöste Jadens Lippen waren dicht vor meinen aber er küsste mich nicht gerade wollte ich auf ihn zugehen da zog er ein wenig zurück ich stoppte sofort easy hauchte er meinen Namen mit so viel Gefühl mir entgegen dass ich am liebsten losgeweint hätte zum schnellen Herzschlag zog sich jetzt noch mein Hals zusammen ich versuchte die Tränen herunterzuschlucken ich sprach Jaden schwer atmend weiter ich wollte dir noch so vieles sagen aber wie aus dem Nichts lagen seine Lippen dann wieder auf meinen mit seinem Becken drückte er mich fest gegen die Wand es war deutlich zu spüren was er wollte und ich wollte es nicht weniger für einen flüchtigen Moment erlangte er noch einmal die Kontrolle über seinen Körper ich liebe dich presste er zwischen unseren Küssen hervor so sehr Zeit und Raum waren von hier an für mich vergessen ich konnte ihm nicht antworten so sehr wollte ich ihn jetzt und in diesem Moment die VIP-Party war vorbei es war kurz nach 3 Uhr morgens wir saßen mit den anderen in der Limousine und fuhren zurück zum Hotel ich lag angekuschelt in Jadens Arm und betrachtete ihn von unten er wirkte so glücklich und zufrieden dann betrachtete ich die anderen der Band Judy und Ted waren wild am Knutschen mir war klar was bei den beiden auf dem Zimmer gleich passieren würde Ron war natürlich nicht mitgefahren sondern gleich weiter in den nächsten Club gezogen Ben hingegen legte den Kopf in den Nacken und schlief schon fast ein kleines Lächeln überflog meine Lippen plötzlich streichelte Jaden mein Haar ich sah wieder zu ihm hoch auf seinem Gesicht lag erneut dieser gierige Blick wenn wir uns jedoch jetzt küssen würden könnte ich für nichts garantieren also hielten wir uns zurück bis wir im Hotel waren Jadens Küsse waren besser als jede Droge wie ausgehungert nahm ich sie auf wir standen in unserem Schlafzimmer dicht aneinander Jaden half mir aus meiner Jacke als auch er seine auszog fiel sein Handy heraus automatisch hob ich es auf und sah darauf mehrere ungelesene Nachrichten wer schreibt dir denn so viel? fragte ich neugierig Jaden nahm mir das Handy aus der Hand und sah nach sein Blick veränderte sich er fuhr sich nervös durch die Haare schaltete dann sein Handy ab und warf es auf den Nachttisch bemüht daran sich nichts anmerken zu lassen wand er sich wieder mir zu wer war das? fragte sich nochmals nach niemand seine Arme umschlossen mich fest sein Gesicht vergrub sich in meinen Haaren ich drückte ihn an den Schultern weg bitte Jaden sag es mir wer war das? seine Stimmung schlug um Beverly kam schließlich kleinlaut aus seinem Mund als hätte ich soeben einen Stein verschluckt fiel mir dieser schmerzhaft in den Magen ich verschränkte meine Arme vor der Brust und bohrte meinen Blick auf Jadens Gesicht die Stimmung war dahin und was wollte sie? Jaden sah ein dass Lügen oder Ausreden nichts brachte schließlich erzählte er mir alles sie wollte nochmals sprechen ich habe heute auf dem Konzert noch mit ihr gesprochen und sie sagte sie wolle dass wir Freunde bleiben natürlich hat sie sich auch bei mir entschuldigt sprachlos setzte ich mich auf das Bett sie hat sich bei dir entschuldigt? presste ich hervor Jaden setzte sich zu mir nahm meine Hand und verschränkte unsere Finger miteinander ja sie sagte auch dass sie bereits mit dir gesprochen und alles geklärt hatte ich riss meine Hand los stand auf und lief wütend durch Zimmer meine Schläfen pochten was ich aber weitestgehend zu ignorieren versuchte ich habe mit ihr gesprochen prustete ich los aber das war nicht nett sie hat mir gedroht dass sie uns auseinander bringen wird komme was wolle und dass sie immer alles bekommt was sie will Jaden stand auf und kam zu mir herüber er hielt mich an den Schultern so dass ich stehen bleiben musste und verfroren stieg mir mein Blut mehr und mehr zu Kopf ich kniff die Augen vor Schmerz zusammen sofort nahm er mich in seine Arme das wird nie passieren nie sprach er mir ins Ohr die Nähe und sein Duft ließen es kaum zu ihm uns nicht zu glauben meine Energie war für heute am Ende ich konnte und wollte über das Thema nicht mehr sprechen so wie wir waren legten Jaden und ich uns ins Bett und schliefen ein Jaden knutschte mit Miss Barbie Fred der mich von ihnen wegzog und sich zu sich holt ich erwachte frische Luft drängte sich in meine Lungen mein Brustkorb fühlte sich an als hätte ein Stein darauf gelegen Jaden bewegte sich neben mir und erwachte ebenfalls er öffnete die Augen und blinzelte mich an hallo meine Süße guten Morgen schlaftrunken zog er mich zu sich herunter sanft streichelte er mir die feuchten Strähnen aus dem Gesicht was ist los nichts schlaf weiter kaum ausgesprochen schlief Jaden schon fast wieder er war noch so erschöpft von dem Konzert gestern ihm sei der Schlaf gegönnt als ich sicher gehen konnte dass er tief und fest eingeschlafen war stieg ich vorsichtig aus dem Bett ich schnappte mir mein blaues Buch klemmte es mir unter den Arm und ging leise aus dem Zimmer in Ruhe kochte ich mir einen Tee und setzte mich auf die Couch im Wohnzimmer gedankenverloren saß ich eine lange Zeit einfach so da das Buch ungeöffnet auf dem Schoß prasselten diverse Gedanken auf mich ein der Gedanke an Miss Barbie hielt mich allerdings am meisten fest sie hatte solch einen starken Background wenn sie mich schlechter machen wollte dann wüsste sie schon wie ob Jaden jetzt tatsächlich noch mit ihr befreundet blieb ich hoffte doch wohl nicht natürlich konnte ich ihm seine Freunde nicht verbieten aber bei ihr musste er sich entscheiden entweder sie oder ich umgehend schnappte ich mir einen Stift und schrieb meine Gedanken hierzu auf im hinteren Teil meines Kopfes erklang eine leise, traurige Klaviermusik es war kein bekanntes Stück doch nahezu in jeder Situation hörte ich der Stimmung entsprechende Musik ich konnte es nicht steuern sie war einfach da und das schon seit ich denken konnte Easy? jemand rüttelte mich wach Easy? Judys Stimme war deutlich zu hören ich öffnete die Augen Judy stand so dicht vor mir, dass ich ein wenig erschrak alles okay mit dir? warum schläfst du denn hier auf der Couch? besorgt setzte sich neben mich nein, alles okay ich konnte letzte Nacht noch nicht schlafen versuchte ich schnell vom Thema abzulenken oh, schon wieder? sie verzog den Mund zu einer schmalen Linie ja, aber dann habe ich ich sprach nicht weiter mein Buch flog mir durch den Kopf wo war es? ich sah mich um, doch konnte nichts entdecken plötzlich kam Ben aus der Küche mit meinem Buch in der Hand zurück und las es wow, Easy hast du das geschrieben? verdutzt sah er mich an ich stand schnell auf riss ihm das Buch aus der Hand und drückte es mir an die Brust was fällt dir ein einfach meine Sachen zu lesen? blaffte ich ihn an er erhob beide Hände als würde ich ihn mit einer Pistole bedrohen entschuldige ich wollte nicht aber die Sachen sind wirklich super geschrieben das geht dich nichts an schrie ich noch ein bisschen lauter in seine Richtung meine Wangen waren puterrot sofort machte ich auf dem Absatz kehrt und ging direkt in Jaden und mein Schlafzimmer ich schloss lautstark die Tür hinter mir Jaden sah mich an er saß bereits auf dem Bett und wollte aufstehen mit seltsamem Blick betrachtete er mich was ist denn da draußen los? alles okay, Easy? es war mir so peinlich wie konnte ich nur so ausrasten und dann noch vor Ben der mir doch nichts getan hatte er machte mir sogar Komplimente und ich hatte nichts besseres zu tun als ihn anzuschreien ich versteckte mein Gesicht hinter meinem Buch Jaden stand auf er griff meine Handgelenke und führte sie nach unten also, was ist los? peinlich berührt erzählte ich ihm von dem Vorfall ich sag doch deine Texte sind super mein Mund klappte auf das fällt dir dazu ein? ich sah ihn verdutzt an er grinste glaub mir Ben wird dir nicht böse sein er ist viel schlimmer aus von Judy gewohnt wenn die mal wieder was Haus auf den Kopf stellt aber das hast du nicht von mir ich atmete erleichtert aus ich muss mich trotzdem bei ihm entschuldigen gesagt getan ging ich hinaus ins Wohnzimmer Ben saß alleine vor dem Fernseher Ron schlief noch und Judy und Ted war hörbar im Badezimmer am Duschen Jaden folgte mir ich schenkte ihm einen Blick der genau das bewirkte, was er sollte äh, ich geh mir mal einen Kaffee machen sagte er und ging umgehend aus dem Raum ich setzte mich schräg gegenüber von Ben auf die Couch Ben es es tut mir leid er schaltete den Fernseher auf stumm und sah zu mir rüber zunächst wirkte er sehr ernst dann lockerte sich seine Mimik ein Lächeln zeichnete sich ab ist schon okay ich bin da ganz andere Sachen gewohnt auch ich musste jetzt lächeln das hatte Jaden gerade auch noch erwähnt ich biss mir auf die Zunge damit ich es nicht laut aussprach danke entgegnete ich ihm erleichtert dann änderte sich sein Blick er wirkte wieder ernster doch nicht so ernst dass er wütend wäre sondern eher neugierig das hab ich aber gerade nicht nur so gesagt ich meinte das ernst dass du dort super Texte geschrieben hast meinst du vielleicht ich könnte ein paar Passagen daraus übernehmen? wortlos sah ich ihn an sofort sprach er weiter du hast natürlich jegliches Mitspracherecht er zeigte seine strahlend weißen Zähne für einen kurzen Moment überlegte ich und dann fiel mir ein guter Vorschlag ein ich zog einen Mundwinkel nach oben ich werde dir alles geben was du aus dem Buch haben willst aber dafür musst du mir einen Gefallen tun Ben zögerte kurz und der wäre? fragte er schließlich keine Angst grinste ich nichts Schlimmes nur ich würde gerne für Jaden eine CD aufnehmen und da ihr ja bald wieder im Studio seid möchte ich ein paar Stunden dort haben um ein paar Lieder für ihn aufzunehmen Ben atmete erleichtert aus mit was für einem Vorschlag hatte er wohl gerechnet? alles klar entgegnete er mir denke das kriegen wir hin wir gaben uns die Hand und damit war der Deal perfekt in Russland standen noch zwei weitere Konzerte an dann würden wir nach London reisen und dort unter anderem auch die Studioaufnahmen der Band für eine Sonderedition ihrer CD erstellen es sollten Songs a cappella eingesungen werden eine zusätzliche Big Band wurde extra hierfür beauftragt wir lagen im Bett wie immer lag mein Kopf auf Jadens Brust ich genoss die Wärme und den gleichmäßigen Herzschlag dann fiel es mir wieder ein was ich Jaden noch sagen wollte die Jungs waren heute auf einer Autogrammstunde unter Eröffnung eines neuen Hi-Fi-Geschäfts ich hatte hingegen den Nachmittag mit Judy verbracht wir hatten uns viel zu erzählen wobei wir uns einig waren dass wir wenigstens für die Konzerte welche jetzt noch in Russland waren im Hotel blieben Judy machte das extra mir zuliebe ich hatte ihr von meinen Kopfschmerzen berichtet und sie wollte nicht dass es noch schlimmer wurde und ich vielleicht wieder für eine längere Zeit ausfiel deswegen hatte sie mich sozusagen damit erpresst dass ich bei ihr im Hotel bliebe damit sie dort nicht alleine wäre Jaden, bist du noch wach? er drückte mich fest an sich ich erzählte ihm davon als ich zu Ende gesprochen hatte drehte er mich aus seinen Armen und schaute mit dunklem Blick auf mich herab natürlich ist das okay aber wieso hast du mir nicht gesagt dass du noch Schmerzen und Probleme hast Jaden, das... aber ich hätte keine Antwort er legte seine Hand an meine Wange ein unglaublich vertrautes Gefühl durchfuhr mich sag mir bitte sofort, wenn etwas ist, okay? ich nickte dann zog er mich in seine Arme und wir schliefen ein insgesamt vergingen zwei Wochen bis wir weiterflogen der Gips von meiner Hand verschwand in dieser Zeit und ich konnte mich endlich wieder ohne Hilfe zurechtfinden in den Nächten, in denen ich wieder nicht schlafen konnte und das war fast jede Nacht der Fall suchte ich mir einige Lieder aus die ich mit Jaden verband auch zwei eigene Songs waren dabei Ben half mir ein wenig mit den Melodien zu den Texten, die ich verwenden wollte wir trafen uns teilweise mitten in der Nacht manchmal gewollt manchmal durch Zufall eines Nachts hatte Jaden uns erwischt wie Ben und ich lachend auf der Couch saßen Jaden wirkte in den Tagen darauf leicht eifersüchtig ich beschwörte ihm, dass dort nichts lief und ich Ben lediglich ein bisschen bei seinen Texten half daraufhin wirkte Jaden etwas entspannter der Flug von Russland nach London dauerte nicht lange am Flughafen von London angekommen wurde mir komisch Erinnerungen an der Zeit, wo Jaden sich von mir getrennt hatte lagen in einer kleinen Schublade ganz hinten versteckt als ich die Halle betrat platzte diese mit schneller Geschwindigkeit auf dass ich mir den Magen drehte Jaden legte fest einen Arm um mich langsam konnte ich die einzelnen Gefühle wieder sorgfältig zurückliegen diesmal war keiner der Band kostümiert es war ein offizieller Anreise und zugleich Promotermin tausend von Groupies standen auf einem Haufen in und vor der Halle die Security führte uns an den Menschenmengen Jaden riefen einige der Journalisten den Arm weiter fest um mich gelegt beantwortete er hier und dort ein paar Fragen dann kamen wir an einen Journalisten der von Anfang an falsch am Platz wirkte sein schicker Anzug passte nicht zu den anderen er sah teuer aus eher Businessman als Journalist Jaden, Isabel! rief er uns freudig entgegen Jaden setzte das typische Lächeln auf und ging auf ihn zu Jaden, vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit nehmen Gerne entgegnete er ihm in seiner charmantesten Art Jaden, du hast deine Freundin dabei also seid ihr demnach doch noch zusammen was hat das dann mit Beverly auf sich? innerlich verdrehte ich die Augen es war so klar, dass diese Frage kommen würde doch da mussten wir jetzt durch wissen Sie, meine Freundin und ich waren nie auseinander mit Beverly bin ich nur gut befreundet und an dem Abend haben wir einfach nur als Freunde ein bisschen Party gemacht Jaden erklärte alles mit solch einer Leichtigkeit und Selbstverständnis dass selbst ich, die die Wahrheit kannte ihnen in diesem Moment alles glauben würde also hat ihre Freundin kein Problem damit dass sie ein Star sind? sie kommt damit zurecht? fragen Sie sie doch selbst Jaden zeigte auf mich die Blitzlichter flackerten nur so vor meinen Augen ich konnte den Mann kaum erkennen als er mir sein Mikrofon unter die Nase hielt Isabel, oder sollte ich lieber Isi sagen? das hören Sie doch lieber, oder? ja, Isi bitte was war das denn für eine Frage? doch es war ja bekannt, dass Reporter die komischen Fragen stellten gut, dann Isi er lächelte wie geht es Ihnen? kommen Sie damit klar, dass Ihr Freund ein weltbekannter Star ist den andere Frauen zu Füßen liegen? selbst das, wie die bekannte Beverly himmeln ihn an ist das kein Problem für Sie? ich wusste gar nicht, worauf ich zuerst antworten sollte also, nein es ist okay der Reporter unterbrach mich auf den dreiste Art und Weise wie es nicht frecher hätte sein können wie kommen Sie denn mit der Entführung und den Misshandlungen klar die Ihnen angetan wurden? haben Sie noch Kontakt zu diesem Fred? mir war, als würde man mir den Boden unter den Füßen wegziehen Jaden und die Security reagierten sofort sie schoben mich weiter bis zur Limousine es gab keine Interviews und Stellungnahmen mehr selbst im Auto stand mir der Mund noch offen Jaden fluchte vor sich hin woher wussten Sie die Details und worum es im Prozess ging? Judy suchte nach irgendeiner Erklärung vielleicht hat jemand von der Polizei geredet oder vom Gericht? schmiss Ted ein das kann ich mir nicht vorstellen sagte Ben darauf Beverly? nuschelte ich Jaden sah wütend aus dem Wagen antwortete jedoch nicht von da an fuhren wir schweigend ins Hotel am nächsten Tag gab es ein Gespräch mit dem Manager der Band er akzeptierte mich endlich war aber nicht glücklich dass es wegen mir wieder Schlagzeilen gab in der Tageszeitung stand nämlich mit großem Titel Rockstar Girl misshandelt und gefoltert in dem dazu geschriebenen Text wurden Fragen gestellt wie die Trennung stand schon kurz bevor ist Jaden nur aus Mitleid mit ihr zusammen? du musst eine Stellungsnahme abgeben forderte der Manager von mir ein mir wurde kalt was sollte ich denn sagen? du kannst das auch schriftlich machen erklärte Jaden aber besser wäre es direkt vor der Presse dann können alle Fragen direkt geklärt werden warf Ron ein und er hatte recht okay sagte ich kurz und knapp ich werde sagen was passiert ist da das erste Interview schon heute Nachmittag anstand brieften Jaden und der Rest der Band mich vor allem Judy konnte mir ein paar gute Tipps geben antworte einfach kurz und knapp geh nicht zu weit in die Tiefe und verweise sonst auf deine Privatsphäre sagte Judy noch im Auto zu mir ich nickte nur die weiteren Instruktionen bekam ich schon gar nicht mehr mit soweit waren meine Gedanken bereits davon getrieben Jaden hielt tapfer die ganze Zeit meine Hand ansehen konnte ich ihm zu diesem Zeitpunkt nicht es war mir hier schon unangenehm im Mittelpunkt zu stehen wie sollte das dann gleich beim Interview werden? kurze Zeit später waren wir am Ziel angekommen die Pressekonferenz war offiziell für die Band gedacht doch ich bekam ebenfalls einen Platz mit schweißnassen Händen betrat ich die Bühne es freute mich zu sehen dass Judy sich auch in die langen Reihen von Stühlen direkt neben Ted setzte das Gefühl zu wissen dass alle an meiner Seite waren verlieh mir Kraft ich setzte mich und blickte in hunderte Augen verschüchtert nippte ich an meinem Glas Wasser welches vor mir stand Jaden rückte ein Stück zu mir herüber und legte seine Hand auf meine er schenkte mir ein aufmunterndes Lächeln was ich zu diesem Zeitpunkt auch gut gebrauchen konnte es half jedoch nicht viel die Blicke der Menschenmenge machte mich einfach zu nervös die ganzen fremden Gesichter wirkten wie Arsgeier dem gleich ein großes Stück Fleisch vorgeworfen werde wie hielten die Jungs es nur aus sich so etwas immer wieder zu stellen? dann begann die Konferenz der Manager Steve welcher ganz links außen saß behielt den Überblick und nahm die Journalisten an der Reihe welche er für richtig hielt selbst die Presse hatte irgendwie Respekt vor ihm ich erschauderte die ersten Fragen bezogen sich auf die Band ihre Pause und den Gerüchten der neuen CD die produziert werden sollte jeder der Jungs beantwortete alle Fragen souverän und mit Bravour easy! ertönte es plötzlich aus den hinteren Reihen ich suchte die fragende Person aus der Menge heraus es war ein Mann mittlerem Alters mit einfachem Pullover bekleidet er trug eine dicke Hornbrille würden Sie uns noch ein paar Fragen beantworten? fragte er mit freundlicher Stimme ja, natürlich sagte ich zögernd ins Mikrofon vor einiger Zeit kam die Tatsache auf dass sie entführt und misshandelt wurde stimmt das? ich schluckte schwer Jaden drückte fest meine Hand unterm Tisch ja, ja, das stimmt meine Kille war wie zugeschnürt was sollte ich Ihnen nur erzählen? Judy sagte zwar, ich solle nicht in die Tiefe gehen aber diese Antwort reichte der Presse natürlich nicht aus also begann ich auf ein neues es stimmt ich wurde vor einigen Wochen entführt und der Mann unterbrach mich was hat man Ihnen angetan und wie gehen Sie damit um? hat man den Täter gefasst? Steve schaltete sich ein eines nach dem anderen ich glaube wir sollten in einigen Punkten die Privatsphäre von doch ich unterbrach ihn von mir selbst überrascht war ich es, die jetzt ins Wort des anderen fiel darf ich vielleicht noch etwas dazu sagen? schüchtern blickte ich zu Steve herüber er zeigte mit der Hand auf und ich sprach weiter also was ich gerne dazu noch sagen möchte ist, dass es mit Sicherheit die schrecklichste Zeit meines Lebens war wie gefesselt hörten die gesamten Journalisten mir zu nicht ein Mucks ertönte durch die Reihen aber derjenige wurde bereits zur Rechenschaft gezogen was direkt passiert ist möchte ich hier wirklich nicht genauer erläutern denn schließlich ist es vorbei und es geht mir wieder gut mein Blick senkte sich es schoss mir der Tipp von Judy in die Ohren immer schön den Kopf oben zu behalten Augenkontakt wäre das A und O dabei überzeugend rüber zu kommen ich richte den Blick wieder nach vorne und sprach weiter und nicht nur das Körperliche ist vorbei was mir angetan wurde die Band hat mir so viel Rückhalt gegeben vor allem Jaden mit seiner Geduld und seiner Liebe Tränen bildeten sich in meinen Augen meine Stimme brach ein wenig ab ich räusperte mich danke Prestig schließt sich noch hervor er beugte sich zu mir herüber und gab mir einen Kutz ein Raunen und Klatschen ging durch den Saal die weiteren Fragen bezogen sich weiterhin auf die Band endlich war auch das überstanden ich ließ mich erleichtert auf das Sofa in der Suite fallen Steve war ebenfalls noch mit nach oben gekommen er richtete sein Wort an mich gut gemacht ich nickte bestätigend schließlich verabschiedete er sich noch von uns allen und verließ die Suite ja das war wirklich klasse Jaden ließ sich neben mir nieder und legte seinen Arm um mich wirklich super und dann noch der Kuss es hätte nicht besser laufen können Judy grinste mich an ich lächelte zurück es nach und nach wurde die Last immer weniger es dauerte eine Weile bis ich es endgültig realisiert hatte wir saßen noch lange zusammen Ben und ich sprachen über einige Passagen der Songtexte welche wir gemeinsam verfasst hatten Ron und Ted wollten heute Abend noch ein bisschen Party machen und versuchten Judy zu überreden mitzukommen Jaden hingegen spielte die ganze Zeit an seinem Handy herum was machst du da? fragte ich neugierig er war doch sonst nicht so mit den Dingen beschäftigt nichts! grinste er mich an und drückte mir einen Kuss auf gerade als es zurück auf den Tisch legte leuchtete es auf Judy und ich tauschten einen Blick sollte ich jetzt wirklich hier vor den anderen ihn darauf ansprechen? meine Kopfhaut prickelte ich war mir sicher, dass es Miss Barbie war die ihm schrieb doch vielleicht sollte mein Instinkt mich täuschen ist es... hackte ich hoffnungsvoll nach Jaden sah mich einfach nur an das reichte aus, um meine Vermutung dass er mit dieser Beverly schrieb zu bestätigen ruckartig stand ich auf mein Herz schlug schneller und schien beinahe zu zerspringen vor Schmerz wie ein Messer rammte sich Jadens Blick langsam in mein Herz easy was ist denn schon dabei? wir schreiben doch nur versuchte er sich rauszureden wortlos sah ich ihn an wie konnte er die Situation nur so herunterspielen? ich hatte ihm doch erzählt, was sie zu mir gesagt hatte und was für ein Miststück diese falsche Schlange war um nicht völlig die Nerven zu verlieren drehte ich mich um und ging direkt in unser Schlafzimmer was soll das denn Jaden? hörte ich Judy noch sagen als Jaden sich mit schnellen Schritten auf den Weg zu mir machte hilfesuchend blickte ich mich um schnell ging ich eine Tür weiter ins Badezimmer und schloss mich ein ich suchte eine Ecke auf und setzte mich hin schützend umklammerte ich meine Beine mit meinem Oberarm easy Jaden klopfte leise an die Tür geh weg! knurrte ich ihm entgegen bitte, du musst es verstehen ich brauch doch auch einfach jemanden mit dem ich reden kann niemanden aus der Band einfach so jemanden nur zum Reden ein weiterer Stich mein Herz fühlte sich an als hätte es mir soeben jemand herausgerissen darauf herumgetreten und wieder eingesetzt warum sprach er denn nicht mit mir wenn er reden wollte? automatisch fuhr mir meine Hand an die Brust um den Schmerz aufzuhalten diese Lügen, welche Jaden mir antat saßen tief sehr tief selbst Judy versuchte es nach Jaden mich zum Herauskommen zu bewegen ohne Erfolg ich öffnete meine Augen mein Nacken war steif bestimmt zwei Stunden saß ich an der Wand gelehnt und schlief schmerzhaft massierte ich meine Schultern draußen war es bereits dunkel leise öffnete ich die Tür und ging ins Schlafzimmer Jaden lag auf dem Bett komplett angezogen als würde er auf mich warten und das hatte er auch er saß die ganze Zeit im Zimmer und wartete auf mich wie konnte ich meinen Ausraster nur rechtfertigen dass Miss Barbie mir gedroht hatte hieß ja noch lange nicht, dass Jaden sich auf sie einließ des lieben Friedens willen beschloss ich meine Schmerzen und Wut herunter zu schlucken zwar kostete dies mich ein Stück meiner selbst aber ich wollte Jaden nicht verlieren nicht wegen solch einer Kleinigkeit auf Zehenspitzen ging ich zu ihm herüber und legte mich aufs Bett ruckartig erwachte er wirklich geschlafen zu haben schien er nicht easy nuschelte er rieb sich die Augen und setzte sich auf was sch ich legte ihm meine Finger auf die Lippen seine Gesichtszüge wurden so charmant von der Straßenbeleuchtung ins richtige Licht gerückt dass es mir in diesem Moment ein Leichtes schien ihm voll und ganz zu vertrauen es tut mir leid lass uns nicht weiter streiten aber nein sagte ich bestimmt die Stille um uns herum ließ es beinahe zu dass ich seinen beschleunigten Herzschlag hören konnte keine Worte mehr darüber okay flüsterte ich rechtzeitig bevor die Tränen die Oberhand gewannen beugte Jaden sich zu mir herunter kurz vor mir blieb er stehen seine Haare standen zu allen Seiten hinab ich fuhr mit der einen Hand hindurch und strich sie etwas glatt dann küssten wir uns wie schon lange nicht mehr das erste Konzert in London stand in einer Woche an davor musste die CD aufgenommen werden Jaden erzählte mir dass sie nach der Aufnahme noch ein paar Wochen benötigten um diese zu schneiden und die ersten Probealben zu erstellen wir saßen in einem Taxi Jaden und ich nahmen eines alleine den Ärger und die Bauschmerzen die mir diese Beverly verschaffte schluckte ich runter so gut es ging ließ ich mir nichts anmerken der Fahrer hielt an Bruno der ebenfalls mit uns mitgefahren war stieg als erstes aus als ich mit Jaden vor das Gebäude trat war ich sprachlos wir standen vor einem großen weißen Gebäude es wirkte alt und doch war alles auf dem neuesten Stand kaum eine Minute später kamen die anderen mit ihren Taxis hinterher erst als alle ankamen trab Steve vor das große Tor und sprach etwas hinein wenig später brummte das Schloss und das Tor ging auf wunderschöne Verzierungen schmückten das massive Gitter des Tores ich kam aus dem Staunen überhaupt nicht mehr raus wie sollte es einem an solch einem atemberaubenden schönen Ort nur schwer fallen Musik aufzunehmen strahlend wie ein kleines Kind das einem Berg Geschenke vor sich hatte lief ich der Truppe hinterher durch einen langen Flur von denen massive Türen her abgingen nahmen wir schließlich die letzte auf der rechten Seite sie führte in eine Art Vorraum wo einige schwarze Ledersessel und Schippendeltstühle mit einem Tisch herum standen die Wände waren honiggelb angestrichen und verliehen dem Ganzen hier einen edlen Ton erst als ich den Blick von dieser gemütlichen Einrichtung nehmen konnte sah ich, dass sich in der Wand zum nächsten Raum eine Scheibe befand sie war nicht sonderlich groß zudem war der Raum nur schwach beleuchtet zu sehen waren ein Mischpult mit bestimmt tausend Tasten und Schaltern wie konnte man da nur den Überblick behalten? plötzlich traten zwei Männer aus dem kleinen dunklen Raum zu uns heraus der eine war klein, etwas älter und hatte dünne lockige graue melierte Haare er hatte einen kleinen Bierbauch und trug lockere Kleidung der andere war jung, sehr jung in seinem schicken grauen Anzug sah allerdings etwas älter aus die Haare kurz geschoren und ein gut geschnittener 3-Tage-Bartlack auf seinem Gesicht Steve und der ältere Mann von den beiden begrüßten sich herzlich sie kannten sich bestimmt noch von früher zumindest schienen sie im gleichen Alter zu sein Aiden, ich verabschiede mich dann fürs Erste sagte der junge Mann im Anzug seine Stimme war einnehmend, nicht aufdringlich und doch waren alle still, als er sprach höflich reichte er dem kleinen kugeligen Mann die Hand Jonathan, danke vorerst wenn was ist, schau jederzeit vorbei du weißt ja, wo du mich findest die beiden lachten kurz auf als er schließlich auf Steve freundlich die Hand reichte und auf die Tür zuging er drehte sich ein letztes Mal um und nickte uns anderen zu sein kühler Blick bohrte sich in meine Augen auch wenn er weit weg von mir entfernt war, sah ich wie das strahlende Grün seiner Augen nicht von mir ließ dann verschwand er verwirrt schüttelte ich den Kopf sofort widmete ich mich wieder Jaden zu, der seinen Arm noch immer um meine Tali gelegt hatte zögernd grinst ich ihn an mein Gott, warum war ich denn nur so verlegen? Blutschoss in meine Wangen schnell wandte ich mich erneut dem riesigen Mischpilz zu welches durch die Scheibe zu sehen war, um vom Thema abzulenken was passiert jetzt? fragte ich neugierig komm ich zeig's dir Jaden ließ meine Talie los und zog mich an der Hand mit wir hauschten an Aiden und Steve vorbei die sich noch immer angeregt unterhielten als wir in dem Tonstudio standen betätigte Jaden einige Scheite an der Wand vor mir hält er sich auf einen Schlag ein riesiger Raum die Wände waren bestimmt acht Meter hoch zur Hälfte waren sie mit Holz verkleidet im oberen Bereich waren so eine Art Metallplatten verbaut worden an der Decke hingen riesige Scheinwerfer wow raunte ich beeindruckt von all diesem wurde mir fast schon schlecht ich legte meine Hand auf meinen Bauch um wieder herunter zu kommen dann blickte ich herüber zu Jaden sein Lachen zog sich komplett über sein gesamtes Gesicht ich wusste, dass es dir gefallen würde lachte er mit Stolz in der Stimme es ist der Wahnsinn sagte ich beeindruckt komm er streckte mir eine Hand entgegen ich nahm sie und er zog mich weiter wir betraten den riesigen Raum vor uns mein Herz machte einen Satz als ich die Instrumente sah die dort standen ein Schlagzeug und mehrere Mikrofone waren bereit benutzt zu werden dann führte er mich zur Seite herum durch eine weitere Tür wir landeten wieder in dem Flur aus dem wir zu Anfang angekommen waren wenige Türen weiter links bog er ab und öffnete sie es war dunkel kein Licht drang herein Jaden schaltete das Licht ein vor uns stand direkt ein Mischpult es war zwar nur halb so groß wie das von dem anderen Studio aber hatte bestimmt genauso viele Knöpfe mit mir an der Hand ging Jaden weiter doch er machte nicht das Licht an er stellte mich ab wie eine Statue warte hier hauchte er mir ins Ohr ich stand im Dunkeln wusste nicht was jetzt passierte mein Puls erhöhte sich mit was wollte er mich denn jetzt noch überraschen dann schaltete er von dem Pult aus dem anderen Raum aus das Licht ein mein Herz schlug schneller als ich sah was hier zu finden war mehrere Klaviere und gleich zwei Flügel standen vor mir wie um Traum ging ich durch die Reihen hier und da strich ich mit meinen Fingern über das weiße Elfenbein eine Gänsehaut lief mir von meinem Arm direkt in den Nacken dann drückte ich zitternd einer dieser Tasten ein wunderschönes C erklang meine Augen schlossen sich in Gedanken spielte ich ein Stück von Bach ich lächelte und unterbrach Jaden meinen Tagtraum ich drehte mich ruckartig herum und sah ihn an mir war nicht klar warum Jaden mir das zeigte zwar war es unglaublich für mich so viele schöne Dinge auf einmal zu sehen doch was wollte er warum zeigst du mir das und woher wusstest du und darf ich ungewollt zogen sich meine Augenbrauen ein wenig zusammen mir fehlten erneut die Worte Jaden kam elegant auf mich zu sein Gesicht wirkte düster und sinnlich zugleich kurz vor mir blieb er stehen seine rechte Hand schmiegte sich fließend in die meine und umschloss sie vollkommen erstens habe ich mich vorher gut informiert und natürlich gefragt ob du dich hier aufhalten darfst aber das wichtigste überhaupt ich möchte dass du deinem Herzen folgst mit geöffnetem Mund stand ich vor ihm meine Mundwinkel zuckten und zogen sich schließlich zu einem strahlenden Lächeln hoch Jaden erwiderte mein Lächeln und sprach weiter solange wir unsere Aufnahme machen dachte ich wäre es schön wenn du mal ungestört für dich ein bisschen deinem Gefühl nachgehen kannst danke antwortete ich und küsste ihn das war eine so schöne Idee die ich ihm natürlich nicht ausschlagen konnte aber zuerst besprechen wir die Songs würdest du bitte dabei sein ich möchte gerne deine Meinung dazu hören natürlich antwortete ich prompt Hand in Hand verließen wir daraufhin den Raum und gingen zurück zu den anderen nach über einer Stunde waren wir schließlich durch mit der Besprechung es sollten jetzt einige Probeaufnahmen folgen und dann würde komplett entschieden werden ob die Songs auf die Platte kamen oder nicht Jaden küsste mich und verabschiedete sich für die nächsten Stunden ich komme zu dir wenn wir hier fertig sind oder eine Pause machen okay sagte ich mit Wehmut in der Stimme doch die Vorfreude auf das was ich die nächsten Stunden machen würde überwiegte die schlechten Gefühle wie auf Wolken verließ ich den Raum meine Fingerspitzen kribbelten bereits im langen Flur angekommen zerschlug sich allerdings schnell meine Freude ein wenig Unsicherheit machte sich breit welche Tür war das noch gleich in die Jaden mich geführt hatte sie war auf jeden Fall auf der linken Seite doch war es die vierte, fünfte oder siebte Tür unsicher ging ich los vor der vierten Tür blieb ich stehen und sah den Türknauf an mein Gefühl verriet mir dass ich hier schon ganz richtig war aber wie peinlich wäre das wenn plötzlich gleich andere Musiker vor mir standen noch in meinen Gedanken versunken ging plötzlich die Tür vor mir auf mit der Hand auf Höhe des Türgriffs sah ich schwarze Lackschuhe vor mir stehen darüber fiel eine graue Anzugshose ich spürte noch während mein Blick weiter nach oben ging wie meine Wangen rot wurden Mist es war genau das eingetreten was ich zu vermeiden versuchte erst als ich das Sakuo passend zur Hose erblickte und letztendlich den Bart dieses Mannes erkannte wusste ich wer vor mir stand am Ende tauchte ein grünes Meer der Mann der vor mir stand war definitiv dieser Jonathan von eben aus dem Studio hallo sagte er freundlich und schenkte mir ein Lächeln seine strahlend weißen Zähne blitzten hervor ich löste mich ungewollt aus meiner Starre und erwiderte das Lächeln leicht aufgesetzt Hi Wollten Sie zu mir? Zu schnell schüttelte ich den Kopf und vergaß dabei zu atmen auch dass ich heute noch nichts gegessen hatte versetzte dem den Rest ich wurde wackelig auf den Beinen machte einen unsicheren Schritt zur Seite Jonathan kam schnell näher und hielt mich an den Schultern fest es lag jedoch noch ausreichend Abstand zwischen uns dass es nicht aufdringlich wirkte durch seine Bewegungen schwang mir sein Aftershave Duft entgegen es wirkte schwer und dunkel nicht wie bei Jaden dem ein frischer Duft viel besser stand als diese Moschusnote aber auf Jonathan traf das nicht zu so wie sein maßgestellter Anzug passte auch dieses hervorragend zu ihm ist alles in Ordnung? hakte er gleich nach Sorge lag in seinem Blick ich kam schnell wieder zur Besinnung und ging einen Schritt zurück aufgelöst strich ich mir mein Haar nach hinten wie angeschoben pochte mein Herz schneller und schneller was war nur mit mir los? das lag sicherlich nicht an dem fehlenden Frühstück ja danke, alles okay, ich was wollte ich noch gleich? ach ja, der Klavierraum ich hab mich wohl in der Tür geirrt mit klarem Verstand und ohne verschwommenen Blick sah ich wieder in dieses Bett aus grünem Moos na, wenn das so ist? antwortete er erleichtert die Anspannung fiel ihm von den Schultern kann ich Ihnen denn vielleicht helfen nach dem, was Sie suchen? er steckte die Hände in seine Anzugshose wobei sein Sack holässig hochgeschoben wurde sein rechter Mundwinkel zog sich nach oben seine schmalen Lippen wirkten noch feiner ähm, mit diesem Mann der von Kopf bis Fuß zurecht gemacht war kam ich mir vor wie eine graue Maus ungewollt zog ich meine Schultern hoch Blödsinn, schrie mein inneres Ich du brauchst dich vor ihm überhaupt nicht in den Schatten stellen zu lassen bewusst hob ich mein Kinn ein wenig zu hoch meiner Meinung nach und sah ihn an hierbei fiel mir auf, dass ich ihm gerade trotz Haarheels bis zur Schulter reichte so groß war Jonathan sehr bewusst atmete ich ein und aus um nicht die Kontrolle zu verlieren wenn ich abermals in diese sensationellen grünen Augen sah ich such den Raum mit den vielen Klavieren sagte ich deutlich stolz auf mich selbst tätig seinen Blick weiter stand schließlich zog sich auch sein linker Mundwinkel zu einer Art Modellächeln hoch er nahm seine linke Hand aus der Tasche und wies auf die nächste Tür Danke, sagte ich kurz und knapp sofort machte ich mich auf den Weg ohne einen Blick zurückzuwerfen mehrere Minuten saß ich auf einen Hocker und starrte die Tasten vor mir an Was war das denn? maulte ich mir selbst entgegen dann fanden meine Finger die Tasten und ich begann mich ein wenig mit dem neuen Spielzeug vor mir anzufreunden Jaden stand in der Tür ich bemerkte ihn erst als er am Ende von meiner Arie anfing in die Hände zu klatschen ein kleines Zucken durchfuhr meinen Körper entschuldige antwortete er gleich und kam auf mich zu ich wollte dich nicht erschrecken er stellte sich hinter mich und massierte mir sanft meine Schultern umgehend fielen mir meine Augen zu ein leises Stöhnen verließ meinen Mund Jaden hörte plötzlich auf und schlang von hinten die Arme um mich dann gab er mir einen Kuss aufs Haar die Berührung ging mir bis in den Bauch wir machen jetzt eine Mittagspause ich wollte dich zum Essen abholen ich riss die Augen auf Mittag? Mensch, wie die Zeit verging Jaden lachte auf ja, Mittag und jetzt komm ich kann deinen Magen schon vom anderen Studio aushören unbeschwert gingen wir Hand in Hand aus dem Studio über den Flur kurz vor dem großen Studio vibrierte Jadens Handy mir war sofort klar, wer ihm geschrieben hatte jeder von der Band war hier und Steve auch es konnte nur die blonde Schlange sein meine Hand löste sich von seiner ich wollte zwar keinen Aufstand mehr machen doch es tat noch zu sehr weh besonders in solch einer Situation in Jadens Nähe zu sein ohne sein Handy zu Boden zu schmettern und ihm keine Zähne zu machen deswegen ergriff ich lieber die Flucht wortlos ging ich durch die Tür vor uns direkt zu den anderen es standen schon diverse Packungen von einem chinesischen Schnellrestaurant auf dem Tisch da seid ihr ja endlich dann können wir ja anfangen freute sich Judy schweigen ging ich durch den Raum und suchte mir einen Platz auf einem Sessel ich wollte es mir jetzt bestimmt nicht mit Jaden auf einer Couch oder so gemütlich machen der Abstand half mir wenigstens meine Emotionen und Gefühle wieder in den Griff zu bekommen still und ohne mich in irgendwelchen Unterhaltungen einzuschalten aß ich wenige Bissen vom Essen mehr bekam ich im besten Willen nicht herunter auch wenn es mir als köstlich schmeckte die Pause dauerte vielleicht eine Stunde in dieser Zeit schoben Steve und Aiden die ausgesuchten Titel noch weiter hin und her sie waren sich noch immer nicht ganz sicher welche sie nehmen sollten ich werde etwas nach draußen gehen sagte ich kurz in die Runde Jaden sah mich an und nickte sein Gesichtsausdruck war nichtssagend er wusste wahrscheinlich selber gerade nicht was er denken, machen oder sagen sollte ich schnappte ihm meine Jacke und ging in den großen Flur prüfend blickte ich mich um niemand war zu sehen und da der Ausgang wenigstens leicht zu finden war ohne dass ich mich verlief ging ich direkt darauf zu draußen angekommen stug mir der kalte Wind ins Gesicht angenehm spannender Schmerz zog sich bis zu meinem Hals hinunter ich atmete tief ein und aus vor mir erschien eine warme Dunstwolke dann durchfuhr die Kälte mich mehr und mehr es lag kein Schnee und die Sonne schien und doch war es bitter kalt noch während ich die paar Stufen herunterlief legte ich fest die Arme um meinen Oberkörper rechts führte ein Weg ab wie angezogen ging ich ihn entlang und landete nach nur wenigen Metern in einem wunderschönen Garten zwar war keine Blume am Blühen oder Bau am Sprießen trotzdem lag eine besondere Stimmung in der Luft erleichtert und ohne über irgendetwas nachzudenken setzte ich mich auf eine Bank sie stand schützend unter einem Vorsprung des Hauses die Sonne erhellte diesen Platz wie für mich vorgesehen ich setzte mich schloss die Augen und genoss das warme Gefühl in meinem Kopf hörte ich verschiedenste Akkorde Töne und Tassenkombinationen vom Klavier ohne es bemerkt zu haben verzog sich mein Mund zu einem kleinen Lächeln auf einmal war die Sonne weg die kalte Luft peitschte um die Ecke und schmiss mir die Haare ins Gesicht ich drehte meinen Kopf und beugte mich etwas nach vorne um die Strähne wieder richtig in den Griff zu bekommen im gleichen Moment stand ich von der Bank auf ist Ihnen das nicht zu kalt hier draußen? ich zuckte zusammen und taumelte nach vorne dabei vergaß ich dass die Bank auf einem kleinen Podest stand mein Knöchel knickte zur Seite ich sah mich schon am Boden liegen doch dazu sollte es nicht kommen warme Hände zogen mich schnell und tat auf eine weiche Brust sofort riss ich meine Augen auf vor mir flackerten kleine Blitze sodass ich nichts erkennen konnte erst nach mehrmaligem Blinzeln hatten sich meine Augen wieder an das Tageslicht gewöhnt das erste was ich erkannte war dass mein Gesicht auf etwas unglaublich weichem lag der dunkle Stoff schmiegte sich an meiner Haut wie die weiche Wolle der Mann hielt mich noch immer fest in seinem Griff sein Atem war zuerst unkontrolliert normalisierte sich jedoch schnell langsam hob sich seine Brust mit meinem Kopf darauf auf und ab ich löste mich ein wenig die starken Arme des Mannes gaben mich etwas frei mit meinen Händen stützte ich mich leicht ab und die durchtrainierte Brust waren sogar durch den Mantel zu spüren erneut schob ich mir das Haar zurück und erkannte wer mich aufgefangen hatte es war Jonathan den Mantel bis unters Kinn hochgezogen schenkte mir ein schiefes Lächeln seine grasgrünen Augen sahen mich gierig an ich spürte wie immer mein Herz in die Hose rutschen erneut fühlte ich mich klein und hilflos das muss wohl mein Glückstag heute sein sein Lächeln wurde breiter was? stotterte ich noch immer in seinem Arm liegend verwirrt von dem betörenden Duft der heute früh bereits meine Sinne beflügelte verlor ich nahezu ganz die Fassung wer kam denn schon von sich behaupten solch eine bezorbene Frau gleich zweimal an einem Tag in den Arm halten zu können mein Herz setzte aus umgehend schoss mir das Blut in die Wangen schließlich rückte ich ganz von ihm ab und stellte mich wieder auf meine eigenen Beine ein kleiner ziehender Schmerz schoss von meinem Fuß hoch in mein rechtes Bein ich ging leicht in die Knie Jonathan stützte mich am Ellbogen welches ich dankbar entgegen nahm Mist fluchte ich vorsichtig trat ich erneut auf es tat schon nicht mehr allzu weh jedoch noch immer unangenehm setzen sie sich kam ernst aus Jonathans Mund gesagt getan setzte ich mich wieder auf die Bank hinter mir Jonathan ging vor mir auf die Knie und nahm meinen Fuß in seine Hand es geht schon wieder entgegnete ich ihm energisch er sah mich finster an mein Gott wie konnte ein Mensch nur allein mit seiner Mimik solch eine Autorität ausstrahlen sitzen, bleiben ermahnte er mich dann nahm er meinen Fuß in die Hand und zog meinen Schuh aus die Kälte die den Fuß daraufhin einschloss spürte ich so gut wie überhaupt nicht vielmehr die Wärme der Hände von Jonathan strahlten es in mich hinein hier und da drehte er ein wenig als sie ihn zur Mitte bog zog abermals der stechende Schmerz durch mein Bein ah zischte ich leise ohne mir groß etwas anmerken zu lassen ein tröstender Blick lag in seinen Augen es ist nichts gebrochen ein gut stützender Verband und sie sollten wieder einigermaßen gut zurecht kommen aber die hier erhielt meine hohen Absatzschuhe in die Luft die können sie wohl in den nächsten Tag vergessen das würde mir nicht schwer fallen dachte ich schließlich hatte ich mir die Schuhe eh nur von Judy geliehen kommen sie ich bring sie rein gerade wollte er mich hochheben da stoppte ich ihn es war mir unangenehm noch mehr in seiner Nähe zu kommen noch mehr Verwirrung konnte ich im Moment einfach nicht gebrauchen ich schaff das schon, danke sofort zog er sich zurück ich stand auf und humpelte los das konnte Jonathan sich nicht lange mit ansehen er legte hilfend einen Arm um meine Taille diese Hilfe konnte ich nicht abschlagen sonst hätte das Ganze hier noch Stunden gedauert drin angekommen standen wir auf dem Flur zwischen der Tür von Jonathan und der Band nach den paar Metern ging das Laufen schon viel besser ich brauchte keine Hilfe mehr mit beiden Schuhen in den Händen war ich noch kleiner Jonathan gegenüber als sowieso schon danke Jonathan sprach ich aus tiefstem Herzen plötzlich fiel mir auf dass ich ihm mit Namen ansprach und auf Anhiem duzte ähm entschuldige das Blut floss mir peinlicherweise wieder in den Wangen ich wollte dich also sie das habe ich gerne gemacht er lachte auf amüsiert von meiner Reaktion und meinetwegen können wir uns gerne duzen ich bin Jonathan Jonathan Hayler förmlich reichte er mir die Hand ich ergriff diese Isabel Manué aber bitte nenn mich doch Isi er nickte kaum sichtbar unsere Hände noch immer ineinander verlor ich mich ein weiteres Mal in seinen grünen Augen wollen wir vielleicht noch einen Kaffee trinken um wieder etwas warm zu werden? fragte er beiläufig geschickt löste er seine Hand von meiner seine Worte wirkten ehrlich keinesfalls aufdringlich oder auf irgendeine Art und Weise wie eine dumme anmache ich mein Puls ging nach oben ich weiß nicht nervös sei ich zur Seite sei ehrlich und lass den Kopf nicht hängen beschimpfte mein Gewissen mich gesagt getan hob ich mein Kinn an und sah ihn direkt in sein Gesicht danke nochmal für alles aber ich hab einen Freund sprach ich selbstbewusst stolz auf mich selbst war interessant zu sehen dass Jonathan kaum Reaktion zeigte erst Sekunden später wurde seine Haltung angespannter erhob seine Arme zum ersten Mal spürte ich dass er etwas nervös wurde ich wollte dich nicht anmachen lediglich einen Kaffee trinken er ließ die Hände sinken aber wenn dein Freund etwas dagegen hat kann ich das sehr gut nachvollziehen meine innere Stimme sagte gut gemacht ich drehte mich um und machte mich auf den Weg zur Tür vom Studio wo Jaden auf mich wartete der Gedanke an Jaden überzog meine Haut mit einem unangenehmen kalten Schauer mit der Hand bereits am Knauf zögerte ich warum sollte Jaden sich mit dieser Beverly unterhalten dürfen und ich nicht mal mit Jonathan einen Kaffee trinken sofort drehte ich mich herum Jonathan rief ich ruckartig blieb er stehen und schaute verwundert zu mir herüber er war bereits bei seiner Tür angekommen und hatte sie geöffnet ja kam leise aus seinem Mund hast du auch Tee? ich legte den Kopf schief und sah ihn grinsend an er atmete amüsiert aus ich denke das lässt sich einrichten antwortete er schließlich ich humpelte auf ihn zu er blieb stehen und ließ mir den Vortritt danke sagte ich während des Eintretens Jonathan folgte mir und schloss die Tür hinter sich wir standen in einem geräumigen Büro auf der rechten Seite stand ein großer Schreibtisch mit einem Laptop und einer Menge Akten auf der linken Seite in der Ecke stand ein massiver Tisch mit schweren Stühlen in der anderen linken Ecke befand sich ein Wasserspender und Wasserkocher mit einigen Tassen setz dich doch sagte er höflich und zog mir einen Stuhl vor seit ich Jonathan kannte war er immer ausgesprochen höflich und zuvorkommend nicht von oben herab und dennoch auf Augenhöhe mit jedermann er wusste immer genau was er sagen musste ich humpelte hinüber zog meine Jacke aus und setzte mich Jonathan nahm mir meine Jacke ab und legte sie mit seiner Jacke zusammen über einen Stuhl du bist mit Jaden zusammen oder? fragte er direkt heraus und machte sich daran Wasser aufzusetzen mein Mund war trocken doch es war angenehm nicht um den heißen Brei herumzuwäden ja antwortete ich kurz und knapp und ich liebe meinen Freund also denk dir nichts dabei dass ich hier mit dir einen Kaffee trinke rief mein Gewissen ich verpasste mir innerlich einen imaginären Maulkorb und schob alle weiteren Gedanken zur Seite schnell versuchte ich das Thema zu wechseln und was machst du hier? fragend sah ich mich um wohl keine Musik oder? mit meinen Daumen zeigte ich in Richtung Schreibtisch er lachte auf nein vorsichtig gott er das heiße Wasser in die Tassen ich bin für die Rechtsabberatung des Studios und den Bands zuständig Verträge aufsetzen und ähnliches dann kam er elegant und geschmeidig zu mir rüber seine Schritte waren kaum zu hören Jonathan stellte die Tasse vor mir ab und zog sich einen Stuhl so hin dass er mir direkt gegenüber saß sollte das ein Verhör werden oder weshalb rückte er so dicht auf? Fragen zog ich die Augen zusammen er klopfte sich mit seinen Händen fordernd auf die Knie ich verstand nicht was er wollte gib mir deinen Fuß ich zögerte nein das wollte ich nicht oder vielleicht doch kopfschüttelnd bückte Jonathan sich und zog meinen verletzten Fuß nach oben ich rutschte mit dem Po leicht nach unten mein Herz machte einen Sprung so eine Fußmassage kann bei solchen Verletzungen Wunder bewirken aber nur wenn man weiß wie seine Zähne blitzten zwischen seinen Lippen hervor wenn man es aber nicht weiß dann kann es auch nur noch schlimmer werden sollte das eine Drohung sein? doch mir blieb keine Zeit den Gedanken weiter zu verfolgen die ersten Handgriffe die Jonathan an meinem Fuß anlegte taten sehr weh Au! es fühlt sich aber nicht so an als wäre das richtig ich schloss die Augen und legte die Hände an die Schläfen wenn es weh tut ist es leider richtig verkündete er mit Mitleid in seiner Stimme der Schmerz brach nicht ab und zog mir bis in den Kopf unkontrolliert flogen mir diverse Bilder am inneren Auge vorbei den Schmerz den mir Fred zugefügte die Schmerzen der Gehirnerschütterung die Schmerzen nach dem Unfall in London ich hatte in den letzten Monaten mehr als genug Schmerzen erlitten panisch zog ich den Fuß zurück so schnell es ging schnappte ich mir meine Schuhe stand auf und lief zur Tür ich musste hier raus was stellte dieser Mann nur mit mir an? fragend sah Jonathan mir hinterher ich beachtete ihn nicht und ging weiter über den Flur direkt in das Studio von Jaden und den Jungs Judy sah mich an die Jungs standen gerade im Studio und nahmen einen Song auf ich versuchte die Fassung zurück zu gewinnen doch es fiel mir schwer nervös strich ich mir durchs Haar und schloss die Augen grüne Augen waren vor meinem inneren Auge zu sehen es klopfte an der Tür Judy und mein Blick gingen automatisch zur Tür sie öffnete sich und Jonathan kam herein er musste nicht lange nach mir suchen Charmant sah er mich an als wäre nichts passiert Judy musterte Jonathan genau du hast deine Jacke vergessen sagte Jonathan förmlich überreichte sie mir und verabschiedete sich wieder das alles ging so schnell dass ich nicht reagieren konnte Judy's Blick war jetzt nur auf mich fixiert wieso hat dieser Kerl deine Jacke? fragte sie neugierig wir haben uns draußen getroffen und dann einen Tee zusammen getrunken erschöpft ließ ich mich neben ihr auf einen Sessel fallen ok aber das erklärt doch lange nicht warum du keine Schuhe an hast sie schmiss ihr Handy auf den Tisch und setzte sich aufrecht hin erzähl ich will alles wissen angestrengt atmete ich tief ein dann erzählte ich ihr alles zumindest soweit ich ihn kennengelernt hatte und wie es dazu kam dass wir einen Tee zusammen getrunken hatten auf die tiefgrünen Augen und das atemberaubende Lächeln ging ich nicht weiter ein mir schwirrte der Kopf eh schon viel zu sehr verträumt sah ich aus dem Fenster es dämmerte bereits ist alles in Ordnung? Jayden saß neben mir im Taxi in Gedanken versunken dachte ich angestrengt nach dass die Emotionen von heute Nachmittag zurückgekommen waren hatte mich gefühlt um Wochen zurückgeworfen Jaydens Hand umschloss zärtlich die meine unbewusst bemerkte ich wie perfekt doch unsere Hände ineinander passten ich sah zu ihm herüber ja alles ok log ich wie magnetisch angezogen rückte ich zu ihm herüber langsam legte er seinen Arm um mich und ich tauchte in ihm ab ohne weitere Worte zu verlieren küsste er mir sanftes Haar ich liebe dich und ich liebe dich antwortete ich ihm aus tiefstem Herzen Ben und ich saßen an diesem Morgen im Wohnzimmer und besprachen noch ein paar Textpassagen von dem neuen Song an dem er gerade arbeitete übrigens begann Ben ich habe heute für dich einen Tag im Studio klar gemacht Jayden weiß von nichts und Henry erwartet dich bereits stumm saß ich vor ihm meine Lippen begannen zu zittern überfordert von dem was ich als nächstes sagen sollte heute schon ja grinste Ben fahr mit dem Taxi ins Studio und frag nach Henry wie gesagt er erwartet dich da wir heute sowieso ein paar Interviews und eine Autogrammstunde haben hast du bis zum späten Nachmittag mindestens Zeit als jetzt merkte ich wie schön die Überraschung war stürmisch fiel ich ihm um den Hals danke flüsterte ich in sein Ohr Judy kam herein und sah uns an doch sie war nicht wütend ich weiß Bescheid sagte sie sofort löste ich mich von Ben stand auf und ging zu ihr herüber nein es ist nicht Judy fing an zu lachen sie konnte sich einfach nicht zurückhalten ich meinte ich weiß Bescheid was Ben und du für einen Deal haben und ich stelle mich heute freiwillig als Alibi zur Verfügung sie poste übertrieben und präsentierte sich selbst im nächsten Augenblick betrat Jayden das Wohnzimmer er trug eine Jeans und das üblich schwarze Shirt seine Haare waren sexy zurecht gestylt ich biss mir auf die Lippe um ihm nicht direkt um den Hals zu fallen er lachte in sich hinein als er meinen feurigen Blick bemerkte Judy löste sich aus ihrer Pose und legte einen Arm um mich dann wollen wir gleich mal los zum shoppen das wird bestimmt super da quietschte sie auf erwartet uns nicht für heute Abend zurück betonte sie noch schnell mit erhobenem Finger Jayden kam auf mich zu und legte die Hand auf meine Hüfte sein Gesicht kam näher schließlich küsste er mich auf die Wange und flüsterte leise mein Ohr tut mir leid dass ich dich den ganzen Tag alleine lasse er fuhr ein Stück zurück so dass wir uns ansehen konnten kein Problem heute Abend hast du mich ja wieder dann folgte ein zärtlicher Kuss es begann überall in meinem Körper zu kribbeln schnell ging mein Puls auf bestimmt 160 noch als ich lange später mit Judy die Suite verließ wirkte mein ganzer Körper aufgeheizt Judy fuhr tatsächlich mit Bruno in der Limousine zum shoppen ich hingegen schnappte mir das nächste Taxi durch ein kleines Loch in der Trennscheibe reichte ich dem Taxifahrer einen Zettel mit der Adresse zum Glück hatte ich sie mir vorher noch herausgesucht und aufgeschrieben 15 Minuten später standen wir bereits vor dem Studio schnell bezahlte ich das Taxi und stieg aus heute war es deutlich kälter als gestern der Wind trieb mir sofort die Tränen in die Augen ich zog meine Jacke höher und eilte zum Tor durch einen Schleier aus Tränen drückte ich die Klingel ja ich beugte mich ein wenig zur Sprechanlage Hallo hier ist Isi ich suche einen Harry zweite Tür links rief die verzerrte Stimme aus der Anlage das Tor brummte und ich trat ein zügig ging ich die Treppe hinauf und öffnete die Eingangstür vom Haus drin angekommen rubbelte ich schnell meine Hände aneinander das half besser als gedacht die Tränen aus meinen Augen waren so gut es ging ebenfalls verschwunden der warme und einladende Flur verschaffte gleich eine angenehme Atmosphäre lächelnd und nervös voller Vorfreude suchte ich die zweite Tür auf der linken Seite auf zu meiner Verwunderung stand diese bereits auf ein Mann vielleicht Mitte 30 und mit Hornbrille sah mich an er setzte ein nettes Lächeln auf ich erwiderte es kurz Hi ich bin Henry er stand auf und reichte mir seine Hand mir fiel sofort auf dass Henry wenn überhaupt so groß war wie ich obwohl ich Turnschuhe trug konnte ich ihm direkt in die Augen sehen Hi Isi zögernd erwiderte ich seinem Händedruck Na lass uns mal rüber gehen Wann hast mir schon gesagt was du vor hast eine schöne Idee Henry lief vor und direkt darüber zum Klavierraum so schnell es ging folgte ich ihm er schloss die Tür auf und schaltete die Lichter an leg doch schon mal deine Jacke ab ich bereite alles vor ich schloss die Tür hinter mir und zog meine Jacke aus als das Licht in dem Raum mit den Klavieren anging fing mein Herz mehr und mehr an zu schlagen umgehend entstand wieder dieses Kribbeln in meinen Fingerspitzen durch die Scheibe hindurch sah ich wie Henry den großen schwarzen Flügel fertig machte zwei Mikrofone aufbaute und die anderen Geräte zurecht drückte er sah zu mir herüber und winkte mich herein mit zittrigen Beinen betrat ich den Raum ich bin insoweit sprach Henry freudig schüchtern sah ich ihn an Henry bemerkte mein zögerliches Verhalten ich würde sagen du machst dich schon mal etwas warm ich bin gleich wieder zurück ja ich nickte erleichternd gesagt getan verließ Henry den Raum und ließ mich alleine mit meiner heimlichen Leidenschaft bestimmt einige Minuten dauerte es bis ich die Fassung zurückerlangte hier und da lief ich einige Male um den hochglanz polierten schwarzen Flügel herum meine Hormone tanzten ausgelassen das war besser als Sex aber nur fast belustigend lachte ich leicht auf schließlich nahm ich Platz und begann ein wenig auf den Tasten zu spielen wie lange genau konnte ich nicht sagen als plötzlich ein Knistern aus einem Lautsprecher ertönte super easy sagte jemand das war doch schon mal gar nicht mal so schlecht es war Henry er saß bereits wieder im anderen Raum am Mischpult und hob den Daumen in die Luft ein weiteres Knacken durch den Lautsprecher dann fangen wir doch einfach mal an ich überlegte kurz holte einen Zettel aus meiner hinteren Hosentasche und schaute drauf diesen Zettel schleppte ich schon seitdem Ben und ich den Deal gemacht hatten mit mir rum auf ihm standen insgesamt sieben Songs die ich mir für die CD überlegt hatte jedoch nur die Titel standen dort drauf keine Noten oder Texte mit zitternden Händen legte ich den Zettel vor mir auf die Notenablage drei Stücke waren ohne Gesang es waren meine Lieblingsstücke von berühmten Pianisten wie Bach und Beethoven vier Songs von der Liste enthielten jedoch auch Gesang zwei hatte ich selbst komponiert und geschrieben wohingegen die zwei anderen von den Instructions waren ich brauchte keine Noten ich wollte aus freien Stücken und von Herzen spielen ich beschloss zuerst die Titel einzuspielen welche ohne Gesang waren das fiel mir leicht direkt nachdem die ersten Töne gespielt waren fiel ich in einer Art anderes Universum alles andere um mich herum war vergessen erst nachdem der letzte Ton verstummt war sah ich zu Henry rauf jetzt zeigt er mit beiden Daumen nach oben die Mimik von seinem Gesicht war durch die Scheibe nur schwer zu erkennen aber ich ging davon aus dass es ihm gefallen hatte der Lautsprecher knackte das war unglaublich das Kompliment ließ mich erröten hast du noch was? ich nickte jetzt kamen die Stücke mit Gesang nervös rückte ich das Mikro vor mir zurecht geht das so? sprach ich hinein ein weiteres knacken das klingt gut aber gehe nicht zu nah dran halt etwas Abstand dann wird die Aufnahme ein bisschen klarer wie gewünscht nahm ich ein wenig Abstand und schloss die Augen ich atmete tief ein und aus noch schnell ein räuspern dann konnte es losgehen für das erste Lied mit Gesang hatte ich mir den Song von den Instructions ausgesucht der Jade und mich verbannt welches unser beider Lieblingssong war ich begann zu spielen und verpasste glatt den Einsatz Mist, fluchte ich ein bekanntes Knacken Miesi, kein Problem versuchte Henry mich zu beruhigen machen das einfach nochmal lass dir Zeit vor meinem inneren Auge stellte ich mir den Abend mit Jaden vor als ich ihm in dem Hotel zum ersten Mal richtig etwas auf dem Klavier vorgespielt hatte wie benebelt von dem Gefühl welches dieser Abend in mir hervorgerufen hatte zauberten meine Finger die ersten Töne auf die Tasten wieder tauchte ich ab in eine Welt wo es nur mich und jede Menge Gefühle gab fertig unbewusst hatte ich meine Augen zwischendurch geschlossen langsam öffnete ich sie wieder mein Atem ging unregelmäßig ähnlich wie nach einem Rausch schoss das Adrenalin durch meine Adern ich war vollkommen geflasht kein Knacken aus dem Lautsprecher zufrieden schaute ich rüber zu Henry und wartete auf weitere Anweisungen mir rutschte das Herz in die Hose hinter Henry stand noch ein weiterer Mann es war Jonathan er sah verblüfft aus wenn nicht sogar irgendwie entsetzt Henry winkte mich zu sich her ich schnappte mir meinen Zettel von der Halterung und stand auf mein Fuß schmerzte die Pedale zu treten war wohl auf lange Zeit gesehen nicht das Richtige ohne es mir anmerken zu lassen lief ich schmerzhaft und ohne zu wackeln zu den beiden herüber ich sehe das war wirklich klasse lobte Henry mich ob Ben ihm gesagt hatte dass er das sagen sollte doch mir war es egal ich lächelte ihn dankend an da kann ich nur zustimmen meldete sich Jonathan er stand mit verschränkten Armen vor der Brust da heute trug er einen dunklen Anzug er saß genauso perfekt wie der gestrige nur bei diesem hier kamen seine Augen noch besser zur Geltung auch ihm nickte ich dankend entgegen verlegen strich ich mir das Haar hinter die Ohren wir machen dann jetzt erstmal eine Pause hab noch ein bisschen was zu erledigen wollen wir uns in zwei Stunden wieder hier treffen Henry war bereits aufgestanden ja danke Henry dann bis später er verließ den Raum und ließ mich mit Jonathan einfach so zurück mein Fuß pochte ich ignorierte es gekonnt hast du Hunger ich kenn den besten teiländlichen Lieferservice in London mein Blick der wie wild in der Gegend nach irgendeinem Fixpunkt suchte landete schließlich wieder auf Jonathans Gesicht er hatte mittlerweile die Hände locker in die Hosentaschen gesteckt und wirkte längst nicht mehr so angespannt als gerade mein Mund ging auf sagt jedoch nichts eigentlich wollte ich ihm widersprechen insgeheim wollte ich mich aber auch für mein gestriges Verhalten entschuldigen dies war die perfekte Gelegenheit na komm schon zu zweit essen ist wirklich besser als alleine er schenkte mir ein schiefes Lächeln dann war es entschieden ich konnte es ihm in diesem Moment nicht abschlagen gerne entgegnete ich ihm er holte die Hände aus seinen Taschen und öffnete die Tür nachdem Jonathan und ich uns etwas aus der Speisekarte herausgesucht und bestellt hatten warteten wir auf den Lieferservice kaum 20 Minuten später kam er mit einer großen Tüte in der Hand zurück in sein Büro Jonathan kam gut gelaunt auf mich zu, nahm meine Hand und zog mich vom Stuhl der direkte Hautkontakt versetzte mir einen kleinen Stromschlag komm, ich kenne einen besseren Ort zum Essen ich verschluckte meine Widerworte und folgte ihm leicht humpelnd wir gingen die Treppe nach oben hier sah es genauso elegant aus wie im unteren Flur fast genauso viele Türen lagen vor uns Jonathan, der noch immer meine Hand hielt, zog mich mit erst jetzt ließ er meine Hand los, öffnete eine Tür und ließ mir den Vortritt Jonathan trat hinter mir ein wir standen in einem Büro ungefähr halb so groß wie sein Büro dort waren ein paar Schränke zu finden es sah eher aus wie eine Art Abstellraum ich zog eine Augenbraue hoch und jetzt? er verdrehte seine Augen warte doch mal, sagte er in einer angenehmen Tonlage es klang locker, zwar immer noch höflich, aber noch lange nicht so formell meine angespannte Haltung entspannte sich zunehmend noch während ich über Jonathan und sein Verhalten nachdachte öffnete er einen Schrank und holte zwei dicke Kissen hervor er platzierte sie auf der großen Fensterbank dann zog er einen Stuhl als improvisierten Tisch vor und stellte das Essen darauf voilà Madame unterbett pour deux personnes mit offenen Armen präsentierte er sich wie ein Kellner gezielt kam er ein Stück auf mich zu und reichte mir die Hand ich nahm sie erneut entgegen ohne den Blick von mir zu nehmen führte er mich zum Fenster ich nahm Platz als ich saß konnte ich mir ein Lächeln nicht verkneifen wenigstens leuchteten meine Wangen nicht wieder wie eine Sirene Jonathan ging um den Stuhl herum wo unser Essen darauf stand stilvoll öffnete er sein Jackett und ließe sich über die Schultern gleiten ich wusste nicht wieso aber mein Blick lag wie festgenagelt auf seinem Oberkörper durch sein cremefarbenes Hemd zeichneten sich deutlich seine Muskeln ab Erinnerungen als er mich im Garten auffing und fest an sich drückte kamen hoch bewusst dass mir jetzt doch das Blut ins Gesicht floss zwang ich mich woanders hin zu sehen ihm war meine Verlegenheit nicht entgangen ich hoffe es ist okay wenn ich meine Jacke ablege aber in der Mittagspause brauche ich das Ganze wirklich nicht kein Problem entgegnete ich und fuchtelte mit den Händen vor mir rum dann setzte er sich wie ich locker und völlig zwanglos auf sein Kissen seine Lippen zauberten ein Lächeln das in dem Moment nur für mich bestimmt war erst jetzt wo er nicht mehr so zugeknöpft aussah bemerkte ich wie jung Jonathan tatsächlich noch war ungewollt zogen sich meine Augenbrauen zusammen das Grün seiner Augen war kurz davor mich ein weiteres Mal zu verschlingen ich schüttelte leicht den Kopf und wand den Blick nach draußen was mich da erwartete ließ mich die Luft anhalten von hier oben hatte man einen unglaublich schönen Blick auf den Garten jetzt war mir klar warum er mich hier hoch gebracht hatte es war ideal um abzuschalten und um mal nicht an die Arbeit oder an all die Sorgen zu denken sehr schön oder? warf er ein ja auf jeden Fall im Augenwinkel sah ich wie er anfing die Packungen von uns zu verteilen schweigend begann wir zu essen es war tatsächlich köstlich nur bekam ich nicht viel herunter mir lag noch etwas im Magen das ich loswerden musste Jonathan begann ich zu reden und stocherte mit der Gabel in dem Essen in meiner Hand herum wegen gestern es tut mir leid dass ich einfach so abgehauen bin es hatte nichts mit dir zu tun entschuldigend sah ich ihn an er lächelte mir entgegen ein kleines Stück von seinem schlechten Gewissen fiel von mir ab Jonathan stellte seine Packung ebenfalls vor sich hin nahm sich seine Servierte und putzte sich den Mund ab gespannt wartete ich auf seine Antwort gut zu wissen dass es nicht an mir lag er lächelte weiterhin das schlechte Gefühl in mir war fast schon ganz verschwunden bis er weiter sprach aber darf ich fragen was der Grund war? seine Worte waren gut gewählt der Tonfall keineswegs unverschämt auch wenn ich ihm gesagt hätte dass ich da nicht darüber sprechen wollte war ich mir sicher dass es für ihn in diesem Moment okay wäre aber ich wollte es ihm sagen ich schloss die Augen und dachte nach wie ich es am besten ausdrücken sollte in den letzten Monaten ist ziemlich viel passiert noch während ich sprach öffneten sich meine Augen wieder jedoch konnte ich ihn nicht konstant ansehen immer wieder schweifte mein Blick nach draußen ich weiß nicht ob du davon gehört hast ein kurzer fester Blickkontakt er nickte zustimmend mein Blick fiel auf das Essen in meiner Hand manchmal gibt es Momente die ich nicht kontrollieren kann und dann ich atme aus kommen Erinnerungen und Emotionen zurück Jonathan strich sich über sein kurz geschorenes Haar es tut mir leid dass ich solche Gefühle in ihr geweckt habe wirklich entschuldige bitte voll mit Schuldgefühlen lag sein Blick auf meinen doch er verstand mich total falsch ich wollte ihm doch keine Vorwürfe machen nein protestierte ich energisch es lag nicht an dir nur in letzter Zeit ist auch mit Jaden meine Emotionen kochten über wie ein Seil schnürte sich mein Hals zu bei dem Versuch weiter zu sprechen schluchzte ich bereits und die Tränen liefen mir herunter Jonathan war aufgestanden und kam zu mir herüber zuerst nahm er mir das Essen aus den zitternden Händen und stellte es weg das Weinen wurde immer mehr sofort reichte er mir ein Taschentuch das ich aber so aufgelöst wie ich war nicht annahm der ganze Schmerz und vor allem die Wut welche diese Beverly mir erzeugte kam auf einmal ans Licht es war für mich kein leichtes das einfach so hinzunehmen wenn ich so weitermachen würde dauerte es nicht mehr lange und ich würde daran kaputt gehen Jonathan zog mich in seinen Armen wo es noch eine halbe Ewigkeit dauerte bis alle Tränen vergossen waren er sprach die ganze Zeit nichts nur der Schutz und die Wärme die er abgab brachten meinen Puls wieder runter entschuldige nuschelte ich und löste mich ein wenig von ihm ich versuchte ich die richtigen Worte zu finden kein Problem sowas muss auch mal raus er hatte sich vor mir gesetzt seine Hand rieb vorsichtig meinen Rücken ich hatte mich bereits wieder fast vollkommen im Griff danke sagte ich mit belegter Stimme vorsichtig wischte ich mir die Tränen weg endlich konnte ich wieder alles klar erkennen willst du darüber reden ja schrie mein inneres doch mein Hund blieb verschlossen wenn ich das auch nicht schlimm versichert er mir jeder macht glaube ich mal solche Zeiten durch und dann muss es einfach mal raus er schenkte mir ein Lächeln mir hilft es trotzdem immer darüber zu sprechen und wenn du soweit bist höre ich dir gerne zu ich nickte dankbar die Aufnahme der letzten drei Lieder brauchten nicht mehr viel Zeit wir waren schon am Nachmittag fertig mit allem Jonathan war bei den Aufnahmen nicht mehr dabei er musste schließlich auch noch etwas arbeiten Henry und ich standen vor dem Mischpult strahlend sah er mich an ich melde mich dann bei Ben wenn alles fertig ist und damit verabschiedete er sich ich ging zufrieden wenn auch noch in Gedanken bei dem peinlichen Tränenzusammenbruch von heute Nachmittag rüber zu meinen Sachen auf meiner Jacke lag eine Karte ich nahm sie hoch und las Jonathan Hayler Rechtsberatung und Moderation darunter stand noch seine Telefonnummer Handy und E-Mail Adresse unbewusst lächelte ich Jonathan war heute für mich da als es mir wirklich schlecht ging wie ein guter Freund den ich schon lange nicht mehr hatte insgeheim dachte ich daran ob es nicht doch gut war mit ihm über Jaden zu sprechen schließlich hatte Jaden ja auch seine Beverly mit der er über uns sprach ich zog meine Jacke über steckte die Karte in meine Tasche und ging aus dem Raum auf dem Flur blieb ich noch für einen Moment stehen ich drehte mich herum und sah auf Jonathans Bürotür langsam ging ich einen Schritt darauf zu kurz vorher stoppte mein Körper jedoch erschöpft atmete ich aus benommen fuhr ich mir durch die Haare ich konnte jetzt nicht mit ihm sprechen der Tag war so schon anstrengend genug ich wollte nur noch nach Hause mit dem Taxi dauerte es durch den Feierabendverkehr fast eine halbe Stunde bis ich am Hotel angekommen war in der Suite war niemand zu finden selbst Judy war noch unterwegs ich strich die Schuhe von meinen Füßen schmiss die Jacke auf die Couch und legte mich ins Bett ein kleines bisschen Erholung war im Moment genau das Richtige es war dunkel und ich musste dringend zur Toilette erst als ich genauer hin sah bemerkte ich dass Jaden bereits neben mir lag ohne ihn zu wecken ging ich zur Toilette und schlupfte dann zurück unter die Decke war alles okay zwischen ihm und mir? ich wusste dass mein Herz nur ihm gehörte auch wenn Jonathan mir durch seine grünen Augen den Kopf verdrehte doch mein Herz gehörte Jaden reichte das für eine Zukunft? den Rest der Nacht gab es für mich keinen weiteren Schlaf am nächsten Tag standen weitere Promotermine an ich bekam Jaden den ganzen Tag nicht zu sehen auch der darauf folgende Tag sollte nicht besser verlaufen wenigstens kamen die Jungs dann schon am Nachmittag zurück Judy und ich blieben heute im Hotel wir hatten uns ein umfangreiches Wellnessprogramm gegönnt wovon wir auch erst seit knapp einer halben Stunde zurück waren das war so schön einfach mal abschalten sagte Judy als wer wie wild durch die TV-Programme zappten die Tür ging auf und Ben, Jaden und Ted kamen herein Judy sprang auf und fiel Ted in die Arme ich war immer noch verblüfft wenn ich die beiden sah sie waren einfach glücklich auch wenn sie schon Jahre zusammen waren wirken sie nahezu jedes Mal wie frisch verliebt nachdem ich mir das Schauspiel einen Moment angeschaut hatte war Jaden bereits bei mir was mir zuerst auffiel war dass er müde und kaputt aussah der ganze Stress mit den vielen Terminen und auch zwischen uns sah man auch ihm an hey er schenkte ihm ein Lächeln hi flüsterte ich zurück er legte seine Hände um meine Taille und gab mir einen zärtlichen Kuss auch wenn er ausgelaugt war spürte ich die Wärme das leichte Prickeln und die Funken welche durch unseren Kuss entstanden er ließ ein wenig von mir ab ich muss heute Abend noch mal zu einem geschäftlichen essen tut mir leid wenn ich die schon wieder alleine lasse die Stimmung in mir schlug um ich war enttäuscht und doch versuchte ich meinen Kopf oben zu behalten schließlich wusste ich auf was ich mich mit Jaden einließ er war ein Rockstar und ich konnte ihn nicht die ganze Zeit für mich beanspruchen ok antwortete ich nur dann setzte ich ein teilweise ehrliches und doch sehnsüchtiges Lächeln auf er nahm mich fest in den Arm womit habe ich dich nur verdient flüsterte über seine Schulter hinweg ein Hauch Schuldgefühle brodelten tief in meinem Bauch die verwirrten Gefühle wenn ich mit Jonathan zusammen war und welche zum Teil sogar noch schön waren kratzten an meinem schlechten Gewissen Jadens Handy klingelte er löste sich ganz von mir und nahm den Anruf entgegen ja langsam ging er durch das Zimmer ich setzte mich wieder auf die Couch alles klar er legte auf und kam zu mir herüber ich sah ihn fragend an auf meinen Schultern saß ein imaginäres Engelchen und Teufelchen der eine wollte dass ich fragte wer das eben am Telefon war der andere appellierte an mein Versprechen ihm gegenüber nicht nachzufragen ohne ein Wort zu sagen hörte ich mir die Argumentation meiner zwei Zurufer wieder und wieder an kaum eine Stunde später musste Jaden auch schon los Ted hatte Judy einen schönen Abend im Hotelrestaurant versprochen ich war neidisch zu sehen wie die beiden aus der Suite gingen Ron war natürlich unterwegs um eventuell noch ein paar Groupies oder VIPs abzustauben Ben hatte sich mit einem großen Energy Drink vor der Xbox gemütlich gemacht ich beschloss noch einmal heiß duschen zu gehen und dann im Bett an meinem Text weiter zu schreiben mir fielen seit der Studioaufnahme so viele neue Lieder ein dass ich kaum hinterher kam jede Idee aufzuschreiben nachdem ich fertig geduscht und zurück ins Schlafzimmer ging fiel mir auf dass Jaden sein Handy vergessen hatte schnapp es dir rieb ich mir innerlich zu mit dem Handy bereits in der Hand setzte ich mich aufs Bett mir wurde schlecht vor dem was ich dort finden könnte wollte ich das überhaupt wissen schließlich war mir klar dass Jaden mit Beverly in Kontakt war eine Neugier überwog letztendlich und ich las die SOS welche zwischen den beiden hin und her gingen einerseits hatte Jaden recht sie schrieb viel über sich und ihre Probleme wenn man einen abgebrochenen Nagel Probleme nennen konnte mein Puls schien sich gerade wieder zu beruhigen da las ich eine SMS die mir überhaupt nicht gefiel ich freue mich schon dich bald mal wieder zu sehen doch das war noch gar nicht das Schlimmste Jadens Antwort darauf brachte das Fass zum überlaufen ja wir müssen unbedingt miteinander reden dieser Satz ließ die Gefühlsschublade ein weiteres Mal platzen was fiel ihm ein sich bei ihr auszuheulen wie ich vor ein paar Tagen schon schmerzlich festgestellt hatte gefiel es mir überhaupt nicht dass Jaden sich mit ihr traf oder auch nur in Kontakt war mit festem Griff umklammerte ich Jadens Handy schließlich landete es mit voller Wucht in den Kissen ich beschloss nicht wieder in Tränen auszubrechen das eine Mal reichte vollkommen aus entschlossen ging ich rüber zu meiner Tasche zog das kleine Kärtchen von Jonathan hervor und wählte seine Nummer heila antwortete er förmlich natürlich hatte er meine Nummer noch nicht und wusste nicht dass ich es war hi hallo Jonathan hier ist Easy seine Tonlage änderte sich hi Easy schön von dir zu hören was kann ich für dich tun ein Lächeln lag in seiner Stimme was mich ebenfalls lächeln ließ ähm ich dachte vielleicht hast du Lust heute Abend etwas essen zu gehen ein bisschen reden bei den letzten Worten biss ich mir auf die Lippe war das zu deutlich er sagte nichts wenn aber nicht wollte ich gerade einwerfen als er mir ins Wort fiel Moment er blieb sofort stumm wie im Studio zeigte er sogar am Telefon eine enorme Autorität wo man einfach das tun musste was er sagte so ich habe gerade in meinen Kalender geschaut und ja es passt soll ich dich um 8 Uhr abholen mein Mund war staubtrocken diese Antwort hatte ich irgendwie nicht gerechnet easy äh ja ähm 8 Uhr passt super am Hilton Hotel ich warte in der Halle auf dich okay Jonathan schnaubte freudig ins Telefon klasse lachte er auf ich weiß auch schon wo wir hingehen wenn du da einmal gegessen hast willst du aus London gar nicht mehr weg unbewusst legte ich meine Hand an die Hüfte und legte den Kopf schief na da bin ich ja mal gespannt alles klar dann bis später sagte er ja bis später verabschiedete ich mich gerade wollte ich auflegen ach und easy schnell drückte ich das Telefon wieder ins Ohr ja ich freue mich schon die Worte versetzten mir eine tiefe Gänsehaut ich mich auch hauchte ich zurück ein Knacken er hatte aufgelegt ich ließ meine Hand mit dem Handy sinken und sah auf die Uranzeige es war bereits kurz vor sieben was sollte ich nur anziehen Panik stieg in mir auf doch eine angenehme Panik vielleicht konnte ich wenigstens für einen Abend alles vergessen und mal an etwas anderes denken noch im Handtuch bekleidet flitzte ich durch das Wohnzimmer rüber zu Judy und Ted Erik beachtete mich gar nicht so sehr war er mit seinem Spiel beschäftigt da Judy und ich uns schon oft gemeinsam umgezogen hatten wusste ich ungefähr wo alles lag aber was sollte ich nehmen wo würde Jonathan mich hin ausführen Nabil spielte ich mir an den Haaren herum so wie Jonathan immer aussah würde es mit Sicherheit ein schickes Restaurant werden ich setzte alles auf eine Karte nahm ein knallrote schulterfreies Kleid hervor und zog es über als ich in den Spiegel sah wurde mir anders das sah toll an mir aus und dennoch schaute oben die Narbe heraus mit den Fingerspitzen fuhr ich über die vernarbte Haut zwar hatte ich keine Schmerzen und doch fühlte es sich fremd an diese Stelle zu berühren instinktiv schnappte ich mir den schwarzen Bolero den Judy mir das letzte Mal auch gegeben hatte und zog ihn über mit einem besseren Gefühl betrachtete ich mich jetzt im Spiegel schließlich nahm ich die schwarzen High Heels heraus setzte mich auf einen Stuhl und zog sie an ich stand auf und sah abermals hin durch den Schuh streckte sich meine ganze Figur meine Haltung wurde beinahe elegant die schwarze Klatsch klemmte ich mir noch unter den Arm als ich das Zimmer wieder verließ erst jetzt bemerkte Ben mich seine Kinnlade fiel herunter entspann dich Ben rief ich ihm im Vorbeilaufen entgegen das reichte damit er sich weiter mit seinem Spiel beschäftigte im Badezimmer angekommen kämmte ich mir meine Haare lediglich noch einmal glatt durch für das Make-up benötigte ich ebenfalls nur wenige Handgriffe dezent wie ich es mochte belies ich es auch dabei ein Blick auf mein Handy ließ mein Herz schneller schlagen nicht weil ich Jonathan traf sondern weil es zwei Minuten vor acht war sofort schnappte ich mir meinen schwarzen Mantel das war das einzige elegante was ich überhaupt besaß auf direktem Weg begab ich mich schließlich aus der Suite zu den Fahrstühlen ich drückte auf den Knopf für das Erdgeschoss und fuhr los ich freute mich richtig einfach mal raus zu kommen aufgeregt wie ich war da wurde mir ganz warm bevor ich anfing vor Hitze zu glühen zog ich ungeschickt den Mantel noch einmal aus und legte ihn mir um den Arm zum Glück war niemand mit mir im Fahrstuhl ein letzter prüfender Blick in das hochglanzpolierte Blech an den Wänden es saß alles da wo es hingehörte ping ertönte es mein Atem setzte aus wackelig machte ich die ersten Schritte aus dem Fahrstuhl reiß dich zusammen schimpfte ich mir leise selber entgegen souveräner als vorher lief ich den restlichen Weg bis in die Aufenthaltshalle dort angekommen sah ich Jonathan bereits heute trug er einen schwarzen Anzug natürlich perfekt und wie für ihn gemacht innerlich freute ich mich dass er sich ebenfalls so geschickt gemacht hatte dann wirkte mein Outfit wenigstens nicht overdressed ich ging weiter in seine Richtung wie in einem Film verlief plötzlich alles anders sobald er mich erblickte seine grünen Augen leuchteten auf ich war geschmeichelt meine Wangen passten sich sofort der Farbe meines Kleides an schüchtern blieb ich mit etwas Abstand vor ihm stehen sein Mund stand offen was mich zum Auflachen brachte Jonathan erlangte umgehend die Fassung zurück ohne zu zögern kam er auf mich zu beugte sich etwas zu mir herunter und gab mir einen Kuss auf die Wange sein schwerer Duft schwebte mir entgegen und schloss meine Augen ich verfiel dem Gefühl der Verwirrung du siehst unglaublich aus hauchte er mir ins Ohr seine Worte kribbelten hinunter bis zu meinem Hals danke sagte ich nur er nahm Abstand und reichte mir eine Hand wollen wir? wir schenken uns beide ein Lächeln ich nickte bestätigend Jonathan hatte sein Auto auf dem Parkplatz vor dem Hotel geparkt es war ein schwarzer Mittelklasse Wagen insgeheim war ich froh dass es kein aufgemotzter Luxusschlitten war mit Jaden fuhren wir immer in der Limousine Mensch wie ich unser Auto von zu Hause vermisste einfach etwas mehr Normalität Jonathan ging vor und hielt mir die Tür auf danke sagte ich und stieg ein zügig ging er um das Auto herum und stieg ebenfalls ein wir fuhren los ich sah begeistert zu wie London bei Nacht an mir vorbeizog als Jonathan mein Staunen unterbrach was verschafft mir denn die Ehre dass ich heute Abend deine Begleitung sein darf er zeigte mir kurz seine weißen Zähne als er sich wieder auf die Straße konzentrieren musste mir war klar dass diese Frage aufkommen würde ich fühlte mich stark genug ihm von Jaden und Miss Barbie zu erzählen es ist also ich drehte mich ruckartig zu ihm herüber und sah ihn etwas gequält an darf ich ehrlich sein? schoss es aus mir heraus natürlich ich bitte sogar darum das wunderbare schiefe Lächeln lag auf seinen Lippen ich drehte mich wieder nach vorne um jetzt nicht durch die Verwirrung die Worte zu verlieren ich wollte einfach mal die Meinung eines Außenstehenden hören was Jaden und mich angeht und ich schwieg das war mir zu peinlich es auszusprechen und was fuhrte Jonathan nach ich atmete angestrengt aus ich wollte es ihm zurückzahlen dass er sich immer mit dieser Puppe trifft und unterhält Jonathan sagte nichts jetzt war er es der verwirrt schien aber versteh das jetzt nicht falsch versuchte ich die Situation zu entspannen ich will dich nicht ausnutzen also das Kind war in den Brunnen gefallen Jonathan würde nie wieder ein Wort mit mir sprechen ich schlug mit dem Kopf an die Kopfstütze und kniff kurz die Augen zusammen er parkte das Auto am Straßenrand Jonathan drehte sich zu mir um nahm meine Hand und sah mir in die Augen die Berührung kribbelte easy glaub mir das Kribbeln wurde stärker ich fühle mich geehrt dass ich es sein darf mit dem du deinen Freund eifersüchtig machen willst verdutzt sah ich ihn an ein Kolloss von Stein fiel mir vom Herzen wirklich? sagte ich atemlos ja sein Griff wurde fester lass uns den Abend genießen und einfach etwas Spaß haben okay? ja bestätig dich zufrieden Jonathan setzte das Auto wieder in Bewegung kurze Zeit später standen wir auf dem Parkplatz vor einem schicken Restaurant er stieg aus eilte um das Auto herum und hielt mir die Tür auf ich stieg ebenfalls aus doch vergaß die hohen Schuhe beinahe knickte ich ein weiteres Mal mit dem rechten Fuß um Jonathan hielt mich sofort fest nicht doch mal grinst er mir entgegen ich nickte bestätigend dann hakte ich mich bei ihm ein und wir gingen gemeinsam rüber zum Restaurant ein elegant angezogener Mann öffnete uns die Tür Jonathan wurde freundlichst nahezu persönlich begrüßt anscheinend aß er hier öfter wir wurden zu einem Tisch gebracht der einen Überblick über das gesamte Restaurant bot Jonathan zog mir den Stuhl vor und ich setzte mich ich fühlte mich wohl so unter all den anderen gegenüber von mir sah ich eine große verschlossene Tür auf der VIP stand doch ich bereute es nicht heute nicht dort sitzen zu können mit einem breiten Lächeln und zufrieden sah ich rüber zu Jonathan wie er in der Weinkarte schaute es dauerte einen Moment als er das bemerkte ist ein Chateau de Rouge für dich okay ähm ich denke schon und sicher zog ich die Schultern hoch Jonathan lachte leise alles klar dann nehmen wir den er bestellte beim Kellner den Wein und kurz darauf nahm dieser ebenfalls unsere Bestellung auf Jonathan suchte alles aus schließlich wusste er wohl was hier am besten schmeckte ich ließ mich unbezwungen drauf ein darf ich dich fragen was du meintest dass er sich mit einer Puppe trifft er zog eine Augenbraue hoch verschämt sah ich ihn an und lächelte verlegen das konnte man wirklich falsch verstehen Jaden hat Kontakt zu Beverly zu diesem It Girl? fragte Jonathan angewidert ja genau zu diesem wir haben uns deswegen schon tierisch in die Haare bekommen besonders weil sie versucht einen Keil zwischen uns zu treiben vor Jaden ist sie immer das liebe nette Püppchen und zu mir wie eine gemeine Schlange erklärte ich ehrlich bevor die Wut erneut überhand nahm trang ich einen kräftigen Schluck vom Wein er schmeckte köstlich wieso gibt er sich mit so jemandem ab wenn er viel lieber die Zeit mit dir verbringen kann ich stellte mein Glas ab und stürzte meinen Kopf in die Hände ich weiß es nicht antwortete ich hilflos er sagt dass er jemanden braucht außerhalb der Band mit dem er sprechen kann angestrengt strich ich mir die glatten Haare noch glatter mir passt es nur nicht dass er mit ihr über uns spricht wo sie so falsch ist wer weiß was sie mit den Informationen macht vielleicht verkauft sie die Story um noch mehr PR zu machen wie das mit der Entführung meine Hände zogen die Bolero zurecht ich wollte nicht dass Jonathan das zu sehen bekam er wusste schon genug durch die Presse willst du wirklich meine Meinung hören ich nickte sein Blick lag fest auf meinem verträumt sah ich ohne zu zwinkern in dieses strahlend grün was mich fest fixierte wenn ich Jaden wäre würde ich versuchen jede freie Minute mit der Liebe an meiner Seite zu verbringen es heißt zwar dass Freundschaften etwas besonderes sind und sie pflegen soll aber eine Partnerschaft und wenn man die wahre Liebe wirklich gefunden hat übersteht all dem die Worte welche Jonathan sprach klangen so als wüsste er wirklich genau wie ich mich fühlte er wusste wovon ich sprach und was in mir vorging Tränen sammelten sich in meine Augen ein Glück kam der Kellner mit unserem Essen unterbrach die zartbeseitete Stimmung guten Appetit sagte Jonathan er wirkte genauso erleichtert dass der Kellner uns unterbrach wie ich schließlich war ihm bewusst wie ein Tränenausbruch bei mir aussah dir auch danke der Kellner huschte wieder und wieder an uns vorbei Jonathan und ich unterhielten uns zum Glück mittlerweile über andere Dinge spielst du denn auch professionell? wollte er wissen du meinst Klavier? nein das mache ich nur weil es mir gefällt ich steckte mir einen letzten Bissen in den Mund hast du denn schon mal darüber nachgedacht? seine Augen wurden zu kleinen Schlitzen wollte er mich etwa engagieren? ich kniff die Augen zusammen willst du mich unter Vertrag nehmen? fragte ich frech er lachte auf na wenn ich das nur könnte aber ich glaube du wirst so etwas nicht machen wie du im Studio gespielt hast und dann noch deine Stimme dazu er nahm einen Schluck Wein man hat gemerkt dass es von Herzen kam und ich finde das sollte es auch bleiben nur bei dir ich ich wurde unterbrochen mein Blick fuhr wie angezogen zu der VIP Tür die aufging und zwei Gäste hinaus kamen mit direktem Blick in den geräumigen Saal sah ich tatsächlich Jaden an einem Tisch sitzen ich blinzelte um mich noch einmal zu vergewissern er war mir direkt zugewandt somit bestand kein Zweifel er hob ebenfalls den Kopf zuerst sah er mich nicht die Tür blieb noch einen Moment länger auf als ich auf seine Begleitung erblickte zwar konnte ich sie nur von hinten sehen aber in ihren Haaren und dem Outfit erkannte ich gleich dass es sich um Beverly handelte mir fiel die Gabel aus der Hand das Geräusch heilte durch das gesamte Restaurant auch Jaden wurde aufmerksam und schaute auf sein Blick bohrte sich in meinen es war als würde er mich erst überhaupt nicht erkennen und doch schaute er weiter zu mir herüber Sekunden sahen wir uns einfach nur an trotz der kurzen Zeit konnte ich alles erkennen was er tat seine Augen weiteten sich und die Lippen gingen auf sie flüsterten leise meinen Namen all die Wut und das Gefühl endgültig hinters Licht geführt worden zu sein schmeckten wie Feuer im Hals auch Jonathan drehte sich jetzt ebenfalls um doch die Tür die Tür ging bereits wieder zu wie sie ergriff nach meiner Hand ohne ein Wort zu sagen stand ich auf und verließ das Lokal die Tränen liefen bereits als mir die kühle Luft ins Gesicht schlug ich krallte mich kurz an der Brüstung fest welche die Treppen hinunter führte der Schmerz überkam mich so heftig dass mir die Luft weg blieb wo ich jetzt hin wollte wusste ich nicht doch es war mir egal Hauptsache so weit weg von hier wie möglich zitternd ging ich die Treppe hinunter und folgte dem Weg nach rechts mehr und mehr Tränen liefen sie fühlten sich an wie Säure auf der Haut ich wollte wegen diesem Arschloch nicht weiter weinen das hatte er nicht verdient easy rief Jonathan hinter mir her ich stolperte und knickte endgültig mit meinem rechten Fuß um den Schmerz nahm ich dankend entgegen wenigstens lenkte er ein wenig von dem emotionalen Schmerz ab Jonathan eilte auf mich zu weit gekommen war ich noch nicht und er somit schnell an meiner Seite lass mich rief ich ihm entgegen und hielt einen Arm nach oben in die Luft um Abstand zu bekommen ohne das zu tun was ich wollte beugte er sich zu mir herunter legte meinen Mantel um mich und half mir hoch alles okay mit dir was ist denn los ein wimmern mehr brachte ich im Moment nicht über die Lippen der Schmerz aus meinem Fuß wirkte leider nur noch wie ein Mückenstich gegenüber den inneren Qualen easy Jaden er war hier Jonathan hielt weiter den Arm um mich ich sah auf zu Jaden die Wut und das Gefühl welches gerade noch im Lokal in mir zu spüren war kam wie ein Katapult zurück du ich schoss auf ihn zu Jonathan ließ von mir ab du hast mich hinter Gang von wegen geschäftliches Essen ich schlug auf Jadens Brust warum triffst du dich hinter meinem Rücken mit diesem Miststück meine Stimme war nur ein Quieken wieder und wieder hämmerte ich weiter auf ihn ein ergriff meine Schultern und drückte mich fest zu sich heran bis ich keinen Platz mehr zum Schlagen hatte das Wein ließ noch immer nicht nach mein Kopf fiel mir auf die Brust lass sie los befall Jonathan misch dich da nicht ein blaufte Jaden zurück dann wandte er sich wieder mir zu easy bitte lass uns nach Hause fahren und über alles reden es ist nicht wie es aussah er legte eine Hand an meine Wange ich wollte ihn so sehr doch es tat so weh jede Berührung schmerzte bis auf den Grund meiner Seele lass mich los ich kniff die Augen zusammen um nicht in sein Gesicht zu sehen du hast sie gehört Jonathan stand hinter mir Jaden ließ mich los ich taumelte zurück und landete schließlich in Jonathans Armen ohne was zu sehen wusste ich dass er es war sein Duft und die Art und Weise wie er für mich da war verriet ihn komm sagt er mir ins Ohr Jaden hörte und sah ich nicht mehr taub vor Schmerz ließ ich mich von Jonathan in sein Auto bringen auf dem Weg wo auch immer wir hinfuhren verstummten meine Tränen sollte es das tatsächlich schon gewesen sein das Band zwischen Jaden und mir hatte einen großen Riss bekommen wenn es nicht sogar schon ganz durchtrennt wurde Bilder von unseren ersten Treffen ging mir durch den Kopf wie verwundert er war dass ich ihn damals nicht kannte er war der Mann mit dem ich das erste Mal Sex hatte wir hatten bereits eine Trennung hinter uns die mich fast das Leben gekostet hatte es gab so viele Tiefen dafür aber auch genauso viele Höhen die wir durchlebt hatten das Bild als Jaden mich in seine Arme nahm nachdem ich aus der Geiselhaft befreit wurde egal was war ich liebte diesen Mann mehr als mir lieb war und was meinte er damit dass es nicht so ist wie es im Lokal aussah am liebsten würde ich jetzt nach Hause fahren weit weg von hier und all dem bei meiner Mutter im Arm liegen und weinen mein Recht geben dass ein Rockstar es nur auf bestimmte Zeit ernst meinen konnte und mit Amy über die die Instructions herziehen ich wollte nur noch nach Hause ich zog mein Handy vor und wählte eine Nummer Judy kannst du mir bitte meinen Pass und ein paar Klamotten nach unten bringen natürlich dauerte es ein paar Minuten bis ich ihr alles ausführlich erzählte und ihr Verhör beendet war sie fand meine Entscheidung richtig und wollte Jaden den Kopf abreißen wenn sie inzwischen die Finger bekam ich legte auf du willst weg Wehmut klang in Jonatons Stimme mit ja ich denke das ist das beste im Moment sagte ich überzeugt du kannst doch gerne erstmal bei mir unterkommen wurde er sich an danke aber ich will wirklich einfach nur nach Hause Jonatons Gesichtsausdruck wirkte gequält werden wir in Kontakt bleiben? fragte er schmerzlich es tat mir wehen jetzt gerade so zu sehen doch ich musste an mich denken und ich wollte einfach nur nach Hause natürlich ich legte eine Hand auf seine Schulter und schenkte ihm ein Lächeln er erwiderte es nur kurz vor dem Hotel angekommen lenkte Jonathan das Auto an den Straßenrand danke für alles so schnell dass ich es nicht kommen sah legte Jonathan die Hand in meinen Nacken und zog mich zu sich herüber seine Lippen trafen die meinen heiße Küsse legten sich wieder und wieder auf meinen Mund durcheinander und verwirrt zugleich wusste ich nicht wie mir geschah ich fühlte mich machtlos dieses Ganze zu beenden erst als ihm ein Stöhnen entran und wir kurz pausierten schaltete sich mein Verstand ein gerade kam sein Gesicht wieder näher ging ich ein Stück zurück mein Brust hob sich unregelmäßig von der wenigen Luft die ich gerade noch bekam warte schoss es aus mir heraus und ich hielt eine Hand zwischen uns er schloss seine Augen ebenfalls verwirrt von seinen Gefühlen rasch nahm er Abstand von mir und hob seine Hände in die Luft es tut mir leid ich wollte nicht fassungslos strich er sich über die kurzen Haare nein es ist okay wir sahen uns an ein letztes Mal vertieft in den Blick des anderen dann nahm ich seine Hand ging ein Stück auf ihn zu und folgte in diesem Moment nur meinen Gefühlen letztendlich landete meine Lippen auf seine Wange ich es tut mir leid ich wollte dir keine falschen Hoffnungen machen aber ich liebe Jaden Jonathan atmete stoßartig aus die Süße seines Atemes war auf meiner Zunge zu schmecken danke flüsterte er danke dass ich einmal in den Genuss kommen durfte dir so nah zu sein du bist eine ganz besondere Frau er sollte dich zukünftig auf Händen tragen sonst die unangenehme Situation war überstanden sonst was ich grimme ihn an sonst werde ich ihm in den Arsch treten wir lachten beide auf dann fiel ich ihm um den Hals Jonathan war in dieser kurzen Zeit zu einem wirklich guten Freund geworden und doch wussten wir dass unsere Freundschaft hier zu Ende war wenn ich wirklich mit Jaden zusammen sein würde und ich ihm vorschrieb dass er sich nicht mit Beverly treffen durfte erlaubte er mir den Umgang mit Jonathan erst recht nicht und ich akzeptierte es denn die Erfahrung die ich mit Jonathan gemacht hatte konnte mir keiner nehmen ich öffnete meine Tür ein letzter Blick in diese grünen Augen Pipp wohl sprach ich er beugte sich herüber und schenkte mir einen letzten zärtlichen Kuss auf die Wange mit wohl easy dann stieg ich aus schloss die Tür hinter mir und ging ins Hotel ohne einen Blick zurückzuwerfen in der großen Eingangshalle war um diese Zeit nicht viel los ich suchte nach Judy die dort auf mich warten sollte auf einmal kam Jaden hinter einer großen Säule hervor ich blieb stehen mein Herz machte einen Sprung vor Freude oder Wut mein Instinkt wollte dass ich am liebsten jetzt in seine Arme rannte andererseits haderte ich mit mir nicht davon zu laufen ich wusste dass er die Liebe meines Lebens war trotzdem konnte ich seine Nähe im Moment kaum ertragen viele Trümmer befanden sich in meiner Brust mein Herz welches kaum Zeit hatte sich überhaupt von den ganzen Schmerzen zu erholen war nah dran nie wieder geheilt werden zu können langsam kam Jaden auf mich zu easy sein Blick war quälend die Stimme dünn er trug ebenso viel Schmerz in sich wie ich schnellen Schrittes ging ich auf ihn zu oder vorbei mein Körper war schneller als man verstand leider vergaß ich meinen verletzten Knöchel und knickte weg Jaden war zur Stelle und fing mich auf unsere Körper dicht ineinander gepresst suchte Jaden nach meinem Blick nur wenige Zentimeter trennten unsere Gesichter voneinander easy hör mir bitte zu er atmete angestrengt aus ich sah genauer hin und bemerkte dass Tränen über seine Wangen liefen es war als würde auch ein Teil von mir gerade weinen so sehr am Boden zerstört hatte ich ihn noch nie gesehen ich habe bis heute Abend alles beendet ich habe Beverly gesagt dass ich keinen Kontakt mehr zu ihr will hörst du mein Mund war verschlossen der bekannte Kloß im Hals sehr präsent Jaden sprach weiter die Tränen liefen mittlerweile bei uns beiden ich will mit dir glücklich werden du bist nicht nur meine Partnerin sondern auch meine beste Freundin ich brauche niemanden zum reden ich will nur dich die letzten Worte flüsterte er nur noch warum dann ich schluckte schwer das heute Abend er verstand was ich wollte räusperte sich und sprach weiter ich wollte es ihr persönlich sagen das ist alles nenn mich altmodisch aber ich finde so etwas muss man persönlich demjenigen sagen ich grinst in mich hinein zwar konnte ich es nach außen hin noch nicht zeigen aber ich war erleichtert konnte die Antwort auf all das was heute Abend passiert war so einfach sein ich mag deine altmodische Art nuschelte ich schließlich Jaden begann zu grinsen ihm fiel hörbar eine große Last vom Herzen ich liebe dich so sehr seine Mimik sagte mir dass er noch etwas sagen wollte doch er wusste nicht wirklich wie oder ob er es überhaupt aussprechen wollte hatte er etwa doch mit der Beverly etwas am laufen gehabt Jaden easy willst du mich heiraten platzte es aus ihm heraus damit hatte ich jetzt nicht gerechnet sofort vergaß ich was ich sagen wollte und starrte ihn an langsam begann ich mit dem Kopf zu schütteln denn ich wollte es nicht oder zumindest noch nicht Jaden brachte ich erneut über die Lippen sag ja easy ich möchte nie wieder von dir getrennt sein ich löste mich ein Stück von ihm auf einmal war es hier drin viel zu warm nein Jadens Augen weiteten sich nervös suchte ich nach den richtigen Worten ich fuchtelte mit meinen Fingern herum als würde ich ein Bild malen also nein ich meine nicht nein sondern oh mein Gott wie konnte ich nur den ersten Heiratsantrag den ich bekam ablehren bewusst atmete ich tief ein und aus Jaden wartete sehnlich auf eine Antwort Jaden ich denke das ist im Moment nicht richtig du hast nur Angst mich wirklich zu verlieren aber wir sollten nichts überstürzen er schloss die Augen seine Haltung wurde lockerer vielleicht hast du recht stimmte er schmunzelnd zu und außerdem ergänzte ich noch hatte ich mir meinen Heiratsantrag so nicht vorgestellt wir sahen an uns herunter als unsere Blicke schließlich wieder aufeinander lagen lachten wir uns an einige Scherben von meinem Herzen setzten sich wieder Stück für Stück zusammen du hast recht und glaub mir ich verspreche dir dass ich dir irgendwann wenn der richtige Zeitpunkt kommt dich fragen werde ob du mich heiraten willst und ich werde ja sagen antwortete ich prompt meine Worte nahmen jegliche Zweifel nicht nur von ihm sondern auch von mir Jaden war ohne Frage der Mann den ich für immer lieben werde und mit dem ich meine Zukunft antreten wollte dieses war nicht das erste Mal dass ich so etwas dachte und doch war es mir noch nie so ernst zärtlich furcht durch sein Haar er sah mich einfach nur an dieser Mann würde mir gehören für immer ebenso wie ich ihm gehörte und daran konnte auch keine Beverly oder ein Jonathan nichts ändern egal welche Wege wir auch einzeln gehen würden am Ende würde uns das Schicksal und unsere Liebe wieder zueinander führen ohne weitere Worte zu sagen küssten wir uns dieser Kuss war zwar wie ich es von ihm gewöhnt war mit viel Gefühl sodass ich seine Liebe spüren konnte und doch wusste ich dass wir in den letzten Wochen und Monaten beide einen großen Schritt zum Erwachsenwerden gemacht hatten für noch eine lange Zeit standen wir im Foyer des Hotels und besiegelten unsere Liebe mit diesem schier nie endenden Kuss als wenn die Suite kamen waren alle schon zu Bett gegangen Jaden trug mich auf seinen Armen durch den Raum kommt das nicht erst nach der Hochzeit? bezwillte ich rum er schenkte mir nur ein Lachen trug mich rüber ins Schlafzimmer und legte mich aufs Bett ich werde dich immer auf Händen tragen egal ob verheiratet oder nicht dabei beließen wir es für heute und schliefen eng umschlungen ein dies war die erste Nacht seit der Entführung in der ich durchschlief und mich keine Albträume aufsuchten heute war Montag die Woche würde anstrengend werden denn die Band würde die ausgesuchte Akustikstücke mit dem Orchester einspielen Judy musste noch etwas wichtiges erledigen wohingegen ich an diesem Tag im Hotel blieb ich hatte mehr und mehr Lust neue Lieder und Texte zu komponieren nicht nur in schlechten Zeiten sondern auch wenn es mir richtig gut ging flossen mir die Wörter und Noten nur so aus den Händen ich lief in meiner kurzen Shorts zu einem lockeren Pulli durch das Wohnzimmer mein blaues Buch in der Hand sang ich ein paar Texte vor mich hin es klopfte laut an der Tür ich ging hin und öffnete sie Steve stand vor der Tür oh hallo sagte ich verdutzt warum war Steve nicht bei der Band er wusste doch dass heute die Aufnahme beginnen sollte hallo Isi hast du einen Moment Zeit für mich zögernd machte ich einen Schritt zurück und machte ihm den Weg frei du willst zu mir Steve lief hinüber zur Couch setzte sich jedoch nicht ich kniff die Augen zusammen und verschränkte die Arme vor der Brust was wollte er nur vielleicht wollte er mir ja nahe legen das ganz mit Jaden endlich sein zu lassen hatte er von dem Ärger von ein paar Tagen etwas mitbekommen Isi ich wollte dich fragen warum du damit nicht zu mir gekommen bist weiter in Fragen schaute ich ihn musternd an er griff in seine Innentasche und holte etwas hervor Unruhe machte sich in mir breit doch es war nichts wovor ich mich fürchten musste Steve überreichte mir eine CD für mich? ich lief einen Schritt auf ihn zu langsam nahm ich ihm die CD ab ja sagte mit einem breiten Lachen das sind deine Aufnahmen erst nach und nach fiel bei mir der Groschen die Aufnahmen welche ich für Jaden gemacht hatte meine Gesichtszüge entglitten mir äh danke stotterte ich und wurde rot du musst dich nicht bedanken ich danke dir strahlte er ich schüttelte verwirrt den Kopf danke wofür Steve kam schnell auf mich zu ich fuhr automatisch ein Stück zurück easy du musst mit auf die CD ein Song mit Jaden zusammen das wäre ein super E-Tüffelchen mit dem niemand rechnet euphorisch unterbreitete mir Steve seine Idee ich war jedoch nicht so sehr davon begeistert Steves Lippen wurden zu einer schmalen Linie ich denke du bist der Band und auch mir als der Manager schuldig es ist in den letzten Monaten so einiges schief gelaufen wieder wurden seine Lippen schmal der Ausdruck in seinen Augen schmerzhaft ich war davon überzeugt dass Steve dieses nicht erwähnen wollte aber er hatte irgendwo auch recht die Band hatte viel mitgemacht ob denen das aber überhaupt gefallen würde was sagen denn die anderen dazu fragte ich kritisch ich bin der Manager sie wollen Erfolg haben und haben unterschrieben dass sie meine Strategie nachgehen werden also bleibt ihnen wohl nichts anderes übrig also was sagst du ich kratzte mit meinen Fingernägeln an der Hülle herum also ich werde es tun wenn die Band und vor allem auch Jaden damit einverstanden ist Steve klatschte einmal kräftig in die Hände seine Lippen verzogen ein breites Lachen wenn ich es nicht besser wüsste hätte ich schwören können Dollarzeichen in seinen Augen aufflackern zu sehen aber nur der eine Song ich hielt ihm den Zeigefinger warnend entgegen ja ja nur der eine Song okay wir gaben uns die Hände und besiegelten somit den Deal zwischen uns Steve drängte mich jetzt direkt mit ihm mitzufahren wir saßen in der Limousine er telefonierte die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten wir waren nicht ganz wohl zumute bei der Sache und so schrieb ich Amy eine SMS sie würde jetzt wohl möglich noch schlafen also belies ich es lieber dabei nach einer für mich viel zu kurzen Fahrt waren wir am Studio angekommen allein der Blick auf das Haus brachte mein Herz zum Rasen was würde Jade nur davon halten konnte ich das überhaupt obwohl die Aufnahmen mit Henry hatten ja auch sehr gut geklappt selbst Jonathan hatte das gesagt Jonathan er würde mit Sicherheit auch heute am Arbeiten sein nervös stapfte ich hinter Steve her er hatte noch immer das Telefon am Ohr als wir das Haus betraten im Flur der so elegant und gemütlich war wie eh und je wurde mir gleich viel wärmer Steve machte eine Geste zum hinteren Flur und wandte sich von mir ab ich sollte wohl schon vorgehen Gezeigt getan ging ich langsam den langgezogenen Flur entlang als ich immer näher zu Jonathans Bürotür kam wurden meine Hände ganz feucht bitte lass ihr nicht da sein rief meine innere Stimme plötzlich tat sich eine Tür direkt vor mir auf ich stolperte fast in die Arme des Mannes der dort viel zu schnell herauskam Huch! fuhr ich etwas zurück Oh Angel unsere Blicke trafen sich Jonathan stand vor mir Easy sagte er meinen Namen mit so viel Gefühl das mein Herz sich freudig zusammenzog er lächelte mich an ich fühlte mich gleichseelig aufgefangen Jonathan antwortete ich ihm freundlich seine Haltung wirkte angespannt wie geht es dir? fragte er förmlich gut danke und dir? entgegnete ich sofort er antwortete nicht langsam kam er auf mich zu und legte seine Hände auf meine Schultern unsere Gesichter waren jetzt dicht beieinander geht es dir wirklich gut? behandelt er dich so wie du es verdienst? ich nickte verhalten so gerührt war ich von seiner Fürsorge ja Jonathan das tut er wirklich flüsterte ich nervös fiel mein Blick auf Jonathans Brust plötzlich gab er mir einen kurzen Kuss auf die Wange schlagartig schoss mir die Röte ins Gesicht da war es wieder das Gefühl der kleinen Kirchenmaus ich wünsche dir dass das auch so bleibt und wenn nicht er legte den Kopf schief ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen danke Jonathan löste sich von mir und ging rüber in sein Büro ich blieb noch weiter dort stehen wo er mich überrumpelt hatte ein letztes Mal drehte er sich um und ich tauchte noch einmal ab in das tiefe Grün seiner Augen dann verschwand er in seinem Büro meine Beine setzten sich erst nach einem kurzen Moment wieder in Bewegung als Jonathan bereits verschwunden war ich betrat den Vorraum die Jacken der Jungs lagen wie wild auf den Stühlen herum durch die Scheibe sah ich dass sie gerade dabei waren ein Stück aufzunehmen leider war hier kaum etwas zu hören ich ging einen Raum weiter Henry saß dort als er mich erkannte lächelte er und legte mir zu absichtlich blieb ich etwas weiter hinten stehen damit Jaden oder die anderen nicht abgelenkt wurden das Orchester war der absolute Hammer nahezu bei jedem Ton durchzog mich ein inneres Kribbeln wie es nur die Musik schaffen konnte meine Fingerspitzen klimperten die Musik an meinem Oberschenkel mit ich schloss die Augen und genoss für noch einen kurzen Moment diese Schwerelosigkeit es war atemberaubend erst als die Musik verstummte und Henry etwas in sein Mikro sprach kamen die Jungs zurück Jaden erkannte mich schon durch die Scheibe freudestrahlen kam er herein sofort drückte er mir den Kuss auf hey was machst du denn hier das ist ja eine schöne Überraschung er wirkte so losgelöst es war toll Jaden zu erleben finde ich auch antwortete ich Steve wollte mit euch sprechen mit dem Daumen zeigte ich über meine Schulter im ersten Raum unterbreitete Steve kurz und knapp den Vorschlag oder besser das was er wollte Steve wirkte so überzeugend und professionell dass selbst ich ihm den Deal nicht abschlagen konnte als er dann noch mit vermeintlichen Umsatzzahlen und diversen anderen Summen um sich schmiss schaltete sich mein Verstand ab Jaden drückte mich an der Hüfte fest zu sich heran du willst das wirklich? ich nickte zögernd ja sagte ich anschließend noch mit etwas Nachdruck dahinter alle waren sofort damit einverstanden Henry der ebenfalls bei dem Gespräch mit dabei war lächelte mich voller Vorfreude an schließlich wusste er wie ich spielen konnte doch viele von der Band und auch Steve wussten es nicht oder eben nur von der CD Henry schickte das Orchester in die Pause und Jaden und ich betraten die Halle in dem anderen kleinen Raum hatte es mir besser gefallen hier wirkte alles so unglaublich groß und verloren hey sprach Jaden mich an als wir von dem großen Flügel standen Henry lief noch ein bisschen um uns herum und stellte hier und da weitere Mikrofone auf ich versuchte mich nur auf Jaden zu konzentrieren das wird super ich wollte schon immer mit Isabella Manu ein Lied aufnehmen ich knuffte ihn leicht in die Schulter dann zog er mich leidenschaftlich zu sich heran und gab mir diesmal nicht einen sanften sondern viel zu stürmigen Kuss wilde Gefühle und heißes Blut kam in mir in Wallung ein Rollsband kam aus dem Lautsprecher wir hörten mit dem Kuss auf ließen jedoch nicht weiter voneinander ab lass uns das hier hinter uns bringen dass wir schnell nach Hause kommen ich wusste was Jaden damit ansprechen wollte in genau der richtigen Stimmung setzte ich mich ans Klavier Aufnahme läuft legt los wenn ihr soweit seid Jaden stellte sich schräg ans Klavier als ich zu spielen begann wir wussten genau welches Lied das unsere war und so sangen wir in diesem Moment nicht für die Aufnahme sondern nur für den anderen der vor uns stand erhitzt von dem Spielen und noch immer von dem Gefühl welches Jaden in mir ausgelöst hatte verließen wir den Saal Steve redete mit Henry über irgendetwas was das Lied betraf Ben, Ted und Ron äußerten sich dass sie alle begeistert waren und noch nie jemanden gesehen hätten die so gut musikalisch zusammenpassten wie Jaden und ich auch Henry und Steve gaben schließlich nur positive Kommentare von sich eine weitere Aufnahme war schon nicht mehr nötig signalisierte uns Henry schließlich machte die Band noch ein paar Aufnahmen mit dem Orchester ich wartete ungeduldig darauf dass Jaden und ich zurück ins Hotel fuhren Wochen vergingen wir reisten über Frankreich, Irland und Dänemark endlich wieder zurück nach Hause Jaden hatte tatsächlich keinen Kontakt mehr zu Miss Barbie auch wenn sie es versuchte er antwortete nicht darauf zu Hause angekommen stiegen wir aus dem Flugzeug und wurden mit Freude von tausenden von Fans erwartet allein für die Veröffentlichung der neuen Platte hatten die Jungs extra noch einmal die Europatour unterbrochen es wurde in einem extra großen Saal beim Flughafen eine Pressekonferenz einberufen Judy und ich standen an der Seite und sahen zu Hunderte von Blitzlichtern wurden ausgelöst als die Jungs die Bühne betraten Fragen wurden gestellt Steve managte natürlich alles Wer ist die Frau auf der CD, die zusammen mit Jaden singt? wollte eine junge Journalistin nach kurzer Zeit wissen Steve lachte auf er hatte diese Frage nur abgewartet automatisch ging ich einen kleinen Schritt zurück ich wollte nicht benannt werden Ben übernahm das Wort er lachte Jaden schief an und sagte möchtest du diese Frage nicht bliebe beantworten? Jaden zögerte einen Moment wirkte dann aber genauso cool und gelassen wie sonst auch es freut mich zu sagen dass diese wunderbare Stimme meiner Freundin gehört Sam Blick suchte mich die Blitzlichter schossen sich auf mich ein Judy schubste mich ein Stück nach vorne Jaden streckte mir die Hand entgegen und signalisierte mir dass ich zu ihm hochkommen sollte mir drehte sich der Magen um ich wollte das ja alles nicht und doch wusste ich dass es nicht sonderlich hilfreich war der Presse nicht Rede und Antwort zu stehen ein letztes Mal versuchte ich den Kloß in meinem Hals herunter zu schlucken kurz darauf ging ich langsam auf Jaden zu erst als meine Hand die Seine umschloss nahm es mir ein Stück Angst ruckartig zog er mich zu sich auf den Schoß mein Herz setzte aus ich konnte den Blick nicht von ihm lassen ein angenehmes Gefühl hüllte mich ein mit Jaden würde ich einfach alles machen und er könnte mit mir auch fast alles anstellen so sehr vertraut ich ihm wieder easy rief die junge Journalistin welche soeben noch die erste Frage gestellt hatte ich drehte mich in ihre Richtung easy sie haben wirklich eine tolle Stimme werden sie jetzt auch eine CD aufnehmen war dies nur als Sprungbrett für sie ich wusste wie die Frage der Presse unter der Gürtellinie gehen konnten doch auch wenn das hier soeben passiert war nahm ich es locker die letzten Wochen hatten Jaden und mich mehr als geprägt unsere gemeinsame Band war stärker denn je die Kraft und Souveränität die Jaden dem Leben als Star gegenüber hatte schenkte mir ebenfalls mehr Selbstvertrauen ich lächelte in die Kameras und antwortete nein ich werde keine Platte aufnehmen und das beantwortet auch wohl die Frage ob ich es als Sprungbrett oder so nutzen wollte dann fiel mein Blick auf Jaden und ließ mein Herz sprechen ich habe lediglich mit meiner wahren Liebe einen Song aufgenommen der uns beiden sehr viel bedeutet damit wollen wir allen da draußen einfach zeigen dass es sich lohnt für das zu kämpfen was man liebt es nicht so schnell aufzugeben denn es lohnt sich am Ende immer mir fiel auf dass sogar Jaden jetzt etwas verlegen wirkte und rot wurde ich liebe dich damit beendete ich meine Antwort und ich liebe dich wir gaben uns einen Kuss und legten damit den Baustein für eine wunderbare Zukunft Jaden der sich weiterhin als Gitarrist und zweiter Songs Stimme verausgabte und ich die von Steve auf Ben's Drängen hin eine offizielle Anstellung als Songwriter und Komponistin bekam er bereute es nach seiner eigenen Aussage her überhaupt nicht die Verkaufszahlen sprachen ebenfalls dafür auch die Fans hatten es verstanden und ließen Jaden und mich weitestgehend in Ruhe unsere Gefühlen nachzugehen meine Schwester Amy kam sogar auf der nächsten Tour der Instructions in den Ferien mit nicht zu vergessen weil sie mittlerweile mit Jadens jüngerem Bruder zusammen war meine Eltern besuchten wir so oft es ging ansonsten telefonierten wir regelmäßig miteinander mein Dad akzeptierte noch immer Jaden als meinen festen Freund so wie meine Entscheidung ebenfalls den Weg ins Showgeschäft eingeschlagen zu haben über Fred wollte ich nicht wieder nachdenken und schob somit viel Gedanken und Erinnerungen beiseite ob mich das alles je nochmal einholen würde wusste ich nicht doch in diesem Augenblick fühlte ich mich mit all den Erkenntnissen und Erfahrungen die ich gemacht hatte stark genug um auch das egal wann zu überstehen